Kreuzeder. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Nur Weizen. Komm, ich schau, Kreuzeder. Kriminalrat Becker, wir haben einen Mord. In Rechenbrunn, Kressenau 3, ein Bauernhof. Jetzt hab ich mir grad einen Schweinsbruch gestellt. Dann stellen Sie ihn wieder ab. Ich iss ganz schnell. Sie essen gar nicht. Sie fahren jetzt sofort da raus. Sie wissen selber, dass es um Sekunden geht. Jede Sekunde, die Sie vertrödeln, ist schon wieder ein Vorsprung für den Täter. Ja, ja. Ein Mord in der Mittagspause. Vor 20 Jahren, wie er noch 80 Kilo schwer war, wäre der Kommissar Kreuzeder auf diesen Anruf hin aufgesprungen, hätte sich mit knurrendem Magen hinter Steuer geklemmt und wäre wie eine gesenkte Sau zum Tatort geprescht. Aber mittlerweile hat er ja über 100 Kilo gehabt und gar nicht dran gedacht, auf seinen Schweinsbraten zu verzichten. Er hat sich schmecken lassen und sich dazu ein paar Weißbier und etliche Obstler gegönnt. Es hat ihn auch überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht, wie sein Chef hereingekommen ist. Es war nämlich eine Bierruhe, die der Kreuzeder da gehabt hat. So lese ich das jedenfalls aus den Akten. Ich hab's doch gewusst. Mahlzeit. Jetzt werden Sie nicht auch noch frech. Das hat Folgen, Herr Kreuzeder. Diesmal kommen Sie mir nicht davon. Sie hören jetzt augenblicklich auf zu essen. Ich bin gleich fertig. Sofort, habe ich gesagt. Was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Haben Sie irgendwelche Depressionen? Machen wir uns doch nichts vor. Sie sind seit Jahren völlig desinteressiert. Ihre Aufklärungsquote tendiert gegen null. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern. Wahrscheinlich von der ganzen Welt. Ja, ja. Wir haben einen Mord, Herr Kreuzeder. Wenn Ihnen das was sagt. Einen Mord. Zollen. Gehen bleiben. Wollen Sie jetzt im Ernst hier warten, bis die Dame so weit ist? Ich bin ja Zechbriller. Was ist bloß los mit Ihnen? Wenn Sie nicht mal mein bester Mann gewesen wären, hätte ich Sie schon längst rausgeschmissen. Das kennen Sie gar nicht. Und ob ich das kann? Auch für einen Beamten gibt es den Punkt, wo er untragbar wird. Und den haben Sie schon längst überschritten. So. Das wäre jetzt der Schweinsbram. Fünf Weißbier und sechs Obstler. Macht 32,20 Euro. 34. Habt ihr es richtig gehört? Wollen Sie jetzt in dem Zustand Auto fahren? In was für einem Zustand? Das kommt in Ihrer Akte, Kreuzeder. Und zwar alles. Und jetzt nehmen Sie ein Taxi und das zahlen Sie gefälligst selbst. Naja. Bis das Taxi da war, hat es dann nochmal gedauert. Und wie es dann endlich am Tatort eingetrudelt ist, ist es gar nicht durchgekommen, weil der Hof und die Zufahrt mit Autos vollgestellt waren. Da hat sich dann der Kreuzeder das letzte Stück zu Fuß hin bequemen müssen. Mitsamt seinem Promille. Ein uralter Hof war das, aus Holz und Stein, so wie sie früher gebaut worden sind und irgendwie stolz hat er ausgeschaut. Vielleicht, weil er auf einem Hügel angesiedelt ist. Überall sind Neugierige herumgestanden und Polizisten, die diese Neugierigen am Weitergehen gehindert haben. Den Kreuzeder wollten die natürlich auch nicht durchlassen. Schon wegen seiner Fahne. Aber der hat dann seinen Dienstausweis gezückt zum Beweis. Mordkommission Passau, wie schaut's aus? Keine Ahnung. In der Scheune hat's an der Breselt. Mehr weiß ich auch nicht. Die Kollegen von der Spurensicherung sind schon fleißig dabei gewesen, die Scheune zu inspizieren und alles zu fotografieren. Die Scheunenwand war von innen her eingedrückt, offensichtlich durch den Mähdrescher, der zur Hälfte im Freien gestanden ist, mit dem zersplitterten Holz unter den Rädern. Und zwischen den niedergewalzten Brettern ist ein Arm gelegen. Und die Hand von dem Arm, die hat fest den Griff einer Aktentasche umklammert. So jedenfalls ist das auf den Fotos drauf. Ansonsten war von der Leiche überhaupt nichts zu sehen. Wo ist denn der Rest? Vermutlich im Mähdrescher. Diese Maschine machen doch heikler so Bündel. Also Gulasch? Ja, wo man ja Roulade. Wir warten auf den Mann, der das Ding da aufschraubt. Und dann darf ich alles abkratzen und einsammeln. Halbzeit. Ich bin Pathologe geworden, weil mir die Kranken auf die Nerven gegangen sind. Als Arzt hast du ja den ganzen Tag nur mit Krankheit zu tun. Von früh bis spät. Und die Toten haben den Vorteil, dass sie nicht mehr jammern. Und hab ich mir jedenfalls gedacht. Aber allmählich nerven mich auch die Leichen. Diese vorwurfsvollen Blicke. Ach, das bilden sie ja rein. Was ist denn in der Aktentasche? Nix. Sauber. Hat irgendwer da Flüster zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Also, alle Autos, die nicht auf den Hof kehren, müssen weg. Und von dem Auto, das übrig bleibt und nicht am Bauern kehrt, da stehens den Besitzer fest. Der Kreuzeder ist dann reingegangen ins Haus. Angeklopft hat er natürlich nicht, weil er sehen wollte, was die Leute gerade machen. Vor dem Fernseher sind sie gesessen, in der Stube. Alle drei. Der Bauer, die Bäuerin und der Bub. Superman haben sie sich angeschaut. Irgendeine Wiederholung. Weil es war ja erst nachmittags. Die Möbel waren so in der Art der 70er Jahre, wie man das aus den Zeitungsbeilagen kennt, auf denen dann draufsteht, super billig. Eigentliche draufstehen müssen, super schäbig. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich bin von der Krippe. Könnte ich Sie mal was fragen? Mhm. Ja, wenn Sie dann bitte mal in die Küche mitkommen würden. Sie auch, Frau Olzener. Ich möchte du mit irgendjemandem von einem Kind mit dir reden. Ist ihm da der Tote bekannt? Nicht, dass ich wüsste. Man sieht ja nichts. Der ist ja in der Maschine. Wo sind Sie denn gewesen, wenn das passiert ist? Am Feld. Sie auch. Ja, freilich. Kann ich sonst noch irgendwer bezeugen? Weiß ich nicht. Ich habe niemanden gesehen. Wissen Sie schon was? Ja. Wir sind ja gerade jetzt gekommen. Außerdem ist man schon echt. Mögen Sie einen Obstler? Ja, wenn Sie einen haben. Prost. 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 Na, ist gut. Habt ihr ihn selber brennt? Sog ich nicht. Der Superminister Sieger. Habe mir fast gedacht. Der kämpft für das Gute und gegen das Bäschen. Na, wieso? Jetzt geh wieder rüber, Moritz, und du schön fernst ihn. Wo doch gerade Werbung ist. Dann schalt's halt um. Gibt's ja noch viele Bahnen in der Gegend. Die meisten haben schon aufgekommen. Lange ich nicht, bitte. Nein, nicht so recht. Prost. Prost. Also, das Auto gehört von Herrn Brodl. Ist Ihnen der Begriff? Brodl gibt's da mehrere. Brodl Otto? Der Brodl Otto. Ah. Ja, schau her. Der Otto? Der war in der Sparkasse tätig. Ja, ja. Der Brodl Otto ist von der Sparkasse. Was könnte der da gewählt haben? Keine Ahnung. Was nicht? Um Schulden. Nein. Schulden? Nicht direkt. Bisschen vielleicht. Wieso? Ein paar Tage später ist der Kommissar Kreuzeder in einem alten, schwarzen Anzug, der ihm viel zu eng war, im Büro aufgetaucht, hat sich einen Kaffee gemacht, sich damit an seinen Schreibtisch verzogen und Zeitung gelesen. Sein Chef, der Kriminalrat Becker, hat so getan, als zwicke ihn das überhaupt nicht und hat in einer Akte geblättert. Äußerlich war er ruhig, aber sein Schädel ist allmählich rot angelaufen. Wie dann der Kreuzeder zum Waschbecken gegangen ist, sich dort vor dem Spiegel gekämmt hat, schließlich einen völlig verknitterten Schlips aus der Jackentasche gezogen und sich umgebunden hat, da ist der Becker angetanzt, mitsamt seiner Akte. Was haben Sie denn vor? Im Gesalberbeherdigung. Aha. Also, ich habe hier eine Akte, da steht alles drin. Ihre Verfehlungen von den letzten zwei Jahren. Da zeichnet sich ein Bild ab, das ist unfassbar. So was darf es eigentlich gar nicht geben. Ich fasse einmal stichpunktartig zusammen. Sie kommen und gehen, wann Sie wollen. Manchmal bleiben Sie wochenlang dem Dienst fern. Mit ärztlichem Attest. Also, ich bitte Sie. Was sollen wir mit diesen Attesten anfangen? Da steht immer nur drauf, Kreislaufstörung. Das heißt doch nichts anderes, als dass Sie Ihren Rausch ausschlafen. Ja, so wie Psycho in den Dienst kämen. Ach, das machen Sie sowieso dauernd. Wenn Sie einmal zur Arbeit erscheinen, dann sind Sie ziemlich angeheitert, gell? Ja, pöbeln alle Leute an. Mich, Ihre Kollegen, die Angehörigen von Mordopfern. Da haben wir Beschwerden hier in Ihrer Akte. Das ist ungeheuerlich. Ich brauche bloß aufschlagen irgendwo. Hier, hier. Da haben Sie zu der Frau eines eben erst ermordeten höheren Beamten gesagt, sind Sie froh, dass Sie ihn los sind und spendieren Sie dem Mörder einen Schnaps. Ja, weil es war es. Es war eine tote Ehe. Der Mann war so charmant wie ein Ratiergummi. Also was sagt man nicht zu einer frischgebackenen Witwe, die unter Schock steht? Von wegen Schock. Die hat sich bloß nicht getraut, dass er sich gefreut. Dabei war der Mord ein einziger Segen für Sie. Bei Ihnen stimmt was nicht im Kopf, Herr Kreuzeder. Ich muss Ihnen das einmal ganz offen sagen. Entschuldigen Sie schon. Sie haben viel zu lange im Morddezernat gearbeitet. Fast 20 Jahre. Das kann eine Menschen schon aus der Bahn werfen. Ich muss jetzt leider los, da hat mir leid. Wer ist denn gestorben? Das Opfer. Der fallrechten Bund? Ja. Gut. Wenn Sie endlich mal ermitteln, dann will ich Sie nicht aufhalten. Aber wir sprechen uns noch. Ja, ja. Auch über dieses Gespräch hat der Inspektor Becker eine Aktennotiz gemacht. Kreuzeder ist dann tatsächlich zum Friedhof gefahren und was dort vorgefallen ist, hat später der Sparkassenangestellte Fuchs erzählt. Wie nämlich das Wägelchen mit dem Sarg zum Grab gezogen worden ist, mit dem Trauerzug dahinter, da hat der Holzner-Bauer ihn wegen einem neuen Kredit angegangen. Also ich möchte jetzt wirklich nicht darüber reden, Herr Holzner. Das war ja immerhin mein Kollege. Der Tode. Und das ist jetzt nicht der Ort. Kommen Sie mal zu mir in den Sparkass. Nein, das möchte ich gleich wissen. Die genauen Zahlen habe ich sowieso nicht im Kopf. Ich kann Ihnen bloß sagen, dass das mit einem weiteren Kredit nicht mehr so einfach ist. Auf welche Sicherheiten denn? Der Hof ist doch sowieso schon total überschuldet. Das gibt es doch gar nicht. Kommen Sie morgen zu mir in den Sparkass. Wie der Sarg in die Grube runtergelassen worden ist, hat der Holzner erst mal Ruhe gegeben. Und auch während der Trauerrede des Pfarrers hat er stattgehalten. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde geschieht irgendwo auf dieser Erde ein Ort. Im Irak kracht es, in Afghanistan kracht es, in Chicago kracht es, überall kracht es. Und jetzt auch in Rechenbrunn. So eine Zeit hat es schon einmal gegeben. Das war kurz vor der Sintflut. Das steht alles in der Bibel. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Und er sprach, Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Dann hat er die Sintflut geschickt. Nur Noah hat Gnade gefunden vor dem Herrn. Den hat er übrig gelassen mitsamt seiner Arche, wo seine Familie und obendrein noch ein Haufen Viecher drauf waren. Und wenn wir nicht umkehren, und wenn's ihr euch nicht zusammenreißt und brav wärt's, jeder Einzelne, dann ist es bald wieder so weit. Und diesmal endgültig, weil diesmal lässt er keinen mehr übrig, der Herr. Ach, dann sagt er weg mit dem ganzen Klump Menschheit. Du hast von Anfang an nix taugt. Es ist fünf vor zwölf. Also, duz beten und reißt euch zusammen. Der Holzner-Bauer hat sich aber überhaupt nicht zusammengerissen. Denn kaum hat das Kondolieren angefangen, bei dem die Leute ein Schäufelchen Erde auf den Sarg geworfen und der Witwe die Hand gedrückt und etwas zugemurmelt haben, da hat sich der Holzner schon wieder neben den Sparkassenangestellten Fuchs geschoben. Es gibt's nicht, dass der Hof überschuldet ist. Wieso, auf einmal? Schst! Aber wieso? Es kommt durch Brüssel, verstehen Sie? Durch Brüssel und durch das GATT-Abkommen. Dadurch ist das Agrarland einfach voll weniger wert. Außerdem kommen nur die Beschlüsse von Hongkong dazu. Dadurch sinkt der Verkehrswert noch einmal. Was? Ich erklär Ihnen das mal. Das sind Freihandelsabkommen, und zwar internationale. Und in der Praxis heißt das, dass wir unsere Landwirtschaft nicht mehr so subventionieren dürfen. Und dadurch ist das Agrarland praktisch viel weniger wert, weil sowas müssen wir einpreisen. Du Dreck-Sau! Ich bin's drück! Ich wollte mir den Hof abzwecken, dann geht's durch! Wir wollen gar nichts! Der Sparkass weiß alle, aber sie könnten ihre Hypotheken ganz normal kriegen, sodass wir um eine Versteigerung herumkommen. Was? Lass aus! Du Dreck-Sau hat die Versteigerung gesagt! Lass aus! Himmel, Herrgott, Sakrament! Sofort hört sie auf zu raufen! Himmel, Herrgott, Sakrament! Der Hof ist immer schon ein Häusnerhof gewesen. Und das bleibt der Holznerhof. Und wenn ich ihn mit dem Gewehr verteidigen muss, ihr seid so ein Diebsgesindel! Es haben dann schon ein paar kräftige Männer eingreifen müssen, um die beiden zu trennen. Aber der Holzner hat nicht aufgehört, um sich zu schlagen und hat noch gestrampelt, wie sie ihn fortgetragen haben. Aber da gehen ja dann einige von euch mit. Das lasst euch gesagt sein! Der Kreuzeder hat wie die anderen Trauergäste der Witwe kondoliert und sich dem Leichenschmaus angeschlossen. Die Rauferei am Grab hat die Stimmung merklich gehoben. Das Essen war auch gut und kostenlos wie das Bier und der Schnaps. Und das war natürlich ein Argument. So ist es doch noch eine schöne Leiche geworden. Ruhe! Werd jetzt bei der Ruhe! Danke! Der Otto ist bei der Sparkasse gewesen, wie ich. Aber sein Herz hat für die Spielvereinigung richtig Brumm geschlagen. Gerade so wie meins. Er ist unser Kassenwart gewesen. Und da ist solcher unersetzlich. Er hat alles für den Verein getan. Sogar seine ehelichen Pflichten hat er vernachlässigt. Mit dem Otto geht die Spielvereinigung unter und das darf nicht sein. Woher du durch den Kassen wart? Das ist jetzt nicht die Zeit an der Ort. Darüber reden wir auch andermal. Ein Prost auf den Otto! Zwecks meiner hättest nicht sterben, Rager. Adios! Wie Sie mich stören, Herr Pfarrer? Witteschön. Der Jesus hat doch den Mörder verziehen, der mit ihm gekreuzigt worden ist. Warum macht denn der so? Aus Barmherzigkeit. Kann das nicht sein, dass der einfach gesehen hat, was das für ein armer Wicht ist? Das kommt aufs Gleiche raus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mache. Ich bin in der Mordkommission und die meisten Mörder, mit denen ich zu tun habe, die sind geplagt. Von Habgier geplagt, vom Sexualdrang, von Dummheit, von allem Möglichen. Manche sind so dumm, die wissen wirklich nicht, was die haben. Ich mag gar nicht mehr hinschauen. Sie machen sich zu viele Gedanken. Bringen sie die Mörder hinter Gitter und Schluss. Aber wo ihm da verziehen worden ist? Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit und eine irdische, Herr Kommissar. Und Sie sind für die Irdische zuständig. Oder sind Sie der Jesus? Ah. Na also. Sie machen es jetzt einfach. Jetzt schauen Sie mal, Herr Pfarrer. Ich muss mich dauernd in Mörder reinpassen. Prägt's mir noch einen. Damit ich rausfinden, wer das gewesen ist. Prägt's mir noch einen. Ich glaube nicht, was da passiert, wenn man Tag aus, Tag einfühlt und denkt, wie ein Mörder. Beruflich sozusagen. Was da in einem vorgeht. Kreuzeder hat den Holzner-Bauern noch am gleichen Tag verhaftet. Wie schwer ihm das gefallen ist, merkt man an dem Verhör, das er dann im Revier veranstaltet hat. Der Kriminalrat Becker hat das zuerst gar nicht glauben wollen, nachdem er das Protokoll gelesen hat. Und hat sich von der Sekretärin das Band vorspielen lassen. Ich bin sicher, Sie kriegen bildernde Umstände. Vor allem, wenn Sie jetzt alles sagen, was gewesen ist. Ihr helft euch alle zusammen. Ihr wollt mir einen Ofen abzwicken. Da habe ich nichts zum tun. Erst mein Obstl einsaufen und dann Soda herkommen. Aber nicht mit mir. Ich bin der Holzner-Bauer. Ah, das habe ich schon verstanden. Ihr seid alle Verbrecher. Ich werde sogar recht. Alles. Alle miteinander. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte alle an die Wand gestellt und erschossen. Der gehört gut zu einem Prozess gemacht. Ich bin doch. Ein Gesindel seid ihr. Ein Tierpsgesindel. Ah, Sie haben ja so recht. Ich spreche immer aus, das ist Wahnsinn. Frau Bertholdt! Becker hat den Bauern gleich wieder ins Vernehmungszimmer bringen lassen. Und auch Kreuzeder dort einbestellt. Die Sekretärin hat auch mitmüssen. Und die beiden Polizisten mussten sich links und rechts vom Holzner aufstellen. Herr Holzner, ich habe noch ein paar Fragen zu der Aussage, die Sie gegenüber den Kollegen hier gemacht haben. Ihr kennt mich alle mal, Kreuzweiß. Sie beschuldigen uns, dass wir Verbrecher sind. Oder wer ist mit alle gemeint? Ja, alle zusammen. Also auch die Polizei? Jawohl. Wer noch? Alle. Banken? Versicherungen? Die Regierung? Richtig. Frau Bertholdt, schreiben Sie das bitte schön zu dem Protokoll dazu. Ich präzisiere meine Aussage dahingehend, dass mit Verbrechern, die an die Wand gestellt gehören, Polizisten, Banken, Versicherungen und die Regierung gemeint sind. Wenn ich da wieder aussehe komme, dann kracht's. Schreiben Sie das bitte schön auch, Frau Bertholdt. Ich mache euch alle fertig. Soll ich das in Anführungszeichen setzen? Als direkte Rede? Schreiben Sie, ich kündige hiermit an, dass ich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis mit Waffengewalt gegen den genannten Personenkreis vorgehen werde. Herr Holzner muss meines dem mit fertig machen. Heißt das umbringen? Jawohl. Frau Bertholdt, schreiben Sie, und zwar in Tötungsabsicht. Ja. Und dann drücken Sie es gleich aus. Heutiges Datum und so weiter. Geben Sie jetzt endlich zu, dass Sie den Brodler umgebracht haben? Das tat euch so passen. Sie wollen uns doch alle umlegen. Und mit dem Brodler haben Sie angefangen. Gar nichts habe ich. Ich schmück mich nicht mit fremden Federn. Da, unterschreiben Sie dann bitte schön. Das sind Ihre Drohungen, oder? Wollen Sie alles wieder zurücknehmen? Ich nehme gar nichts zurück. Abführen. Ihr seid ein Gesindel, seid ihr ein Dirbsgesindel. In diesem Staat glaubt bald jeder, er kann die Polizei beschimpfen, beleidigen und bedrohen, wie er will. Ich lasse mir doch nicht alles fallen. Faxen Sie das gleich rüber zum Staatsanwalt, Frau Bertholdt. Dann kommt zum Mordverdacht noch gleich eine Anklage wegen Bedrohung der Staatsgewalt dazu. Landesverrat, Aufruhr und so weiter und so weiter. Ja, ist recht. Und Sie kommen mit in mein Büro, Herr Kreuzeder. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. Ich sag's, wer es ist. Sie sind untragbar geworden. So wie Sie benimmt sich kein Kriminalbeamter. Hier, da hat sich sogar ein Mörder über Sie beschwert, weil Sie gelacht haben, wie er den Tathörgang geschildert hat. Wer soll das gewesen sein? Das war der Fall Bedelmeier. Na, schauen Sie, jetzt lachen Sie schon wieder. Ja, weil er ein Stümper war. Ein totaler Stümper. Der Bedelmeier hat einen Vertrag mit einem Heiratsinstitut geschlossen, zwei Wochen, bevor er seine Frau umbracht hat. Bei denen sind am Nachkassel Kataloge rumgelegt mit Thailänderinnen, mit Polen. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist doch eine menschliche Tragödie, sowas. Er hat seine Frau mit dem Spaten erschlagen und dann hat er sich in den Stall gezogen und unter den Stier gelegt, dass der sich zertrampelt. Und das Ganze wie ein Unfall ausschaut. Das ist doch furchtbar. Blöd ist das. Blöd. Wieso da schlagt er sich? Die Frau hat jeden Abend Schlaftabletten genommen. Vom Arzt verschrieben. Die hat geschlafen wie ein Ratz. Wenn er sich in aller Frühe anzieht und unter den Stier legt, wer will ihm da was nachweisen? Keine Zeugen, weit und breit. Ja, so sehen Sie das. Ich sage, ja, ein totaler Stümper. Und dann noch die Sache mit dem Heiratsinstitut. Geil. Sie würden keine solche Fehler machen, gell? Ich? Na, Herr Becker, wenn ich jemanden umbringe, dann ist das ein perfekter Mord. Das dürfen Sie glauben. Ich bin jetzt 20 Jahre bei der Mordkommission. Ich bin ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet. Ich kenne alle Schlicht. Sie waren ja mal früher der beste Kommissar von ganz Niederbayern. Und Sie waren so gut, weil Sie sich in die Mörder haben total hineinversetzen können. Ich weiß, was das ist. Wenn man 20 Jahre lang Mordgedanken im Kopf hältst, das hinterlässt natürlich seine Spuren. Wie meinen Sie jetzt das? Naja, es ist schon merkwürdig, gell? Früher haben Sie fast jeden Mörder gestellt und jetzt tendiert Ihre Aufklärungsquote gegen Null. Man könnte fast meinen, Sie haben die Seiten gewechselt. Äh, sind Ihnen Mörder eigentlich sympathisch? Die meisten Mörder sind rum, ey. Weil Stüpper sind. Nicht nur deswegen. Haben Sie Mitleid mit den Tätern? Hm? Herr Kreuzeder, wir haben hier eine Menge ungeklärter Fälle. Genauer gesagt, haben Sie in den letzten eineinhalb Jahren gerade mal zwei Fälle gelöst. Und das, obwohl Sie ein absoluter Fachmann in Sachen Mord sind, wie Sie selber sagen. Was soll ich jetzt davon halten? Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Können wir uns darauf einigen? Ja, ja. Entschuldigung, Herr Kriminalrat, aber wir haben schon wieder einen Mord. Rechen Brunn-Kressenaut ein. Was? Der gleiche Tatort und schon wieder der Mähdrescher. Diesmal war das Opfer allerdings nicht ganz tot. Wie der Kreuzeder zum Holzenhof gekommen ist, war auch schon ein Krankenwagen da. Der Mähdrescher ist in der Wiese gestanden und hat dort eine Mähspur hinterlassen, fast wie ein Slalom. Da hat man genau sehen können, auf welchem Weg er sein Opfer verfolgt hat. Und vor dem Mähdrescher ist ein Musterkoffer gelegen, der war aufgeklappt. Drumherum sind lauter Devotionalien, Lurda-Madonnen, Jesusse mit Heiligenschein, Kreuze und Bibeln im Gras verstreut gewesen. Aber auch Buddhas, indische Elefantengötter und all sowas. Blutflecken sowieso. Mordkommission Passau, wie schaut's aus? Der Doktor sagt, er kann noch gar nichts sagen. Immerhin. Wer hat denn die Mähdrescher gefahren? Keine Ahnung. Die Beirat sagt, dass er immer im Gefängnis ist und sie weiß von nichts. Und wo ist die? Im Haus. Der Kreuzeder ist aber gar nicht erst ins Haus gegangen, sondern direkt mit dem Krankenwagen mitgefahren. Der Arzt hat versucht, während der Fahrt eine Infusion zu legen. Mein Gott, wie soll ich in dem Matsch was finden? Haben Sie aber eine Chance? Haben Sie die Figuren in der Wiese gesehen? Ach, das muss ein Vertreter von so heiligen Sachen sein. Jesus, Maria, Buddha, Ganesha. Wenn die alle zusammenhelfen, dann kann man ja vielleicht nochmal vom Himmel runterholen. Im Krankenhaus hat es dann wieder Verwicklungen gegeben. Der Kreuzeder ist nicht hinter der Trage mit dem Kranken hergegangen, aber er hat ja immer noch nach Schnaps gestunken, vom Leichenschmaß her. Und rasiert war auch nicht. Also er hat ausgesehen wie ein Penner. Und so hat sich ihm auf dem Weg zum Operationssaal eine Krankenschwester in den Weg gestellt. Moment, wo wollen Sie denn hin? Kriminalpolizei. Sie können da jetzt nicht mit. Der Patient kommt in den Operationssaal. Da können Sie nicht rein. Da will ich auch gar nicht. Ich stelle mich davor auf, bis die Verstärkung kommt. Was soll das heißen, Verstärkung? Sie sind ja völlig betrunken. Das macht nichts. Das bin ich gewohnt. Der Mann wird jetzt operiert. Und dann kommt er in die Intensivstation. Da braucht er absolute Ruhe. Sie erklären Ihnen jetzt das. Auf den Mann ist ein Mordsversuch verübt worden. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Jetzt lebt er aber noch. Und hat seinen Mörder gesehen. Verstehen Sie? Der einzige Zeuge. Solange der noch am Leben ist, ist er für seinen Mörder eine Zeitbombe. Jesus, Maria. Also ich als Mörder. Ich zähl schauen, dass ich ihn so schnell wie möglich weglein. Noch bevor er wieder aufwacht. Ich zähl mich irgendwie einschleichen und ihn vollends abkreihen. So. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, da. Also das ist ganz einfach. Jetzt kommen gleich zwei Polizisten. Hoffe ich, wenn ich sind, zwei angefordert habe. Und bis die da sind, passe ich selber auf. Ach ja? So besoffen? Also, wenn der Steuerzahler wüsst, wie es bei der Kripo zugeht. Das hätte er sowieso nicht glauben. Als die Polizeibeamten dann da waren, hat sich der Kreuzeder selber hingelegt. Auf einer Behandlungsliege, die im Keller abgestellt war. Er wollte, dass er geweckt wird, sobald der Patient aufwacht, aber das hat natürlich niemand gemacht. Am nächsten Tag, so gegen halb elf, ist er dann von selber wach geworden. Mit einem Brummschädel. Er war noch ungewaschen und unrasiert, wie er zur Intensivstation getrottet ist. Entsprechend hat er nicht nur nach Schnaps gestunken, sondern generell. Aber wirklich, nur ganz kurz. Der Herr Wiesel steht noch unter Schock. Beckenbruch, Wadenbeinbruch, Lungenquetschung, Nierenquetschung. Im Grunde hat er einen Riesenblut gehabt. Kennen Sie mir was gegen Kupf weh geben? Sie sind auf Entzug. Sie haben zu viel Blut in Ihrem Alkoholkreislauf. Trinkt Sie ein paar Schnäpse, dann geht's schon wieder. Herr Wiesel, können Sie mich verstehen? Bitte? Ich bin Ihr Arzt. Es ist ein Polizist da, der möchte Sie was fragen. Können Sie ihm antworten? Nein. Ich weiß nicht. Was ist passiert, Herr Wiesel? Die Maschine. Wer ist drauf gesessen? Die Maschine. Wer ist drauf gesessen? Wer war auf der Maschine? Ich bin da. Da. Was haben Sie gesehen? Wer war auf der Maschine? Da. Da. Da war. Niemand. Niemand. Niemand war da. Sie sind wie ein Krankenhaus. Sie sind in Sicherheit, Herr Wiesel. Es kann Ihnen nichts mehr passieren. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Am selben Tag ist der Kreuzeder dann in meine Praxis gekommen, ohne dass er sich deswegen rasiert oder gewaschen hätte. Der Kriminalrat Becker hat diesen Untersuchungstermin quasi auf den Dienstweg erzwungen. Ich hatte den Kreuzeder ja nie vorher gesehen, weil ich selber erst seit drei Wochen bei der Passauer Polizei tätig war. Anlass dafür ist eine Statistik gewesen. Es ist nämlich statistisch erwiesen, dass die Selbstmordrate von Polizeibeamten dreimal so hoch ist wie bei der Normalbevölkerung. Jedenfalls in Bayern. Auf diese Zahlen hin hat der Staat gleich eine ganze Schar von Psychologen eingestellt, die da was dagegen machen sollen. Er hätte ja nie gedacht, dass ich mal als Polizeipsychologin arbeiten würde, weil das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Aber mit irgendwas muss man ja sein Geld verdienen. Ich brauche keine Psychologin. Den Spruch kenne ich. Der Kriminalrat Becker hat mich beauftragt, ein Gutachten über ihre Diensthauglichkeit anzufertigen. Herr Becker hat Ihnen doch sicher meine Akte gegeben. Damit haben Sie die Leberwerte, die Fehlzeiten, die Abmahnungen und Beschwerden. Was wollen Sie denn mehr? Aus Ihrer Akte geht klar hervor, dass Sie es darauf anlegen, Ihre Frühpensionierung durch einen Dauerrausch zu erzwingen. Und diese In-Augenschein-Nahme bestätigt mir das. Dann finden Sie das verwerflich. Herr Kreuzeder, als Privatmensch habe ich durchaus Verständnis für die Vorgehensweise. Aber was ich als Privatmensch denke und fühle, tut hier überhaupt nichts zur Sache. Ich vertrete hier den Staat und als Staatsdienerin sage ich, der bayerische Staat ist nicht gewillt, seine Polizisten dafür zu bezahlen, dass sie in Wirtshäusern umeinander hockern. Sie brauchen dringend eine Psychologin. Aber die macht alles nur noch schlimmer, das sage ich Ihnen gleich. Wie bitte? Fragen Sie mich, ist das als Privatmensch oder als Staatsdienerin? Bitte, das mag bei mir vielleicht etwas weit auseinanderklaffen, aber ich stehe auch dazu. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder tut, was er will? Also Ihr Selbstbewusstsein ist praktisch. Wirklich? Meinen Sie? Ja, alle trampeln auf ihn herum und es geschieht Ihnen recht. In Ihrer Akte steht, dass Ihre Aufklärungsquote gegen Null tendiert. Sie waren mal ein guter Kommissar, aber das ist lange her. Sie bestreiten das gar nicht? Gar nicht, wirklich. Also geben Sie zu, dass Sie die Frühpensionierung anstreben? Ich gebe gar nichts zu. Was ist das für ein Fall, an dem Sie im Moment arbeiten? Der Anfang einer Mord-Serie. Bauer steht unter Verdacht, aber ich glaube nicht, dass der schuld ist. Haben Sie das öfter erlebt, dass Sie bei einem Verdächtigen das Gefühl haben, dass er nicht wirklich schuld ist? Nicht nur bei Verdächtigen, manchmal sogar bei Tätern. In letzter Zeit habe ich kaum noch jemanden verhaftet. Haben Sie generelle Zweifel am Schuldprinzip? Man sieht es auch nicht. Als Privatmensch? Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent, Herr Kreuzeder. Aber das würde Ihnen nichts nützen. Ich habe mir vorgenommen, Simulanten schonungslos zu entlaufen. Bereits ein oberflächlicher Blick in die Personalakten zeigt doch, was hier los ist. Das können wir nicht dulden. Sie sind noch nicht lange bei der Polizei, oder? Das tut nichts zur Sache. Sie kennen das doch hauptsächlich durchs Fernsehen. Aber im Fernsehen sind immer alle übermotiviert. Diese Fernsehkommissare haben nichts anderes im Sinn, als Mörder zu fangen. Dabei ist der Kommissar genauso ein Mensch. Und vor allem ist er ein Beamter. Du weißt doch genau, für jeden Fall, den ich löse, kriege ich die Nächsten aufbrümmt. Und außerdem, was ist denn ein Mörder so schlimm? Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt. Die verpästen die Luft, vergiften das Wasser, nehmen den Tieren den Platz weg. Global gesehen ist doch jeder Mörder ein Wohltäter. Und wenn der ein bisschen länger frei rumläuft, kann er vielleicht noch ein paar weitere Wohltagen verüben. Ich muss zugeben, dass mir der Kreuzeder in dem Moment ein bisschen unheimlich war. Es war irgendwie nicht ganz klar, ob er das jetzt ernst gemeint hat oder nicht. Er ist dann nochmal zum Tatort gefahren. Das kann ich aus den Akten ersehen und aus dem, was mir der kleine Moritz später erzählt hat. Also der Sohn vom Holzner Bauern. Der hat nämlich vom Schuppen aus gesehen, wie der Kreuzet am Hof geparkt hat, ins Haus gegangen ist und bald darauf wieder herausgekommen ist. Der Bub hat später erzählt, dass er einen Beamer gehabt hätte. Und in den Akten steht, dass er eine Plastikkanone auf den Kommissar gerichtet hat, aus der dann ein Wasserstrahl rausgespritzt ist, der aber gar nicht bis zum Kreuzeder gereicht hat. Jetzt bin ich den ins All. Ja, du traust dich was. Ich bin ein Power Ranger und kämpfe gegen die bösen Monster. Wieso bist du nicht in der Schule? Das geht dir gar nicht so, du böses Monster. Ich bin ein Batman. Glaube ich nicht. Ah, da schau, das ist mein Flugzeug. Das ist ein VW. Das ist mein Batmobile. Das habe ich nur tarnt. Haben die Power Ranger auch ein Flugzeug? Freilich, der rote Power Ranger kann in den Tyrannosaurus Rex reinsteigen. Der Krärn in die Flugechsen und der Schwarze ins Mammut. Und welcher bist du? Ich bin der Rode. Wo ist denn dein Tyrannosaurus Rex? Komm mit. Der Bub hat den Kreuzeder dann hinter den Schuppen geführt. So steht das zumindest im Bericht. Und dort ist der Mähdrescher gestanden. Das ist der Tyrannosaurus Rex. Er ist flink wie ein Äffchen raufgeklettert und kaum war er oben, ist er auch schon nicht mehr zu sehen gewesen. Er war einfach zu klein. Der Kreuzeder hat noch geschaut. Da ist auf einmal der Motor losgegangen und die Maschine ist auf ihn zugerattert. Er ist dann davongerannt mit seinen 100 Kilo. Und der Bub ist lachend mit dem Mähdrescher hinterhergerumpelt. Es war ein Riesenglück für den Kreuzeder, dass er es noch bis zu einem Baum geschafft hat, hinter dem er sich in Sicherheit bringen hat können. Komm raus, du böses Monster. Ich bin da, wo die Power reinschaut, wo ein Apfel muss aus dir. Ich beam alle bösen Monster ins All. Nein, ich spiel nicht mehr mit. Wieso? Weil ich mir jetzt ein Eis kaufe. Ehrlich? Sowieso. Krieg ich auch eins? Ja. Super. Die beiden sind da mit dem Kreuzeder seinem Bat-Mobil ins Dorf gefahren und in einer Eisdiele gelandet. Der rote Power Ranger hat zwei riesige Eisbecher verputzt, während Batman sich auf Getränke umentschieden hat. Schaust du oft Fernsehen? Klar. Peng, du bist tot. Muss wenigstens Tummel werden. Ein Held. Und was für einer? Wieso? Ja, ich meine, ein Fußballheld, ein Frauenheld oder was? Ja, einer, der die Menschheit rettet. Ich werde mindestens der Präsident von Amerika und steige in meinen Kampfflügel und dann geht's los. Tum, 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 tum. Siehst du die Außerirdische da? Ja, klar. Tum, tum. Dürfen noch irgendwas sein? Ja, zahl ein bisschen. Gern. Also, das waren zwei Fruchtbomben mit Säne, sieben Weißbier und elf Obstler. Macht zusammen 42 Euro und 60 Cent. 45. Es muss wohl ein paar Tage später gewesen sein, wann genau, das geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor, aber der Kreuzeder ist mit dem Buben schließlich ins Krankenhaus gefahren. Grüß Gott, Herr Wiesl. Grüß Gott. Grüß Gott. Kriminalpolizei Passau. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe Sie befragt, wie Sie nur auf der Intensivstation waren. Ja, ja, ich weiß schon. Darf ich den Vorhang ein bisschen aufmachen, damit man was sagt? Von mir aus. Das ist übrigens der Moritz. Grüß dich. Ist das Ihr Sohn? Nein, nein. Wie geht's denn näher? Saumäßig. Die Schwester ist schon alle zu jung für mich. Ich habe mir das Zeug angeschaut, was Sie verkaufen. Kann man davon lehnen? Na, ich probiere es zumindest. Früher habe ich ja Scheren, Messer, Nadeln und Zwirn gehabt, aber das gibt es ja alles in die Supermärkte. Und diese Urkunden, diese Ablässe? Ja, damit trete ich auf die Mittelalte-Märkte auf, aus Getzel. Mögen Sie einen Ablass? Die sind nämlich mit Original-Weihwasser aus dem Regensburger Dom bespritzt. Haben Sie da eine Lizenz von der Kirche? Brauche ich gar nicht. Ich habe einen Gewerbeschein für den Einzelhandel. Da gibt es praktisch für alles. Das ist er. Was meinst du? Der will da Hühner bei uns stehen. Woher willst denn du das wissen? Weil ich es weiß, weil bei uns keiner da Hühner stehen darf. Da könnte ja jeder daherkommen. Sag einmal, kannst du mit der Maschine fahren? Mit dem Mähdrescher? Ich kann mit allen Maschinen fahren. Ja, du Sauburt, du Mörder, du. Du Hühner, du Gernst. Ich habe ihn mal gesehen. 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 Der gehört doch in Gewahrsam genommen, dass er nicht mehr raus darf zwischen den Menschen oder gleich aus der Landesverkrankung. Ich habe Ihnen doch gesagt, er ist zehn. Haben Sie das gewusst? Mehr oder weniger. Jetzt weiß ich es jedenfalls. Und wird er jetzt eingesperrt? So ein Unterhauer kann man doch nicht frei rumlaufen lassen. Dafür bin ich ja da. Das geht jetzt alles seinen Gang. Aber der Kreuzeder wäre nicht der Kreuzeder, wenn das alles nicht einen ganz anderen Gang gegangen wäre, als behördlich vorgesehen. Er hat den Buben nämlich wieder nach Hause gebracht, als wäre nichts gewesen. Und wie er dann in Rechenbrunn am Pfarrhaus vorbeigekommen ist, hat er den Pfarrer im Garten gesehen und ist auf die Bremse gestiegen. Der Pfarrer hat eine Kiste mit Löwenzahn und Moorrüben vor seinem Bauch hergetragen. Das ist gut, Herr Pfarrer. Wir kennen uns von der Beerdigung vom Herrn Brodl. Ich erinnere mich, ja. Sie sind der Kriminaler, der sich für den Jesus interessiert. Richtig. Und ich habe noch einmal die Bibel geholzt. Oh weh. Eigentlich wollte ich gerade die Hasen füttern. Ah, da ruhig ich einen gar nicht drauf hindern. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das hat er doch gesagt, der Jesus. Das ist aus der Bergpredigt, ja. Das ist nicht überhaupt seine Botschaft. Dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Und wo kommen wir denn da hin, Herr? Kreuzi da. Wenn sie die Mörder nicht mehr einspüren, dann ist doch der Nächste fällig. Dann bringt es einer doch gleich wieder einen um. Ja, heißt das aber nicht, dass Gott ist wie einer, der dem verlorenen Schaf nachgeht und dafür die Herde allein lässt. Dafür haben wir die Gefängnispfarrer. Und wenn der Mörder ein Kind ist? Haben Sie denn so einen Fall? Nein, nein, ich meine nur, weil die meisten Menschen sind doch irgendwo wie Kinder. Zumindest wenn es ihnen ein Nasein geht. Dann kennen sie sich ja selber nicht mehr. Das hat er doch auch gesagt, der Jesus. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie hat doch auf seine Mörder gemünzt. Und auf die Menschen überhaupt. Das war im Altertum, aber jetzt leben wir in einer Demokratie. Und die basiert nun mal auf der Mündigkeit von den Leuten. Sonst wäre das ja alles falsch, was wir hier veranstalten. Vielleicht ist das ja auch. Der Jesus jedenfalls hat die Liebe übers Gesetz gestellt. Das kann schon sein, aber das ist nicht praktikabel. Kann das jetzt heißen, dass das alles unrealistisch war, was der Jesus gesagt hat? Sie dürfen es jedenfalls nicht so wörtlich nehmen. Die beiden müssen sich angestarrt haben, als ob jeder den anderen für einen Irren gehalten hat in dem Moment. Jedenfalls schließe ich das aus dem erbosten Telefonat, in dem der Pfarrer sich hernach beschwert hat. Wieso er ausgerechnet bei mir angerufen hat, um über den Kreuzeder zu schimpfen, das ist eine Sache für sich. Der Kreuzeder ist nämlich schnurstracks in die Kirche marschiert und der Pfarrer ist ihm hinterher. Und da war er schon so aufgeregt, dass er glatt vergessen hat, die Hasenstelle wieder zuzumachen. Wissen Sie, was ich jetzt mache, Herr Pfarrer? Jetzt bisselte ich in Ihren Kirch. Das lassen Sie schön bleiben. Ich sag's Ihnen, Herr Kreuzeder, ich ruf die Polizei, Sie gehören ja ins Irrenhaus. Und zwar ins Weihwasserbecken, da bisselte ich jetzt ein. Das ist schon mehr wie Blasphemie, wenn Sie sowas machen. Das ist kriminell. Ja, das haben wir schon als Ministranten gemacht. Da habt ihr es ihr bloß nicht mitgekriegt, ihr Wichser. Wie oft habe ich als Ministranten das Magnifika beten müssen, ohne dass ich es kapiert habe. So seht ihr eine Dame schon auf einen Goldaltar geschissen. Nee, Sie gehen auf den Altar rauf. Das ist... Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzet die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Lassen Sie den Kälsch. Da bist du ja durchverschenkt. Er hat sich prunk und protzt. Er rumflatzt. Zeig sie an. Sie gehören ja ins Irrenhaus. Ja, schäl ich die Armen. Denn Ihre ist das Himmelreich. Jetzt lass aus, du Sauhund. Jetzt lass aus. Das hat Folgen. Das sage ich Ihnen. Das werde ich melden. Das ist der Kelch für das Blut Christi. Ja, und das ist die Karte von meiner Psychiaterin. Der könnte es alle schildern in tiefster Betroffenheit. Die ist für mich zuständig. So bin ich schon wieder in die Angelegenheiten des Herrn Kreuzeder reingezogen worden. Der Pfarrer war am Telefon doppelt und dreifach wütend, weil er auch noch seine Hasen hat wieder einfangen müssen. Und abends ist dann der Kreuzeder selber bei mir aufgetaucht. Bei mir zu Hause. Weil die Praxis war ja schon zu. Offenbar hat er zu mir als Privatperson Vertrauen gehabt. Jedenfalls hat er mir jetzt den ganzen Fall geschildert. Also genau genommen müsste ich Ihnen einen Bericht schreiben, dass es der rote Power Ranger war. Ich mach das nicht. Was? Sie wissen genau, was ich meine. Sie wollen, dass ich den Jungen therapiere. Ich kann sowas nicht. Sie haben doch ein Diplom, oder? Ja klar. Aber ich brauch selbst eine Therapie. Das haben Sie doch gemerkt. Ja, das braucht sie alle. Ich weiß schon, dass die meisten Psychologen nichts wissen. Sagen wir mal, die Guten geben es wenigstens zu. Also wurschtel ich mich halt so durch. Ich habe diesen Job als Polizeipsychologin auch deshalb angenommen, weil ich mir gedacht habe, da kann ich wenigstens nicht mehr viel kaputt machen. Nein, bei dem können Sie auch nicht mehr viel kaputt machen. Ich hab vor Killern Angst. Er ist ein Kind. Natürlich. Jetzt brauchen Sie nur noch sagen, ein netter, kleiner Bursche. Nur ab und zu rattert da ein Film in ihm los, in dem er sich ganz großartig vorkommt. Aber das geht ein bisschen sehr auf Kosten seiner Umgebung, finden Sie nicht? Das ist auch das Problem. Ich kann es nicht lösen. Alles, was ich einem anbieten kann, ist ein Job-Sue. Ein was? Ein Job-Sue. Das ist eine Flugente mit allem möglichen Zeug drin. Bambus, Pilze und so. Sehr chinesisch. Hab ich da gefriert rein. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen. Zum Trinken gibt es auch was. An Wein? Nein, meinetwegen. Der Junge hat also mit angesehen, wie seinem Vater alle Fälle davon geschwommen sind. Er sieht, wie der Vater kämpft, aber er hat keine Chance. Null. Ein Loser mit der entsprechenden Wut im Bade. Ja, ungefähr. Natürlich will der Bub seinem Vater helfen. Also identifiziert er sich mit den Helden, die er vom Fernsehen kennt. Und die wissen ja, wie man Probleme löst. Lernen am Modell nennt man das. Superman, White Up, James Bond und wie diese Krex alle heißen. Die die Bösen abknallen. Immerhin kämpfen sie fürs Gute. Das glaubt doch auch jeder von sich. Wenn Sie eine Umfrage starten, wer sich zu den Guten rechnet, landen Sie bei 99%. Die Bösen sind immer die anderen. Jede Wette, dass der Holzen sich zu den Guten zählt. Und der Böse sowieso. Sie sind eine gute Psychologin. Sie haben mich missverstanden. Wieso? Alles, was ich Ihnen sagen will, ist, dass ich dem Junge nicht helfen kann. Der ist plötzlich in einem anderen Film. Und es ist ein Film, in dem er ein Hero ist. Er ist der King of the World. Wieso ich ihm das beibringen? Sie haben gesagt, hey Kleiner, dein Film ist der, in dem du ein Loser bist. Dein Vater ist einer von Millionen von Losern und er ist eine arme Sau. Schau ihn dir genau an, denn du bist wie er. Sie meinen, das hört er nicht gern. Genau. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass nicht mehr von diesen Kindern herumballern. Das Rezept kriegen sie ja von Hollywood. Und wenn ich sage Kinder, dann meine ich die Kleinen und die Großen. Denn die meisten Menschen bei uns sind im Punkto seelischer Reife auf dem Stand von einem Zehnjährigen. Das Job soll jetzt noch ein bisschen dauern. Möchten Sie vorher noch eine Frühlingsrolle? Sie geben also dem Buben keine Chance? Er hat keine. Die werden ihn in einem Heim sperren, wo alles vertreten ist. Lauter kleine Killer, Sadisten und sonstige Psychopathen. Da lernt er dann, was er noch nicht weiß. So ist das nochmal. Also, Frühlingsrolle, ja oder nein? Ist mir ja wurscht. Wenn ich mir heute die Frage stelle, warum der Kreuzeder seinen Vorgesetzten nicht über den Stand der Dinge informiert hat, dann halte ich es immerhin für möglich, dass er den Buben gar nicht für den Wahntäter gehalten hat, sondern für unschuldig. In einem höheren Sinn, sozusagen. Die Wahntäter waren in seinen Augen schon eher die, die diese kindischen Actionfilme machen, durch die die Verlierer dazu ermuntert werden, um sich zu schlagen. Die Verlierer von diesem ganzen Tohuwabohu, das sich Weltwirtschaft nennt. Aber meiner Erfahrung nach verschleiern die meisten Menschen ihre wahren Motive, vor allem vor sich selbst. Hinter der höchstchristlichen Forderung Kreuzeders, Jesus ernst zu nehmen und Liebe vor Recht ergehen zu lassen, steht vielleicht auch das handfeste Interesse eines Polizeibeamten an der Reduzierung seines Arbeitsaufwandes. Beim Kreuzeder halte ich inzwischen so ziemlich alles für möglich. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber sie stinken. Nach Schnaps, nach Rauch und nach Bier. Was haben Sie denn dieser Psychologin erzählt? Wieso? Dieses Gutachten ist eine einzige Unverschämtheit. Da steht nur Schwachsinn drin. Aber das ist der Gipfel. Doch, Herr Kreuzeder leidet unter einem übermotivierten Chef. Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Und dann das hier. Herr Kreuzeder ist von übermäßiger Sensibilität, die er mit Alkohol zu betäuben versucht. Seit wann sind Sie sensibel? Ja, Sie haben mich da hingeschickt. Das sind doch alles Herr Schmarrn, was da steht. Damit kann ich nichts anfangen. Sagen wir es doch, wie es ist. Sie sind ein arbeitsscheuer Alkoholiker, der durch 20 Jahre Mordkommission seelisch bestialisiert ist, um zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie sind übrigens schon 30 hier bei dem Verein. Aber die letzten 20 war ich nur noch am Schreibtisch. Sie waren immer an der Front. 20 Jahre lang nur Leichen, Mörder, menschliche Abgründe. Ich verstehe, was da mit Ihnen passiert ist. Ist mir ganz klar, Sie fangen deshalb keine Mörder mehr, weil Sie die Seiten gewechselt haben. Hat die das geschrieben? Die, die hat lauter Blödsinn geschrieben. Hier zum Beispiel. Die niedrige Aufklärungskode von Kommissar Kreuzeder resultiert aus einem radikalen Zweifel am Schuldprinzip. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass Sie nichts dafür können. Ich? Wofür? Für den Bluthochdruck zum Beispiel. Meinen Bluthochdruck, Herr Kreuzeder, den lassen Sie gefälligste Ruhe, weil der geht sich überhaupt nichts an. Rein gar nichts. Und überhaupt sind Sie derjenige, der mich diesen Bluthochdruck beschert hat, weil Sie mich regelmäßig zur Weißklug treiben. Was sag ich doch? Sie gehören eingesperrt, Herr Kreuzeder. Sie sind eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Genau genommen gehört jeder Mordkommissar, der länger wie 20 Jahre im Dienst ist, hinter Gitter. Aber da sind mir die Hände gebrunden, weil das macht unser Justiz wesentlich. Und deshalb habe ich einen Bluthochdruck. Eben. Sie sind suspendiert. Ich suspendiere Sie vom Dienst. Und zwar augenblicklich. Danke. Haben Sie noch irgendwas rausgefunden in Rechenbrunn? Nein, nicht. Gott, dann werde ich ab jetzt den Fall persönlich übernehmen. Ja, ja. Kriminalrat Becker war völlig ahnungslos, als er zum Tatort gefahren ist. Die Frau Holzen hat später zu Protokoll gegeben, dass sie vor dem Haus eine Stimme gehört hat, die gesagt hat, mein Name ist Bund, James Bund. Und das war die Stimme ihres Sohnes. Dann hat es einen Schepperer getan. Es ist bis heute nicht geklärt, woher der Bub einen Molotov-Cocktail gehabt hat. Er behauptet steif und fest, dass das zur Grundausstattung eines Agenten gehört. Manchmal frage ich mich, ob bei dem Tod vom Kriminalrat Becker nicht doch ein ausgesprochener Fachmann in Sachen Mord die Fäden gezogen hat. Aber die Zuständigkeit für diesen Fall hat ja jetzt der Nachfolger von Becker, der prompt zum Kriminalrat beförderte Herr Kreuzeder. Möchten Sie auch einen Schnaps? Ich bitte darum. Wie ich das gehört habe, diese schreckliche Entwicklung, habe ich gleich an unser erstes Gespräch denken müssen. Da haben Sie vom Anfang einer Mordserie gesprochen. Als ob Sie geahnt hätten, dass da noch was kommt. Da kommt noch einiges. Prost! Prost auf Ihre Beförderung. Und das Kind läuft nach wie vor frei rum. Es ist ja noch nicht strafmündig trotzdem. Irgendwas muss doch passieren. Im Dezernat warten alle nun auf Ihre Anweisung. Natürlich. Das Kind muss auf jeden Fall irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden. Es hat einen Sparkassenangestellten beseitigt, einen Vertreter zum Krüppel gemacht und einen Polizisten in die Luft gesprengt. Und es hat offenbar Gefallen gefunden an diesem Spiel. Ja, und als Leiter des Morddezernat sage ich, wir machen erstmal gar nichts. Aber das geht doch nicht. Natürlich geht das. Die wahren Schülungen kriegen wir sowieso nicht zu fassen. Da haben wir keine Handhabe. Also, machen wir nichts. Dass in der Mordkommission noch viel gearbeitet wird, seit der Kreuzeder hier der Chef ist, kann ich nicht behaupten. Es ist aber auch nicht nötig, weil kaum noch Morde passieren. Zumindest tauchen keine in der Statistik auf. Das entscheidet ja jetzt der Kreuzeder, ob ein Mord vorliegt oder ein Unglücksfall. Und seit wir so eine gute Statistik haben, fühlen sich die Menschen hier in der Gegend viel sicherer. Das ist natürlich auch was wert. Kreuzeder. In weiteren Rollen Daddy 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 Dad Dad Mrs. Randolph Patsy genügt, darauf hatten wir uns geeinigt, Dr. Bernstein. Also, Patsy, was glauben Sie? Dass man Mannes ist, der mich in den Wahnsinn treiben will. Wohin soll das füllen? Gegenüber der Frau, die vor mir auf der Ledercouch liegt, lasse ich mir meine Zweifel nicht anmerken. Auch nicht, als ich jetzt Tränen in Patricia Randolphs Augen sehe. Ich weiß, Sie glauben mir nicht. Aber ich bin mir sicher. Und woher rührt Ihre Sicherheit? Ich habe Angst, Dr. Bernstein. Todesangst. Seit Monaten ist sie meine Patientin. Auch heute hat sie wieder ein makelloses Make-up aufgelegt. Diese Frau, Mitte 40, mit den klassischen Symptomen einer Midlife-Crisis. Die typisch für ihr Alter ist. Gestern Nacht war es besonders schlimm. Was geschah denn gestern Nacht? Ich lag im Bett und hörte diese Stimme. Peters Stimme. Die Stimme meines Mannes. Zuerst konnte ich sie kaum verstehen. Doch dann verwandelte sich die Stimme und sagte, sie wäre der Geist meines Vaters. Aber Dad ist doch schon lange tot. Die wichtigste Aufgabe eines Therapeuten ist es, seinen Patienten aufmerksam zuzuhören und das von ihnen Gesagte sorgfältig zu analysieren. Von dieser Stimme hatte Mrs. Randolph bisher in keiner Sitzung gesprochen. Warum heute? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Und Sie haben das alles nicht geträumt? Nein, ich hatte mir doch gerade ein Glas Wasser geholt und mich wieder ins Bett gelegt. Aber plötzlich war Peters Stimme da und sagte, sie wäre der Geist meines Vaters. Und? Was hat dieser Geist Ihres Vaters gesagt? Er erinnerte mich an Erlebnisse aus meiner Kindheit. Kannte Ihr Mann diese Ereignisse aus Ihren Erzählungen? Nur von einigen wusste er. Andere hätte er aber herausfinden können, wenn er meine Tagebücher heimlich gelesen hätte. Und? Hat er das getan? Ihrer Meinung nach? Einmal lagen die Bücher anders da, als ich sie weggelegt habe. Und Sie hörten wirklich die Stimme Ihres Vaters? Ja, sie klang jedenfalls so. Doch wie kann es der Geist meines Vaters gewesen sein? Nein, es war Peters verstellte Stimme. Vielleicht hat Ihr Mann nur im Schlaf gesprochen. Das ist es ja. Peter lag nicht neben mir im Bett. Er hat vor seinem Computer gesessen und im Internet gesurft. Also kam von dort diese Geisterstimme? Nein. Peter muss an der Schlafzimmertür gekniet und geflüstert haben. Sein Arbeitszimmer liegt ja gleich nebenan. Und was haben Sie dann getan? Ich bin schnell zur Tür gelaufen. Doch Peter sah schon wieder vor seinem Computer. Ich habe ihn gefragt, ob er die Stimme auch gehört hätte. Er hat mich angesehen, als wäre ich verrückt. Bin ich das etwa, Doc? Ihre Hände zerrupfen ein Papiertaschentuch. Sie blickt zu mir, ob ich diese zwanghafte Handlung bemerke, und schiebt dann schnell die Kleenex-Tuchreste in die Tasche ihrer beigefarbenen Designerhose. Patricia Randolph muss als Kind ein sehr hübsches Mädchen gewesen sein und ist immer noch eine schöne Frau. Ihr Gesicht wirkt ebenso wie ihr Auftreten vornehmen. Gewichtsprobleme scheinen Sie nicht zu kennen. Sie glauben mir nicht, Dr. Bernstein. Oder? Wie oft haben Sie diese Stimme schon gehört? Drei oder viermal in den letzten Wochen. Und warum erzählen Sie mir erst heute davon? Warum sollte Sie Ihren Mann in den Wahnsinn treiben wollen? Welchen Grund gäbe es dafür? Sie beide sind seit fünf Jahren glücklich verheiratet. Obwohl Peter viel jünger ist. Und jeder von ihnen schon eine Scheidung hinter sich hat. Sicher gibt es, wie in jeder Ehe, auch Konflikte zwischen ihnen. Aber wäre das ein Grund, dass Peter... Ich habe auch schon mit Sally darüber gesprochen. Natürlich. Ihre Bosenfreundin Sally Walker. Eine typische Upper East Side Matrone. Allerdings sollte man ihre Lunch-Einladungen nie ablehnen. Denn George Walker, Sallys Mann, ist Aufsichtsratsvorsitzender einer großen New Yorker Bank. Also jedenfalls, Sally meint, Peter wäre vielleicht nur neidisch. Ich habe schließlich viele Freundschaften und verfüge über, naja, sehr viel Geld. Nein, ich weiß nicht, warum Peter, aber er tut es. Haben Sie schon einmal mit ihm über Ihre, beziehungsweise Sallys Vermutungen gesprochen? Natürlich streitet er alles ab. Auch die Vogelgeschichte. Was denn für eine Vogelgeschichte? Ich besitze ein paar wunderschöne Vogelplastik. Modelliert von einer deutschen Künstlerin. Sie sind zwei bis dreimal größer als in der Natur. Alle mit ausgebreiteten Flügeln. Hast du wieder nicht aufgepasst? Jede Feder ist naturecht ausgemalt. Fünf der Keramikvögel hatte mein Vater damals gekauft. Als er starb, wurde zwischen meinem Bruder und mir das Geldvermögen aufgeteilt. Ich bekam etwas mehr und stief dafür die Firma, was ich ungerecht fand. Dafür erhielt ich die Keramikvögel, die ich schon als Kind sehr liebte. Lügst du mich an? Ihre Mutter starb vor zehn, ihr Vater erst vor vier Jahren. Er soll streng gewesen sein und Patsys älteren Bruder vorgezogen haben. Hoffte er, Steve würde erfolgreich die Familienfirma weiterführen? Seiner Tochter traute er das nicht zu. Aber der Vater täuschte sich auch im Sohn. Der musste die Firma verkaufen, nachdem er sich verspekuliert hatte, wie mir Patsy schon früher erzählt hatte. Es gibt nur noch vier von diesen Vögeln. Als ich zwölf war, rannte ich einmal sehr aufgeregt ins Haus, weil ich meinem Vater etwas Wichtiges erzählen wollte. Ich streifte das Wandregal und der fünfte Vogel, der Kuckuck, fiel herunter. Daddy. Als mein Vater mich dafür schlug, hatte ich das Gefühl, als wären das meine Flügel, die zerbrochen am Boden lagen. Zweifellos ein sehr prägendes Ereignis, doch das verfolge ich später weiter. Diese Geisterstimme und Patsys unerklärliche Angst vor ihrem Ehemann, Peter, sind vorerst weiteraus wichtiger. Am Morgen, nachdem ich den Geist meines Vaters gehört habe, lag der Rabe zerbrochen im Wohnzimmer. Wollen Sie damit etwas sagen, das tut? Ja. Und ich fragte Peter, warum er so etwas tut. Er hat das natürlich abgestritten. Und stattdessen mich verdächtig, den Rahmen heruntergestoßen zu haben. Ich war es diesmal aber nicht. Ich hasse die Zeitnormen der Psychoanalytiker. Diese abgegrenzte 50-Minuten-Stunde einer Therapiesitzung. Es gibt noch so vieles, das ich jetzt gerne ausführlicher erörtern würde. Doch ein Patient braucht Verlässlichkeit und Disziplin. Und für Mrs. Randolph ist Disziplin gegenwärtig besonders notwendig. Denn ich bemerke zum ersten Mal kleine Nachlässigkeiten bei ihr. War sie nur in Eile? Oder hat sie einfach nicht darauf geachtet? Zwar ist das Make-up wie immer perfekt, doch ihre Bluse ist unordentlich zugeknüpft. Und auch eine Schnalle ihrer Schuhe ist nicht geschlossen. Ihr Blick zur Uhr zeigt mir, dass unsere Zeit leider wieder um ist. Trotzdem danke. Es hilft mir schon, darüber sprechen zu können. Bis nächste Woche dann. Der zerbrochene Keramikkuckuck aus ihrer Kindheit. Könnte er der Schlüssel sein? Oder ist es dieser Geist ihres Vaters? Eine bemerkenswerte Sitzung. Denn noch bis vor kurzem war Patsy nur eine meiner vielen typischen Patientinnen mittleren Alters. Ist das nun ein Wendepunkt? Für sie und möglicherweise auch für mich? Ich kann ihr Leben entscheidend verändern. Und vielleicht sogar mein eigenes? Immerhin bin ich ein sehr guter Therapeut. Hallo, Doc. Wer sind Sie? Für Ihre Sekretärin ein sehr guter alter Schulfreund, der Sie überraschen will. Schließlich hätten wir uns viel zu erzählen. Aus unserer Jugendzeit. Ich kenne Sie nicht. Noch nicht, Dr. Harold David Bernstein. Falls Sie ein Problem haben... Allerdings. Ein großes sogar. Gut, dann machen wir jetzt den Termin für eine Sitzung. Ich beabsichtige keineswegs, mich auf Ihre Couch zu legen. Warum sind Sie dann überhaupt hier? Um mit Ihnen zu reden. Und worüber? Darüber? Dass ein Seelenklempner wie Sie meiner Schwester nicht helfen kann. Sie sollte sich besser an die Polizei wenden. Und wer ist Ihre Schwester? Verraten Sie mir das auch? Sie war eben bei Ihnen. Ich habe unten gewartet, bis sie in ein Taxi gestiegen ist. Also sind Sie Steve Randolph, der stets vorgezogene große Bruder. Sie müssen meiner kleinen Schwester nicht alles glauben. Und warum sollte Sie besser die Polizei als mich konsultieren? Wegen Ihrer Angst vor Peter, diesem Playboy. Heilt die Polizei neuerdings auch seelische Erkrankungen? Wollen Sie damit sagen, Patsy ist wirklich nicht ganz richtig im Kopf? Und glauben Sie etwa, mit klugen Sprüchen aus dem Handbuch der Neurosen könnten Sie ihr dann helfen? Meine Patienten waren bisher jedenfalls mit mir nicht unzufrieden, vorsichtig ausgedrückt. Wohl eher Ihre Patientin, oder? Was wollen Sie damit sagen? Sehen Sie, Doc, von einer guten Freundin erfuhr ich, Patsy hat Probleme mit Peter und deshalb Sie als Vertrauensperson auserkoren. Da wurde ich neugierig und sagte mir, sieh ihn dir näher an, diesen Seelenklempner. Heißt das, Sie haben mir nachgeschnüffelt? Der von mir bezahlte Privatdetektiv war immerhin sein Geld wert, denn was fand er nicht alles heraus. Beispielsweise das. Ein hochbegabter, gutaussehender Student der Columbia Medical School lernt im dritten Studienjahr Linda Moore kennen, die attraktive Projektreferentin des Museums of Modern Art. Die energische Linda Moore visiert hohe Ziele für ihren Ehemann an. Sie liebt Geld, will auf den Gästelisten der Wohltätigkeitskonzerte in der Met stehen und in teuren Restaurants verwöhnt werden. Unser junger Arzt ahnt sich ja, dass er sich in die falsche Richtung bewegt, wenn er Ihren Wünschen folgt. Trotzdem mietet er eine 3000 Dollar im Monat Praxis. Anfangs zwar besorgt wegen der astronomischen Schulden, die sich anhäufen, doch schon bald fließt ja das Geld. Schließlich herrscht kein Mangel an Neurosen bei den Wohlhabenden in Manhattan. Also sind seine Therapietermine äußerst begehrt. Leider nur von Patientinnen, die zum Beispiel allein die Angst umtreibt, ihr leichtes Übergewicht nicht loszuwerden. Andere befürchten, ihr 15-jähriger Sohn könnte schwul sein. Oder vermuten, ihr Gatte treibt es mit der Sekretärin. Einige fühlen sich trotz ihres Reichtums unverstanden, dabei sei doch Geld nicht das Wichtigste. Das behaupten natürlich nur die, die davon genug haben. Und so verleugnet der junge Arzt das, was er einst tun wollte. Patienten mit schweren seelischen Störungen heilen. Paranoide, Schizophrenen, Menschen mit bipolarer Depression, Borderline-Persönlichkeiten, Menschen, die ein wirklich leidvolles Leben führen. Den, die sich nicht mit Geld entziehen können, wie meine wohlhabenden Patientinnen. Ach, haben Sie deshalb Zeit, weil ich nebenher in kleinen sozialen Einrichtungen gearbeitet, in Brooklyn zum Beispiel, in Ambulanzen, wo obdachlose Frauen und Männer kostenlos behandelt werden? Nur ließ sich das zeitlich immer schlechter miteinander vereinbaren. Also hatte ich erwogen, diese Praxis hier aufzugeben. Mein Einkommen wäre dann jedoch um fast 90 Prozent gesunken. Und das hätte Ihre Frau sicher kaum gefallen. Linda hätte mich sofort verlassen. Ich und eine Vollzeitstelle in einer dieser Brooklyn-Kliniken, das war für sie undenkbar. Die Ironie liegt nun leider darin, Ihre Frau hat sie trotzdem verlassen und lebt mit einem dieser sogenannten Avantgarde-Künstler zusammen. Sie hat ihn bei einem Wohltätigkeitskonzert kennengelernt und hält ihn mit ihrem Geld aus. Sie aber dürfen weiter die von ihr angehäuften Schulden abarbeiten. Und ebenso das Geld für die teuren Privatschulen ihrer beiden Töchter verdienen und das mit einer ungeliebten Tätigkeit. Jedenfalls bezogen auf ihre Patientinnen. Aber jetzt ist Ihre Schwester zu mir gekommen mit einer schweren psychischen Störung und sie benötigt meine Hilfe. Natürlich braucht Patsy Hilfe, nur nicht vor Ihnen. Und Anne, stecken Sie mit diesem Mistkerl noch unter einer Decke? Persönlich kenne ich bitte Randolph nicht einmal. Ich möchte Ihrer Schwester nur helfen und ich kann das. Das kann allein die Polizei. Und der werde ich auch erzählen, dass meine Schwester bei einer Bergwanderung mit Peter fast in eine Schlucht gestürzt wäre. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Mistkerl von ihr testamentarisch bedacht wird, doch es sollte eindeutig wie ein Unfall aussehen. Nur eine Bitte, Doc. Kein Wort zu Patsy, dass ich hier war und zur Polizei gehen werde. Nur machen Sie mir Patsy nicht wirklich noch verrückt. Patricia Randolph wirkt heute noch ungepflegter als in den letzten zwei Wochen. Die Bluse ist ungebügelt und der Kragen eingerissen. Ihr Rock ebenfalls. Die Haare sind nicht gekämmt und offenbar auch seit Tagen nicht gewaschen. Die Strümpfe haben Laufmaschen. Das Make-up allerdings ist wieder tadellos. Kann mir vielleicht dieser obskure Artikel im Journal der Psychosen bei der Lösung dieses Falles helfen? Trotz meiner Zweifel über seine verblüffende Ausgangsthese und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen habe ich mir den Artikel aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt. Ich lege mich dann auf die Couch, ja? Nein, Sie setzen sich heute mir bitte gegenüber. Wir müssen über diese Stimme reden. Nur über die Geisterstimme? Warum? Und wieso ohne Couch? Sie verschränkt die Arme und sieht aus dem Fenster. Körpersprachliche Signale, die ich gut kenne. Die Patientin fühlt sich in einer Verteidigungsposition gedrängt. Ich muss jetzt sehr behutsam vorgehen, obwohl ich spüre, Sie möchten reden. Sie wollen wissen, was inzwischen passiert ist? Das Übliche. Also wieder diese Stimme, wieder Peter, der so tat, als sei der Geist Ihres Vaters. Aber der Geist sagte diesmal ganz schreckliche Sachen. Sprechen Sie weiter. Was sind für schreckliche Sachen? Ich wäre eine böse Tochter gewesen und sei heute eine schlechte Ehefrau. Und das war alles, was der Geist Ihres Vaters sagte? Warum ich mich nicht einfach umbringe, das wäre doch für alle das Beste. Auch für mich. Und diese Stimme klang eindeutig wie die Ihres Vaters? Ja, nein. Es ist Peter, der so tut, als wäre er mein Vater. Ach, das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Ja, ich weiß. Peter konnte die Stimme meines Vaters schon immer gut nachahmen und Dad hat sich darüber stets köstlich amüsiert. Wo war Peter, als er zu Ihnen gesprochen hat? Bei einem Freund. Aber könnte er nicht vorher einen Lautsprecher kombiniert mit einem Aufnahmegerät installiert haben? Peter ist ein guter Imitator. Sie spielt nervös mit dem Handtaschenverschluss. Ihre Hände zittern und ihr starrer Blick ist auf den Boden gerichtet. Peter? Ich habe ganz schreckliche Angst bekommen. Peter? Nehmen wir einmal an, nun theoretisch, nicht Peter imitiert diese Vaterstimme. Woher könnte sie sonst kommen? Natürlich. Auch Sie halten mich für verrückt. Die Schwierigkeit eines Therapeuten besteht darin, der Patientin zu vermitteln, dass man auf ihrer Seite steht und deshalb die Aufgabe hat, die Ursache ihrer Erkrankung aufzuspüren. Warum glauben Sie mir denn nicht, Doc? Warum? Das, was Sie über Ihren Mann denken, es ist nicht unmöglich. Doch schieben wir das einfach mal beiseite und nehmen an, es gibt einen anderen Grund für diese Geisterstimme. Aber welchen denn? Sagen Sie es mir. Ich weiß es doch nicht. Sie hatten stets Probleme mit Ihrem Vater, richtig? Sogar als Kind. Ja. Da haben Sie recht. Das war schon immer so. Wäre dann nicht denkbar, dass Sie deshalb eigene Gedanken in eine von Ihnen gehasste Stimme hineinprojizieren? Also, spielt sich alles nur in meinem Kopf ab? Es ist gar nicht real. Meinen Sie das? So ungefähr. Ihr Unterbewusstsein könnte diese Stimme produzieren. Was halten Sie davon? Jedenfalls nicht ausgeschlossen. Schon denkbar. Dieses Denkbare als eine Möglichkeit anzuerkennen, ist ein guter erster Schritt. Und er bringt uns schon viel weiter. Sie sind also zufrieden mit mir? Sehr sogar. Nur, falls diese Stimme zu Ihnen sagt, Sie sollen sich etwas antun... So was würde ich doch niemals tun. Hier meine Karte mit Privatnummer. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie mich zu jeder Zeit erreichen. Danke. Ich werde die Karte jetzt immer bei mir tragen. Und Sie werden ab sofort ein Tagebuch führen. Wieso? Was soll ich denn da reinschreiben? Alles, was Sie mit der Stimme erleben. Vor allem, was Sie zu Ihnen sagt. Nein, am besten, ich bringe den Geist meines Vaters mal mit. Doch Sie würden da bestimmt ein doppeltes Honorar verlangen. Also, bis zur nächsten Woche, Patsy. Ja, ich höre. Dr. Bernstein. Ja, verdammt. Aber es ist 3 Uhr früh und ich schlafe. Detective Jack Cooper. New York Police Department. Sie sind Mrs. Patricia Randolphs Psychiater. Alles in Ordnung mit dir? Nein. Sie wurde in keinem guten Zustand vor ihrem Penthouse angetroffen, wirkte verwirrt und reagierte hysterisch. Wir könnten Sie hier gut gebrauchen, Doc. Es ist eines jener Hochhäuser von Donald Trump in den 80ern gebaut, deren Luxuswohnungen ein kleines Vermögen kosten. In der noblen Eingangshalle sitzt neben Patricia Randolph ein gutaussehender athletischer Typ Mitte 30. Sicher Peter Randolph. Ihm gegenüber hängt im Sessel ein viel älterer und gedrungener, fast glatzköpfiger Mann. Seine halbschläfrig geschlossenen Augen sind auf das Ehepaar gerichtet. Als Patsy auf mich zueilt, lege ich schnell meine Hände auf ihre Schultern, so dass sie mich nicht umarmen kann. Ich geleite sie zurück zu ihrem Sessel. Ein Therapeut muss vorsichtig sein, was seinen körperlichen Kontakt zu Patientinnen betrifft. Tut mir leid, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Peter ist mein Ehemann. Den anderen Mann kenne ich nicht. Jack Cooper, wir haben telefoniert, Doc. Hallo, Detektiv Cooper. Ich spüre bei Peter Randolph Ärger, Verwirrung und das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Sein eleganter Morgenmantel und die Pantoffeln aus weichem Leder stehen in grellem Kontrast zu Patsys fleckigem Kimono. Ihr Make-up ist jedoch wieder äußerst perfekt. Ich denke, Doc, Sie sprechen erst mal allein mit meiner Frau. Und Sie brauchen mich jetzt sicher auch nicht, Detektiv? Nein, Mr. Randolph. Ich bin im Apartment. und falls Sie doch noch Fragen haben sollen. Mr. Cooper, ich würde nun wirklich gerne mit... Natürlich, Doc. Sprechen Sie allein mit Ihrer Patientin. Ich bleibe aber in der Nähe. Also, Patsa, was ist geschehen? Es ist so, Patsa, der hat mir die Flügel zerbrochen. Also ist noch ein Keramikvogel zerstört worden? Peter, da bin ich mir diesmal ganz sicher. Bitte, bitte erzählen Sie genau, was passiert ist. Ich... Ich hörte im Bett plötzlich diese Geisterstimme, die mir sagte, lauf, du musst raus, hier das Rotkehlchen ist schon tot. Also, ich will ins Wohnzimmer dort auf dem Boden. Auf dem Boden da lag es wie... die Flügel in vielen Teilen zerbrochen. Ich habe laut geschrieben, weil ich wusste, er war nun hinter mir her. Wer war Ihnen gehen her? Die Geisterstimme Ihres Vaters? Nein, nein, Peter natürlich. Deshalb bin ich einfach in die Straße geflüchtet. Und Peter? Hat er geschlagen? Ja, das sagt er. Doch später kann man mir nachlaufen. Aber er hat Ihnen nichts getan? Nein, natürlich nicht. nur die Polizei gerufen, aber das musste er ja. Und das würde doch jeder tun, dessen Frau nachts schreiend an die Straße rennt. Patsy, Patsy, Sie haben heute Abend weder Medikamente noch Alkohol zu sich genommen. Nein, 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 ich... Geht es Ihnen inzwischen besser? Ja, aber es tut mir leid, Doc, dass ich Sie nachts aus dem Bett jage. Nein, muss es nicht, muss es nicht. Hören Sie jetzt noch die Stimme? Nein, nein, und der zerstörte Vogel kann es dafür nicht doch eine andere Erklärung geben, falls Ihr Mann wirklich geschlafen hat? Ich weiß nicht, ja, vielleicht, ich... Vielleicht war die Haushälterin und nachts beim Aufräumen und hatte Angst, das zuzugeben. Ich jedenfalls war es nicht. Doc, kommen Sie bitte mal. Sofort. Ich bin gleich wieder zurück, Patsy. Ja. Nun, Mr. Cooper. Was ist, Soll ich Mrs. Randolph nicht lieber mitnehmen? Sie war vorhin ziemlich außer Kontrolle. Aber das liegt natürlich bei Ihnen. Kommt sie Ihnen noch verwirrt vor? Verwirrte Personen. Die Standarddiagnose als Begründung für eine Standardeinweisung. Wenn ich Ja sage, bringt er sie in eine städtische Klinik. Ein ziemlich kritischer Augenblick. Es gilt jetzt, eine für alle kluge Entscheidung zu treffen. Nun, Doc, wieso kümmert sich überhaupt ein Detektiv um eine verwirrte Frau? Weil sie zur heißen Seite gehört? Nach dem Notruf des Ehemanns kam ein normaler Streifenwagen. Über Funk hörte ich jedoch den Namen der Frau. Ich hatte zufällig Bereitschaft. Sofort klickte es bei mir, denn es gab kürzlich eine seltsame Anzeige. Lassen Sie mich raten. Von Mrs. Randolphs Bruder Steve. Woher zum Teufel? Wissen Sie das? Er war in meiner Praxis und hatte mir drohend angekündigt, sich an die Polizei zu wenden. Sie halten aber seinen Verdacht gegen den Ehemann und sie etwa nicht? Oder ermitteln Sie inzwischen gegen Peter Randolph? Na also, Patricia Randolph ist als psychisch kranke Frau bei mir in Behandlung. Sie macht auch auf mich einen ziemlich durchgedrehten Eindruck. Und dass gerade so etwas sehr böse enden kann, habe ich zig Mal erlebt. Zwar hat sie eine labile Persönlichkeitsstruktur, doch diese Frau ist nicht gefährlich, weder für sich noch für andere. Sie sind bereit, dieses Risiko einzugehen. Dazu muss ich nochmals kurz mit Mrs. Randolph sprechen. Erst dann kann ich sagen, ob ich das Wagen nicht eingehe oder sie lieber mitnehmen sollte. Was will dieser Polizist? Sie am liebsten in eine Klinik einliefern. Was habe ich getan? Es ist die Stimme Nein, nein, es ist Peter. Man wird Ihnen weder glauben, dass Ihr Mann Sie um den Verstand bringen noch Ihnen sonst etwas antun will. Stattdessen unterschreibt jeder Richter sofort Ihre Einweisung. Sie können also entweder Ihr bisheriges Leben weiterführen oder Sie landen in einer städtischen Klinik. Und dort würde es Ihnen nicht gut gehen. Das glauben Sie mir. Deshalb nur eine Frage. Haben Sie genug Kraft für die eigene Selbstkontrolle? Natürlich Doc, die habe ich. Gut. Cooper, alles okay. Sie können fahren. Ich begleite Mrs. Randolph in Ihr Apartment. Ich werde Ihren Mann bitten, dass er meine Praxis aussucht. Denn ich muss ihn allein sprechen. Sie haben doch nichts dagegen. Warum nur Sie allein mit Peter? Ich muss dem, was sie quält, endlich auf den Grund kommen, um es beseitigen zu können. Erzählen Sie aber Peter bitte nicht, dass ich Peter Peter Mr. Randolph, wie ging es Ihrer Frau gestern Nacht, nachdem ich gegangen war? Alles schien wieder in Ordnung zu sein. Was ist eigentlich genau mit ihr los? In Einzelheiten über den Zustand Ihrer Frau mitzuteilen verbietet mir die ärztliche Schweigepflicht. Tut mir leid. Warum bin ich denn überhaupt hier? Ich benötige Ihre Hilfe, um Ihre Frau gezielter behandeln zu können, damit es ihr schnell wieder besser geht. Das wollen Sie doch auch, oder? Es war alles in Ordnung, ehe Sie zu Ihnen in die Therapie gingen. Erst dann ist alles so kompliziert mit dir geworden. Wenn Menschen einen Therapeuten aufsuchen, werden sie mit inneren Widersprüchen konfrontiert, denen sie sich vorher nie gestellt haben. Das führt zunächst zu Desorientierungen. In dieser Phase befindet sich offenbar Ihre Frau. Noch jedenfalls. Patsy behauptet aber, ich rede als Geist. Mit der Stimme Ihres Vaters. Das ist wohl kaum noch eine Desorientierung. Ihre Frau befindet sich in einer Abwärts Spirale. Und ich will sie da herausholen. Das kann ich jedoch nur mit ihrer Hilfe. Und was soll ich tun? Vor allem ehrlich zu mir sein. Fragen Sie. Aus welchem Grund assoziiert Ihre Frau Sie mit Ihrem Vater? Und warum projiziert Sie Ihre stark ablehnenden Gefühle für ihn auf Sie? Haben Sie dafür eine Erklärung, Mr. Randolph? Alles, was Sie mir sagen, ist vertraulich und bleibt unter uns. Warum ist sie so wütend auf Sie? Sie hat die verrückte Idee, dass ich Sie betrüge. Und? Tun Sie Suche nur die Wahrheit herauszufinden. Nein! Sie ist in dem Punkt einfach paranoid. Und Sie haben auch sonst nichts gesagt oder getan, dass Bats sie beunruhigen oder ihren Realitätssinn beeinträchtigen könnte? Nein! Was sollte das denn sein? Wie wohlhabend ist Ihre Frau eigentlich? Spielt denn das jetzt eine Rolle? Wieso? Bei derartigen Erkrankungen kann vieles eine Rolle spielen. Beantworten Sie daher bitte ich weiß es nicht genau. Etwa so um sechs Millionen schätze ich. Und dieses Geld gehört ausschließlich ihr? Worauf wollen Sie hinaus? Darauf, ob Sie dieses Geld erben, falls Ihre Frau den Verstand verliert, sich umbringt oder vielleicht Opfer eines Unfalls wird. Wie bei jener Bergwanderung mit Ihnen beispielsweise. Scheren Sie sich doch zum Teufel. Gut. Fragen Sie unseren Anwalt nach dem Ehevertrag. Er basiert grundsätzlich auf Gütertrennung. Ihr Vater bestand darauf und laut neuestem Testament fließt ihr Vermögen in eine Vogelschutzstiftung. Falls Patsy etwas passiert, steht mir nur ein ganz winziger Anteil zu. Keine Sorge ich spreche nicht mit dem Anwalt und es tut mir auch leid sollte ich Ihre Gefühle verletzt haben. Doch das Wohl meiner Patienten hat Vorrang. Deshalb wollte ich sicher sein, dass Sie kein Motiv haben, Ihrer Frau etwas anzutun. Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Allerdings erstaunt mich, dass selbst Ihr Bruder Steve testamentarisch offenbar nicht bedacht wird. Ja, er hatte leider ebenso aber er hatte sich auch selbst zu schreiben. Denn es gab ursprünglich ein wechselseitiges testament. Er vermachte patricia alles, falls ihm etwas passiert und umgekehrt. Dann hat er jedoch heimlich sein testament geändert. Und dass obwohl dieses kleine raffinierte biest von einem model garantiert nur sein geld und nicht ihn heiraten wollte. Patsy zwingen hart gegen sich selbst zu sein. Ihre Frau wird verhätschelt werden wollen. Doch gehen Sie nicht darauf ein. Zwingen Sie Sie Ihre Einkäufe zu machen, zum Essen auszugehen und Ihre Verabredungen einzuhalten. Und Sie sind sicher, das ist der beste Weg? Nein, sicher bin ich nicht. Was ist in der Psychiatrie schon sicher? Hätte ich aber Peter Randolph mit den Worten konfrontieren sollen, die mir einer meiner Professoren nach der letzten Prüfung mit auf den Weg gegeben hatte? Man muss stets eine Krankheit frontal angehen. Sie werden als Arzt töten oder heilen. Merken Sie sich das Bernstein. Ich habe lange nicht mehr an diesen Ausspruch gedacht. Warum fällt er mir erst heute wieder ein? Vier Tage nach meiner Begegnung mit Peter Randolph. Als ohne Vorwarnung plötzlich seine Frau in meine Praxis stürmt. Ein Beweis dafür, in welch schlechter Verfassung sie sich derzeit befindet. Nützen da etwa Vorhaltungen, dass sie heute keinen Termin bei mir hat? Er musste sofort kommen. Er konnte nicht warten, Doc. Beruhigen Sie sich erst mal. Was ist denn geschehen, Betsy? ich? Alles lief so gut, bis ich heute morgen wieder den Geist meines Vaters hörte. Er sagte, du hast nicht mehr viel Zeit. Und ich fragte, was meinst du damit? Und Dad sagte, geh ins Wohnzimmer. Was ich getan habe. Dort lag die Schwalbe mit zerbrochenen Flügeln auf dem Boden. Hier, ich habe alle Scherben mitgebracht. Jetzt ist allein der Specht übrig. Und wenn der ebenfalls dann das werde auch ich für immer zerbrochen sein. Vielleicht zerstört ihn Peter heute Nacht und dann bringt er mich um. Niemand bringt sie um. Er ist recht nicht Peter. Vielleicht sollte ich doch für eine Weile in eine Klinik gehen. Das wäre ein Fehler. Dort würde ich mich aber sicherer fühlen. Sie können vor Ihren Problem nicht weglaufen. Sie müssen sich ihnen stellen. Aber in einer Klinik kann man mich nicht umbringen Doc. Patsy niemand will und wird sie umbringen. Glauben Sie mir. Hat Peter denn jemals versucht ihnen weh zu tun? Also hören Sie mir genau zu. Egal ob Peter sich als Geist Ihres Vaters ausgibt oder sie sich diese Stimme nur einbilden. Diese Stimme gibt es nicht. Wiederholen Sie diese Stimme gibt es nicht. Und Sie fügen hinzu da war kein Geist mein Vater ist tot. Diese Stimme gibt es nicht. Da war kein Geist mein Vater ist tot. Und Sie sagen das jetzt laut mehrmals. Na los! Da war kein Geist mein Vater ist tot. Diese Stimme gibt es nicht. Da war kein Geist mein Vater ist tot. Diese Stimme gibt es nicht. Ausgezeichnet. Und zu Hause wiederholen Sie das leise für sich. Wieder und wieder. Aber die Schwalbe hier... Was immer mit der Schwalbe passiert ist, sie war bloß ein Stück Keramik. Also in den Papierkorb hinein mit allen Scherben. Na los Patsy. So. Und außerdem möchte ich Sie nun nach Hause gehen und dort den letzten Keramikvogel selber zerschlagen. Ich soll wirklich den Specht? Ich soll wirklich den Specht? Ja, zertrümmern Sie ihn. Oder wollen Sie nicht wieder gesund werden? Doch. Aber kann ich denn meine Flügel zerbrechen? Trinken Sie ein Glas guten Wein und denken Sie nur an Ihre Gesundheit. Nehmen Sie dann einen Hammer und zerschlagen Sie den Vogel. Danach glauben Sie mir ist diese Übertragung so nennen wir jetzt einfach diese Krankheit zu Ende. Herr Wann haben Sie Mrs. Randolph zuletzt gesehen, Doc? Sie sollten mich vorwarnen, ehe sie mich mit einem Streifenwagen in ihr Büro bringen lassen, Detective Cooper. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Vorgestern kam sie erregt und unangemeldet in meine Praxis. Ich konnte sie jedoch wieder beruhigen. Wir scheinen, denke ich, auf einem guten Weg zu sein, was ihre Heilung betrifft. So, denken Sie, da wird Sie das, was ich Ihnen nun zu sagen habe, die Unbequemlichkeit eines Streifenwagens sehr schnell vergessen lassen. Vor etwa zwei Stunden alarmierten Mieter des Penthouses, in dem die Randolphs wohnen, die Polizei. Im Wohnzimmer fanden wir Peter Randolph erschlagen mit einem Hammer, neben ihm ein zertrümmeter Keramikvogel und die blutbefleckte Patricia Randolph. Sie hat unentwickt gesungen, der Geist ist tot, der Geist ist tot. Im Tagebuch, das vor ihr lag, hat sie ihre Tat begründet. Eine Stimme habe ihr gesagt, nur so könne sie sich von dem Geist befreien, der sie töten wolle. Und nun würden ihr endlich neue Flügel anstelle der zerbrochenen wachsen. Sie sind ein zu hohes Wagnis eingegangen, Doc, oder haben sie das Risiko nur falsch eingeschätzt. Ich hatte sie gewarnt. Soll ich jetzt etwas schuld sein an diesem schrecklichen Unglück? Allein der Staatsanwalt kann sie der im Gefängniskrankenhaus. Wann darf ich sie sehen und mit ihr sprechen? Frühestens in einer Woche, schätze ich. Aber das haben der Staatsanwalt und der Gefängnis Arzt zu entscheiden. Detective Cooper hat richtig geschätzt. Doch Langeweile hatte ich in den vergangenen sieben Tagen keines Weges, sondern war unentwegt auf den Beinen gewesen, um die letzten Beweise zu finden, die ich noch brauchte. Das hat mich gekostet, wie mir ein Blick im Spiegel eben zeigte. Und so sitze ich unrasiert mit zerknittertem Hemd und Anzug im Warteraum des Gefängniskrankenhauses. Doch den Mann, der sich nun zu mir setzt, weißhaarig, mit Armani-Brille und vom Maßschneider eingekleidet, scheint das nicht zu stören. Sie sind Dr. Bernstein? Und Sie Andrew Grant, der Verteidiger von Mrs. Randolph. Sie sollen einer der Besten Ihres Faches sein, aber auch einer der teuersten, heißt es. Qualität hat ihren Preis, wie man wohl nicht zu Unrecht sagt. Ich hielt es für undenkbar, dass Mrs. Randolph so etwas tun könnte. Ein Restrisiko bestand zwar, doch war ich fest überzeugt, Sie und ich, wir hätten alles unter Kontrolle. Nach meiner Erfahrung hat man das nie. Auch Ihre gegenwärtigen Probleme zeigen, dass Ihre Patienten meiden mich wie die Bestie. Würden Sie das nicht auch tun? Seelenklempner wie mich findet man in Manhattan schließlich genug. Warum sich da der Gefahr aussetzen, entweder umgebracht zu werden oder im Gefängnis zu landen? Wir sollten nach Ihrem Gespräch mit Mrs. Randolph unsere Strategie festlegen, wie wir ihren Fall angehen wollen. Auf unsere Rechnungsfähigkeit plädieren ist nicht ungefährlich. Doch mit Ihrer Hilfe Doc wäre es möglich, Mrs. Randolph vor dem Gefängnis zu bewahren. Der Staatsanwalt könnte mich aber als Zeugen vorladen. Umso besser. Ein fachlich sehr kompetenter Zeuge mit der Qualität eines Sachverständigen würde uns sicher helfen, das Krokodil zu zähmen, denn es kann uns mit seiner Aussage weiterhin ziemliche Schwierigkeiten machen. Welches Krokodil? Detective Jack Cooper. Spitzname das Krokodil. Er liegt wie schläfrig auf der Lauer und wartet nur auf seinen Augenblick, um erbarmungslos zuzuschnappen. Ein ausgezeichneter Kopf, kompromisslos und nicht korrumpierbar. Sehr selten heute. Er wird bald pensioniert, aber gibt trotzdem noch keine Ruhe. Er wirkt keineswegs gefährlich. Und genau das macht ihn so gefährlich. Er ist ein Meister der Täuschung. Wir müssen erreichen, dass Mrs. Randolph in eine Privatklinik eingewiesen wird. Ihre Hilfe dabei wird sie sich gern einiges kosten lassen. Als Sachverständigen Honorar sozusagen. Sie werden das Geld sicher gut brauchen können. Kann man so sagen. Gut, dann sprechen Sie jetzt mit unserer Klientin. Hier, Ihre Besuchserlaubnis. Daddy? Daddy? Sie Der kahle Raum ähnelt mir einer Zelle als einem Krankenzimmer. Die eingesunkenen Augen im blassen Gesicht sind vom Bett aus starr auf das Fenster gerichtet. Zu sehen ist nur der graue Himmel über dem südlichen Teil Manhattans. Kein Baum, kein Vogel. Als Patricia Randolph mir ihr Gesicht zuwendet, schüttelt sie langsam den Kopf. Ich kenne sie nicht. Oder doch. Wer sind sie? Sie sehen gar nicht so schlecht aus. Wie geht es ihnen? Kenne ich sie? Sie sind ein Geist? Weder bin ich ein Geist Patsy und das wissen sie auch noch kann ich lang bei ihm bleiben denn nicht nur meine Besuchszeit ist begrenzt nein ich habe mich auch noch um viele andere Dinge zu kümmern meine Praxis muss ich zum Beispiel auflösen aber vorher wollte ich ihnen doch einiges bringen das hier in meinem Aktenkoffer eingeschön wie Weihnachten oder habe ich Geburtstag für sie könnte es schon ein Geschenk sein denn da wäre zum Beispiel ein Artikel aus dem Journal der Psychosen ich fand ihn im Internet nachdem sie mir zum ersten Mal vom Geist ihres Vaters erzählten oder kennen sie den Artikel zufällig kann ich nicht lesen ich weiß nicht wie das geht das funktioniert nicht Patsy Lesefähigkeit hat nichts mit psychotischem Verhalten zu tun sondern mit Lernintelligenz ich habe Angst sie müssen hier schlimme Sachen ins Essen geben und Glas scherben und alle Peters Geisterstimmen Peter ist tot und diese Geisterstimme war für mich der entscheidende Hinweis denn irgendetwas klang falsch als sie vom Geist ihres Vaters erzählten und behaupteten dahinter verberge sich ihr Ehemann und er wolle sie in den Wahnsinn treiben aber ich höre den Geist immer noch jede Nacht Übrigens geht es in diesem Internetartikel um die zentrale Bedeutung der Diagnose bei sowohl vorgetäuschten als auch bei real existierenden seelischen Leiden Manchmal ist es äußerst vorteilhaft seelisch instabil zu sein Man darf dann juristisch nur begrenzt zur Verantwortung gezogen werden Beispielsweise als Täter eines Verbrechens Dieser Artikel beschreibt weiterhin dass Geister Der Artikel beschreibt dass Geister beziehungsweise deren Stimmen klassische Wahnvorstellungen sind Mit denen versuchen oft gesunde Menschen andere von ihrer vorgetäuschten Krankheit zu überzeugen aber Erscheinungsformen von Geistern wirken nur wie Produkte eines wahnsinnigen Hirns Es sind jedoch komplexe metaphysische Konzepte die jemand der wirklich psychisch krank ist auch als real akzeptiert Deshalb glauben echte Psychotiker dass es die reale Person ist die zu ihnen spricht dass also Napoleon Hitler oder Marilyn Monroe sich tatsächlich mit ihnen im selben Zimmer befindet sie würden niemals behaupten den Geist ihres Vaters gehört zu haben sie hätten den Vater selbst gehört aber vor einigen Wochen stimmten sie mir überraschend zu dass sich diese Stimme möglicherweise nur in ihrem Kopf befindet ein Psychotiker würde das nie zugeben sondern beschwören absolut gesund zu sein schockiert Patze und es gab weitere Auffälligkeiten so müssen sie gelesen haben dass die vernachlässigte äußere Erscheinung ein Indiz für seelische Leiden sei also hatte ihre Kleidung plötzlich Risse und sie wirkten ungepflegt nur ihr Make-up war stets perfekt selbst in jener Nacht als sie vor der Polizei die verwirrte Person spielten bei seelisch kranken wird jedoch das Make-up zuerst vernachlässigt ah ja und einmal fragten sie ob sie den Geist ihres Vaters zu unserer Sitzung mitbringen sollten das war zwar witzig doch kennt die Psychiatrie keinen bewussten Humor bei Psychotikern aber was sollen das jetzt wieder heißen dass verrückte menschen keine Witze machen was erneut bewies dass sie eine bestimmte Diagnose nur vortäuschen und das musste mit ihrer Ehe zu tun haben doch was fragte ich mich und wollte deshalb einen Privatdetektiv engagieren aber das hätte einen Mitwisser bedeutet also recherchierte ich allein anfangs wegen ihrer Krankheit in den letzten Tagen dann verstärkt hinsichtlich ihrer Ehe und möglichen damit verbundenen Problem man muss allerdings die richtigen Ansprechpartner suchen und finden und die in die Restaurants gehen die Leute wie sie und die Walkers besuchen gibt man zum Beispiel dem Oberkellner oder dem Portier ein paar Dollar zusätzlich erfährt man viel ich konnte sogar ihren mit Peter geschlossenen Ehevertrag einsehen selbst die Klapssucht ihrer Freundinnen erbrachte für mich wertvolle Informationen Sie haben mir nachspioniert ich fand so immerhin heraus sie lange Zeit tatsächlich betrogen hat er fälschte sogar Schecks zu Lasten ihrer Konten und doch konnten sie sich nicht scheiden lassen weil Peter wusste dass sie eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin Sally haben und sie damit erpresst hat denn es gibt einen Passus Ehevertrag der besagt Peter erhält die Hälfte ihres Vermögens falls sie ihn betrügen und das war ja mit George Walker der Fall daher musste Peter zum Schweigen gebracht werden war alles ihre oder Walkers Idee naja also unwichtig je geständig dass ich schon für sie aufgesetzt habe brauchen sie jedenfalls nur was zu unterschreiben hier bitte sie dreckschwein was soll denn das sie sind doch Arzt eben und mit meiner Hilfe planten sie ihren Mann umzubringen ich sollte das Alibi für ihre Unzurechnungsfähigkeit liefern das zugleich als Entlastungsmaterial für ihre spätere Verteidigung gedacht war denn sie wollten bei einem Prozess unbedingt erreichen nur in eine private Psychiatrie Klinik eingewiesen zu werden ein Jahr später findet dort die obligatorische Wiederanhörung statt sie könnten nach Bestehen dieses Tests als geheilt entlassen werden und wären wieder frei Sie Sie wussten also was ich tun wollte und haben mich nicht daran gehindert nein mich sogar indirekt ermutigt was zu beweisen wäre nein die Psychiatrie ist nur begrenzt eine exakte Wissenschaft jeder Sachverständige wird das bestätigen sollten sie also vorhaben mich zu ihrer Entlastung zu beschuldigen vergessen sie es ich würde aussagen nie damit gerechnet zu haben dass sie Peter töten könnten Sie hätten trotzdem zur Polizei gehen müssen das hatte ihr Bruder Steve schon getan was mich zusätzlich entlastet somit sollten wir endlich über mein Behandlung Honorar sprechen hier ist die Rechnung was soll das heißen soziale Spende 5 Millionen und kein Empfängernahme nur ein Nummernkonto ja für ein anonymes Nummernkonto in der Schweiz sind Sie jetzt total verrückt geworden wieso Peter klärte mich über die Höhe Ihres Vermögens auf ich lasse ihnen immerhin eine Million schließlich müssen sie ihren teuren Star Anwalt bezahlen können und natürlich meinen Zeugen beziehungsweise Sachverständigen Honorar Sie sollten sich mit der Überweisung der 5 Millionen allerdings beeilen sonst bin ich gezwungen dem Gericht die echte Diagnose über ihren Geisteszustand mitzuteilen und ihm auch meine Recherche Ergebnisse der letzten Tage auszuhändigen Sie haben sich selber ihre Flügel zerbrochen Das ist Erpressung Ich denke da haben sie recht Warum tun sie mir das an Erstens hielten sie mich für dumm und zweitens ist es die Rache dafür dass sie mich für ihre Pläne benutzen wollten und drittens mit ihrem Geld kann ich denen helfen die wirklich Hilfe benötigen sich die jedoch nicht leisten können Für sie baue ich eine sozialmedizinische Einrichtung auf in Brooklyn Warum soll ich für eine Lüge ins Gefängnis Schon vergessen Ihre Lüge endete mit einem Mord und die vielen Toten in einem Krieg dessen Gründe sich die Politiker herbeilügen Es gilt leider noch immer der zynische Satz wer einen Menschen tötet kommt ins Gefängnis doch die Mörder Tausender landen im Pantheon der Geschichte Nein bleiben Sie reden mir vernünftig ich gebe ihn freiwillig Nein Sie unterschreiben ihr Geständnis und überweisen das Geld entscheiden Sie sich Hallo Doc Nicht so schnell Ach Sie Cooper Hier ist Brooklyn nun Ihr letztes Jahr Sie meinen vor meiner Pensionierung Erkennengelernt haben wir es immerhin in Manhattan und uns zuletzt gesehen beim Randolph Prozess vor einem Jahr Und Treffen uns heute dort durch Zwischen Arbeit Die Welt ist eben klein Also nur ein Zufall also Wollen Sie das damit sagen Mast ist schon ein Zufall Wissen Sie es Warum sind Sie wirklich hier Detektiv Bei Mrs. Randolph obligatorischer Wiederanhörung morgen werden Sie dort auch anwesend sein Nein das ist schließlich ein interner Test der Klinik Auf das Ergebnis ist nicht nur der Staatsanwalt gespannt Sie besuchen Ihre frühere Patientin noch regelmäßig Ich fühle mich für Sie verantwortlich gerade nach diesem schrecklichen Unglück Schreckliches Unglück Sie glauben das weiterhin Was soll das Cooper Wollen Sie der damals seelisch gestörten Frau immer noch einen vorsätzlichen Mord anhängen Den Sie wenn es noch einer gewesen sein sollte natürlich nicht verhindern konnten da die Psychiatrie ja nur eine begrenzt exakte Wissenschaft sei wie Sie vor Gericht ebenso eindrucksvoll wie überzeugend darlegten richtig zitiert Ja das ist leider so ob Sie es wahr haben wollen oder nicht Wissen Sie doch langsam ist es mir scheißegal ob sich die reichen Leute selber untereinander ausrotten vielleicht nur die besonders perverse Form eines morbiden Nervenkitzels den Sie noch benötigen alles andere besitzen die ja schon und Moral kennen diese Leute ohnehin kaum wie wären sie sonst zu ihrem Reichtum gekommen durch Arbeit etwa Neid Cooper liegt das Krokodil noch immer scheinbar schläfrig auf der Lauer nur darauf wartend endlich wieder zuschnappen zu können Doc Sie kennen ja inzwischen sogar meinen Kosen Namen Warum sind Sie hier nur mich zur Arbeit zu begleiten interessiert mich schon wie Sie Ihr soziales Engagement praktizieren um Arme und Obdachlose kostenlos psychiatrisch zu betreuen mich wundert nur wie Sie das finanziell können ein edler Spender der allerdings anonym bleibt Tüter was was doch für großzügige Menschen gibt was wissen Sie eigentlich über Sally Walker Sie ist Patricia Randolph beste Freundin persönlich begegnet bin ich ihr jedoch nie Wussten Sie von Sally Walkers Alkohol Abhängigkeit ein halbes Jahr vor Peter Randolph Tod soll es begonnen haben Nein davon hat mir Mrs. Randolph nie etwas erzählt Aber Sie wussten dass Sally Walker sehr vermögend war Wieso war Gestern keine Spätnachrichten gesehen und heute noch keine Zeitung gelesen Nein Ich habe zur Zeit viel Arbeit in meiner Klinik Gestern geschah erneut ein schreckliches Unglück Sally Walker verunglückte tödlich mit dem Auto vollgepumpt mit Alkohol und Tabletten laut Gerichtsmedizin Dabei war sie erfolgreich auf Entzug Eigenartig was Ein typischer Rückfall den man stets einkalkulieren muss Siehe Mrs. Randolph Übrigens hat George Walker seinen hohen Bankposten allein dem Vater seiner Frau zu verdanken Und er erbt jetzt noch ihr Vermögen Wussten Sie wenigstens von seiner sehr nahen Beziehung zu Patricia Randolph Beide Familien sind seit langem befreundet Natürlich Das ist der Grund Jedenfalls kann Mr. Walker sich nun ungestört um die enge Familien Freundin kümmern Mrs. Randolph wird das zu schätzen wissen Wird sie morgen den Test bestehen Welche Chancen hat sie Doc Keine schlechten glaube ich Ja Das denke ich auch Aber noch ist ja das Krokodil nicht in seinem Zoo Bis bald Doc Als Besucher sind Sie in meiner kleinen Klinik stets willkommen Cooper Aber auch als Patient Denn sie können sich mit ihrer Pension sicher keinen guten Psychiater leisten und rauchen werden sie ihn vielleicht doch einmal Zerbrochene Flügel Kriminalhörspiel von Hans Bräunlich Ein herzliches Willkommen mit unserem Hörspiel aus dem Jahr 1985 erinnern wir an den am 19. August 1909 in Warschau geborenen polnischen Schriftsteller Jerzy Andrzejewski Ciminozczy Kriogemje Finsternis bedeckt die Erde Ein Radiostück von Jörg Jannings Nach dem gleichnamigen Roman von Jerzy Andrzejewski Jan von Jerzy Andrzejewski Jörg Jörg Untertitelung des ZDF, 2020 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 damit man sie in den Flammen vernichte, so wie man schädliches Unkraut vernichtet oder einen verdorrten Beinstock. Und ihr werdet das Volk, das sich heute in dieser Stadt, in seinen Häusern eingeschlossen hat, auf der Straße sehen. Mehr noch, ihr werdet es zu euren Füßen ab. Es gibt auf der Welt keine Macht, kein Übel und keine Tücke, die imstande wären, sich unserer Sache entgegenzustellen. Brüder, lasst uns jedoch wachsam sein und nicht schlafen, da der Feind in unseren Reihen nicht schläft. Viva il nombre de Jesus! Viva la Virgen Santissima! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Herr, lass nicht zu, dass der Hass gegen deine Feinde in uns erlärme und erlösche. Amen, Amen, Amen. Habe ich dich im Gebet gestört? Friede sei mit dir, mein Sohn. Du betest doch. Ich wollte beten. Du tust recht daran. Die nächtliche Stunde ist für die Eindacht besonders günstig. Mitunter wird in einer Nacht wie in dieser Grade das Gebet und nicht der Schlaf zur wahren Erquickung. Ich hoffe, dem Gebet Ruhe zu finden. Doch ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht hast du schlecht gesucht? Ich weiß nicht, Vater. Manchmal scheint es mir, als täte mir nicht das Gebet Not, sondern ein lautes Aussprechen all dessen, was mich quält und schmerzt. Hochwürdiger Vater, du bist um so viele Jahre älter als ich. Du musst viel gesehen und erlebt haben. Sag, kann das Schweigen die Seele eines Menschen töten? Ich verstehe dich nicht mehr, Sohn. Nur das hartnäckige Verharren in einer Todsünde kann die Seele des Menschen töten. Und das Schweigen? Ist das Schweigen nicht eine Todsünde? Vater, mich erfasst mitunter die Angst. Die Angst, dass, wenn ich nicht ausspreche, was den Frieden meines Gewissens trübt und mir den Schlaf von den Liedern scheucht, dass dann alles Verschwiegene in mir stirbt. Mein Vater, ich fürchte, ich könnte zu einem Stein werden. Reich mit deiner Hand, mein Sohn. Meinst du, Vater, ich hätte Fieber? Nein, ich fiebre nicht, ich bin gesund. Ich sehe, du hast wirklich kein Fieber. Doch du sprichst, Bruder... Man nennt mich Bruder Diego. Doch du sprichst, Bruder Diego, in einer Weise, in der sich gewöhnlich Menschen äußern, die von hohem Fieber verzehrt werden. Oder von einer schweren Sünde gequält, die auf ihrem Gewissen lastet. Warum siehst du mich so an, Vater? Du sagtest selbst, ich hätte kein Fieber. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Weißt du, Vater, worum ich beten wollte? Ich wollte beten, großer, barmherziger Gott, der du bist im Himmel, habe Mitleid mit den Vergewaltigern der Gerechtigkeit, vergib den bewussten Lügnern, den verräterischen Anklägern und falschen Richtern, sei gnädig denen, die den Frieden unter den Menschen vernichten, indem sie Furcht, Heuchelei und hasse ihn. Zieh deine strafende Hand von den Häuptern der Henkersrechte zurück. Hab Nachsicht mit den Mördern. So wollte ich beten. Kannst du mir sagen, Bruder Diego, wer die Menschen sind, für die du beten wolltest? Und die du mit einer Schuld beschwerst, die du selbst für so groß erachtest? Vater, dieses Kleid brett mich. Ich ersticke noch. Es brennt mich, weil es durch Menschen geschändet ist, die es tragen. Bruder Diego, auch ich trage dieses Kleid. Und du erstickst dich darin? Sag, peinigt dich nie die Scham, dass Menschen in den gleichen Kutten... Schmeid! Bist du dir nicht im Klaren darüber, was du sagst? Unglücksscheliger! Weißt du, wer ich bin? Wer du bist? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich dich seit langem kenne. Frey Diego, ich bin Bruder Thomas Torquemada. Warum spottest du? Willst du meinen Mut erproben? Oh nein, Vater, in mir ist keine Furcht. Stünde an dieser Stelle wirklich Vater Torquemada persönlich. Auch dann würde ich keines der Worte widerrufen, die ich ausgesprochen habe. Mein Hass ist stärker als alle Furcht. In mir ist für Furcht kein Platz, Vater. Der Bruder Diego, kommt zur Besinnung. Du stehst vor dem großen Inquisitor. Gott! Warum ruft ihr eure Wache nicht dabei, hochwürdiger Herr? Tut, was ihr unter ähnlichen Umständen zu tun pflegt. Mein Sohn, Knie neben mir nieder. Sprich mir nach, mein Sohn. Vaterunser, der du bist im Himmel. Vaterunser, der du bist im Himmel. Geheiliget werde dein Name. Geheiliget werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. Dein Wille. Amen. Bruder Diego. Herr. Kehre in deine Zelle zurück, mein Sohn. Bald wird er Morgengrauen. Mir scheint, es erwartet dich kein leichter Tag. Möge er der Letzte sein. Jeder Mensch ist Herr und zugleich Diener seines Schicksals. Geh nun und ruhe in Frieden, bis du von deinen Vorgesetzten neue Aufträge erhältst. Diego. Diego. Woher kommst du? Warst du in der Kirche? Ja. Großer Gott. Hast du ihn gesehen? Wen meinst du? Ich, ich habe den Teufel gesehen. Diego. Diesmal hat er mich besiegt. Ich habe mit ihm gebetet. Diego, kleiner Diego. Ich bin in der Nacht aufgewacht und in deine Zelle gegangen. Sie war leer. Ich wollte ihn töten. Und dann sprach ich ihm das Vaterunser nach. Diego, was hast du getan? Warum gibst du dich freiwillig in die Hand deines Feindes? Ich weiß nicht. Worum geht es hier denn eigentlich? Es gibt ohnehin kein Entkommen. Man kann nur dem Wahnsinn verfallen oder sich freiwillig austilgen. Das ist alles. Noch gibt es einen Gott. Lebe wohl, Matteo. Ich bin müde und möchte schlafen. In Frieden ruhen, wie es mir der ehrwürdige Vater empfohlen hat. Diego. Was willst du? Diego. Ich habe dich geliebt um der Schönheit deines Gewissens willen. Geliebt wie niemanden auf der Welt. Warum sagst du, ich habe geliebt? Diego. Was auch immer geschehe, ich flehe dich an. Bewahre dir dein Gewissen. Was heißt das? Was? Gewissen. Sei du selbst. Nur so viel? Das ist alles. Alles. Alles bedeutet immer am allerwenigsten. Ich bin ich selbst, wenn ich das eine tue. Und ich bin ebenso ich selbst, wenn ich das Gegenteil tue. Hat die Angst auch ein Gewissen? Diego. Auch die verfälschte, die unterdrückte Wahrheit hört nicht auf, Wahrheit zu sein. Ach ja? Lebe wohl. Diego. Auch die Angst. Auch die Angst. Auch die Angst. Angst, nein, 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 keine Angst. Vater unser, der du bist. Ich darf mich nicht fürchten. Es geschieht, was geschehen muss. Im Himmel. Und also auch auf Erden. Exo, 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 ex Nur das nicht. Mord. Lösch die Flamme. Lösch die Flamme. Lösch die Flamme. Lösch die Flamme. Wie du siehst. Ich weiß. Du willst mein Bewusstsein töten. Im Gegenteil. Du willst, dass es dir gehöre. Du willst mir mein Bewusstsein nehmen. Gott lässt die eifernden Seelen seiner besonderen Liebe teilhaftig werden. Nicht oft ist den Menschen der Feuereifer gegeben. Wenn du aber so reich begabt bist, dann musst du dir erst recht darüber Gedanken machen, wem dein Eifer dienen soll. Also gehört der Eifer mir? Dient er dem Königreich Gottes oder dem Königreich des Satans? Ich sehe das Königreich Gottes anders als du, Vater. Du irrst? Nicht einmal mit deinen kühnsten Gedanken bist du imstande, das Königreich Gottes zu erfassen. Du siehst und begreifst es nicht. Hast du je überlegt, ob dein Eifer der Ausdruck des göttlichen Willens ist oder ob er sich gegen Gott richtet? Ob er den Sieg der Wahrheit beschleunigt oder ob er sich gegen die Grundsätze der Wahrheit auflehnt? Ist es unser Eifer, der Christliche oder ein dem Geiste nach Fremder, ein Ketzerischer, ein Feindlicher? Bist du ein Christ? Wäre ich kein Christ, so würden mich die Vergehen meiner Brüder nicht so sehr schmerzen. Bist du ein Sohn der Kirche? Vater, könnte sich die Kirche laut und frei durch den Mund der Gerechten äußern? Dann zöge über die Welt, über alle christlichen Länder ein einziger furchtbarer Schrei der Verzweiflung. Nein, was sage ich? Nicht ein Schrei der Verzweiflung. Sondern ein Aufschrei des Zorns würde die Erde erschüttern. Oh mein Gott. Was habt ihr aus der Lehre Christi gemacht? Welche Wahrheit kann man denn dort noch finden? wo das Bekenntnis zu dieser Lehre ein Resultat aus Lüge, Gewalt und Zwang ist. Christus hat gesagt, die Liebe vermag alles. Sie vermag Berge zu versetzen. Berge, Berge. Du begreifst die Lehre Christi zu oberflächlich. Was weißt du von den Wegen, auf denen man die Menschheit zum Heil führen muss? Kennst du die Formen und die Ausmaße des Bösen? Du ahnst nicht einmal, welche Notwendigkeiten das Regieren begleiten. Und der Mensch, die Natur des Menschen, was weißt du von der? Ich, ich bin ein Mensch. Was für einer? Ein Mensch. Auch Ketzer und Heiden besitzen menschliche Gestalt. Erkennst du an, dass die Lehre, welche die Kirche verkündet, die alleinige Wahrheit ist, dass es außer ihr und über sie hinaus keine andere Wahrheit gibt? Vater, ich bin kein Abtrünniger. Ist die Wahrheit nicht das Gute? Ja, Vater, sie ist das höchste Gut. Wenn also Wahrheit so viel bedeutet wie das Gute, was ist dann die Entstellung der Wahrheit? Ist sie nicht das Böse? Und soll man das Böse nicht brechen und vernichten? Sollen wir zulassen, dass es an Kraft gewinne? Nein, es genügt nicht, die Wahrheit zu bekennen. Man muss sie vor allen offenen und getarnten, falsch stricken des Bösen schützen. Es gilt die Wahrheit, jeden Tag und jede Stunde zu festigen. Aber wenn wir die Wahrheit mit unwürdigen Mitteln verteidigen, Vater, muss es da nicht geschehen, dass sich das Böse mitten im Herzen der Wahrheit einniste? Was nennst du unwürdige Mittel? Die Anwendung der Macht, das Schwert der Gerechtigkeit. Bedenke, was würde aus der Wahrheit werden, wenn sie nicht fähig wäre, Macht anzuwenden? Wenn ihr Arm nicht mit Gesetzen bewaffnet wäre und wenn sie nicht auf bedingungslosem Gehorsam bestünde? Nein, nichts weißt du von der Natur des Menschen. Ich weiß, dass die Menschen Qualen erdulden, dass sie weit über das Maß ihrer Schuld und oft auch ohne Schuld leiden. Das weiß ich auch. Du. Die heilige Inquisition steht mit beiden Füßen fest auf der Erde und weiß daher sehr wohl, was hier geschieht. Doch wer wagt zu behaupten, man könnte das Königreich Gottes ohne Leid, ohne Unrecht und ohne Opfer bauen? Der Mensch ist ein gebrechliches, schwaches und nichtiges Wesen. Keinem menschlichen Gefühl kann man voll vertrauen und auf keinen menschlichen Gedanken kann man sich endgültig verlassen. Die besten Gefühle können die Richtung ändern, wie der Rauch, den der Wind hin und her weht und die Gedanken des Menschen können heute beten und morgen beißen. Vater, ist denn das Böse wirklich so mächtig und allgemein verbreitet? Die Gefährlichkeit des Bösen beruht überhaupt nicht auf seiner Macht? Nein. Das Böse ist weder mächtig noch unbesiegbar. Nur der Mensch ist schwach. Was könnte ein Mensch vollbringen, der auf seine eigenen Kräfte gestellt wäre? Nichts. Das Königreich Gottes ist noch nicht bis zum Bewusstsein der Menschen vorgedrungen. Aber soll das heißen, dass die Menschheit das Heil nie erlangen wird? Nein. Man muss die Menschen gegen ihren Willen erlösen. Man muss viele Jahre hindurch ihr Bewusstsein formen, indem man alles zerstört, was dran vom Übel ist. Menschen muss man lenken und über sie herrschen. Begreifst du das? Regieren! Das ist unsere Aufgabe. Die die Menschen leiden. Ich weiß es. Aber die heilige Inquisition und niemand sonst will sie von ihrem Leiden befreien. Wann? Du fragst wann? Nach hundert? Nach zweihundert? Vielleicht nach tausend Jahren? Geduld muss die Klugheit begleiten. Es wird viel Zeit vergehen, ehe die Menschheit das Licht der ewigen Wahrheit annehmen wird, um auf diese Weise selbst zur Ewigkeit zu werden. Ich liebe die Menschen. Jetzt. Heute. Hüget nun, das ist gut. Aus der Liebe entspringt Mitleid und Mitleid wandelt sich unweigerlich zu Verachtung. Nein. Würdest du die Menschen heute nicht lieben, könntest du sie morgen nicht verachten? Ich will die Menschen nicht verachten. Vermagst du gebrechliche und hässliche Geschöpfe zu lieben? Wesen, die verseucht sind mit Lastern, treulos und verräterisch? Ich kann sie verstehen. Ich kann ihnen helfen. Dem Guten und nicht dem Bösen gilt es zu helfen. Was soll hier Liebe? Trübt sie nicht das Gleichgewicht der Seele? Verdunkelt sie nicht die Klarheit der Erkenntnis und flüstert sie nicht dort Vergebung ein, wo unnachsichtige strengel Not tut? Es ist unvermeidlich, dass der liebe ihr Schatten folgt, die Schwäche. Aber Liebe ist Schwäche. Im Wesen der kämpfenden Wahrheit ist kein Platz für Liebe. Entscheidest du die für die Wahrheit, dann kannst du weder Liebe noch Mitleid für das empfinden, was sich der Wahrheit entgegenstellt. Angesichts der Wahrheit gibt es keine unverdächtigen Menschen. Alle sind verdächtig. Jeder Mensch kann eine Brutschette des Bösen sein, um das nicht rechtzeitig ertappte Böse dringt tiefer ein, zerfrisst die Seele einen Schritt weiter und die Grenze ist erreicht, hinter welcher der irre Mensch schon zum gefährlichen Feind, zum Träger verbrecherischer ketzerischer Anschauungen wird. Jede Sünde ist an ihrer Wurzel eine Sünde wieder die Wahrheit. Und was vermag die Liebe angesichts seines solchen Übermaßes an Verseuchung? Was vermag eine Seele, die erfüllt ist von Liebe, aber zugleich betäubt von Schmerz über so viel Leiden und zermürbt vom Mitleiden? Und Was vermag die Verachtung? Die Verachtung der Schwäche und Sünde ermöglicht das Richten und Urteilen. Sie allein lehrt, wie man die Schwäche überwindet und die Vergehen bestraft. Wollt ihr also die Liebe aus der Welt vertreiben? Oh Gott! Ihr habt den Menschen schon alles genommen. Die Würde, den Mut, die Reinheit des Gefühls, die Freiheit. Warum sagst du ihr? Du willst doch dasselbe, was wir wollen, nur hast du uns in dir noch nicht gefunden. Vater, weshalb sagst du mir das alles? Bin ich nicht schon gerichtet? Ja, wahrhaftig, das Urteil über dich ist gefallen. Du selbst hast es gefällt. Ich. Bist du nicht tapfer und voll des Eifers? Ich. Du. Und darum gehörst du zu uns. Sag nichts, später wirst du reden. Niemals verzichten wir auf das, was unser ist. Meinst du, ich wüsste nicht, wie man sich um die heiligen Tribunale drängt und was für kleine erbärmliche Geschöpfe in sie eindringen? rachsüchtige Zwerge Feiglinge und solche an denen die Geldgier nagt? Du weißt davon und billigst es? Leider müssen wir uns ihre Dienste einstweilen nutzbar machen. Mehr noch, wir müssen ihre Minderwertigkeit tolerieren, solange sie unseren Zielen dienen. Und glaubst du vielleicht, ich sehe nicht, dass es nicht so sehr das wahre Verständnis für unser Werk und unsere Ziele ist, was die erlauchten allerhöchsten Personen des Königreichs so überaus wohlwollend für die heilige Inquisition stimmt, sondern vielmehr das Schöpfen materieller Gewinne, die sie zur Festigung der weltlichen Macht benötigen? Ja, wir geben ihnen tatsächlich ungeheure Gütern viel Geld, aber ob schon die Macht der weltlichen Obrigkeit wächst und weiterhin wachsen wird, die unsere überragt sie und wenn sie der einst den menschlichen Geist völlig beherrschen wird, dann wird niemand und keine Macht imstande sein, ihr entgegen zu treten. Wir müssen die unbedingt notwendigen, ja, die einzigen sein, verstehst du? damit wir dies werden, müssen in unseren Reihen Menschen das Heft in Händen halten, die hart sind wie Stahl, glutvoll und wachsam, mutig und schrankenlos ergeben, du wirst einer von ihnen sein, du wirst uns nicht enttäuschen, ich weiß es, deshalb bin ich zu dir gekommen wie zu mir selbst, du zählst zu den seltenen Menschen, die mit dem Streben nach Wahrheit geboren werden, das Verlangen nach ihr lebt in dir wie dein Blut, dein Atem, wie der Schlag deines Herzens, du täuscht dich, du irrst, aber du trägst das Bedürfnis nach Wahrheit in dir, wie könntest du ihr entfliehen, willst du in den Abgrund springen, die Wahrheit, von der du sprichst, gleicht auch einem Abgrund, Vater, warum ist das so, Vater? Du kannst viele verwickelte Dinge in der Welt noch nicht begreifen, doch eines solltest du wissen, wer dem Glauben dienen will, muss sich den Grundsätzen unterordnen, zu denen der Glaube verpflichtet, ohne Zögern, ohne Fragen, ohne Zweifel, ohne den Schatten eines Nebengedankens und mit uneingeschränktem Vertrauen zur Obrigkeit, auch ohne zu verstehen? Wenn die Wahrheit deine Gedankenwünsche und Taten so ganz erfüllt haben wird, dass du und die Wahrheit eins sind, dann wirst du vieles verstehen. Es sollte nicht so sein, dass die Menschen sich fürchten müssen. Im Gegenteil, der Mensch ist armselig. Seine Angst ist nicht nur nützlich, sondern dringend notwendig. Wenn wir das Böse brandmachen wollen, dann müssen wir es fortgesetzt aufdecken und entblößen, damit es durch seine sichtbar gemachte Abscheulichkeit ekel ekel und vor allem Furcht erwecke. Das ist die Wahrheit der Macht. Sollte es eines Tages an schuldigen mangeln, müssten wir sie schaffen, weil wir sie brauchen, um das Verbrechen unaufhörlich zu jeder Stunde öffentlich anzubrangen und zu bestrafen. Solange die Wahrheit nicht endgültig den Sieg davon getragen hat und triumphiert, kann sie nicht ohne ihr Gegenteil die Lüge existieren. Die Notwendigkeit unserer Macht liegt vor allem darin, dass die Angst jeden, mit Ausnahme einer Handvoll Menschen, die aus freiem Willen gehorchen, ergreifen und zu einem Zustand werden soll, der alle Lebensgebiete erfüllt, in die geheimsten Fugen des Daseins eindringt, so dass sich kein Mensch mehr ein Leben ohne Angst vorzustellen vermag. Die Ehefrau soll dem Gatten misstrauen, die Eltern sollen sich vor ihren Kindern fürchten, die Brautleute voreinander, die Vorgesetzten vor den Untergebenen und alle vor der allwissenden, allgegenwärtigen strafenden Gerechtigkeit der heiligen Inquisition. Wir müssen viele Müllrechte und viele Schreckmittel haben. Verstehst du mich? Vater, ist das Königreich der Angst nicht das Königreich des Satans? Friede sei mit dir, Bruder Diego. Ich bringe dir eine große Neuigkeit. Ich glaube, mein Sohn, du ahnst nicht einmal, welch ein großes Glück dir widerfährt. Vater? Der ehrwürdige Vater Groß Inquisitor hat mich als deinen Vorgesetzten Beauftrag dir auszurichten, mein Sohn, dass du zu seinem persönlichen Sekretär ernannt worden bist. Vater! Eine große Zukunft erwartet dich, mein Sohn. Oh Gott! Was für ein erbarmliches Geschöpf ist doch der Mensch. Beauftrag Mitucarita Grand Die Ego, was hast du getan? Warum gibst du dich freiwillig in die Hand deines Feindes? Schweig, du bist nicht da. Schweig, du bist nicht da. Diego. Was auch immer geschehe, ich flehe dich an. Bewahre dir dein Gewissen. Du lügst, du bist nicht da. Du lügst, du bist nicht da. Oh, Diego. Warum schlaf dir nicht, Herr? Der Morgen wird bald kauen. Es genügt, dass ich wache. Aber du wirst einer von ihnen sein. Du wirst uns nicht enttäuschen, ich weiß es. Du bist nicht da. Du bist nicht da. Ich habe dich geliebt um der Schönheit deines Gewissens wählt. Geliebt wie niemanden auf der Welt. Wieder bist du da. Dich gibt es jedoch nicht. Würdest du die Menschen heute nicht lieben, könntest du sie morgen nicht verachten? Mein Vater. Was willst du, mein Sohn? Siehst du nicht, dass ich arbeite? Vater. Mein Sohn. Was ist geschehen? Vater, verzeih, dass ich mich erdreiste, ungerufen zu kommen. Aber was ich dir gestehen will, muss ich sofort tun. Beruhige dich vor allem, mein Sohn. Ich bin ruhig, Vater. Ich bin es insoweit, als ein Mensch Ruhe bewahren kann, der nur einen Schritt davon entfernt war, einen unwiderruflichen Fehler zu begehen. Doch mir sind rechtzeitig die Augen aufgegangen, Vater. Und ich bitte dich um deinen Beistand. Schwere Schuld lastet auf mir. Weil mich Skrupelquellen, die ihren Ursprung in meiner Schwäche und in meinem noch nicht genügend gefestigten Urteilsvermögen haben, wollte ich vor dir gewisse Gedanken verheimlichen, mein Vater. Was kann ich dir darauf erwidern, mein Sohn? Das Bewusstsein der eigenen Fehler ist der unerlässliche Schritt zu ihrer Überwindung. Das weiß ich, Vater. Aber es kann sich auch so fügen, dass ein Mensch mit seinen frevlerischen Gedanken nicht allein war, sondern sie mit einem anderen Menschen teilte. Das Böse, mein Sohn, erträgt das Alleinsein allzeitungleich schwerer als das Gute. Lebt dieser Mensch noch? Ja, Vater. Er denkt an mich und übersandte mir Grüße. Wo lebt dieser Mensch? In Villarreal, im Kloster San Domingo. Wie heißt dieser Mensch? Frei Matteo Dara. Glaubst du, er könnte einen Schatten auf deinen guten Ruf und deine Frömmigkeit werfen, wenn er deiner ansichtig würde? Das weiß ich nicht, Vater. Dieser Mensch ist in sich verschlossen und demütig, obwohl er nicht in allen Dingen so denkt, wie es die Kirche gebietet. Mit hinein Heuchler. Er hat mich nie zu etwas Bösem verleitet, Vater. Wenn ich vor dir dieses Geständnis ablege, so geschieht es, weil ich mir über eines im Klaren bin. In deine unmittelbare Nähe gestellt und in hohem Maß mit deinem Vertrauen beschenkt, darf ich kein Mittel außer Acht lassen, welches verhindert, dass auf meine Person auch nur der Schatten einer schädlichen und für mich abträglichen Nachrede fällt. Gehörte ich nur mir selbst, mein Vater? Ich wäre um meinen Ruf nicht so besorgt. Wir dienen alle einer Sache, mein Sohn, deren Größe jeden von uns überragt. Darum knie ich vor dir, Vater. Ich habe dir alles bekannt. Erst vor einer Weile wurde mir bewusst, dass meine Gedanken, die immer Gefahr laufen, zu erlarmen und der Verderbnis anheimzufallen, nicht mir allein gehören dürfen. Ich habe begriffen, dass ich nur durch das Bekennen meiner Fehler und die Bitte um den Beistand meiner Vorgesetzten mich und meinen Glauben vor allen Gefahren bewahren kann. Nimm Feder und Pergament. Ja, Vater. Bist du bereit? Ja, Vater. Schreib also an die hochwürdigen Väterinquisitoren des Erzbistums Toledo in Villareal. Hast du geschrieben? Ja, Vater. Wir frei, Thomas Torquemata Dominicana, Trio des Klosters Santa Cruz zu Segovia, Beichvater des Königs und der Königin, Großinquisitor der Königreiche Kastilien und Aragonien, tragen euch Kraft unseres Amtes auf, den wegen schweren Freifels gegen den Glauben angeklagten Freimatheodara Dominicana Freimatheodara Dominicana sofort in das Gefängnis der Heiligen Inquisition zu schaffen, ihn dort selbst abgesondert zu halten und so lange einem strengen Verhört zu unterwerfen und so lange einem strengen Verhört zu unterwerfen, bis er seine ketzerischen Anschauungen enthüllt oder bei hartnäckigem verharren in der Lüge für ewige Zeiten aus der Gemeinschaft der Gläubigen der katholischen Kirche ausgestoßen wird. Bist du fertig? Ja, Vater. Reich mir die Feder. Ja, Vater. Ja, Vater. Ich wusste, dass früher oder später der Tag kommen müsse, an dem du frei von allem Bedenken vorbehalten und Zweifeln deine wahre Natur finden wirst. Und sieh, heute ist dieser Tag gekommen. Gott sei dafür bedankt, mein allergeliebtester Sohn. Untertitel im Auftrag des ZDF fürn, die Gitarre sind zu. Aaaaaaah Aaaaah Para mia Viva La Santisi La Santisi Sieh, Vater, welch großer und allgemeiner Liebe du dich beim Volk erfreust. Ja, mein Schoen, ein schöner Anblick. Die Sonne ging unter, verkünden vom Turm die Sterndeuter. Doch warum sie unterging, darauf gibt niemand Antwort. Finsternis bedeckt die Erde und das Volk liegt im Schlaf. Doch warum es schläft, darauf gibt niemand Antwort. Sein Erwachen wird so dumpf sein wie sein Schlaf. Und wenn das alles Irrtum ist. Hast du mich gerufen, Vater? Nein, mein Sohn. Schlaf ruhig. Ich heiße Lorenzo Perez, Handwerker aus Borchillos. Von der frühesten Kindheit an, habe ich in meinem Leben viel Kummer und Unglück erfahren. Und viel Verzweiflung. In einem solchen Augenblick der Verzweiflung, habe ich den Teufel zu Hilfe gerufen. Er sollte mir aus meinem Unglück heraus helfen. Meine Seele habe ich ihm dafür angeboten. Ich habe ihn ein paar Mal gerufen, aber er ist nicht erschienen. So bin ich zu einem alten Mann gegangen. Einem Zauberei, so hat man gesagt. Der nun hat mich zu einem alten Weib gebracht. Von der hat man gesagt, dass sie sich in hellen Mondnächten in einen schwarzen Ziegenbock verwandelt. Und in dieser Gestalt in schadloser Weise junge Burschen anlockt. Die entblößen sich in eben solcher schadloser Weise, verwandeln sich mit ihrer Hilfe auch in schwarze Ziegenböcke. Sie reiben sich den Körper mit dem Saft von Kröten und Raben ein und feiern einen lästerlichen Gottesdienst, eine schwarze Messe. Zu diesem Weib bin ich gegangen. Ihr Rat war, an drei aufeinanderfolgenden Tagen hinter das Dorf auf die Anhöhe San Esteban zu gehen und Luzifer mit den Worten Engel des Lichts anzurufen und die heilige Dreifaltigkeit zu lästern. Ich tue das alles, aber es geschieht nichts. Darauf kommt der Rat, meinen Rosenkranz und mein geweihtes Medaillon fortzuwerfen. Auch das tue ich, aber es geschieht wieder nichts. Als ich das alles nun getan hatte, habe ich angefangen zu überlegen. Eine schönere Gelegenheit zum Siegel gibt es doch für Teufel nicht. Wenn es wahr ist, dass es sie gibt und dass sie um die menschliche Seele kämpfen. Und das hat man so gesagt und das habe ich so gelernt. Bin ich doch fest entschlossen gewesen, meine Seele Luzifer zu verkaufen. Der Angeklagte möge dem heiligen Tribunal offen seine Sünden schildern und nichts Verheimlichen. Kennt der Angeklagte den Akt der Anklage? Ja, euer Liebten. Bekennt sich der Angeklagte schuldig? Ich bekenne, euer Liebten, dass ich den Teufel rief, der nicht erschien. Ich frage nicht, wen der Angeklagte rief, sondern ob sich der Angeklagte schuldig bekennt. Nein, euer Liebten. Hält sich der Angeklagte für einen Christen? Ja. Kennt der Angeklagte die Wahrheiten, welche die Kirche den Gläubigen zum Glauben darreicht? Euer Liebten, wenn es den Teufel gibt, warum hat er dann meine Seele nicht angenommen, die ich ihm doch freiwillig opfern wollte? Ich frage, ob der Angeklagte die Wahrheiten kennt, welche die Kirche den Gläubigen zum Glauben darreicht? Ich bin ein einfacher Mensch, euer Liebten. Der Angeklagte sagte aus, er glaube nicht an die Existenz des Satans und der Teufel. Hält der Angeklagte diese Aussage aufrecht? Euer Liebten, ich schwöre, dass der Teufel wirklich nicht erschienen ist, um meine Seele zu holen. Mithin hält der Angeklagte seine Aussage aufrecht? Ja, euer Liebten. Der Angeklagte sagte vor einer Weile, er sei ein einfacher Mensch. Das bin ich, euer Liebten. Stützt der Angeklagte seine Behauptung, dass es keinen Satan gäbe, also nicht auf Studien? Nein, euer Liebten. Worauf stützt der Angeklagte seine Behauptung dann? Euer Liebten, ich schwöre, dass alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist. Ich habe nichts verheimlicht. Der Angeklagte wolle Acht geben. Ich frage, worauf der Angeklagte seine Behauptung stützt, dass der Satan nicht existiere und dass die höllischen Wesen keinen verderblichen Einfluss auf die Menschenseelen hätten. Der Angeklagte beruft sich auf seine Erfahrungen. Sollte also der gesunde Menschenverstand dem Angeklagten die Überzeugung diktiert haben, dass der Teufel nicht existiere? So ist es, euer Liebten. Das heilige Tribunal glaubt in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche an die Existenz des Satans und an seinen verderblichen Einfluss auf die Menschenseelen. Meint der Angeklagte, dass das heilige Tribunal seines gesunden Menschenverstandes braucht? Warum antwortete der Angeklagte nicht? Ich weiß es nicht, euer Liebten. Das übersteigt meinen Verstand. Ich weiß nur, dass ich den Teufel rief, weil ich ihm meine Seele verkaufen wollte. Und dass der Teufel nicht erschienen ist. Also gibt es ihn wohl nicht. Gibt es nach Ansicht des Angeklagten das Böse auf der Welt? Euer Liebten. Nur Böses habe ich erfahren. Nichts anderes. Wenn also der Satan nicht existiert, wäre es dann nach Ansicht des Angeklagten der Urhebe des Bösen auf Erden? Glaubt der Angeklagte an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Wie sollte ich nicht glauben, euer Liebten. Folglich. Hat nach Ansicht des Angeklagten der Allmächtige Gott das Böse auf Erden geschaffen? Das habe ich nicht gesagt, euer Liebten. Ich schwöre es. Gibt es also den Satan oder gibt es ihn nicht? Euer Liebten. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das heilige Tribunal schenkt dem Angeklagten Glauben, dass er in aller Aufrichtigkeit den frevelhaften Gedanken von sich weiß, dass könne Gott der Urheber des Bösen auf Erden sein. Ich danke, euer Liebten. Wessen Untertan ist der Angeklagte? Ja. Ihre königlichen katholischen Majestätin ist König Ferdinand, der Königin Isabella? Ja, euer Liebten. Wer bestimmt im katholischen Königreich das Recht? Die königliche Majestät? Ja, euer Liebten. Und? Wer noch? Die katholische Kirche? Ja, euer Liebten. Das heilige Tribunal stellt fest, im Lichte seiner bisherigen Aussagen hat sich der Angeklagte offenkundig zur Rebellion gegen die höchsten weltlichen und geistlichen Mächte bekannt. Euer Liebten, ich ein Rebell? Ich bin kein Rebell. Nach Ansicht des Angeklagten ist nicht der Satan der Urheber des Bösen, da er nach seiner Überzeugung nicht existiert. Dem ein mächtigen Gott gibt der Angeklagte ebenfalls nicht die Schuld am Bösen auf Erden. Wer kann nach dem Dafürhalten des Angeklagten der Stifter des Bösen dann sein, wenn nicht diejenigen, die das Recht bestimmen? Das heilige Tribunal stellt fest, dass der Angeklagte Pereth, welcher der schweren Sünde der Ketzerei sowie des Abfalls von den Grundsätzen des Glaubens beschuldigt ist, im Laufe der Untersuchung besonders aufrührerische Gedanken enthüllt hat, indem er behauptet, für das Böse auf Erden trügen allein und ausschließlich die weltlichen und geistlichen Mächte die Verantwortung. Euer Liebten, ich schwöre, nie so gedacht zu haben! Dann also lügt das heilige Tribunal! Euer Liebten, ich gestehe ein. Was gesteht der Angeklagte ein? Ich habe geirrt, euer Liebten. Ich hieß mich vor meiner Dummheit und Unwissenheit irreleiten. Aber ich schwöre, ich bin kein Rebell, bin nie einer gewesen. Ich glaube, dass es den Satan gibt. Er ist der Urheber, alles Böse. Das heilige Tribunal kann dem Angeklagten keinen Glauben schenken, da diese Aussage weniger von aufrichtiger Reue hervorgerufen wurde, als von dem Bewusstwerden der Strafe, die ihn erwartet. Eines kann den Angeklagten retten, das volle Geständnis der Wahrheit vor dem heiligen Tribunal. Großer Gott, ich sage doch die Wahrheit! Möge der Angeklagte aufhören, sich zu fürchten. Das heilige Tribunal ist dazu da, um die Irrenden auf den rechten Weg zurückzuführen. Leider vermag das heilige Tribunal den Angeklagten nicht zu retten, wenn er sich nicht selbst retten will. So wolle denn der Angeklagte die volle Wahrheit gestehen. Ich will es tun, mein Liebster. Die Gnade des barmherzigen Gottes ist unbegrenzt. Möge der Angeklagte dem heiligen Tribunal die Vor- und Zunahmen derjenigen Menschen nennen, mit denen er sich gegen ihre königliche Majestät sowie gegen die Kirche verschworen hat. Gott! Ich erinnere den Angeklagten daran, dass die Anrufung des göttlichen Namens nicht dem Bekenntnis gleichkommt, auf welches das heilige Tribunal ungeduldig wartet. Euer liebter, hochwürdiger Väter, ich habe nie einer Verschwörung angehört. Möge der Angeklagte sein Gedächtnis zu Rate ziehen. Ich schwöre, ich habe nie geheimen Bündelei getrieben. Ich bin ein einfacher Mensch. Was wollt ihr von mir? Die Wahrheit. Der Satan ist der Urheber des Bösen. Das heilige Tribunal, welches sich allein von der Sorge um die Seele des Angeklagten leiten lässt, wird dem Angeklagten gern Glauben schenken. Ich danke, euer Liebter. Zuvor musste der Angeklagte seine Aussage allerdings beweisen. Ich verstehe nicht, euer Liebter. Der Angeklagte behauptet, er habe weder rebellische Gedanken genährt, noch einer Verschwörung gegen die weltlichen und geistlichen Obrigkeiten angehört. Welche Beweise kann der Angeklagte dafür geben? Ich bin unschuldig, euer Liebter. Er möge der Angeklagte für seine Unschuld Beweise erbringen. Euer Liebter. Ich schwöre, in meinem ganzen Leben habe ich nicht einen Augenblick lang irgendeinen rebellischen Gedanken gehegt. Möge also der Angeklagte in der Besorgnis um die Rettung seiner Seele dem heiligen Tribunal beweisen, dass er wirklich niemals einen verschwörerischen Gedanken genährt und keinem Geheimbund angehört habe. Ich schwöre bei den Leiden unseres Herrn Jesus Christus, dass ich unschuldig bin. Ist das der einzige Beweis der Unschuld, den der Angeklagte geben will? Was vermag ich mehr, euer Liebsten? Auf diese Frage muss der Angeklagte selbst antworten. Das heilige Tribunal stellt mit Bedauern fest, trotz wiederholter Aufforderung weigert sich der Angeklagte hartnäckig zu beweisen, dass er in Bezug auf die weltliche und geistliche Obrigkeit keine rebellischen Gedanken gehegt und keiner Verschwörung angehört habe, deren Ziel es war, die herrschende Ordnung im Königreich mit Gewalt umzustoßen. Also bezeugt der Angeklagte in höchst offensichtlicher Weise seine Vergehen. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass jedes von der königlichen Majestät geschaffene Gesetz, das zeitliche Wohl sämtlicher Untertanen zum Ziel hat, wogegen der heiligen Kirche durch unseren Herrn Jesus Christus die Sorge um das Heil der Menschen Seelen aufgetragen worden ist. Der Angeklagte versucht mit besonders beharrlicher Tücke die irdische und die überirdische Ordnung zu stören, indem er beide Instanzen beschuldigt, die Urheber des Bösen auf Erden zu sein. Dennoch gibt das Heilige Tribunal die Sorge um die Seele des Angeklagten nicht auf. Das Heilige Tribunal glaubt dem Angeklagten, das ihn das Gedächtnis in diesem Augenblick im Stich lässt. Es möchte dem Angeklagten helfen und ihm eine gewisse Zeit zum Nachdenken lassen. Die Sonne ging um Gündem von Todi Sterren dort doch und und da ging nicht darauf geht niemand ab zu warum Finsternis bedeckt die Erde und das Volk liegt im Schlag. Doch, warum es schlecht ist, Dagerhof gibt niemand Antwort. Und sein Erwachen wird es so dumm sein wie sein Schlaf. Das Heilige Tribunal fährt in dem Ermittlungsverfahren gegen Lorenzo Perez fort. Will der Angeklagte seine bisherigen Aussagen ergänzen? Ja, euer Liebten. Das Heilige Tribunal schenkt dem Angeklagten Gehör. Euer Liebten, bruchwürdiger Väter, ich danke euch, dass ihr mir noch diese einzige und letzte Gelegenheit gebt, um meine schweren Vergehen auszulöschen und die ganze Ungeheuerlichkeit im vollen Licht offenbar werden zu lassen. Ich habe die Grundsätze des Glaubens untergraben und straft die Wahrheit Lügen. Doch jetzt ist mir die unersättliche Gefräßigkeit des Bösen bewusst geworden. Als Folge des Bündnisses mit den teuflischen Mächten erfasste mich vollends die Lust, Böses zu tun. So muss es geschehen, dass ich elender Wurm in meinem wachsenden Hass gegen das Gute und in Missachtung dessen, was ich der königlichen Majestät und der Kirche zu verdanken habe, auf den Weg offenen Aufruhrs gegen die höchsten Obrigkeiten des Königreichs geriet. Ich bin ein Fräfler, der ohne jede Ehre und jeden Glauben die lästerliche Hand gegen seinen Vater und seine Mutter erhebt. Mit derartigen Verbrechen belastet, verdiene ich keinen Erbarmen, hochwürdige Väter. Wenn ich euch um etwas anzuflehen wage, so nur um eine möglichst harte Strafe, die mir selbst helfen möge, mich von meinen Sünden zu reinigen und die für alle Lebenden eine gerechte Genugtuung für das von mir angerechtete Übel sein soll. Kann der Angeklagte die Namen der Personen nennen, die er in die Verschwörung hineingezogen hat? Jawohl, mein Liebchen. Ich bin bereit, die Namen aller Menschen zu nennen, die sich von mir aufgewiegelt an dem verbrecherischen Unternehmen beteiligten, denn nur auf diese Weise kann ich ihre Seelen vor der ewigen Verdammnis retten. Das heilige Tribunal hört den Angeklagten an. Und wenn das alles Irrtum ist? Irrtum? 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 Irrtum, Gott! Lachen die Flamme! Lachen die Flamme! Lachen die Flamme! Vater, was ist mit dir? Vater! Wenn das alles Irrtum ist... Irrtum? Du bist krank, sehr krank. Du fieberst. Versuch zu schlafen. Bei Tagesanbruch werden wir in Avila sein. Bei Tagesanbruch. Bald wird es grauen. Grauen? Mir ist kalt, reich mir die Hand. Vater! Diego? Bist du's? Ja, Vater. Mein Sohn, ich muss mich beeilen und habe dir unermesslich wichtige Dinge zu sagen. Einige wird man aufschreiben müssen, um sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wo bist du? Hier, Vater. Du darfst nicht so viel sprechen. Ich muss jetzt sprechen. Es gilt ohne Aufschub, viele Dinge in unserem Königreich zu ändern. Eigentlich alles. Auf dich wartet eine ungeheure Arbeit und es erfasst mich gerade so ein Schrecken bei dem Gedanken, dass du diese beinahe übermenschlichen Aufgaben nicht bewältigen könntest. Doch wer wäre ihnen gewachsen, wenn nicht du? Zudem habe ich die Hoffnung, dass sich noch Menschen finden werden, die von der Angst und der Lüge nicht völlig zernagt sind und auch nicht verseucht von Hochmut und Hass. Solche Menschen wirst du um dich sammeln und mit ihrer Hilfe und Unterstützung alles zerstören, was jetzt ist. Ja, alles, was jetzt ist, eignet sich nur dazu, dass man es niederreißen und fortfegt. Alles ist über die Maßen schlecht, vergiftet und zwergenhaft verkrüppelt. Man muss das von sich stoßen. Du hattest damals doch recht, mein Sohn. Vater! Erinnerst du dich danach, dass ich dir zum ersten Mal begegnete? Eben damals hattest du recht. Deine Rebellion war berechtigt und berechtigt war dein Leiden. Es fällt schwer, dies zu bekennen. Doch ich sehe ringsum kein einziges Menschengesicht außer dem deinem Vater. Leider ist es so. Ich darf mich nicht länger betrügen. Unsere Macht ist illusorisch. Unsere Kräfte sind Scheinkräfte. Die Fundamente bilden und Risse zeichnen sich in den Mauern des Gebäudes ab, das wir errichtet haben. Ein furchterregendes Gebäude. Zum Gefängnis und zur Leidensstätte haben wir die Welt gemacht, aber das kann nicht dauern. Es muss zusammenbrechen, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Die Katastrophe ist unausweichlich. Es gibt keinen Glauben mehr. Es gibt keine Hoffnung. Wir haben die Menschen zerbrochen. Wir haben ihren Geist und ihre Herzen vernichtet. Wir sind verhasst und verachtet. Nichts von diesem trüben Wahnsinn lässt sich retten. Man muss andere Wege zur Rettung suchen. Es ergibt sich für uns die dringende Notwendigkeit, selbst niederzureißen, was in Trümmer sinken muss. Und dass wir unverzüglich eine entsprechende Verordnung niederschreiben müssen. Ich werde dir alles genau diktieren. Bist du bereit, Mensch? Beeile dich! Wir haben immer weniger Zeit. Warum ist es hier so dunkel? Lass Kerzen bringen! Kerzen, 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 Kerzen! Wir haben leider über die ganze Welt Finsternis gebracht. Finsternis bedeckt die Erde. Man wird viel Licht brauchen. Aber ein, zwei müssen wir die wichtigsten Dinge regeln. Hast du alles vorbereitet? Ja, Vater. Also, schreib. Wir, Thomas, doch, Gemahlda... Nein, nein, ohne Titel. Schreib keine Titel. Das ist nicht mehr erforderlich. Schreib einfach, dass mit heutigem Tag... Welchen Tag haben wir heute? Den 16. September, Vater. Das am 16. September des Jahres 1498, des Jahres 1498, die Heilige Inquisition aufgelöst wird. Wir schaffen sie ab. Und streichen sie durch. Und indem wir dies tun, widerrufen wir alle unsere Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die wir in ihrem Namen begangen haben. Den Opfern unseres Handelns geben wir alle Rechte und Würden zurück. Die Ermordeten rehabilitieren wir unsere Prozesse und Urteile. Verlieren ihre Rechtskraft, weil sie falsch sind. Unterstreicht das? Es ist besonders wichtig. Die Gefängnisse sollen geöffnet werden. Ich flehe dich an, Vater. Schweig! Du bist krank! Ruhe, mein Sohn. Ich begreife, dass du dir über die ungeheure Verantwortung klar werden musst, die von nun an auf dir lasten wird. Aber du kannst ihr nicht ausschweifen. Das Schreiben über die Aufhebung der Heiligen Inquisition muss noch heute versandt werden. Es wird die Bedeutungskraft eines Dekrets haben. Darüber hinaus müssen wir so schnell wie möglich Thesen ausarbeiten, die unsere Entscheidung theoretisch begründen. Wenn wir wollen, dass die Lüge den menschlichen Geist im Wort nicht mehr vergiftet, dann müssen wir selbst aufhören zu lügen. Es gilt die volle Wahrheit zu bekennen, auch wenn sie hart und schmerzlich ist. Wir dürfen nicht der Täuschung unterliegen, mein Sohn. Als hätten wir einzig und ausschließlich in den Methoden unserer Amtshandlungen Fehler begangen, wären wir in Wahrheit sogar die Menschenrechte außer Acht gelassen, ja, mit Füßen getreten haben. Wir werden Gewalt und Übermacht nicht beseitigen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Grundsätze beseitigen, die Gewalt und Übermacht hervorgerufen haben. Wir müssen also zu den Menschen gehen und ihnen offen sagen, dass der Glaube schlecht ist, der so furchtbare Verhörungen anzurichten vermochte. Schlecht und falsch ist dieser Glaube. Man muss alles tun, damit das Elend nicht bloß oberflächlich beseitigt werde, sondern mit der Wurzel herausgerissen und vernichtet. Es wird kein Königreich Gottes auf Erden geben. Vater, du redest im Fieber. Um also die Menschheit vor der völligen Vernichtung zu retten und sie für immer davor zu bewahren, dass sie in den Fluten der Unfreiheit, der Furcht, der Lüge und des Hasses versinke, müssen wir alles zerstören, was wir aus Verachtung des Menschen und aus trügerischen Hirngespinsten mit eigenen Händen errichtet und mit dem schlimmsten Unheil und den ärgsten Leiden der Menschen erkauft haben. Sicherlich wird sich daraus eine sehr große Verwirrung ergeben und es werden schwere Tage kommen. Nichtsdestoweniger müssen wir den Wahnsinn, Wahnsinn nennen und die Falschheit als Falschheit bezeichnen, um uns vor noch Ärgerem Übel zu retten. Mein Sohn, man wird lernen müssen, ohne Gott und ohne den Satan zu leben. Schweig, Vater. Ja, mein Sohn, es gibt sie nicht. Vater, ich flehe dich an, komm zur Besinnung. Ich bin's, Diego. Hörst du mich? Ich höre dich, ich spreche ja zu dir, doch unterbrich mich nicht. Bald sinkt die Nacht herab. Denke daran, du musst noch ein Dekret über die Aufhebung der Angst niederschreiben. Von heute an wird es keine Angst mehr auf Erden geben. Wir werden alles von neuem beginnen. Nein, eigentlich wirst du es sein, mein Sohn, der den Anfang macht. Du bist blutjung, eifrig und rein. Hör auf, Vater. Hörst du? Hör auf! Ich befehle es dir. Hörst du mich? Schweig! Jäger? Schweig! Jäger? Schweig! 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 Ich bin fast. Gott, leber. Screw! Ich bin fast. Ich gro那么 ab und baue. Ich werde also den Song, in dem Vang war und Eldagat др. 악at ist eine Pozesse. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Finsternis bedeckt die Erde. Ein Radiostück von Jörg Jannings. Willkommen zum Krimien 1 Live Plan B. Eisblut von Marina Heib. Ein ziemlich grauenhafter Fund einer verstümmelten Frauenleiche beschäftigt die Polizei und die Methoden, mit denen die Frau vor ihrem Tod offensichtlich gefoltert wurden, sind so brutal, dass man die Psychologin Anna in die Ermittlungen einschaltet. Die stellt Parallelen zu den Foltermethoden israelischer Geheimdienste fest. Und tatsächlich ist ein Experte von diesem Geheimdienst seit kurzem verschwunden, von dem die Polizei nun vermutet, dass er was mit der Sache zu tun haben könnte. Aber vielleicht führt diese Spur auch ins Nichts und bietet dem eigentlichen Täter nur eine willkommene Ablenkung von sich und seinem wahren Motiv. Eisblut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Heib. Bearbeitung Christoph Güsgen. Regie Walter Adler. Kalle, das bringt doch schon wieder ein Sack Müll in den Gegendraum. Sondermüll, Chef. Sondermüll? Und woher willst du das wissen? Ja, weil er neben dem Sondermüllcontainer steht. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass hier keine Säcke rum zu stehen haben. Das Zeug gehört in den Sondermüllcontainer und nicht daneben. Los, mach den Sack auf. Warum denn, Chef? Wie willst du denn sonst wissen, ob das auf Sondermüll ist? Jetzt mach's schon. Ich hab meine Zeit nicht auf Sondermüllcontainer. Was ist denn jetzt wieder los? Kalle, was soll denn das? Was sind wir hier? Ach, du Scheiße. Das ist, das, das ist, oh Gott, das ist ja... Samstag, 28. Oktober, 7.30 Uhr. Auf dem Recyclinghof am Offerkamp wird, verpackt in einem Plastiksack, die verstümmelte Leiche einer Frau gefunden. Verletzungen und Wunden lassen darauf schließen, dass die junge Frau vor ihrem Tod gefoltert wurde. Der Oberstaatsanwalt überträgt den Fall Hauptkommissar Christian Bayer, Leiter einer Soko, die sich in dem von den Medien viel beachteten sogenannten Bestatterfall einen Namen machte. Obwohl bei der Leiche ein verschnürtes Päckchen mit Kleidern, Schuhen und anderen Habseligkeiten gefunden wird, gelingt es den Beamten zunächst nicht, die Identität der ermordeten Frau zu ermitteln. Sonntag, 29. Oktober, 17.30 Uhr. Piet Altmann, Halbamerikaner und Profiler der Soko, hält auf dem Flughafen Fuhlsbüttel Ausschau nach einer gut aussehenden Brünettenfrau, deren Flieger, aus Vancouver kommend, vor wenigen Minuten gelandet ist. Piet! Hallo, Anna. Was machst du denn hier? Nein, sag es nicht, kein Wort. Ich will nichts davon hören. Dr. Anna Maybach, Psychologin, hängte ihren Job als Therapeutin an den Nagel, nachdem ihre Mitarbeit in der Mordsache Bestatterfall zu dessen Aufklärung führte. Wir brauchen deine Hilfe, Anna. Reiste nach Kanada, um das grandiose Scheitern ihrer kurzen, aber heftigen Beziehung zu Hauptkommissar Christian Bayer zu vergessen. Wir müssen eine Leiche identifizieren. Frau Hamidi glaubt, etwas zu wissen, was will sie uns aber nicht sagen. Wer ist Frau Hamidi? Die Mutter von Mohsen. Aha, und wer ist Mohsen? Mohsen ist Forensiker, seit ein paar Monaten Assistent von Karin und kommt aus dem Iran. Das Ganze ist garantiert Blödsinn. Frau Hamidi kennt weder das Opfer, noch hat sie in irgendeiner Weise mit dem Fall zu tun. Aber wir würden Mohsen gern den Gefallen tun. Er nervt uns, weil seine Mutter ihn nervt. Gut, was habe ich damit zu schaffen? Frau Hamidi sagt, sie will nur mit dir reden. Vielleicht hat Mohsen ihr von dir erzählt. Vom Bestatterfall. Ich nenne dir jetzt drei gute Gründe, warum ich Nein sage. Erstens, ich will nie wieder vor einer Pinnwand stehen und Fotos von Leichen betrachten. Zweitens, ich will nie wieder einem Mörder in die Seele blicken. Drittens, ich will nie wieder gefesselt und bedroht werden. Und viertens, ich will nie wieder einen Toten mit offener Schädedecke auf meinem Küchenboden liegen haben. Das waren vier gute Gründe. Trotzdem, Anna, bitte... Nein! No, no, rien, basta, finito. Ich helfe dir mit den Koffern. Na schön. Na schön, was? Ich rede mit der Frau. Danke, Anna. Aber nur eine viertel Stunde. Sie fragen sich bestimmt, warum ich mit Ihnen reden will, Frau Doktor. Sie wissen aber, dass ich nicht zur Polizei gehöre, Frau Hamidi. Und in diesem Fall letztes Jahr bin ich nur per Zufall hineingeraten. Ich habe Ihren Aufsatz gelesen. Lust an Zerstörung über die Psychodynamik von Sadisten. Da wusste ich, dass Sie Bescheid wissen. Bescheid? Worüber? Wie es ist, gefoltert zu werden. Den Artikel haben Sie doch geschrieben. Für den Verstand erfassbar machen, was die Seele nicht verarbeiten kann. Was wollen Sie von mir? Das werde ich Ihnen zeigen. Frau Hamidi öffnet ihre schwarze Seidenbluse und präsentiert Anna ihren nackten Oberkörper. Anna sieht, dass Frau Hamidi die Lust an der Zerstörung am eigenen Leib erfahren hat. Zwei Stunden später sitzen Anna und Piet Altmann in Annas Wohnung im Generalsviertel. Erzähl mir von der toten Frau im Mölsack. Sie hat zahlreiche gezielt angebrachte Schnittverletzungen. In jede einzelne Wunde ist Salz eingerieben worden. Ganz offensichtlich wurde sie mit Elektroschocks gefoltert. Auch an den Genitalien vergewaltigt. Und ihr wurden die Brustwarzen mit einer Schere abgeschnitten. Hat Moussen das seiner Mutter erzählt? Der TikTok war nicht richtig. Morgen werde ich das... Nichts wirst du. Euer Moussen wollte es seiner Mutter nicht erzählen, aber gestern Abend nach der Obduktion ist er bei ihr Heulen zusammengebrochen. Was hat seine Mutter gesagt? Frau Hamidi wuchs als Tochter einer privilegierten, politisch linksorientierten Familie im Iran auf. Als Studentin schloss sie sich der marxistisch-leninistischen Fraktion der Partisanen der Volksfedain an, die den Sturz des Schahs zum Ziel hatte. Sie wurde vom Savak, dem Geheimdienst des Schahs, gefasst und gefoltert. Sie wurde mit Elektrokabel geschlagen und sie wurde vergewaltigt. Über viele Tage hinweg. Am Ende schnitt man ihr mit einer stumpfen Schere die Brustwarzen ab. Sie hat es mir gezeigt. Als dann Ayatollah Khomeini an die Macht kam, dachten die Iraner, alles würde nun besser werden. Aber weit gefehlt. Wieder wurden Tausende von Studenten, Studentinnen, Lehrer und Lehrerinnen verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Frau Hamidi verließ kurz nach Schließung der Universitäten das Land. Sie will nie wieder dorthin zurück. Moussen wurde in Deutschland geboren. Er hat keine Ahnung, was seiner Mutter unter dem Schahregime zugestoßen ist. Frau Hamidi möchte, dass das so bleibt. Und sie vermutet, aufgrund der ähnlichen Verletzungen, dass der Mörder ein Iraner ist. Während Dumbad war es, hat Karen angerufen. Sie haben die Leiche identifiziert. Nur die Bestätigung der Mutter steht noch aus. Unsere Tote heißt Uta Berger. Ist 21 Jahre alt, aus gutbürgerlichem Hause, wie man so sagt. Bislang gibt es absolut keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund oder eine wie auch immer geartete Verstrickung von Geheimdiensten. Einen Hinweis auf den Iran. Naja. Unsere Leiche hat zu Lebzeiten im Nebenfach Orientalistik studiert. Trotzdem, ich halte das alles für ausgemachten Blödsinn. Ich brauche keine geheimdienstlichen Verschwörungstheorien, um mir die missbrauchte und verstümmelte Leiche einer hübschen jungen Frau zu erklären. Montag, 30. Oktober, morgens. In der Universität. Müde, weil unausgeschlafen, betritt Dr. Anna Maybach das schrankgroße Zimmer, das ihr während des Semesters als Büro zur Verfügung steht. Die vergangenen Nacht hat sie vor dem Computer verbracht, über Folter im Iran recherchiert und das gezielte Quälen von Frauen. Ja, bitte. Frau Dr. Maybach? Ich bin Martin Abendroth. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sehen noch besser aus als auf dem Buchcover. Danke. Könnten Sie bitte zur Sache kommen? Ich würde gerne an Ihrem Seminar teilnehmen. Warum wollen Sie das? Ich studiere im Hauptfach Geschichte, kurz vor dem Magister. Den mache ich bei Professor Gellert. In Psychologie fehlen mir aber noch zwei Scheine. Worüber wollen Sie schreiben? Spätmittelalterliche Körperkonzepte. Na schön, Sie haben den Platz. Wenn mir auch schleierhaft ist, was das Thema mit Freuds Thesen zum Fetischismus zu tun haben soll. Ja, bitte. Hallo, Anna. Christian. Lange nicht gesehen. Ja. Das ist... Abendroth. Martin Abendroth. Bayer. Christian Bayer. Angenehm. Herr Abendroth ist einer meiner Seminaristen und wollte gerade gehen. Was? Ja. Ja, natürlich, ja. Ich wollte gerade gehen. Wünsche noch einen schönen Tag, Frau Dr. Maybach. Was willst du? Du bist mit Pizu Morsens Mutterfrau. Haben wir die gefahren? Ja. Das war dumm von mir. Ändert aber nichts. Ich arbeite nicht mehr für euch. Und? Wie war es in Kanada? Und? Wie war es in Hamburg? Was hast du die letzten Monate so getrieben? Nachgedacht. Mich beschimpft, weil ich ein Idiot war und die wunderbarste Frau, die mir je begegnet, ist vertrieben ab. Stimmt. Darin warst du verdammt gut. Ich könnte dich ja zum Essen einladen. Was hältst du davon? Endlich hast du mal eine gute Idee. Vier Stunden später. In der Einsatzzentrale der Soko. Volker Jung, der Verhörspezialist des Teams und Daniel Mayer-Grüne, eigentlich der Computerfachmann, haben sich im Orientalistikseminar an der Roten Baumchaussee umgehört. Die Studenten beschreiben Uta Berger als nett, sehr zurückhaltend, verschlossen. Bis auf eine Theatergruppe, die sie besuchte, hatte sie wenig Bekannte. In dieses Bild passt nicht der Fund, den wir in Frau Bergers Zimmer gemacht haben. Bitte sehr. Auf den Tischbeutern ein überdimensionaler Dildo, Handschellen und anderes Sexspielzeug. Im Wäscheschrank. Na, sowas. Karin, du bist dran. An der Außenhülle des Plastiksacks wurden drei verschiedene Fingerabdrücke gefunden. Zwei stammen von den im Recyclinghof beschäftigten Arbeitern. Ein dritter Abdruck konnte mithilfe der Kartei identifiziert werden. Er stammt von einem gewissen Georg Dassau, geboren 1960 in Weinheim. Ein ehemaliger Arzt, dem die Approbation wegen eines Kunstfehlers entzogen wurde. Es folgt die übliche Spirale des sozialen Abstiegs, Scheidung, Verlust des Sorgerechts für die Kinder, Alkoholismus, Obdachlosigkeit. Könnte das unser Mann sein? Vielleicht, vielleicht nicht. Wir müssen vielleicht doch den Hinweis von Frau Hamidi ernst nehmen und in Sachen Geheimdienste recherchieren. Daniel soll uns einen ersten Überblick über Folter im Iran zusammenstellen. Ich glaube nicht, dass wir im Dunkeln operierende orientalische Geheimdienste bemühen müssen. Wir haben es hier mit einem perversen Sadisten zu tun, einem sexuell und nicht politisch motivierten Täter. Und das heißt, Volker und Piet, ihr versucht mal rauszukriegen, wo dieser... Dassau, Georg Dassau... sich aufhält. Klappert die Asyl ab, die Drogenhilfe, das übliche Programm. Daniel und ich, wir werden bei dem Sexkram ansetzen. Vielleicht hat die Berger ja ein Doppelleben geführt. Ich hätte einen Vorschlag. Ja? Wir könnten zu einer Bar fahren. Ponybar. Da arbeitet eine Frau von der Theatergruppe, bei der Uta Berger mitgemacht hat. Gut. Fangen wir zu Ponybar. Uta wirkte auf den ersten Blick voll spießig. Kein Make-up, Röcke bis übers Knie und Männer sind alle scheiße. Erst als sie von zu Hause ausgezogen ist, hat sie gemerkt, dass es auch anders geht. Und dann hat sie diesen Typen kennengelernt. Welchen Typen? Und den hat sie ein Riesengeheimnis gemacht. Auf jeden Fall muss der Kerl ziemlich schräg gewesen sein, hat ihr Dildos und so ein Kram geschenkt. Kennen Sie den Mann? Nee, nie gesehen. Ich sag doch, sie hat ein Riesengeheimnis um den Kerl gemacht. Eines Tages kam sie damit, dass ich mit ihr eine Nummer schieben sollte, während ihr Typ dabei zuguckt und sich einen runterholt. Und? So ein Schweinkram mache ich nicht. Dienstag, 31. Oktober. Wieder ist eine Leiche in einem blauen Plastiksack gefunden worden. Diesmal im Museumshafen Oewe-Gönne. Der Zusammenhang zum Leichenfund am Offerkamp ist offensichtlich. In einem kleinen, mit einer Kordel verschnürten Päckchen finden die Ermittler einen Personalausweis. Gegen 18 Uhr versammeln sie sich in der Einsatzzentrale, um den Stand der Dinge zu besprechen. Bei der heute Morgen aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen Mann. Karen Kretschmer, die Rechtsmedizinerin, fasst ihre Erkenntnisse zusammen. Und Georg Dassau, der in den Akten als wohnungslos geführt wird. Der ermittelte Todeszeitpunkt liegt bei gestern Nachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr. Dassau starb indirekt an den Folgen erheblicher Brandverletzungen. Indirekt? Sicher ist, dass mit Stromstößen gearbeitet wurde. Die direkte Todesursache war Herzstillstand. Hast du vielleicht schon ein Täterprofil für uns, Piet? Ein vorläufiges und noch recht vage. Wir suchen einen Mann Mitte 20 bis Mitte 50. Er ist eindeutig sadistisch, ordnungsfixiert, akribisch und selbstsicher. Er hat keinerlei Angst, erwischt zu werden. Deswegen hält er es nicht für nötig, die Leichen zu verstecken. Er ist das Risiko eingegangen, eine ungeplante Tat spontan durchzuführen, weil das Quälen ihm Befriedigung bereitet. Wir konzentrieren uns neben den üblichen Verdächtigen auf Uta Bergers privaten Bereich. Was hatte sie noch für Kontakte außer denen, die wir bisher kennen? Kommilitonen im Hauptfach, Sportverein, alte Schulfreunde, was weiß ich. Volker und Daniel, ihr macht weiter mit der Spurenanalyse. Und wenn ihr euch zwischendurch mal langweilt, dürft ihr euch in den einschlägigen SM-Shop-Moden treiben. Vielleicht ist sie mit ihrem Freund diesem Phantom ja mal irgendwo aufgetaucht. Nehmt euch so viel Unterstützung aus dem Präsidium, wie ihr kriegen könnt. Das gilt für alle. Holt Leute von der Sitte dazu. Karin, du nimmst dir mit Mohsen die Obduktionsberichte der letzten zwölf Monate vor. Ich weiß, das ist eine Heidenarbeit. Aber vielleicht hat unser Killer früher ja schon mal zugeschlagen und der Mord wurde nicht als solcher erkannt. Also dann, Leute, an die Arbeit. Mittwoch, 1. November. Morgens. Anna Maybach hastet fluchend durch den verregneten Van Melle Park zum Universitätsgebäude. Als sie die Tür zum Gebäude aufreißt, rempelt sie einen älteren Mann an und verliert das Gleichgewicht. Ein junger Mann fängt sie auf. Angenehm. Herr Professor, wenn Sie nicht aufpassen, läuft Ihnen Frau Dr. Maybach den Rang meines Lieblingsdozenten ab. Ich würde an Ihrem Verstand zweifeln, wenn dem nicht so wäre. Worauf warten Sie, Martin? Tragen Sie ja damit die Tasche. Ich darf nicht empfehlen. Gegen Mittag schließt Anna ihr Büro gelangweilt wieder ab. Die Monotonie des Morgens ist nur von einem Anruf ihrer Mutter unterbrochen worden, die sich mit Recht darüber beschwert, dass Anna sich nach ihrer Rückkehr aus Kanada noch nicht gemeldet hat. Anna geht über den Hof hinüber zur Mensa und schlendert mit ihrem Tablett durch den überfüllten Saal auf der Suche nach einem freien Platz. Hier, hallo. Von einem Tisch am Fenster winkt ihr Martin abendrot fröhlich zu. Hier steht schon ein anderes Tablet. Ich möchte nicht stören. Gibt es denn kein Entkommen vor diesem Studenten? Sie stören überhaupt nicht. Setzen Sie sich. Das ist von Professor Gellert. Er ist noch mal zur Theke zurück. Hat seinen Nachttisch vergessen. Irre ich oder ist es richtig, dass Sie die Nähe Ihrer Dozenten sind? Professor Gellert ist ein sympathischer Mann. Und er braucht mich. Er braucht Sie. Der Professor leidet sehr unter der Trennung von seiner Frau. Man munkelt, sie hat ihn wegen eines Jüngeren verlassen. Aha. Der Professor lässt sich seinen Kummer nicht anmerken. Aber jeder, der ihn kennt, weiß, wie abgöttisch er seine Frau geliebt hat. Und wie tief ihn dieser Verlust trifft. Also bin ich hin und wieder zur Stelle und leiste ihm Gesellschaft. Ich hoffe doch, er weiß Ihre Fürsorglichkeit zu schätzen. Ich spiele ab und zu eine Partie Minigolf mit Ihnen. Das ist eine große, große Leidenschaft. Aber sagen Sie bloß nichts. Strenger. Darf ich mitlachen? Gut, Professor Gellert, erweist sich als charmanter und kluger Plauderer. Er gibt Anna einen humorvollen Überblick über seinen Fachbereich und befragt sie nach ihrem wissenschaftlichen Werdegang. Über Ihre Beteiligung an dem Mordfall letztes Jahr. Sie sind ja wohl eine richtige Berühmtheit. Eine wohl eher zweifelhafte und traurige Berühmtheit, wenn überhaupt. Frau Dr. Maybach spricht nicht gern darüber. Nun kann ich verstehen. Und deswegen wollen wir es auch lassen. Er wühlt schon gerne in der Vergangenheit. Die Gegenwart hat genug Scheußlichkeiten zu bieten, finden Sie nicht? Zum Beispiel hier. Uta Berger. Eine Studentin von unserer Uni. Zerstückelt in einem Müllsack gefunden. Ist das zu fassen? Sie als Psychologin und ich als Anthropologe. Sollten wir nicht etwas dazu sagen? Ein Erklärungsmuster vielleicht. Und eine Idee, was einen Menschen zu solchen Taten befähigt. Ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag halten über historisch belegte Grausamkeiten, derer sich der Homo sapiens im Laufe seiner Kulturgeschichte nicht bremsen konnte zu bedienen. Sie als Psychologin hätten sicher einiges über frühkindliche Fehlentwicklungen, narzisstische Störungen, deviante Sexualität und was sonst noch Verschiedenes dazu beizutragen. Doch letztlich versagt in einem solchen Fall die Forschung. Bei mir versagt sogar die wissenschaftliche Neugier, die menschliche Empathie und die Vorstellungskraft. Was meinen Sie? Annas Aufmerksamkeit ist abgelenkt von Martin, der den Artikel mit deutlicher Bestürzung liest. Was haben Sie denn, Martin? Sie sind ja ganz blass. Das stand doch Sonntag in allen Zeitungen. Er? Uta Berger? Na, sehr furchtbar. Unser Herr Abendrot ist sensibler, als sein Benehmen gemein ihn vermuten lässt. Wer möchte gern noch einen Espresso oder Kaffee? Bayer? Ich bin's, Karin. Ich hab ein Problem. Was gibt's? Wo bist du? In der Gerichtsmedizin. Seit gestern Abend. Ich hab alles, was wir hier in alten Sektionsberichten haben, auf eventuelle Auffälligkeiten oder Unstimmigkeiten übertrückt. Und? Hast du was gefunden? Fünf. Ich hab fünf Fälle gefunden, bei denen mir die angegebenen Todesursachen nicht ganz schlüssig erscheinen und die ich mir näher ansehen muss. Aber heute nicht mehr. Ich bin fix und foxy. Was ist mit Mohsen? Kann der nicht? Ja, das ist das Problem. Mohsen ist weg. Ist weg? Was soll denn das heißen, ist weg? Mohsen hat heute Morgen hier angerufen und vier Wochen Urlaub verlangt. Ich hab natürlich abgelehnt. Da hat er gesagt, dann kündigt er und hat aufgelegt. Das ist doch... Wir treffen uns bei seiner Mutter in 20 Minuten. Ach nee. Doch, bis gleich. Haben Sie ihn gefunden? Er ist nicht zur Arbeit erschienen. Mohsen hat mich vom Flughafen in Frankfurt angerufen. Jetzt ist er unterwegs in den Iran. Was will er denn da? Die Selbstpsychologin ist schuld. Sie hat mir Verschwiegenheit zugesichert. Frau Dr. Maybach hat sich an die Verabredung mit Ihnen gehalten. Da können Sie sicher sein. Aber woher weiß er es dann? Jetzt wird er nicht aufhören, bis er die Kerle gefunden hat, die mir das eingetan haben. Und dann wird er sie töten. Das hat er geschworen. Er muss sich Zugang zu dem Server verschafft haben, auf dem die Zeugenaussagen gespeichert sind. Ich habe dieser Frau einen Tipp gegeben, weil ich helfen wollte. Ihr Sohn wird sicher bald einsehen, dass er nichts ausrichten kann. Es ist doch alles schon so lange her. Er wird nicht zurückkommen. Er hat geschworen. Und er wird die Kerle finden, inshallah. Mein Bruder in Teheran wird ihm dabei helfen. Und dann werden sie Mohsen töten. Und mein Bruder auch. Warum? Warum hört das nie auf? Zurück in der Einsatzzentrale wartet auf Christian Bayer Besuch. Fred Thelen, ehemaliger Mitarbeiter des BKA, jetzt beim BND in Pullach. Ein alter Freund. Ich habe in Hamburg wegen einer anderen Geschichte zu tun. Da dachte ich, ich besuche dich und frage dich einfach mal, warum ihr euch für David Rosenbaum interessiert. Für wen? David Rosenbaum. David Rosenbaum? Nie gehört. Euer Piet Altmann hat angefragt, was bei uns an Erkenntnissen über Geheimdienste aus dem Nahen Osten, Operationsbereich Hamburg, folgt. Ach das? Eine vage Spur. Wir mussten abklären, dass sie ins Leere führt. Inzwischen hat sich deutlich herausgestellt, dass unser Fall keinen politischen Hintergrund hat. Wir suchen einen krankhaften Sadisten. Dann wäre es umso interessanter zu erfahren, wie so ein Hacker, von dem wir wissen, dass er sich früher Dekonstruktivist nannte, in unser System eingedrungen ist. Hat sensible Daten, Stichwort Hamburg, abgefragt. Wie weit konntet ihr die Spur verfolgen? Nur bis Hamburg. Dann braucht der Kontakt ab. Daniel? Ja? Was gibt's? Darf ich bekannt machen? Daniel Mayer-Grüne, unser Computerspezialist, Fred Thelen, BND. Hallo. Dekonstruktivist. Sagt dir das was? Dekonstruktivist? Nicht viel. Der Typ, ob Mann oder Frau, weiß keiner. Ist eine große Nummer. Hab mal Kontakt mit ihm gehabt. Natürlich nur virtuell im Netz. Falls Sie den Dekonstruktivisten wieder treffen, Herr Kollege, dann richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ich würde mich mal wieder auf den Weg machen. Moment. Du gehst mir hier nicht raus, bevor du mir nicht gesagt hast, wer David Rosenbaum ist. Das hat nichts mit euch zu tun. Wir haben jede Menge Stress wegen dieser CAA-Geheimflüge-Kreuz und quer über Europa. Alles Übrige kann dir dein Spezialist hier erklären. Schau. Also? David Rosenbaum arbeitet für den Mossad. Ich weiß nur, dass Rosenbaum sich Ende Dezember abgemeldet hat, angeblich um vier Wochen privaten Urlaub in Hamburg zu machen. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Die Israelis machen sich Sorgen um ihn. Rosenbaum gilt als erfahrener Interrogationsexperte. Inter... Interrogationsexperte. Folterfachmann. Ach so. Ich stelle dir mal zusammen, was ich um ihn habe. Donnerstag, 2. November. Im Pathologieraum der Rechtsmedizin. Karen Kretschmer untersucht die Leiche einer jungen Prostituierten, die von der Art ihrer Verletzungen in die Mordserie passen könnte. Ich wollte nur mal fragen, ob du schon was für uns hast. Tritt ruhig näher. Sieh dir das mal an. Ja, nee, danke. Nach einer Studie der Forensiker in Münster entkleiden nur 20% aller Ärzte die Toten bei der vorgeschriebenen Untersuchung. 20%. Da braucht man sich dann echt nicht mehr wundern. Diese winzigen Spuren auf dem Oberschenkelhalsknochen rechts und auf den beiden Rippenbögen stammen von Einstichen. Die Polizei vermutet einen ausgerasteten Freier. Du glaubst, das ist unser Killerer? Keine Ahnung, wer soll das wissen? Die Leiche ist leider in keinem guten Zustand mehr. Die Finger- und Zehennägel sind ausgerissen. So dass ein Freier im Affekt getan haben? Das ist die akribische Arbeit eines Besessenen. Außerdem haben wir bei den Gewebeuntersuchungen Hinweise auf Verbrennungen gefunden. Verursacht durch Elektroschocks. Freitag, 3. November, 10 Uhr. Einsatzbesprechung. Die Ermittlungen in den Hamburger SM-Läden haben keine Spur ergeben, die auf Uta Berger hindeutet. Fazit? Man kann davon ausgehen, dass das Sexspielzeug nicht von ihr selbst, sondern von ihrem mysteriösen Lover gekauft wurde. Auf die Fotos in der Zeitung hin hat sich inzwischen ein Zeuge gemeldet, der aussagt, dass er Uta Berger beobachtet hat, als sie in ein Taxi stieg. Das Taxi habe neben ihr gehalten. Sie habe sich zu dem Fahrgast, nicht dem Taxifahrer, hinuntergebeugt und lachend mit ihm gesprochen, bevor sie einstieg. Das könnte doch heißen, dass Uta Berger ihren Mörder gekannt hat. Und dass er ihr zufällig begegnet ist? Jemand, der so kaltblütig mordet, geht doch wohl planmäßig vor. Was hat Karin denn über die Folterung herausgefunden? Es muss ein gut ausgestatteter Raum sein, in dem der Killer seiner krankhaften Leidenschaft nachgeht. Wenn er trotzdem einem plötzlichen Impuls folgt, muss er sich verdammt sicher fühlen. Oder er ist ein Profi. Wie David Rosenbaum. Warum? Hast du bei dir noch was herausgefunden? Rosenbaum ist deutschstämmiger Jude. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Israel. In den 60ern. Genaueres gibt's nicht. Ich hab bislang nicht mein Foto. Seinen Namen dürfte er im Laufe seiner Karriere mehrfach gewechselt haben. Na schön, wir suchen das Phantom und wir suchen Rosenbaum. Wir suchen Verdächtige, Zusammenhänge, Zeugen, Erkenntnisse. Sehen wir gefälligst richtig hin? Da finden wir auch was. Samstag, 4. November, 20 Uhr. Professor Gellert hat zum monatlichen Treffen Hamburger Wissenschaftler in seine Villa an der Elbchaussee in Hinstetten geladen. Anna, die solch geselliges Beisammensein eher meidet, hat sich überreden lassen, auch zu kommen. Während um sie herum akademische Dispute geführt werden, schlendert Anna durch die imposante Bibliothek, deren fast 5 Meter hohe Wände rundum mit prall gefüllten Bücherregalen bedeckt sind. Professor Gellert macht sie auf einen Text aufmerksam, der in einem Glasrahmen in einem Regal steht. Durch ihren schmeichelhaften Pinsel erhält das kaltes Gelett der Vernunft lebendiges und rosiges Fleisch. Durch sie blühen die Wissenschaften, vervollkommenen sich die Künste, sprechen die Wälder. Alles nimmt Leben an unter den leblosen Körpern. Julien Offret de la Métrie über die menschliche Fähigkeit zur Imagination. Ein wunderbares Zitat, eine wunderschöne Überzeugung. Die Sie nicht teilen, Frau Doktor. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die menschliche Fähigkeit zur Imagination nicht nur das Wahre, Schöne und Gute hervorbringt, sondern auch Schrecken, Angst und Panik. Professor Gellert zieht sich diskret zurück, während Anna sich auf die Suche nach einem Badezimmer begibt. Sie öffnet einige Türen und steht schließlich in der Küche. Kommen Sie nur herein, Kirchen. Eine herzlich wirkende Dame, 1150, strahlt sie an. Endlich mal jemand, mit dem man reden kann. Das hört sich so an, als seien Sie ganz allein. Dabei ist das Haus doch voller Gäste. Ach was, alles verknöcherte Wissenschaftler. Es war schon mal anders. Da kamen nachmittags die Freundinnen von Franziska zum Kaffeeklatsch. Franziska? Das ist die Frau von Professor Gellert. Ich bin mit in den Haushalt gekommen, als Franzi geheiratet hat. Ich habe gehört, dass sie ihn verlassen hat. Ja, was hat sie? Ich bin hier geblieben. Das hat es für den Professor ein bisschen leichter gemacht. Was ist ihn? Ist ihn denn nicht gut? Anna bricht der Schweiß aus. Sie zittert. Kindchen. Merkt, wie die Angst unaufhaltsam die Kontrolle übernimmt. Sie ist befangen. Vollkommen hilflos. Ausgeliefert. Es ist die Musik. Dieser verdammte zweite Satz von Beethovens zweiter Symphonie. Es ist kurz nach 22 Uhr, als Professor Weinheim Anna Maybach mit seinem Wagen nach Hause bringt. Und Sie wollen mich lieber bei uns in Bühlenhorst überdachten, Anna? Vielen Dank, Professor. Nicht nötig. Das ist sehr nett von Ihnen, aber es geht mir gut. Alles in Ordnung. Bestimmt? Ja, bestimmt. Gute Nacht. Jetzt fahren Sie schon los. Guten Abend, Anna. Ich habe auf Sie gewartet, Frau Doktor. Hören Sie, Herr Abendrot, ich hatte einen sehr anstrengenden Tag, was auch immer Sie von mir wollen. Das wollen Sie auch. Bitte? Ich kenne ein schönes altes Bauernhaus im alten Land. Ach ja? Da könnten wir Dinge tun, die wir uns sonst immer nur wünschen, aber niemals wirklich tun. Verstehen Sie? Böse, verbotene Dinge. Jetzt hören Sie auf. Das ist ja lächerlich. Gehen Sie nach Hause. Jetzt tun Sie mal nicht so. Solche Dinge sind Ihnen doch vertraut, oder? Sonst würden Sie nicht von der Kripo als Expertin zurate gezogen. Was geht Sie das an? Haben Sie etwas mit dem Mord zu tun? Ich? Neulich in der Mensa, der Artikel über Uta Berger in der Zeitung. Da sind Sie blass geworden. Warum kannten Sie Frau Berger? Sie fragen zu viel. Und Sie antworten zu wenig. Lassen Sie mich in Ruhe. Herr Abendrot, jetzt warten Sie. Oh Gott. Was sagst du dazu? Der junge Mann ist intelligent, arrogant und hat ein Faible für sadistische Spielchen. Könnte also auf unser Profil passen. Er hat irgendwas mit Uta Berger zu tun, sonst hätte er nicht so komisch reagiert. Ich rufe Piet an, dann fahren wir zu diesem Abendrot und reden mit ihm. Wollen wir uns morgen früh sehen? Später Vormittag oder so? Ich habe meiner Mutter versprochen, morgen zum Essen zu kommen. Kannst du das nicht absagen? Ich war seit Monaten nicht da. Sie ist schon kurz vor dem Suizid vor lauter gekränkt sein. Warum kommst du nicht einfach mit? Was soll ich bei deinen Eltern? Ich kenne sie nicht, sie kennen mich nicht. Ich brauche dich aber. Du brauchst mich, um deine Eltern zu besuchen. Ja. Nein, also... Ja, ich habe geschworen, das Haus nie wieder zu betreten. Anna, hör zu. Ich möchte mich dann... Christian. Also gut. Ich komme mit. Samstag, 4. November. Endlich bekommt das Phantom ein Gesicht. Kiki aus der Ponybar sagt aus, dass Uta Berger Martin Abendrot in der Theatergruppe kennengelernt hat. Nachfragen in diversen Sexshops ergeben außerdem, dass es Abendrot war, der das Sexspielzeug gekauft hat. Das ist doch mal was. Wissen wir sonst noch was über den jungen Mann? Ja, reiche Eltern. Und wenn ich reich sage, dann meine ich sehr reich. Die stinken vor Geld. Martin ist das verhältnisvolle Einzelkind. Ausgestattet mit allen Privilegien seiner Klasse. Erstaunlicherweise ein Streber. Und wohnt sehr nobel in einem Dachgeschoss in der Bellevue. Mit Blick auf die Alster. Na gut. Wieso, Ren? 20 Minuten später stehen Piet Altmann und Christian Bayer vor dem Haus in der Bellevue. Klingel nochmal. Vielleicht schläft er ja. Entweder hat die Klingel abgestellt oder ist nicht da. Wir sollten nach Othmarschen rausfahren. Zu seinen Eltern. Vielleicht sitzt er bei Mami und wartet, bis das Dienstmädchen seine Wäsche gebügelt hat. Scheiße, die Eltern. Ich muss weg. Du musst das alleine machen. Aber wie war es Mo... Halt mich auf den Laun. Papa, musst du Christian so anstarrn? Oder bist du einfach eifersüchtig, weil du fürchtest, es gibt einen Gott neben dir am Tisch? Was seit deine Mutter ihr Heil in der Esoterik sucht, wird in unserem bescheidenen Haushalt das Sakrale profanisiert. Eine blasphemische Anbietung von Seiten meiner Tochter würde mir gut tun. Was meint Papa mit Esoterik-Kram, Mama? Ich war bei einer Aura-Leserin. Die sieht die Aura-Farben als Ringe wie farbige Hula-Hoop-Reifen. Wenn du willst, nehme ich dich mal mit. Beim Digestiv kommt das Gespräch auf den Kriminalfall. Christian erzählt vom Stand der Ermittlungen, so weit er das darf. Dabei erwähnt er den verdächtigen Studenten und einer nebulösen Israeli, von dem er nicht genau weiß, wer und wo er ist. Ich kann nicht verstehen, wieso ein Volk wie die Israelis, das eine so unvorstellbare, grauenvolle Verfolgung erlitten hat, Methoden anwendet, die gegen jede Menschlichkeit sind. Sei nicht naiv, Evelyn. Die Israelis haben keine besondere Verpflichtung zum moralischen Verhaltens und Blödsinn. Sie sind so gut und so schlecht wie alle anderen auch. Und natürlich foltert der Shin Bet palästinensische Häftlinge im Auftrag der Regierung. Das ist kein Geheimnis. Shin Bet? Wer ist das? Shin Bet ist der israelische Inlandsgeheimdienst. Folter ist kein israelisches Problem, sondern das eines jeden Rechtsstaates, der versucht, sich mit legitimen Mitteln gegen Bedrohungen von außen zu wehren. Irgendwann bleibt die Legitimität auf der Strecke. Sie sind ja bestechend gut über das Thema informiert. Sonntag, 5. November. Ich ruf aus der Rheinbeker Klinik an. Christian Bayer frühstückt gerade mit Anna, als sie eine Nachricht errichtet. Martin Abendroth wurde vor einer Stunde hier eingeliefert. Hast du mit ihm gesprochen? Das ist unmöglich. Er ist ohne Bewusstsein. Außerdem ist ihm der vordere Teil der Zunge abgeschnitten worden. Oh nein. Das ist noch nicht alles. Überall Brandbunden, Schnittbunden, herausgebrochene Zähne und Fingernägel. Er braucht dringend eine Blutkonserve, hat aber eine extrem seltene Blutgruppe. Gott sei Dank sind seine Eltern schon hier unterwegs. Wo hat man ihn gefunden? Auf dem Golfplatz im Sachsenwald. Ein Mitarbeiter des Golfklubs fährt Anna und Christian mit einem leise surrenden Elektrocard über den 18-Loch-Platz zum Waldrand, wo ein kleines Polizeiaufgebot damit beschäftigt ist, den Fundort abzusperren. Sieh dir mal die Blutspur an. Wo führt sie hin? In das Wäldchen. Nach 30 Metern endet die Spur in einem Dickicht aus Brombersträuchern und meterhohen Bremsen. Und jetzt? Hauptkommissar Bayer biegt das Gestrub auseinander und legt den Eingang zu einem unterirdischen Funk auf. Bayer zwängt sich in das Loch. Karen Kretschmer folgt ihm. Der Geschlag ist ja unerträglich. Im Licht der Taschenlampe erkennen sie zwei kaum noch als körpererkennendliche Leichen in einem extrem fortgeschrittenen Verwesungsstadium. Oh mein Gott. Im Krankenhaus in Rheinbeek sind Martin Abendroths Eltern inzwischen eingetroffen. Eine Bluttransfusion ist dringend erforderlich, doch die Hoffnung, dass seine Mutter als Spenderin zur Verfügung steht, zerschlägt sich. Sie hat die falsche Blutgruppe. Ich werde es tun. Ich habe ein Negativ. Verzeihen Sie, Frau Abendroth, aber Sie sind nicht die leibliche Mutter von Martin, nicht wahr? Ich habe ihn großgezogen, also bin ich seine Mutter. So wie mein Mann sein Onkel ist, aber trotzdem sein Vater. Das ist doch alles nicht wichtig. Sagen Sie mir lieber, wer meinem Sohn das angetan hat. Montag, 6. November. Der Anruf Karens aus der Rechtsmedizin kommt um 3 Uhr morgens. Die Bestimmung der genauen Todesursache ist extrem schwierig. Die V-Leichen lagen schon Monate. Es ist kaum etwas von Ihnen übrig. Die ammoniakalische Fäulnis und die beginnende Schwerse... Karin, wie lange? Die Leichen liegen mindestens seit Ende Februar. Vielleicht sogar schon seit Januar. Sonst noch was? Alter bei dem Mann, Mitte 50, bei der Frau jünger. Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich die Ergebnisse der DNS-Analysen habe. Fuß- und Fingernägel fehlen. Und das ist nicht auf Insekten oder Tierfraß zurückzuführen. Dem Mann fehlen außerdem beide Hände. Sie wurden mit einer offensichtlich stumpfen Säge abgenommen. Die Einsatzbesprechung wird von 10 auf 8 Uhr vorverlegt. Allgemeiner Konsens ist, dass das Alter und auch der mögliche Todeszeitpunkt der aufgefundenen männlichen Leiche zu dem mutmaßlichen Verschwinden des Mossad-Agenten passen. Wir müssen jetzt erkennen, professionelle Folter. Wen rufst du denn an, Christian? Jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Hallo, Fred. Danke, bestens. Wir haben hier eine Leiche und ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich um deinen verlorengegangenen Mossad-Mann handelt. Nein, reine Intuition. Wir bräuchten etwas, um ihn zu identifizieren. Fotos, Röntgenaufnahmen, irgendwas aus Israel. Wie kriegt ihr nicht? Ach. Ja, der ist da. Also gut, ich halte dich auf dem Laufenden. Mach's gut. Daniel? Ja, Chef. Fred Thelen würde gerne den Dekonstruktivisten im Web treffen, um ihm ein paar vertrauliche Sachen zukommen zu lassen. Meinst du, du kriegst das hin? Aber sicher doch. Mit Vergnügen. Kurze Zeit später kehrt Daniel zurück und hält ein ausgedrucktes Foto in der Hand. Sechs Männer sind darauf zu sehen, alle Mitte bis Ende 20. Der Kleidung nach zu urteilen, stammt die Aufnahme aus den 70er Jahren. Die Männer haben sich zum Foto aufgereiht und blicken fröhlich in die Kamera. Hier, in der zweiten Reihe, der dritte von links. Das ist David Rosenbaum. Hm. Was sollen wir denn damit anfangen? Der Typ hat nicht mal im entferntesten Ähnlichkeit mit unserer Leiche. Gleich kommt noch was. Der Mossad hat von allen seinen Leuten im Außendienst die DNS gespeichert. Perfekt. Sobald das Material da ist, leitest du seinen Kragen weiter, damit sie es mit unserer Leiche vergleicht. Gegen Mittag kommt Anna Maybach in die Einsatzzentrale. Ist Christian nicht da? Wir waren zum Essen verabredet. Er ist zum Haus der Abendrotz rausgefahren. Sollst du hier auf ihn warten? Anna wirft einen Blick auf die Pinnwand. Was ist das für ein Foto? Einen eher zufälligen Pinn. Der rot umkringelte ist David Rosenbaum, der verschwundene Mossad. Man bringt uns aber nichts, das Bild ist viel zu alt. Wenn Christian kommt, er soll mich anrufen. Oder nein, ich rufe ihn an. Äh, wo willst du hin? Anna, Anna, das Foto. Du kannst doch nicht einfach das Foto. Anna! Ich hab keine Ahnung, in was Martin da hineingeraten ist. Martin ist nicht ihr leiblicher Sohn? Ihre Frau sagt, Sie sind sein Onkel. Martin ist der Sohn meines Bruders. Er hat 1980 eine sehr junge Frau geschwängert. Abtreibung kam aus religiösen Gründen nicht in Frage. Das Kind behalten sollte sie allerdings auch nicht. Mein Bruder hat dafür gesorgt, dass sein Sohn nicht zur Adoption freigegeben wurde. Darf ich fragen, wie der Name Ihres Bruders ist? David. David Abendrot. Er und unsere Mutter sind Ende der 50er Jahre nach Israel ausgewandert. Mutter hat nach der Scheidung ihren Mädchennamen angenommen. Mein Bruder heißt David Rosenbaum. Warum hast du nicht angerufen? Woher kennst du David Rosenbaum? David Rosenbaum? Dieser rot umkringelte Kerl auf dem Foto, der dir den Arm um die Schulter legt. Wo hast du das her? Egal. Das Foto ist 1971 aufgenommen worden. In Los Angeles. Damals hatte ich meinen ersten Forschungsauftrag an der UCLA. Eine fantastische Zeit. Die hatten Koryphäen aller Fachbereiche eingekauft. Der hier, Jorge Martinez, war ein chilenischer Biologe mit wirklich glänzenden Aussichten. Wie du? Ja, wie ich. Alle waren wir ehrgeizig, ich auch. Aber dann, nun ja, man hat uns alle angeworben von Regierungsseite. Wir haben geforscht, Dinge gebastelt. Was für Dinge? Ich mache es kurz und schmerzhaft. Ich habe für die Amis einen verbesserten elektrischen Stuhl entwickelt. Du hast was? Der erste Mensch, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde, war William Kemmler, 1890. Ich erspare dir die grausigen Details, nur so viel. Das Massaker dauerte ganze 70 Sekunden. 70 Sekunden! Natürlich waren die Stühle Ende der 60er schon verbessert, aber solche scheußlichen Dinge passierten immer noch. Bei einer Exekution werden mindestens zwei Stromstöße vorgenommen, die je nach körperlicher Statur des Deliquenten unterschiedlich lange angewandt werden. Zunächst werden 2000 Volt eingesetzt, um den Widerstand der Haut zu brechen. Danach wird ein zweiter Stoß mit weniger Spannung durchgeführt, um den Stromfluss zu reduzieren und Brände zu vermeiden. Bei der Hinrichtung fließt üblicherweise ein Strom von 8 Ampere und der Körper erhitzt sich auf über 59 Grad Celsius. Der Tod tritt sowohl durch eine unkontrollierte Depolarisation wichtiger Muskeln ein, als auch durch das Stocken von Eiweißen. Und was war dein Part bei dieser angeblichen Humanisierung des Mordens? Horge und ich haben die Sache mit dem Hautwiderstand ausgetüftelt. Außerdem habe ich einen stufenlos regelbaren Stuhl entworfen, mit dem man weitaus schneller töten konnte als bisher. Leider haben sie meine Erfindung nicht im Sinne des Erfinders genutzt, wie man das so kennt. Sondern? Ein paar von den Jungs haben freiberuflich für die SOA gearbeitet. Die School of the Americas... Die Folterschule? Ja. Die SOA und eine der SOA übergeordnete Organisationen haben unsere, auch meine Arbeit benutzt, um effektiver zu foltern. Als ich das mitkriegte, habe ich mich verabschiedet. Von der lustigen Truppe da auf dem Foto und von den USA. Andere sind geblieben und haben Karriere bei verschiedenen Geheimdiensten gestartet, wie Martinez, wie Rosenbaum. Was sind das für Bokale? Na, einer fand die Idee ungeheuer komisch. Er nannte uns die Akademie, weil wir alle Akademiker waren und seiner Meinung nach auch kreative Künstler. In Anlehnung an die Akademie, wie das ähnlich wie die Oscars. Die Pokale sind unsere Oscars. Zur selben Zeit, als Anna fassungslos den Ausführungen ihres Vaters zuhört, trifft Christian Bayer in der Einsatzzentrale ein und informiert die Kollegen von seiner Unterredung mit Abendrost. Was ist mit der Bunkerleiche, Karin? Anhand des DNS-Abgleichs einwandfrei identifiziert. Es handelt sich um David Rosenbaum. Wir gehen mir weiter vor. Wo steckt Anna? Sie wollte mich abholen. War hier, aber ist schon wieder weg, nachdem sie sich das Foto kopiert hat. Welches Foto? Das Gruppenfoto mit Rosenbaum drauf. Liegt auf dem Schreibtisch. Gib mir mal die Lupe. Ja. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn jetzt schon wieder? Kann mir mal einer sagen, was auf diesem verdammten Foto ist? Anna steht im Stau auf der Elbchaussee in den Städten. Es geht nicht weiter. Sie betrachtet die alten Häuser links und rechts der Chaussee, sofern man sie hinter hohen Hecken oder Mauern erkennen kann. Eines der Häuser kommt ihr bekannt vor. Frau Maybach? Dann erinnert sie sich. Hallo, Frau Maybach. Das ist Professor Genatzhüller. Wollen Sie uns besuchen? Oder sind Sie zufällig hier? Schrecklich, immer dieser Stau. Der Professor ist nicht da. Kommen Sie, fahren Sie vor die Garage. Anna haben Sie verpasst. Sie ist vor etwa einer halben Stunde wieder weg. Kennen Sie dieses Foto? Anna hat es mir eben gezeigt. Warum? Sie interessierte sich für diesen Mann, David Rosenbaum. Wenige Minuten später kennt Christian Bayer die ganze Geschichte. Rosenbaum wurde auf bestialische Weise ermordet. Rosenbaum ist tot? Davon hat Anna nichts gesagt. Sie weiß es nicht. Ich weiß es selbst, dass seit kurzem... Danke jedenfalls, dass Sie uns geholfen haben. Der Mann, der das Foto aufgenommen hat, lebt wieder in Hamburg als angesehener Anthropologie-Professor. Damals war er sozusagen der Kopf der Truppe, unser Regisseur. Ich habe ihn letztes Jahr zufällig getroffen. Sein Name ist Gellert. Verzeihen Sie, Frau Lüter. Professor Gellert. Sagen Sie ruhig, Luise. Luise, nicht, dass ich indiskret sein will, Luise, aber dieser Mann, mit dem Frau Gellert nach Südamerika gezogen ist... Also, ich glaube eigentlich nicht, dass sie mit diesem Mann nach Südamerika gegangen ist. Nein? Nein, Franzi hatte Angst vor Schlangen und Spinnen. Ihr Freund hat mir Karten von dort geschickt, um den Professor auf eine falsche Spur zu locken. Wo glauben Sie denn, sind die beiden hin? Nach Israel, er lebt da. Ich habe hier ein Foto. Ist er das? David Rosenbaum? Aber ja, das ist er. David Rosenbaum war der Liebhaber meiner Frau. Anna und Luise fahren erschrocken herum. Sie haben nicht bemerkt, dass Professor Erwin Gellert in die Küche getreten ist. Wir haben nur ein wenig geplaudert. Soll ich Ihnen ein Kaffee brühen, Herr Professor? Nein, lassen Sie mal. Gellert geht zur Arbeitsplatte, nimmt ein großes Fleischmesser aus dem Messerblock, schnellt herum und schneidet Luise Juncker mitten in der Drehung die Halsschlagader durch. Ja? Pete, du hast ja hier, hör genau zu. Ich stehe Epshossi 234, das ist das Haus von einem gewissen Professor Gellert. Er hat mit der Rosenbaum-Sache zu tun. Wie erkläre ich das Schmärter? Annas Wagen steht hier vor der Tür. In der Küche liegt eine ältere Frau in einer riesigen Blutlache auf dem Boden. Jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Macht euch sofort auf den Weg. Ich gehe jetzt rein. Beeilt euch. Hauptkommissar Bayer weiß sofort, dass jede Hilfe zu spät kommt. Anna? Anna? Wo bin ich? In der Hölle. Keiner wird euch finden. Euch? Ist noch jemand hier? Der Raum ist an die 30 Quadratmeter groß. Die Wände sind aus nacktem Beton. Die Luft riecht abgestanden und feucht. In der Mitte des Raumes steht ein moderner OP-Tisch. Auf dem Boden liegen Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen. Auf der Kommode Tabletts mit Salben, Tinkturen, Chirurgenbesteck. Und an der Wand hält eine Sammlung antiker Folterwerkzeuge. Lederriemen, Dornengürtel, Beineisen und eine neunschwänzige Katze. Auf einem Stuhl sitzt Anna, die Hände an die Lehne gefesselt. Wie letztes Jahr in der Küche. Christian liegt nackt auf einem Tisch. Füße und Hände festgeschnallt. Elektroden sind an seine Brustwarzen und an seine Hoden angeschlossen. Inzwischen sind drei Einsatzwagen bei Gellerts Villa eingetroffen. Piet und Daniel stellen das Haus auf den Kopf, während Karen für den Abtransport von Frau Junkers Leiche sorgt. Piet gibt eine Fahndung höchster Dringlichkeitsstufe für Gellert heraus. Wer ist die Frauenleiche im Bunker? Die neben David Rosenbaum. Meine werte Gatte. Die Mutter von Martin Abendrot. David hatte sie mit 16 geschwängert. Mitte der Neunziger hatte mir Franziska vorgestellt. Ich habe sie geheiratet. Ich hatte keine Ahnung von ihrem früheren Verhältnis mit David. Und schon gar nichts von dem gemeinsamen Sohn. Franziska war ganz aus dem Häuschen, als sie vor zwei Jahren meinen Studenten Martin Abendrot kennenlernte. Sie hat ihren Sohn sofort erkannt. Die Stimme des Blutes oder so ein Mist. Jedenfalls hat sie ihn ständig eingeladen. Ich dachte schon, sie hätte eine Affäre mit ihm. Dann kam David im Januar zu Besuch. Die beiden haben ihre alte Leidenschaft wieder aufgefrischt. Franziska hat mir dann reumütig alles erzählt, dass sie David schon immer geliebt hat, dass Martin ihr gemeinsamer Sohn ist, dass sie mich verlassen will. Aber mich verlässt man nicht. Mich betrügt man nicht. Mich verrät man nicht. Schätze, ich bin wieder auf den Geschmack gekommen. Dieser Professorenjob. Was für eine langweilige Zeitvergeudung. Warum haben Sie die Professur denn angenommen? Clinton, dieser pseudoliberale Lügner, hat meine Spezialabteilung aufgelöst. Die SOA? Wir waren der SOA übergeordnet. Wir waren die Lehrer der Lehrer. Wir waren die Besten. Und warum Uta Berger? Das Fräulein Berger fühlte sich verwegen und verdorben. Ich habe ihr gezeigt, was wirklich verwegen und verdorben ist. Als ich sie am Recyclinghof ablud, ist mir dann dieser Penner vor die Füße gefallen. Das auch. War das sein Name? Hat nicht viel Spaß bereitet. Kein Widerstand mehr. Hat Martin mitgemacht? Erst habe ich gedacht, er ist einer von meinem Schlag. Aber als er der wirklichen Freiheit ins Gesicht sah, wurde ihm schwindelig. Er ist zusammengebrochen. Hat gewinselt. Hat nach seiner Mama geschrien. Da habe ich mich erbarmt. Und diese Form von Familienzusammenführung betrieben. Scheiße, wir haben alles abgesucht. Jedes Zimmer, jede Abstellkammer, jede noch so winzige Ecke. Hol deinen Laptop. Wir brauchen die Grundrisse von diesem Haus. Dann nehmen wir uns alles nochmal vor. Den Garten auch. Los jetzt. Steh auf. Gellert zerschneidet Annas Fessel mit einem Skalpell. Zieh dich aus. Nein. Nein. Zieh dich aus. Du bist eine dumme Psychologin, Anna. Du stellst dumme Fragen. Du siehst Folter als Ausdruck einer neurotischen Störung. Als sittliche Primitivität. Folter ist rechtliche Praxis. Schon immer gewesen. Und zutiefst menschlich. Hast du eine Ahnung, wie einfach und problemlos Foltern und Töten vonstatten geht, wenn die erste Hemmschwelle einmal überwunden ist. Aus 10. Lass sie in Ruhe, du irres Schwein. Beide, Anna. Du musst dir Gedanken über den Schmerz machen. Schmerz und Angst, Anna. Beides ist nur dem Bewusstsein der unter Ihnen leidenden Person unmittelbar zugänglich. Wenn du Schmerz wahrnimmst, echten Schmerz, errichtet der Schmerz zwischen dir und der Welt der Anderen eine unüberwindliche Mauer. Schmerz ist nicht formulierbar. Du kannst ihn niemals adäquat ausdrücken. Zieh deine Unterwischer. Nein. Gellert reißt Anna das Unterhemd und den Büstenhalter vom Leib. Er beißt ihr in die Brustwarze, bis sie blutet. Los. Los. Komm. Komm hierher. Anna schlägt mit beiden Fäusten auf ihn ein. Sie weint. Schmerz funktioniert vollkommen autonom von kulturellen Bedingungen. Das macht ihn für mich so interessant. Der Latt tritt hinter Anna und zieht ihr einen Lederbänen quer über den Rücken. Ich. Wild. Erschüttert. Und. Ich. Entledige mich meiner gesellschaftlichen Natur. Hören Sie auf. Sie sind ja wahnsinnig. Nicht wahnsinnig. Nur entgrenzt. Also frei. Wie findest du dieses immense Gefälle von Macht und Ohnmacht? Gellert schubst Anna an den OP-Tisch, auf die linke Seite, wo die Schränke stiegen. Christian Bayers Pistole liegt auf der rechten Seite, weit weg von Anna. Ich bin die Autorität. Anna, deine Aufgabe ist es, deinem Freund hier einen Finger nach dem anderen abzuschneiden. Wenn du es nicht tust, wirst du bestraft. Indem ich dir die Finger abschneide und die Ohren und die Nase. Anna steht vor dem OP-Tisch und sieht Christian an. Sie sieht seine Angst. Anna will sterben. Sie will auf der Stelle sterben. So, hier, ich hab's. Der Vorbesitzer des Hauses hat mir den 50ern einen Luftschutzkeller unter dem Grundstück einbauen lassen. Es muss einen verdeckten Gang vom... Hier, zweiten Kellerraum links geben. Na los, 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 Beeilung, alles in den Keller. Bringt Spitzhacke, Hammer, Brecheisen, egal was, alles. Du glaubst, du kannst es nicht tun. Aber ich versichere dir, du kannst und du wirst. Fang an. Schneid ihm den kleinen Finger der rechten Hand ab. Wie in Trance geht Anna zum Tisch. Sie hat das Skalpell in der rechten Hand. Sie hat das Ungelenk in der Hand. Wie ein Kleinkind. Anna weiß, das ist nicht ihre Hand, die sich jetzt hebt. Plötzlich, ganz ruhig. Und sich Christians Hand nähert, die festgeschnallt ist und nur ein wenig bebt. Anna sieht Christian in die Augen. Sie ist jetzt ganz ruhig. Und sie versteht nicht. Warum Christians Augen in einem Meer aus Angst schwimmen. Sie tut ihm doch nichts. Was ist denn das? Für den Bruchteil eines Augenblicks ist Gellert abgelenkt. Mit aller Kraft wirft sich Anna auf den Papierkopf. Und rammt das Skalpell fest und tief in Gellerts Hand. Anna reißt von der Wand die neunschwänzige Katze und zieht sie mit Schwung durch Gellerts Gesicht aus der Drehung heraus. So wie Gellert mit Schwung das Fleischmesser durch Frau Junkers Käsebezug. Ein Auge, sein linkes, wird von einem Widerhaken an der Peitsche herausgerissen. Wie geangelt. Anna ist inzwischen bei der Pistole, lässt die Peitsche fallen und richtet die Pistole auf Gellert. Was jetzt? Seine Hand nähert sich dem Trafo. Langsam. Fast bedächtig. Gellert hebt die Hand über den todbringenden Knopf. Und es geht ein kaum spürbarer Ruck durch seinen Arm. Als würde er Schwung holen. Und den Strom mit besonderer Intensität durch Christians Körper zu jagen. Was? Anna? Pst, du kannst ruhig nicht bewegen. Sie bringen dich in dein Krankenhaus. Ich liebe dich, Anna. Alles wird gut. Jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt ist es vorbei. Eisblut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Haib. Bearbeitung Christoph Güsgen. Es sprachen Dr. Anna Maybach, Katrin Welisch. Christian Bayer, Mark Waschke. Daniel, Mark Hosemann. Karen, Jasmin Tabatabai. Piet, Thomas Frenzel. Piet, Thomas Frenzel. Professor Gellert, Gerd Warmeling. Martin Abendrot, Peter Sikorski. Annas Vater, Martin Seifert. Erzählerin, Almut Zilcher. Erzählerin, Almut Zilcher. In weiteren Rollen Traugut Bure, Christian Gaul, Erika Skorzki, Inam Wali und viele andere. Ton, Thomas Monner, Technik, Eugenie Klee-Sattel, Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie, Walter Adler. Produktion Deutschland Radio Kultur 2009. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im neuen Krimi-Jahr. Bevor wir Ihnen verraten, welche Mitternachtsmorde in den nächsten Wochen auf dem Programm stehen, stimmen wir Sie kulinarisch eimend der von Roald Dahl angerichteten Lammkeule. Mit diesem Hörspiel eröffnete der Westdeutsche Rundfunk 1964 seine sogenannte Schwarze Bibliothek. Eine Sammlung kleiner, makabrer Geschichten, vornehmlich englischer und amerikanischer Autoren, jeweils eingeführt von einem freundlichen Herrn im Lehnstuhl. Wir übergeben also an unseren Konferencié Rudolf Jürgen Bartsch. Guten Abend. Ich bin Liebhaber. Von Büchern. Lieben Sie Bücher? Wenn ja, welche. Ich habe eine ganz besondere Bibliothek. Sie ist schwarz. Schwarz. Manche sammeln Bücher nach Einbänden. Eine Reihe mit roten Lederrücken, eine Reihe mit grünen, grauen oder braunen Einbänden. Ich sehe mehr auf den Inhalt. Und da bevorzuge ich schwarz. Ja, Sie haben richtig gehört. Schwarz. Ich bin fasziniert von schwarzem Humor und von schwarzen Geschichten mit kleinem, makabren Ogu. Roald Dahl schreibt so etwas. Sie kennen ihn nicht? Nun, Sie lernen ihn kennen. Gleich. Eine kleine Gänsehaut, ein schwarzes Seufzerchen. Es geht da um Situationen wie das Erlebnis von Mrs. Melanie zum Beispiel. Mrs. Melanie ist eine brave Frau. Nun ja, sie ist nicht übermäßig gescheit. Eher, aber was soll's. Als es darauf ankam, war sie sogar sehr gescheit. Plammkeule von Roald Dahl. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt eine abheben, zwei rechts, zwei links. Das ist eine Abheben, zwei links. Hallo, Liebling. Hallo. Setz dich. Ich mache die Drinks zurecht. So. Für dich einen starken Risky. Und für mich einen ganz, 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 ganz schwachen. Müde? Ja, müde. Na, lass doch, Liebling. Ich kann dir doch den Drink zurecht machen. Setz dich hin. Du trinkst ihn ohne Wasser? Schon der dritte Whisky. Sonst trinkt er nur einen. Soll ich dir deine Hausschuhe holen? Nein. Ach, dieses ewige Stricken. Eigentlich ist es doch eine Schande, dass ein Polizist mit so vielen Dienstjahren wie du noch immer den ganzen Tag auf den Beinen sein muss. Liebling, möchtest du etwas Käse essen? Nein. Ich habe heute nichts gekocht, weil Donnerstag ist. Wenn du zu müde bist zum Ausgehen, dann bleiben wir eben zu Hause. In der Kühltruhe ist eine Menge Fleisch und Gemüse. Und wenn wir hier essen, brauchst du gar nicht aus deinem Stuhl aufzustehen. Patrick. Lass mich. Jedenfalls hole ich dir erst mal etwas Käse und ein paar Kekse. Ich will nichts. Wär so anders. Mein Gott. Trinkt unentwegt. Aber du musst etwas zu Abend essen. Ich kann uns schnell etwas braten. Denn wirklich, ich tue es gern. Wie wäre es mit Koteletts? Vom Lamm? Oder vom Schwein. Ganz nach Wunsch. Es ist alles da. Ich habe keinen Hunger. Aber Liebling, du musst essen. Weißt du was? Ich mache einfach irgendwas zurecht. Und dann kannst du essen oder nicht. Wie du willst. Setz dich hin. Aber... Setz dich doch endlich. Patrick. Ach, dieser dämliche Vogel, der macht mich ganz nervös. Pst, haben Sie einen Schnitz? Ja. Los. Raus damit ins Badezimmer oder sonst wo hin. Ja, komm. Komm, Hansi, komm. So. 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 Setz dich hin. Jetzt so, ich müsste was sagen. Was hast du nur, Patrick? Was ist los? Ja, es wird ein ziemlicher Schlag für dich sein, fürchte ich. Ich habe lange darüber nachgedacht. Meiner Ansicht nach ist es eben das Richtige, dir alles zu sagen. Ja. Aber was willst du mir sagen? Ja, du musst es nicht so schwer nehmen. Es ist natürlich nicht der rechte Zeitpunkt, aber mir wird ja keine andere Wahl. Aber Patrick... Ja, es fällt mir wirklich schwer, das kannst du mir glauben, ganz bestimmt. Ich meine, gerade jetzt, wo du als Kind da war, das ist bald nicht, wäre mir alles viel einfacher. So. Wäre es das? Natürlich werde ich dir Geld geben und dafür sorgen, dass du alles hast, auch wenn das Kind da ist. Aber ich kann das alles hier nicht mehr ertragen. Ich habe es einfach satt, du, satt bis hier oben hin. Aber was kannst du denn nicht ertragen? Dich, du. Dich kann ich nicht mehr ertragen. Ich kann dich nicht mehr sehen, du. Wir wollen jedes Aufsehen für meines. Ist ja auch gar nicht nötig. Ich muss ja schließlich an meine Stellung denken. Oh, Patrick. Oh, Patrick. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich werde jetzt etwas zu essen machen. Ich bin wem? Ich bin am Abend. Oh Gott, ist mir schlecht. Möselig. So, kochen. Ich muss jetzt kochen. Koteletts. Ach. Irgendwas. Hier. Lammkeule. Na schön, gibt es eben Lammkeule. Oh Gott, muss mich übergeben. Die Koie. So schwer wie aus Eisen. Patrick, was hältst du davon? Ich habe hier... Im Himmels Willen kocht bloß kein Essen für mich. Ich gehe aus. Du... 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 Du willst nicht mal hier essen? Lass mich doch endlich in Frieden. Oh, Patrick. Oh, ich... Oh. Oh Gott, er ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Die Keule ist wirklich wie aus Eisen. Ich breche nicht zusammen. Komisch. Jetzt ist es aus. Alles ist aus. In England werden Mörder gehängt. Und mir macht es nichts. Was soll ich auch ohne ihn? Ob man mich hängt in diesem Zustand? Oder erst, wenn das Kind da ist? Und was wird mit dem Kind? Das Kind. Ich muss was tun. Die Keule. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Ich bilde mir das alles nur ein. Nichts ist gewesen. Mein Gott, wie ich aussehe. Die Keule, die kommt in die Bratröhre. Halt. Noch etwas Salz. So. Ob man mir etwas ansieht? Nur nicht dran denken. Ich gehe jetzt zum Kaufmann. Alles ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Hallo, Sam. Guten Abend, Mrs. Melanie. Wie geht's denn? Ich hätte gern Kartoffeln, Sam. Mit Kartoffeln? Ja, und vielleicht eine Dose Erbsen. Ja, gerne. So. Patrick ist heute so müde, dass er keine Lust hat, sich ins Restaurant zu setzen. Sonst essen wir donnerstags nämlich immer auswärts, wissen Sie. Und jetzt habe ich kein Gemüse im Haus. Aha. Und wie ist es mit Fleisch, Mrs. Melanie? Fleisch habe ich, Dankeschön. Aha. Schöne Lammkeule aus der Kühltruhe. Aha. Eigentlich lasse ich das Fleisch lieber erst auftauen, bevor ich es brate. Aber es wird wohl auch so gehen. Meinen Sie nicht, Sam? Ja, wenn Sie mich fragen. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Brauchen Sie sonst noch was? Vielleicht Gewürze? Gut, dass Sie mich dran erinnern. Natürlich Gewürze. Patrick mag so gern. Ach, was war's doch noch? Meine Frau nimmt immer Nelkenpfeffer und Rosmarin. Richtig, richtig. Nelkenpfeffer und Rosmarin. Bitte ein Tütchen von jedem. Ein Tütchen von jedem. Ja, so, junge Frau, da. Und sonst noch was Schönes? Zum Nachtisch. Was wollen Sie ihm denn zum Nachtisch geben? Aha. Ja, wozu würden Sie mir raten, Sam? Wie wäre es mit einem schönen, großen Stück Käsekuchen? Den isst du doch gern. Ja, das ist ein guter Gedanke. Auf Käsekuchen ist er ganz versessen. Ach so, hier, Käsekuchen. Noch etwas? Nein. Das ist Melanie. Danke, Sam, das ist alles hier. Bitteschön. So, Wiedersehen, Sam. Vielen Dank. Ich habe zu danken, Mrs. Meloné. Auf Wiedersehen. Es ist alles in Ordnung. Nichts ist anders. Nur nicht daran denken. Ich gehe jetzt ins Haus, um meinem Mann das Abendessen zu kochen. Ich erwarte nichts Außergewöhnliches. Wenn aber etwas passiert sein sollte. Irgendwas Unheimliches oder Schreckliches. Ich erwarte ja nicht, dass etwas passiert ist. Aber wenn. Ich würde verrückt vor Schmerz. Ich würde weinen. Und ich würde zusammenbrechen. Bestimmt würde ich das. Aber es ist ja nichts. Alles ist wie Sam. Hallo, Patrick. Ich bin wieder da, Liebling. Hat es lange gedauert? Patrick, denk nur, was ich für dich zum Nachtisch habe. Patrick. Oh Gott. Was ist mit dir, Liebling? Patrick. Ist dir schlecht geworden? Oh, Liebling. Hallo. 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 Polizei, rieb mir acht, wacht Meister Taylor. Schnell. Kommen Sie schnell. Patrick ist tot. Wer spricht da bitte? Mrs. Melanie. Mrs. Patrick Melanie. Sie sagen, Patrick Melanie ist tot? Ich glaube, ja. Er liegt auf dem Boden und ich glaube, er ist tot. Mary, was ist passiert? Jack. Jack. Ich glaube, er ist tot. So beruhige dich, Mary. Wollen Sie das gleich mal ansehen? Das hier ist Sergeant McConaughey. Guten Tag, Mrs. Melanie. Wo, wo ist er? Dort. Kommen Sie, kommen Sie, Mary. McConaughey, schnell. Ich glaube, sie wird ohnmächtig. Hier in den Sessel so. Mary. Das geht schon, danke. Was ist McConaughey? Tot. Und das nicht auf natürliche Weise. Mann, machen Sie keinen Quatsch. Sie wollen doch nicht sagen, dass... Genau das. Sehen Sie sich meinen Hinterkopf an. Ja, dann schlagen wir den Schädel, wir kommen und zwar mit Macht. Sie wollen doch nicht sagen... Hier ist geronnenes Blut. Mary, beruhigen Sie sich, bleiben Sie sitzen. Einen Schluck Wasser? Danke. Und weg. Oh, Mann. Ach, Mann. Armer Kerl. Herr McConaughey, das Fenster ist ja offen. Ob da jemand... Hallo, sofort die Mordkommission anrufen, Arzt, Fotograf. Wir müssen das ganze Gelände genau absuchen. Rufen Sie bitte an, ja? Das Telefon steht drüben auf dem Schreibtisch. Okay, Jack, ich mach das schon. Kümmern Sie sich mal um Mrs. Melanie. Mary. Mary. Mary, haben Sie keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein. Haben Sie gar keinen Verdacht? Nein, ich hab keinen Verdacht. Jack. Ja? Ist es wirklich kein Herzschlag? Nein, Mary. Es ist eindeutig Mord. Patrick ist... Naja, man hat ihm eins drüber gegeben. Aber erzählen Sie mal, wie war es, als Patrick nach Hause kam? War alles wie sonst? Ja, ich glaub schon. Das heißt, doch nicht. Patrick war furchtbar müde. Er hat dann zwei oder drei Whiskys getrunken. Ja, ich hab auch einen getrunken, aber nur einen ganz kleinen Schwachen. Sie wissen ja... Ja, Mary, ich weiß. Ich will auch versuchen, Ihnen so viel Aufregung zu ersparen, wie nur irgend möglich. Aber ein paar Fragen muss ich natürlich stellen. Ja, ja, natürlich. Also, war heute nichts Außergewöhnliches? Nein. Nein. Das heißt, doch etwas. Ja? Patrick sagt... Also, Mary, auch Kleinigkeiten sind wichtig. Was sagte er? Er sagte, dass er lieber zu Hause essen wollte. Sonst gehen wir donnerstags immer auswärts essen. Aber heute... Wir wollten sie uns besonders gemütlich machen. Und deshalb hab ich Fleisch aus der Kühltruhe in die Bratröhre geschoben. Also, Tom soll die Leichen fotografieren, alles untersuchen auf Fingerabdrücke. Da müssen doch Fußspuren sein. Seht mal draußen vor dem Fenster nach. So. Also, Mary, erzählen Sie weiter. Ja. Also, Sie wollten Abendessen machen. Ja. Und Patrick hatte plötzlich solchen tollen Hunger auf Lammkeule. Ich hatte nicht alles dazu im Haus. Nur bin ich zum Kaufmann gegangen und hab noch etwas eingekauft. Und als ich nach Hause kam... Oh, Jack! Da lag er da. Und ich hatte plötzlich solche Angst. Und da hab ich sie angerufen. Soll ich zum Kaufmann gehen und die Angaben überprüfen? Na, ich halte das für... Naja, aber besser ist besser. Gehen Sie. Okay. Ich sag, Mary, wir müssen leider das Haus durchsuchen. Wir suchen nach irgendeinem... einem harten Gegenstand, mit dem Patrick erschlagen worden ist. Mary, wollen Sie nicht zu Ihrer Schwester gehen? Oder zu meiner Frau? Sie würde sich gern um Sie kümmern. Nein, danke, Jack. Sie sind alle sehr rücksichtsvoll, aber... bitte lassen Sie mich hier. Ich glaube, ich wäre nicht fähig, auch nur einen einzigen Schritt zu gehen. Wir müssen jetzt die Leiche wegschaffen. Wir haben noch nichts gefunden. Wonach suchen Sie denn? Nach... nach einer Keule. Oh Gott. Ja, Patrick ist wahrscheinlich durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand... höchstwahrscheinlich mit einem großen Stück Metall getötet worden. Ja. Es ist nicht unmöglich, dass die Waffe noch im Haus ist. Wenn man erst die Waffe hat, hat man auch den Täter. Ja, ja, sicher. Ja, ja, suchen Sie nur. Vielleicht eine Blumenvase aus Metall. Haben Sie sowas, Mel? Wir haben keine Blumenvasen aus Metall. Es kann auch ein großer Schraubenschlüssel sein. Wir haben keinen großen Schraubenschlüssel. Jedenfalls nicht in der Wohnung. Aber vielleicht in der Garage. Vielleicht sehen Sie da mal nach. Ich war eben beim Kaufmann. Sorry. Entschuldigen, Mel. Ich habe alles notiert. Ja, und? Hat sich völlig normal benommen. Sehr vergnügt. Wollte ihm ein gutes Abendessen machen. Hat noch Gewürze gekauft und Erbsen und Kartoffeln. Tja, und Käsekuchen. Ja, ich hatte doch nichts anderes erwartet. Ich auch nicht. Na ja, also weitersuchen. Ach, wir haben schon alles umgekrempelt. Nichts, Jack. Ach, würden Sie mir wohl etwas zu trinken geben? Aber gern, Mary. Vielleicht von dem Whisky hier? Ja, ja, bitte. Vielleicht wird mir davon besser. So. Okay. Ach, warum trinken Sie nicht auch einen Schluck? Wir müssen doch schrecklich müde sein. Ja, eigentlich ist es ja nicht erlaubt, aber einen kleinen Schluck zur Stärkung könnte ich schon ganz gut gebrauchen. Und Sie, Mr. McCuller, bitte greifen Sie doch zu. Ja, aber nur einen ganz kleinen Schluck. Es ist so schwül draußen. Es tut gut. Ja, Mary, wenn wir Ihnen noch irgendetwas helfen können. Es ist so plötzlich gekommen. Mrs. Melanie, der Ofen in der Küche ist noch eingeschaltet und das Fleisch ist drin. Es riecht ganz so, als wäre es jetzt gar. Ach Gott, das Fleisch. Ja, ja, habe ich ganz vergessen. Soll ich den Ofen ausdrehen? Ja, danke. Es wäre nett von Ihnen. Danke schön. Jack. Ja? Jack, würden Sie mir wohl einen Gefallen tun? Sie und die anderen? Ja, wir wollen es versuchen, Mary. Wenn es sich machen lässt. Sie sind doch gute Freunde meines lieben Patrick gewesen. Und jetzt bemühen Sie sich, den Mann zu fangen, der ihn umgebracht hat. Ach, wenn wir ihn nur schon hätten. Inzwischen werden Sie doch schrecklichen Hunger haben, denn Ihre Essenszeit ist doch längst vorbei. Ich weiß, dass Patrick, Gott sei seiner Seele gnädig, mir nie verzeihen würde, wenn ich Sie in seinem Haus nicht anständig bewirte. Wollen Sie nicht den Lammbraten essen, der im Ofen steht, der ist jetzt sicher gerade gut. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Bitte, 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 essen Sie das Fleisch. Ich könnte bestimmt keinen Bissen davon anrühren, weil es doch für Patrick bestimmt war. Verstehen Sie? Aber für Sie ist das was anderes. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie alles aufessen würden. Aber, Mrs. Melanie, das können wir doch gar nicht annehmen. Doch, doch, das können Sie. Sie müssen sich stärken. Hinterher können Sie ja dann weiterarbeiten. Aber, Mary, wir können uns doch nicht einfach hier hinsetzen und... Patrick würde es bestimmt so wünschen. Wir können uns ja in die Küche setzen, da geniert es Mrs. Melanie nicht so. Und dann können wir auch gleich die Teller wieder abspülen, wenn wir gegessen haben. Es wäre doch ein Jammer um den schönen Braten, nicht? Tja, ich weiß nicht, Mary. Na, und was ist mit Ihnen? Danke, Jack. Ich kann nichts essen. Bitte gehen Sie in die Küche und essen Sie alles auf. Na ja. Also, dann gehen wir. Noch ein Stück, Charlie? Das schmeckt ja einfach fabelhaft. Besonders die Soße. Das ist direkt ein Festessen. Armer Kerl. Und er hat nichts von der Keule abgekriegt. Sie scheint ihn mächtig verwöhnt zu haben. Ja, muss ein furchtbarer Schlag gewesen sein. Na ja, er ist ja dabei draufgegangen. Ich meine für die Frau, als sie ihn fand. Ach so, das natürlich auch. Ich nehme nur ein Stück. Jack nicht. Nicht auch noch eine Scheibe? Nein, nein, nein. Wir wollen lieber nicht alles aufessen. Aber sie will, dass wir alles aufessen. Ja, tu mir einen Gefallen damit, hat sie gesagt. Ja, es muss eine verdammt dicke Keule gewesen sein. Welche? Mit der Patrick erschlagen worden ist. Der Arzt sagt, du schädelst, hat er gemacht. Wie von deinem Schmiedehammer, hat er gesagt. Dann dürfte es nicht schwer sein, die Mordwaffe zu finden. Ganz meine Meinung. Wer es auch getan hat, der wird so ein Ding nicht länger als nötig mit sich herumschleppen. Also, ich glaube ja trotz allem, dass das Ding noch irgendwo hier im Haus ist. Wir müssen nur die Augen ordentlich aufmachen. Lammkeule von Roald Dahl Für den Funk bearbeitet von Mie Jebsen-Vögel Es sprachen Mary Melonie Irmgard Först Patrick Melonie Albin Joachim Mayer Jack Hans Kossi Sergeant McConnor Peter Liek sowie Wilhelm Pilgram und Rolf Schlamminger Musik Harald Banter Regie Otto Düben Produktion Westdeutscher Rundfunk 1964 In unserer Reihe mit Mordmusen und Killerkunst lauern Ihnen heute Nacht gleich zwei Gemälde auf, die es in sich haben. Nach der ersten schauerlichen Begebenheit öffnet Altmeister Roald Dahl einem armen Schlucker die Tür zum Pariser Kunstmarkt. Er sollte sich gut überlegen, ob er hindurch geht. Doch zunächst sorgt der britische Autor Roderick Wilkinson in einer Ausstellung für einigen Wirbel. Kunstexperten und Beauftragte der Lancaster Galerie prüfen augenblicklich einen Fall von Vandalismus an einem wertvollen Gemälde. Gestern Vormittag machte ein Besucher der Galerie den Kurator darauf aufmerksam, dass zu dem Gemälde Blutgalgen, einem Werk des niederländischen Malers Hans Dorch aus dem Jahre 1807, die Gestalt eines Mannes hinzugefügt worden war. Dieser Mann, der übrigens moderne Kleidung trägt, hängt an einem Galgen innerhalb der dargestellten Szene. Es deutet nichts darauf hin, dass das Glas beschädigt worden ist. Der Kurator der Lancaster Galerie, Mr. James Forwen, meldete der Polizei einen merkwürdigen Vorfall, bei dem eines der ausgestellten Gemälde von nicht autorisierter Seite verändert wurde. Mr. Forwen erklärt in einem Presseinterview... Und bisher ist noch ungeklärt, ob und auf welche Weise das Bild Blutgalgen von Hans Dorch aus seinem Rahmen entfernt wurde, da das Glas offensichtlich unbeschädigt ist. Noch immer untersucht die Polizei den Fall des wertvollen Meisterwerkes aus der Lancaster Galerie. In das betreffende Gemälde war von unbekannten Tätern eine neue Gestalt hineingemalt worden. Die Gestalt eines Mannes, die im Vordergrund des Bildes von einem Galgen herabhängt. Blutgalgen von Hans Dorch, entstanden im Jahre 1807. An einem der aufgestellten Gerüste wurde... Ja, es war eine ganz schöne Sensation. Da drüben hat das Bild gehangen, zwischen dieser italienischen Landschaft da und dem tanzenden Mädchen. Blutgalgen hieß das Bild. Hat ein Holländer gemalt, Hans Dorch. Der hat mal ein paar Jahre in England gelebt. War übrigens eine Szene vom Gefängnis in Jarmes. Hier in England. 1807. Das Gefängnis war ein riesiges Ding. So richtig öde. Auf dem Moor gebaut. In der Nähe von der Küste. Und Dorch hat's noch mit einem faden winterlichen Sonnenuntergang gemalt. Und richtige dicke Wolken überall so als Hintergrund. Ja. Und dann im Vordergrund waren da drei oder vier Galgen. Nein, 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 nein. Herausgekriegt haben die das nie, wer diese Extrafigur in das Bild reingemalt hat. An den Galgen da. Aber ich weiß, wie sie dahin gekommen ist. Oh nein, 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 nein. Ich hab sie nicht gemalt. Ich kann ja gar nicht zeichnen oder malen. Aber ich weiß, wie er dahin gekommen ist. Dieser Mann am Seilende. Deswegen bin ich auch eigentlich hier, um dem Kurator der Galerie alles zu erzählen. Aber ich werd mich wüten. Ich hab mir's hin und her überlegt. Die sperren mich doch glattweg ein. Verrückt, würde man sagen. Total wahnsinnig. Sollen die man jetzt ruhig suchen. Sollen die man jetzt ruhig suchen. Wie Schnüffler. Nach dem Täter. Kunstvandalismus nennen die das mit dem Bild. Aber es war was ganz anderes. Herr Wohl. Ein Mord war's. Hören Sie? Ein perfekter Mord. Und dabei war's so ein schöner Park. Damals so viel Sonne. Also, ich war vormittags in die Gemäldegalerie gekommen. Hier. Vom Park aus betrat ich sie. Porträt eines alten Mannes. Hm. Landschaft von Settler. Blutgeigen. Von Du. Ach, eine Hitze ist das hier. Werde mich doch erstmal ein bisschen hinsetzen. Stört es Sie, wenn ich mich hier ein bisschen dazusetze? Nein. Ach. Warum heute, was? Bin eben draußen im Park spazieren gegangen. Da dachte ich, drinnen wird's wohl kühler sein. Ist ja auch kühler hier. Ist das der einzige Grund, weshalb Sie hier hereingekommen sind? Du lieber Himmel, nein. Ich finde Bilder sehr nett. Der Bruder meiner Frau, wissen Sie, der hat so eine ganze Menge gemalt. Eins seiner Bilder hängt noch bei uns im Wohnzimmer. Sonnenuntergang heißt es. Naja, aber er ist wohl kaum das, was man so einen Künstler nennen würde. Kaum. Es gibt hier wirklich ein paar schöne Bilder. Sehen Sie mal hier. Ist alles voll davon. Wahrscheinlich alles Meisterwerke. Und nur wir beide gucken Sie an. Ich möchte wirklich wissen, warum die Leute nicht öfter in die Gemäldegalerie gehen. Wahrscheinlich werden mehr kommen, wenn das Wetter noch wärmer wird. Wie Sie schon erwähnten, hier ist es bedeutend kühler. Nein, nein. Wissen Sie, einfach so zum Hinsetzen und Ansehen sollten Sie kommen. Jeder, meine ich. Aber wahrscheinlich liegt das eben nicht jedem. Einfach so hinten anlehnen und ein Bild eine Weile ansehen. Und, äh, na, Vergnügen daran haben. Haben Sie denn Vergnügen daran? Oh ja. Zugegeben, ich verstehe natürlich nicht viel von Kunst und solchen Sachen. Das glaube ich gern. Haben Sie eigentlich jemals ein Gemälde wirklich betrachtet? Ja, natürlich, ich, äh... Was ist zum Beispiel an diesem Gemälde von Dorich, an diesen Blutgalgen hier, grundsätzlich falsch? Na, ich, äh, ich weiß eigentlich nicht, weil es ist ja ziemlich, ziemlich düster, jawohl. Und, äh, so vom Tode angefasst, was? Das kann man mal sagen, was? Mhm. Das, äh, das, 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 das ist wie eine Gänsehaut, die einem so... Aber sehen Sie denn nicht, was dieses Gemälde braucht, wonach es direkt schreit? Schreit? Nein, eigentlich nicht. Dieses Gemälde braucht eine menschliche Gestalt. Es braucht Bewegung. Es braucht menschliches Fleisch und Blut als Gegenpol zu dieser Stille, dieser Inflexibilität. Inflexibilität, äh, aha. Diese Blutgalgen mit Ihrer Lehre schreien Sie an. Aber Ihre Antwort kann nicht mehr sein als dieses Aha. Und warum? Weil Ihre Seele sich noch nie in ein Kunstwerk eingesaugt hat. Weil Sie niemals in einem Bild gelebt haben. Äh, Moment. Moment, äh, jetzt komme ich nicht mehr ganz mit, äh, ich meine, haben Sie denn etwa... Oft sogar. Betrachten Sie einmal dieses Bild dort. Hof eines Mauerers von Canaletto. Das da drüben, ja. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich dort gewesen bin, glauben Sie mir das? Ihr Wesen? Wo? Dort. In diesem Bild. Also, Sie... Moment mal. Sie meinen doch wohl den Ort, da hätten Sie besucht, was? Ich habe ihn besucht. Ach so, ja. Sie sind da gewesen. Ist wohl Venedig, was? Venedig. Sie haben, seliger Realist. Jetzt... Passen Sie auf, mein lieber Freund. Haben Sie schon einmal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dies oder jenes Gemälde lebte? Oft, ja. Aber Sie meinen doch nicht etwa, dass diese guten Leute... Halt, warten Sie. Sehen Sie dieses Blumengemälde dort drüben, mein Freund? Diese Blumen sind für mich existent. Sollte es mir in den Sinn kommen, könnte ich hinübergehen zu diesem Tisch. Die Vase mit Blumen emporheben und den Duft einatmen. Diesen... ...betäubenden Duft. Dran riechen, meinen Sie? Betäubend. Ein Duft. Ein Duft. Ein Duft. Und jetzt... ...ein Geruch wie Wasser. Ein Hauch. Ah, da. Das Gemälde dort drüben ist es. Ein italienischer See. Ich bin dort gewesen. Durch diesen Bilderrahmen hindurch. An den Ufern dieses Sees bin ich spazieren gegangen. Steine habe ich in die Fluten geworfen. Oder dort drüben. Ja, ganz recht, dort. Im Lebenssaal. Die japanische Tuschzeichnung. Sie können sie gerade noch erkennen. Diese Brücke habe ich überquert. Aber Sie... Und da, diese Dorfszene. Süßigkeiten habe ich gekauft in dem kleinen Laden. Hinter den Fässern dieses Schiffes habe ich mich verborgen gehalten. Das Schienenbein habe ich mir gestoßen an den Stufen dieser Kathedrale. In der Höhle dort bin ich umhergewandert. Von der Weintraube dieses Stilllebens habe ich mir eine Beere gepflückt. Sehen Sie, dort, sie fehlt. Fühlen Sie sich nicht ganz wohl, Herr? Hören Sie, lieber Freund. Wenn ich Ihnen absolute Sicherheit garantiere, wollen Sie dann mit mir durch eines dieser Gemälde steigen? Wollen Sie mitkommen? Durch dieses hier zum Beispiel. Das große vor uns. Ich führe Sie in diese Moorlandschaft. Ich führe Sie über dieses Stück Land. Zwischen diese Größte. Wollen Sie mitkommen? Jetzt? Jetzt. Wir sind allein hier. Keine Besuche in der Nähe. Aber ich... Vielleicht, so denken Sie, ist der da doch etwas gestört, mir oben. Nicht? Also gut. Bitte. Ich komme mit. Gut. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Hören Sie. Psst. Wir müssen uns vergewissern, ob nicht doch Besucher in der Nähe sind. Nein. Wir sind allein. So. Würden Sie mir bitte meinen Spazierstock herüberreichen? Da, neben Ihrem Sitz. Ja. Besten Tag. Ich stütze mich gerne ein wenig darauf. Schönes Spazierstock. Ja? So. Entspannen Sie sich. Jetzt, mein Freund. Und bitte? Konzentration. Jetzt? Jetzt, sagen Sie mir. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ja, also, das Bild ist ja wohl so eins von den Düsteren. Eine offene Moorlandschaft. Und die Galgen dazwischen, hier und da hinten. Was sehen Sie noch? Da drüben ein großes Gebäude. Ein Entchen weg. Das ist das Gefängnis. Welche Tageszeit haben wir? Müsste so, na, weiß ich nicht. Abend ist es wohl. Und es sieht aus wie Winter. Wie ein Winterabend. Graue Wolken fliegen quer durch den Himmel. Schwere, graue Wolken. Ein kalter Abend, das... Ganz schön grau ist hier alles, was? Grau und öde. Ja. Grau und gelb. Und elend. Und leergefegt vom Wind. Sind wir die einzigen hier? Ja. Alles verödet. Einsam, wild und kalt. Der Wind schlägt in unsere Beine und greift in unsere Kleidung. Da. Ein Regenschauer. Der Tag stirbt in fadem, grünem Zwielicht. Sehen Sie sich dieses nackte Moor an. Seine Ufer. Die Galgen. Wir müssen über das Moor gehen. Das Moor. Aber... Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen zur Gemäldegalerie zurück. Ich dachte, sie hätte einen Witz gemacht. Nehmen Sie sich doch zusammen, mein Freund. Es besteht überhaupt kein Grund, sich zu fürchten. Wahnsinn, Wahnsinn, sage ich das. Ich verlange. Also ich bitte, gehen wir zurück. Wir müssen sofort zurück. Reißen Sie sich doch zusammen. Haben Sie gehört? Bitte. Hören Sie auf damit. Sofort. So, ja, jetzt. Ja, also, bitte. Ist schon gut. Ich würde mich schon wieder abregen. So langsam jedenfalls. Also dann, sehen Sie sich einmal genau um. Aber das... Das ist ja unwahrscheinlich. Ich verstehe überhaupt nicht mehr. Es ist mir vollkommen klar, wie Sie sich jetzt fühlen. Bei meinem ersten, sagen wir, Ausflug, ging es mir genauso. Kommen Sie. Hier herüber. Ich möchte mir gern diese Galgen ansehen. Also, verstehen Sie? Also bitte, sagen Sie mir noch eins. Das eine muss ich noch wissen. Was müssen Sie wissen? Wie kommen wir zurück? Es wundert mich sehr, dass Sie sich mit dieser Frage so viel Zeit gelassen haben. Sehen Sie sich einmal um. Wo? Ich... Diese zwei Felsen. Dort drüben. Genau hinter uns. Diese Öffnung. Das dunkle Loch da? Genau. Also, da sollen wir durchgekrochen sein? Ja. Aber man kann die Gemäldegalerie doch nicht durch dieses Loch da sehen. Nein. Es ist finster wie verlorene Seelen. Aber mithilfe dieses Loches werden wir zurückfinden. Es gibt stets ein Loch, das mit diesem identisch ist. Bei jedem Bild, in das ich einsteige. Ein Loch? Zwischen zwei Felsen? Nein. Manchmal ist es ein ganz obskures Loch. Ein Gitter, ein bibelschwarzer Eingang, ein Fluchtweg. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Das ist die ödeste Gegend, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir befinden uns auf einem Streifen Moorland, direkt hinter dem Gefängnis von Jameth. Damals, als Dorich die Gegend malte, gab es schon keine Galgen mehr. Diese Galgenszene hier rekonstruierte er später, nach den frühesten Zeugnissen, die es von der Gegend gab. Er brauchte Monate dazu. Ich glaube, das war so etwa 1740. Da benutzte man diese Galgen hier wirklich noch. Diese Galgen da? Sie meinen doch wohl nicht, wir sind jetzt im Jahr 1740? Etwa 1740, sagte ich. Ja, passen Sie auf da, die Pfütze. Sie dürfen nicht vergessen, dass unser Eindringen in das Gemälde ein Eindringen in das betreffende Jahrhundert nach sich gezogen hat. Ach, also, die Sache wird immer fantastischer. Früher war mir nie so richtig bewusst, wie stabil diese Galgen gebaut sind. Aber sehen Sie nur, wie dick allein schon diese Balken sind. Welch merkwürdige Faszination muss in Dorich Raum gewonnen haben, wenn sein Pinsel etwas so Todesumflordes wie das hier schaffen konnte. Haben die eigentlich die Gefangenen vom Gefängnis aus hierher gebracht und aufgehängt? Meist waren es Mörder. Spartan eine Menge Zeit und Ärger. Da drüben, sehen Sie? Da wurden die Leichen vergraben. Da, am Deich. Ein richtiger Gruselfilm ist das, sage ich Ihnen. Ja, ich habe nie einen Fleck gesehen, der so bedrohlich aussah. Ja, bedrohlich. Und auch gefährlich. Gefährlich? Ab und zu kam es schon vor, dass Sträflinge aus dem Gefängnis ausbrachen. Ja, ja. Das war gar nicht so schwierig. Zwischen dieser Stelle hier und dem Meer gibt es eine Hauptstraße. Etwa eine halbe Meile von hier. Da drüben. Nun, mit einem bisschen Köpfchen verdienten sich die Entwichenen dann dort ihr erstes Taschengeld. Aber das war ja fast vor den Gefängnistoren. Nicht ganz. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, dass die Gefängnisse damals sehr schlecht organisiert waren. Deshalb war das Moor hier meistens gespickt mit diesen Schuften. Das hört sich aber gar nicht, gar nicht gemütlich an. Kommen Sie. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Aber sehen Sie mal, es kommt schon Nebel hoch. Es wird neblig. Ach, hier gibt es immer irgendwo Nebel. Psst. Stimmt was nicht? Hören Sie. Jetzt kommt wer. Ich will nur ruhig sein. Dann sag ich dir. Ja, du musst nur jeden Dreck lang was. Du musst mal Mist aus den Ohren kratzen. Wie ist das? Weiß nicht. Hoffentlich nicht die, für die ich sie halte. Nein. Hoffentlich nicht. Sie kommen hierher. Vielleicht gehen sie vorbei. Mensch, klapp lieber die Fresse zu und lass dir vom Deibel die Daumen halten. Stink nach Beute heute Nacht. Jetzt sind wir dran. Gott sei Dank ist der Nebel dichter geworden. Wie, wie sind die denn in das Welt reingekommen? Keine Frage, Herr, jetzt. Ruhig verhalten. Ganz ruhig. Wo drüben? Hier herum. Psst, Mörder. Mann Gottes. Schnell. Wir müssen zu dem Loch zurück, zu den Felsen. Wenn die Schurken uns erwischen, sind wir erledigt. Mörder, sagen Sie. Ausgerückte Streiflinge sind das. Die haben wahrscheinlich schon Tage auf der Lauer gelegen, um zu Geld und zu Sachen zu kommen. Wissen Sie denn überhaupt, in welcher Richtung das Loch lag? Ich glaube, ja. Hoffentlich hat einer von den Sauermücken meine Staturschale. Und mein Schwergewicht in Gold, du Ratte. Jetzt sind Sie vorbei. Gesehen haben Sie uns noch nicht. Das macht der Nebel. Oh, lieber Gott. Lass den Nebel zu dicht bleiben. Wenn wir es überhaupt schaffen wollen, müssen wir ran. Auf dem Torfboden werden Sie die Schürte nicht gleich hören. Jetzt kein Wort mehr. Verstanden? Alles klar? Ja. Dann los. Haben Sie es? Nein, können Sie den nicht sehen? Ich kann überhaupt nicht sehen, bei dem Nebel. Hier rüber. Vielleicht hier lang, schnell. Blödsinn, da war es doch nicht. Schlumpf, Ratten. Was will ich hier, Nebel? Da, da jetzt. Ich kann mal sehen, ich kann mal sehen. Hier, hier ist das Loch. Hier, hier, ich hab's. Das Loch. Da sind Sie. Schnell, da ist das Loch. Kommt sie doch. Los, rein mit Ihnen. Schnell, schnell. Ja, ja, ich geh ja schon. Jetzt, Stock, schnell. Ich, ich zieh Sie nach. Kommt Sie schnell. Kommt Sie schnell durch. Kommt Sie durch. Kommt Sie doch durch. Ich hab ihn. Und den festen Hund. Den hängen wir auf. Er ist nicht mehr durchgekommen. Ich selbst hab in der Gemäldegalerie auf dem Fußboden gelegen. Direkt unter dem Bild. Das Bild. Ich hab gleich hochgeguckt. Da. Da. Da war er. An einem der vorderen Galden baumelte er. Einfach so am Hals aufgehängt. Ich konnte sogar seine Augen sehen. Sie war... Starbten mich an... wie dicke, schwarze Knöpfe. Ich... Es war... Es war fürchterlich. Zum... Zum verrückt werden. Aber ich bin nicht verrückt. Bin nicht. Nein. Ich... Ich... Ich habe... Seinen Spazierstock. Ich habe ja... Seinen Spazierstock. Mr. Blake ist im Bilde. Von Roderick Wilkinson. Der Polarforscher. Von T.C. Boyle. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Martin Heindl. Buch 1. Tag. Abreise. In voller Galauniform steht er im Buch der kleinen Brick Endeavor, starr wie der hinter ihm aufragende Mast, und hebt steif den Arm zum Gruß an die kleine Schar der Menschen, die verstreut am Ufer der Narrows stehen, um Abschied zu nehmen. Mit seiner untadeligen Haltung, der makellosen Uniform und dem gepflegten Schnurrbart sieht er wie der Inbegriff des Helden aus. Eine reinkarnierte Mischung aus Henry Hudson und El Cid. Sein ernster Blick mustert prüfend das Ufer. Keine Kapelle. Keine Banner. Ein schwaches Aufgeburt, angesichts eines so bedeutenden Ereignisses. Immerhin segelt er hinaus in eine kalte, unbekannte Welt, die auf keiner Karte verzeichnet ist, um Regionen zu erforschen, deren bloße Existenz nur ein Gerücht ist. Doch das, so nimmt er an, ist wohl das Los aller Helden. Von einer selbstzufriedenen Gegenwart praktisch ignoriert, verehrt erst von der Nachwelt. Diese dumpfen Ochsen. Wenn es nach ihnen ginge, wäre Kentucky noch heute ein Wildnis. Jenseits der Meerengel liegt der in der sanften Junibrise angenehm wogende Atlantik. Captain John Pennington Frank, Doktor der Medizin, US Navy, atmet tief durch, schließt die Augen und nimmt die Mütze ab, damit ihm der Meerwind das Haar zerzausen kann. Dabei werden die letzten Konfettifetzen aufgewirbelt und nach Steuerbord davongetragen. Es ist das Konfetti, mit dem seine Mutter und seine zwei unverheirateten Schwestern ihn vor nur einer halben Stunde, als der Brick im Marienhafen von Brooklyn zu Wasser gelassen wurde, feierlich beworfen haben. Wie ein zu lange an Land gewesener Ismael spürt er, wie die salzige Brise den alten Seemannsgeist in ihm weckt. Ah, das offene Meer! Abenteuer! Der Mensch gegen die Elemente! In diesem Augenblick taucht die Brick in ein Wellental und eine eiskalte Ohrfeige reißt den Captain aus seinen Betrachtungen. Überrascht von diesem Beschlag kneift er die Augen zu und taumelt gegen die Reling. In einem eleganten Bogen segelt die Mütze aus seiner Hand in die schäumenden Wogen und wird verschlungen. Als John Pennington Frank der Beherrschung wiederfindet, sieht er sich verstohlen um, bevor er sein Taschentuch hervorholt. Dankbar vermerkt er, dass keiner der Männer zugesehen hat. Die Feierlichkeiten sind vorüber, die Reise hat begonnen und der Captain zieht sich in seine Kajüte zurück, wo ihn die raschelnden, säuberlich linierten Seiten des Logbuchs erwarten. Von der Polarnacht weiß er noch nichts. Logbuch des Kapitäns. 2. Juni. Um 11 Uhr östlicher Zeit vom Hafen New York in See gestochen. Verabschiedung von Mama, Evangeline und Euphonia sowie einer nicht unbedeutenden Menschenmenge. Als wir die Meerenge von Brooklyn passierten, säumten wohl etwa 10.000 Menschen die Ufer und jubelten uns zu. Es war ermutigend zu sehen, wie viel Bewunderung und Wohlwollen das Volk dieser großen Nation unserem Unternehmen entgegenbringt. Unsere Expedition besteht aus 15 Mann, 8 Offiziere, mich selbst eingeschlossen, 5 Matrosen, der Koch Philip Blackwalk und der Stuart Harlan Hawkins. Unsere Vorräte bestehen aus einer ausreichenden Menge an Marine-Rationen von gepökeltem Rind und Schweinefleisch, Schiffszwieback, Mehl, einigen Fässern Trockenkartoffeln, 2000 Pfund Pemmikan, Dörrobst und 12 Fässern Sauerkraut. Ich habe insgeheim auch einige Papierhüte und Tröten an Bord gebracht, um die Männer während des langen Winters aufzumuntern. Ich rechne damit, die Nordküste Neufundlands bis zum 20. des Monats zu erreichen. Dort werden wir, so Gott und auch Gouverneur Pickby will, unsere Vorräte durch einige frische Rinderhälften ergänzen. Schmaus bei Anuar Tug Kresücks nackte Brust ist mit Blut bespritzt, sein Gesicht verschmiert. Das fettige schwarze Haar ist mit Blut und Entenfett verklebt. Seine Schneidezähne graben sich in die dunkelrote Vene am Brustbein der Ente. Die Lippen saugen an rosigen Fleischfetzen, die noch an den Rippen hängen. Während er nagt, klatschen die nackte Vogelbrust und ein paar baumelnde Hautlappen an seine Fingerknöchel. Neben seinem nackten Oberschenkel liegen die Überreste von neun Eiderenten. Unter dem Bein ragen eine nassglänzende Gurgel und eine Entenbrust davor. Sein rechtes Nasenloch ist mit weißem Fett und rohem Fleisch verstopft. Unjak Kresuks Weib schlägt geduldig Lummeneier auf und lehrt den Inhalt in den gähnenden Schlund von Sipsu, ihrem schwachsinnigen Sohn. Mit aufgerissenem Mund, den Kopf in den Nacken gelegt, sieht Sipsu aus wie ein junger Vogel im Nest, der den Himmel um Nahrung anbettelt. Fünf Winter schon, denkt Kresuk. Einen gebe ich ihm noch. Dann lässt er sich mit einem Seufzer auf den Rücken sinken und bettet den Kopf auf einen Haufen blutiger Federn. Er furzt. Er stochert in den Zähnen und denkt an Walrösser, Bartroben, Narwale. Er ahnt nichts von der Existenz des Hafens von New York, 4500 Kilometer weiter südlich. Und er ahnt auch nichts von der Brick Endeavor, die bereits unterwegs nach Norden ist, um die ruhigen Gewässer seines Lebens aufzuwühlen. Legenden erzählen von Stämmen dünner, bleicher Menschen, aber Kresuk hat keine Zeit für Legenden. Die lange Nacht, die Zeit des Eises, des Schreckens und der Not ist vorbei. Die Vögel sind nach Anuartuk zurückgekehrt. Dinner in St. John's, Neufundland. Mh, oh, köstlich, ausgezeichnet. Mein Gaumen ist schon lange nicht mehr mit solchen nördlichen Köstlichkeiten verwöhnt worden. Das letzte Mal, ach, warten Sie, das, ja, das muss 47 in Finnland gewesen sein. Auch ich bekomme solche Leckereien nur zu ganz besonderen Anlässen, Käpt'n. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich mich hier täglich mit poschierter Wappi die Zunge vollstopft. Nein, 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 nein. Und ich bin sehr geschmeichelt, dass Sie unseren Besuch als einen dieser besonderen Anlässe betrachten, Gouverneur Pikmi. Das hier riecht nach Ente. Was ist es? Wir nennen sie Johanneseier. Es sind die Genitalien des männlichen Moschus-Ochsen in Portwein geschmort. Möchten Sie noch etwas weinen? Oh ja, danke. Mh, recht schmackhaft, diese Eier. Haben Sie den geräucherten Lachs in saurer Sahne probiert? Oh ja, und den Löffelkrautsalat. Hervorragend. Wissen Sie, Gouverneur Pikmi, ich glaube, die bloße Erinnerung an dieses Festmahl hier wird uns während des langen Winters wärmen. Sie sind sehr freundlich, Sir. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, dass Sie mehr Erfolg haben als die letzte Expedition, die hier vorbeikam. Das war Sir Regis Norton mit seinen Leuten. Ach ja? Ja. Ihr Schiff wurde vor knapp einem Monat von einem schwedischen Pelzhändler gefunden. Felselfest umschlossen von Eis und alle Mann erfroren. Konserviert. Wie eingelegte Gurken. Daunen. In der lauten Sonne, dem weißen Spiegeln, dem Entengeschnatter, lächelt Kresuk in sich hinein. Er bückt sich und klaubt Eiderdaunen aus den Nestern. Hin und wieder hält er inne, sticht ein Ei an und saugt es aus. Unjak hockt auf einem flechtenbewachsenen Felsen und stopft einen neuen Walrossschlafsack mit Eiderdaunen und den Schwanzfedern der Seeschwalbe aus. Daneben sitzt Zipsu. Ein sabberndes Mondgesicht, das ins Leere glotzt. Ein richtiger Sohn arbeitet, denkt sich Kresuk. Die Robben sind zurück. Ich sollte jagen gehen. Einen Winter gebe ich ihm noch. Logbuch des Kapitäns, 28. Juni Sind in die Beffin Bay eingefahren. Kurs Nordwest zu Nord und suchen nach einer offenen Durchfahrt. Eisberge, groß wie Gebirge, behindern unser Vorankommen. Wir bleiben in Sichtweite der dramatisch zerklüfteten Küste und fahren von einer Landzunge zur nächsten. Unser Kurs bringt uns immer weiter nach Westen und nach Norden. Die 62 Eskimo-Hunde, die wir in Fiskarnäs gekauft haben, sind wahrlich nicht sehr weit von ihren wölfischen Vorfahren entfernt. Man fürchtet sich, an Deck zu gehen, wo sie knurrend im Rudel umherlaufen, nach Futterschnüffeln, übereinander herfallen und sich ineinander verbeißen. Gestern haben sie zwei in der Takelung aufgehängte Rinderhälften heruntergerissen. Und bevor Mr. Merleby das wimmelnde Rudel auseinander treiben konnte, waren von dem steinhart gefrorenen Fleisch nur noch die Knochen übrig. Wie bei diesen fleischfressenden Fischen im Amazonas. Die Männer beklagen sich bitter über diese reißenden Wölfe an Bord unseres Schiffes. Doch ich erkläre ihnen, dass wir sie brauchen werden. Denn sie sollen bei den Erkundungen im Herbst und im Frühjahr unsere Schlitten ziehen. Dennoch murren die Männer. Vielleicht werde ich heute Abend die Papierhüte hervorholen, um sie aufzumuntern. Ufo Metic ist aufgeregt. Er kann sie kaum beherrschen. Nervös schneidet er einen Streifen Fleisch nach dem anderen aus dem Walross-Kadaver. Nervös schiebt er sie in den Mund. Ihm gegenüber hocken Kresuk und Uniak. Ihre Gesichter sind verschmiert mit dem Fett der blutigen Leber, die als Vorspeise diente. Auch sie schneiden Streifen von Walross-Fleisch ab und stopfen sie in ihre Münder. Sipsu sitzt dabei, ein autistischer kleiner Buddha. Es war so groß wie das schwimmende Eis, sagt Metic schließlich. Niemand sieht auf. Das geschäftige Schmausen geht weiter, begleitet von Schmatzen, Grunzen und donnernden Rülpsern. Es hatte große weiße Flügel und flog über dem Wasser wie ein Schwarm Eiderenten auf der Jagd nach Fischen. Ich habe es von Peckyutlik ausgesehen, wo ich jage. Ein riesiges Wesen, braun wie ein Fuchs im Sommer. Und seine Flügel summen wie die der Lumme. Kresuk blickt auf, ohne den Rhythmus, in dem er die Hand zum Mund führt, zu unterbrechen. Gequirlte Robben-Scheiße. Von Eisbergen umzingelt. Wie ein Kind unter Wölfen treibt die Endeavor zwischen den Eisbergen, die drohend hoch über dem Wasser aufragen. Und auch die eisigen Berge treiben dahin. Sie prallen gegeneinander wie gewaltige Ramböcke und erschüttern donnernd die arktische Stille. Während Blöcke groß wie Schiffe abbrechen und ins Wasser stürzen. Brick taumelt benommen in den Flutwellen. Panik ergreift die Männer. Die 62 Hunde scheißen, Angst erfüllt das Deck voll. Nur der Käpt'n scheint unberührt. Er ist ganz davon in Anspruch genommen, sich Namen für die markanten Punkte an der Küste auszudenken. Tante... 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 Bald ist der dunkle Kanal vor ihnen verschwunden. Zwei titanische Eisberge schieben sich langsam aneinander und vereinen sich mit einem Kuss. Was eben noch Fahrwasser war, ist nun eine Sackgasse. Daher lässt Malaby der erste Offizier wenden. Doch halt, auch die Durchfahrt, die sie soeben passiert haben, ist nun so fest verschlossen wie die Körperöffnung einer Nonne. Die Kielwelle der Endeavor endet in den Schlünden und Schründen zweier unerbittlicher Berge, so hoch und weiß wie die Kreidefelsen von Dover. Das offene Meer ist zu einem See, nein, zu einem Teich geworden. Und gnadenlos schließt sich der Ring aus Eis immer enger, wie ein Gebirge, dessen Werden im Verlauf von zehn Millionen Jahren man im Zeitraffer sieht. Captain Frank, ruft Malaby, der erste Offizier. Captain Frank! Der Captain blickt auf und erkennt zum ersten Mal ihre Lage. Wie misslich, murmelt er und wendet sich verärgert wieder seinem Notizbuch zu. Er hatte ihn beinahe, den Namen, den er gesucht hat, den Namen seiner Großtante mütterlicherseits. Zwei Stunden später schaukelt die Endeavor in einem Tümpel, eingeschlossen zwischen steil aufragenden Eiswänden, deren Füße sich jetzt in der schwarzen, geheimnisvollen Tiefe miteinander verbinden, die zusammenwachsen und ein unentrinnbares Netz aus Eis knöpfen. 500 Meter entfernt auf einem Aussichtspunkt auf Pekutlik stehen zwei in Fälle gehüllte Gestalten. Der eine grunzt. Was habe ich dir gesagt? Heiliges Walross. Logbuch des Kapitäns 17. Juli Mit großem Kummer verzeichne ich den Verlust unseres Schiffs. Auf der Suche nach einer Nordwestpassage fuhren wir in eine große Bucht ein und wurden vom Eis eingeschlossen, bis das Schiff schließlich von den sich übereinander türmenden Schollen zerdrückt wurde. Alle Männer sind unversehrt und dank meiner Umsicht gelang es uns, viele Vorräte sowie einen großen Teil des Holzes der Endeavor zu retten. Sie war eine tapfere kleine Brick und es tat weh, sie zerstört zu sehen, insbesondere da dies bedeutet, dass wir die 1200 Kilometer nach Fiskarnäs an der Küste von Südgrönland zu Fuß werden zurücklegen müssen. Ich habe Anweisungen gegeben, ein Winterlager zu errichten, denn das Jahr ist schon so weit fortgeschritten, dass jeder Versuch, von hier fortzukommen, unmöglich wäre. Etwa 500 Meter von der Stelle, wo die Endeavor gescheitert ist, erhebt sich eine Klippe aus Nefrit. Ich habe sie Paws Point getauft, zu Ehren meiner Großtante Rudimenta Paws. Im Windschatten dieser Klippe werden wir, unter Verwendung der geborgenen Schiffsbalken, das Winterlager aufschlagen. Die Wände und die Decke werden wir nach Eskimo-Art mit Eis isolieren. So Gott will, werden wir den Frühling erleben und andere Augen werden lesen können, was ich hier schreibe. Die Schilderung unserer Strapazen. Schneeblind Draußen auf den Schollen beugt sich Kresuk über ein kleines Loch, nicht größer als fünf Zentimeter. Sein Ohr ist an das Eis gepresst, seine Faust umschließt den Griff der Harpune. Die Robbe, die zu diesem Loch gehört, taucht in diesem Augenblick munter durch die eisblauen Tiefen und frisst Fische. Sie gleitet nach Robbenart durchs Wasser, verbraucht die eingeatmete Luft und schießt zurück zu ihrem Loch, um schnaufend Sauerstoff einzusaugen. Kresuk grinst. Es wird ihr letzter Schnaufer sein. In einiger Entfernung ist ein Mann mit Gewehr und Notizbuch damit beschäftigt, Landzungen, Klippen und Blätscher nach sich selbst und Mitgliedern seiner Familie zu benennen. Die mit Bleistift gezeichnete Küstenlinie rückt täglich ein wenig nach Norden vor, denn jeden Tag wandert er, vorgeblich auf der Jagd, ein Stück weiter. Bald, denkt er, wird er ein paar Hunde abgerichtet haben und mit einem Schlitten die doppelte Entfernung zurücklegen können, doch im Augenblick muss er noch zu Fuß gehen und Fleisch für die Männer und die unersättliche Meute heranschaffen. Er bemerkt eine Bewegung auf dem Eis. Er späht, angestrengt, doch das Gleißen der Sonne und seine Schneeblindheit lassen das Objekt hin und her schwanken und mit den roten und blauen Flecken vor seinen Augen verschwimmen. Der Mann schiebt das Notizbuch in eine Tasche des Parkers und schleicht näher. Als er noch etwa 60 Meter entfernt ist, legt er sich auf den Bauch, stützt das Gewehr auf einem Stück Eis ab, zielt sorgfältig und feuert. Logbuch des Kapitäns, 15. August Habe Kontakt zu den Eskimos hergestellt. Ich fand einen dieser Wilden bewusstlos auf dem Eis. Er hatte infolge einer frischen Wunde in seinem Gluteus Maximus offenbar einen Schock erlitten. Mittels eines von sechs Männern gezogenen Schlittens – wir haben die Hunde noch nicht abrichten können – brachte ich den armen Teufel zum Lager, wo ich eine behelfsmäßige Operation vornahm, die Wunde versorgte und ihm eine Dosis Morphium gegen den Schock verabreichte. Er liegt jetzt in der Haupthütte, die die Männer aus den Überresten der Endeavor errichtet haben, und schläft. Seine Erscheinung gleicht der seiner christianisierten Brüder weiter südlich, wenn er sie auch an Körpergröße weit übertrifft. Er misst 1,83 Meter und wiegt beinahe 85 Kilo. Seine derbe Kleidung ist aus den Fällen von Beutetieren zusammengenäht. Er trägt eine Art Hose, die aus dem Hinterteil eines Eisbären gefertigt ist. Die Klauen sind noch daran und streifen, wenn er steht, den Boden. Seine Stiefel sind aus Robbenfell. Sein Parker ist aus Polarfuchspelzen gemacht. Er verströmt einen starken Geruch nach Urin. Ich bin sehr darauf erpicht, mit unserem primitiven Gast zu sprechen, was sich mit der Hilfe meines Dolmetschers, des zweiten Offiziers Moorhead Bone, hoffentlich wird bewerkstelligen lassen. Denn Informationen über die eingeborenen Eskimo-Stämme und ihre jahreszeitlichen Wanderungen werden für unseren Durchbruch im Frühjahr von unschätzbarem Wert sein. Dünn und bleich Kresuk erwacht, benommen und mit einem leichten Schmerz in seinem Anak. In einem Traum hat er Osoeto kaponiert. Den großen Nabal, den Gott des Meeres. Der ihn durch die Lücke im Eis hinab in die eisigen Tiefen seines Reichs gezogen hat. Dort hat Osoetuk ihm ein wunderbares Elixier aus dem Geist der Fische und dem Herz des Walrosses eingeflößt, das ihn dort im dunklen Wasser unter dem Eis gewärmt und schläfrig gemacht hat. Jetzt liegt er still da, die Augen geschlossen und lauscht auf das Schwappen und Wogen einer fremden Sprache. Er erinnert sich an den unvermuteten Angriff von der Seite und die Robbe, die ihm entgangen ist. Er will die Augen aufschlagen. Doch das Elixier ist stärker. Mit aller Kraft und Konzentration gelingt es ihm, die schweren Lieder gerade so weit zu heben, dass er die Deckenbalken erkennen kann. Halt's. Das ist das Letzte, was er in Pequitlik erwartet hat. Hart und gut zum Schnitzen. Genau richtig für Werkzeuge und Totems. Aber das Beste, was er bisher hier gefunden hat, war ein aus dem Süden angeschwemmter, gegabelter Ast. Seine Schlussfolgerung ist unvermeidlich. Ich bin also tot. Ich bin tot, denkt er. In eine andere Welt eingegangen. Die Stimmen murmeln weiter. Er öffnet die Augen, schließt sie wieder. Noch einmal sieht er es. Holz. Überall Holz. Kostbares, seltenes Holz. Ein Wald über seinen schweren Lidern, die sich wie unter einer gewaltigen Last schließen, während die Traumbilder wieder durch sein Bewusstsein treiben. Als er die Augen abermals öffnet, dreht er den Kopf in die Richtung, aus der die Stimmen kommen. Spät, angestrengt und schließlich sieht er Legenden. Männer mit Haaren im Gesicht. Dünn und bleich wie der Winter. Dünn und bleich wie der Winter. Legenden. Fleisch gewordene Legenden. Buch 2 Nacht Lockbuch des Kapitäns, 7. November. So kalt, dass die Achselhaare brechen wie Glas und der Speichel im Mund gefriert. Lockbuch des Kapitäns, 8. November. Mittags ist es gerade hell genug, um ohne Laterne das Thermometer ablesen zu können. Heute Mittag waren es minus 35 Grad, bei aufkommendem starken Wind. Mr. Mallaby hat sich irgendwo auf dem Packeis verirrt. Er ist heute Morgen um 10 Uhr gegangen, um die Hunde zu füttern und nicht zurückgekehrt. Ich habe einen Suchtrupp ausgeschickt. Das Frischfleisch, das ich Kresuk Anfang September abgekauft habe, ist beinahe aufgebraucht. Es war recht preiswert. Etwa 300 Pfund Bären- und Walrossfleisch für eine Glasperlenkette und sechs rote Holzknöpfe. Nach dem Ausdruck debiler Freude zu urteilen, der sich auf seinem Gesicht ausbreitete, als ich die Perlenkette vor seiner Nase baumeln ließ, hätte ich wohl 600 Pfund mehr bekommen können. Bedauerlich ist nur die Tatsache, dass er seither nicht wieder aufgetaucht ist und ich dringend weitere Geschäfte mit ihm tätigen möchte. Ich nehme an, er überwintert in Etar, dem Eskimo-Dorf 100 Kilometer südlich von uns. Logbuch des Kapitäns 12. November Der Suchtrupp ist nicht zurückgekehrt. Auch von Mr. Merleby gibt es keine Spur. Zu meinem Leidwesen muss ich berichten, dass von der verbleibenden Mannschaft der Suchtrupp, Bestand aus fünf Männern, nur vier gesund genug sind, um aufstehen zu können. Unser größter Feind sind Frostbeulen, dicht gefolgt von Skorbut, an dem alle Männer leiden. Und um die Sache zu verschlimmern, ist unser kleiner Vorrat an Dörrobst bereits erschöpft. Selbst die Sauerkrautvorräte schmelzen rasch dahin. Dabei zeigen wir allesamt die Anzeichen von Skorbut. Müdigkeit und Zahnfleischbluten. Das unablässige Husten und Keuchen und das Stöhnen der Amputierten zerrt an meinen Nerven. Außerdem ist die Langeweile nachgerade unerträglich. Es gibt nichts zu tun, als die Kranken zu pflegen und auf die Sonne zu warten. Noch beinahe 140 Tage. Krankenpflege erscheint mir nicht gerade heldisch. Ich sehne mich nach einem lebhafteren Kampf. Lockbuch des Kapitäns 15. November Mr. Bone hat bei den Hunden die Überreste von Mr. Malabys Pelzmantel gefunden. Ich kann sein Schicksal nur erahnen. Die Meute besteht übrigens nur noch aus 27 Tieren. Wie es scheint, sind sie übereinander hergefallen, da es uns nicht gelungen ist, sie mit Frischfleisch zu versorgen und wir das Pemmikanen, so ungenießbar es auch ist, für uns selbst aufsparen müssen. Andererseits hat mich Mr. Bone darauf hingewiesen, dass der für das Frühjahr geplante Marsch zurück in die Zivilisation ohne Hunde überaus strapaziös sein wird. Es muss etwas geschehen. Der Suchtrupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich habe einen zweiten Trupp aus unseren drei fähigsten Männern, Tigis, Taggle und Mr. Wright, ausgeschickt, der nach dem ersten Trupp suchen soll. Die Verhandlung Kresuk ist zurück. Seine runden Backen, die weißen Pelze, die Schlitzaugen, seine zottige Gestalt in der Tür. In seinen Handschuhen eine steife Robbenflosse. Der Käpt'n winkt ihn herein, der Wind knallt die Tür zu. In der Ecke glimmt ein ersterbendes Holzfeuer, an den Wänden recken sich Schatten, die Männer schnaufen und keuchen. Der Käpt'n nickt Kresuk zu und lächelt. Kresuk nickt zurück und lächelt ebenfalls. Bone! ruft der Kapitän. Bone! Mr. Bone erhebt sich von seinem Lager und rumpelt zu seinem Kommandanten. Mr. Bone, sprechen Sie mit dem Burschen. Ich bin sicher erst gekommen, um Fleisch gegen Perlen zu tauschen. Und ich brauche wohl nicht zu betonen, wie dringend wir im Augenblick neuer Vorräte bedürfen. Mr. Bone hustet und spuckt aus. Wurk noa toka, sagt er. Kresuk starrt einen Augenblick an ihm vorbei und beginnt dann, den halbdunklen, niedrigen Raum zu durchsuchen. Er sieht in jedem Schrank, unter alle Betten und Matratzen. Was macht er da, Bone? will der Kapitän wissen. Nun, was will er? Kresuk sammelt. Schöne glänzende Messer. Zinnkrüge. Taschenuhren. Äxte. Einen Beutel roter Holzknöpfe. Er wirft alles in der Mitte auf den Boden und hält Mr. Bone die Robbenflosse hin. Logbuch des Kapitäns 21. November Kresuk war hier. Wir haben einige Dinge gegen eine leider nur geringe Menge Fleisch eingetauscht. Dieser Wilde ist ein harter Verhandlungspartner. Wir sind ihm, wie man so sagt, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mr. Bones' Zeh ist so stark vereitert, dass ich Wundbrand befürchte, wenn er nicht amputiert wird. Und wieder, denke ich, während das Skalpell durch das Fleisch schneidet und den Knochen mit einem entschlossenen Druck durchtrennt, hat uns der verdammte Frost ein weiteres Körperteil gekostet. Wenn die Sonne zurückkehrt, werden wir allesamt Amputierte sein, ein Haufen schniefender, von Skorbut gezeichneter Kröppel. Keine Nachricht von den beiden Suchtrupps. Ich würde einen dritten aufstellen, um nach den ersten beiden suchen zu lassen, aber wir sind jetzt nur noch zu fünft, und ich bin der Einzige, dessen Arme und Beine, Hände und Füße noch ihren Dienst versehen. Ich komme mir vor wie der Oberaufseher einer Lepra-Kolonie. Logbuch des Kapitäns, 22. November Heute Trauergottesdienst für Mr. Malaby. Meine bettlägerigen Kameraden humpelten mit mir hinaus, wo wir uns um eine Gedenkplakette scharten und Choräle sangen. Angesicht des Hustens und Röchelns der Männer und des heulenden Windes war es zwar schwierig, doch wir brachten eine recht passable Version von »Bin verzagt, ich müd und matt« zustande, eines meiner liebsten Kirchenlieder. Der junge Harlan Hawkins weinte, als ich rezitierte, Asche zu Asche, Staub zu Staub, und die letzten Fetzen von Mr. Malabys Mantel dem Wind übergab. Es war tatsächlich ein mitleiderregender Anblick. Der arme Junge wischte sich mit dem rechten Armstumpf die gefrorenen Tränen ab, während wir Abschied nahmen von der Seele seines tapferen Gefährten, auf das sie Zuflucht finde am Busen ihres Schöpfers. Auch die Seele dieses Jungen wird, fürchte ich, nicht mehr lange unter uns sein. Verirrt im Pack-Eis Der Wind schwillt an zum Sturm, die Kälte lässt Stahl zerspringen, Holz zersplittern und verwandelt Fleisch in Eis. Missgestaltete Eishügel ragen auf wie schlechte Träume, grau und geisterhaft in der ewigen Nacht. Alles Lebende muss hier zugrunde gehen, nur der Eisgürtel besteht weiter. Er wächst sogar bei brausendem Wind und fallenden Temperaturen. Die Suchtrupps haben einander gefunden und stehen nun vor einem weiteren Problem. Sie müssen auch den Rückweg finden. Die Kälte macht sie betrunken, verzaubert sie. Innen ist nicht mehr kalt und sie legen sich hin, um auszuholen. Piquotlick, auch unter dem Namen Pawspoint bekannt, liegt nicht einmal einen Kilometer südlich von ihnen, nicht einmal einen Kilometer durch die schwarze Mondlandschaft der Polarnacht. Natürliche Auslese In seinem Iglu im Dorf Eta liegen Kresuk und seine Nachbarn nackt auf Fällen und genießen die reichliche Wärme der Trannampen. Kresuk beugt sich gerade vor, um die winzige kreisrunde Narbe auf seinem Anakt zu zeigen. Das Zeichen seiner ersten Begegnung mit den dünnen Männern. Das Zeichen seiner späteren Begegnung mit den dünnen Männern baumelt unter seinem Kinn. Eine Kette aus roten Holzknöpfen, Glasperlen und goldenen Taschenuhren. Die anderen tragen ähnliche Halsketten, kratzen mit Stahlmessern im Eisboden, beißen auf die Ränder der rauchgrauen Zinnkrüge. Sie sehen auf, als Kresuk noch einmal die Geschichte der Wunde erzählt. Eine Geschichte, die sie schon 97 Mal gehört haben. Dennoch sind sie fasziniert. Perlen, Messer, Krüge werden beiseite gelegt, die Münder stehen offen. Und schnelle Blicke aus schwarzen Augenpaaren verfolgen die Halskette, die sich verdreht und gegen Kresuks Brustbein schlägt, als er pantomimisch seine Robbenjagd darstellt. Wenn er spricht, lässt ein Lächeln seine Backen noch runder werden und seine Augen blitzen wie Lichter unter den fleischigen Lidern. Als er geendet hat und Metek sich aufsetzt, um seine Geschichte von dem großen, geflügelten Wal zu erzählen, der die dünnen Männer gebracht hat, wenden sich die anderen wieder ihren Perlen, Messern und Krügen zu. Kresuk streckt sich aus und knabbert an seiner Robbenkeule. Er kaut nachdenklich und hört seinem Freund nur mit halbem Ohr zu. Seine Gedanken gelten dem Ruhm, den er sich erworben hat. Einem Ruhm, der von Generation zu Generation weitergegeben werden wird. Er sieht sich als König, seine Söhne als Prinzen. In diesem Augenblick steht Sipsu auf und watschelt zu seinem Vater, wo er sich hinhockt und einen feuchten, breiigen Haufen auf Kresuks Fuß kackt. Die Freunde lachen. Huniak starrt auf ihre Zehen. Und Kresuk explodiert. Er verabreicht dem rundköpfigen Kind eine Ohrfeige, das es durch den Iglu stolpert, an den Kotluk stößt, sich verbrennt und zu heulen beginnt. Die Nachbarn sehen auf ihren Schoß oder ihre Perlen. Die Gesichter werden länger. Sie bemühen sich, jedes Schnauben und Schnaufen zu unterdrücken, während Kresuk in seine Pelze fährt und Huniak befiehlt, das Kind anzuziehen. Wartlos packt er den schreienden Sipsu und kriecht hinaus. Die alten Männer nicken. Draußen ist der Wind so stark, dass dem brüllenden Sipsu die Luft wegnimmt. Kresuk schirrt die Hunde an, schnallt sich das Kind auf den Rücken und fährt nach Bekjuklik, zum Begräbnisplatz seiner Ahnen. Weglage Getrieben vom unerträglichen Gestank der Abfälle beschließt Captain John Pennington Frank eine Abfallbeseitigungsexpedition zu unternehmen. Entschlossen nimmt er den Kübel und ebenso entschlossen tritt er hinaus in die eisige Finsternis. Bei seinem ersten dampfenden Atemzug frieren die Haare in seinen Nasenlöchern zusammen. Beim Ausatmen kann er hören, wie die Dampftröpfchen in der Luft gefrieren und wispernd in winzigen Eisplättchen zu Boden rieseln. Im Nu ist aus dem stinkenden Matsch ein kübelförmiger Block geworden, nicht übel riechender als ein Eiswürfel. Mit der Waltran-Laterne in der Hand bleibt er stehen, um das Thermometer für seine meteorologischen Aufzeichnungen abzulesen. Als er sich bückt, um über die Skala zu reiben, löscht eine besonders heftige Böe das Licht und trägt das schwache, dünne, aber unverkennbare Wehklagen eines Kindes an sein Ohr. Er lässt den Kübel fallen, hält den Atem an und streift die Kapuze von den Ohren. Ja, da ist es wieder. Der Wind trägt das Geräusch von dort oben, von Pawspoint zu ihm herüber. Logbuch des Kapitäns, 5. Januar Dem Eskimo-Kind geht es gut. Es hat sich vollständig von den Folgen der Unterkühlung erholt. Ich wollte, ich könnte von den Männern dasselbe sagen. Blackwalk und Hufer sind abwechselnd delirös und komatös. Der junge Harlan Hawkins hat sich eine Wundrose an seinem linken Armstumpf zugezogen. Bone, der ohnehin kaum noch laufen konnte, hat erneut Erfrierungen erlitten. Gestern hat er sich hinausgeschleppt, um Abfallholz für das Feuer zu hacken. Nach einer halben Stunde begann ich mich zu fragen, wo er blieb und ging hinaus, um ihn zu suchen. Ich fand ihn schlafend im Schnee, die eine Wange festgefroren an dem Balken, den er gerade bearbeitet hatte. Ich musste seinen halben Bart abhacken, um den armen Kerl zu befreien. Mit einem der Axthiebe trennte ich versehentlich sein linkes Ohr ab. Aber was soll's, ich glaube kaum, dass er die Nacht überstehen wird. Der Junge ist etwa fünf oder sechs Jahre alt, scheint aber geistig behindert zu sein. Es deutet alles darauf hin, dass er mongoloid ist. Er muss gefüttert werden und beschmutzt sich hartnäckig mit Kot. Den herzlosen Wilden, der ihn in der Kälte ausgesetzt hat, kann ich nur bedauern. Logbuch des Kapitäns 10. Januar Eine Katastrophe. Die Hunde haben sich losgerissen, sind über unsere Pemmikan-Vorräte hergefallen und haben praktisch alles, was wir noch hatten, aufgefressen. Vollgefressen, wie sie waren, gelang es mir, fünf von ihnen einzufangen. Vier davon werden meinen Schlitten ziehen oder die Peitsche schmecken, bis sie bluten. Der fünfte wird unsere Tafel zieren. Ich sehe für uns keine Möglichkeit zu überleben. Unsere Vorräte sind praktisch erschöpft und die Polarnacht hat kaum begonnen. Logbuch des Kapitäns 11. Januar Bone und Hoover sind tot. Blackwalk liegt im Sterben. Ich muss sie auf ihrem Lager liegen lassen, denn es würde große Mühe kosten, sie hinauszuschleppen. Und ich muss meine Kräfte für die Tage schonen, die vor uns liegen. Bei einer Innentemperatur von einem Grad wird die Verwesung nicht allzu rasch einsetzen. Die Außentemperatur lag heute Mittag bei minus 48 Grad. Logbuch des Kapitäns 21. Januar Wahnsinnig vor Hunger In den vergangenen beiden Tagen hatten wir nichts zu essen, außer einer aus Holzspänen gekochten Brühe und den zarteren Teilen von Mr. Bones Stiefeln. Blackwalk ist heute früh gestorben. Es wurden keine Choräle gesungen, denn Harlan Hawkins ist in ein Koma gefallen und das Eskimo-Kind, das einzige andere menschliche Wesen, kann nur nach Essen schreien und seinen Darm entleeren. Ohne Nahrung gibt es hier für uns keine Hoffnung. Ich habe daher einen Entschluss gefasst. Ich werde Hawkins und das Kind auf einen Schlitten binden, den die vier von mir verschonten Hunde ziehen werden, und versuchen, die Eskimo-Siedlung in Äther zu erreichen. Wenn diese Leute unseren Zustand und das Kind immerhin eines der ihren sehen, werden sie uns gewiss helfen. Aufbruch Ein richtiger Held, denkt er triumphierend, als er die Peitsche auf die Schnauzen der vier Hunde niedersausen lässt. Wenn nur Mama und die Mädchen mich jetzt sehen könnten. Aber die Welt ist finster wie der Styx und kalt wie der Atem der Persephone. Nee, so kalt, dass die Gedanken in seinem Kopf zu gefrieren beginnen. Das Eis ist gezackt wie ein Sägeblatt und schneidet bei jedem qualvollen Schritt in die Füße. Lässt den Schlitten umstürzen und schürft die harten Pfoten der Hunde auf, als wären sie aus Wachs. Sieb-Su und der komatöse Hawkins sind auf den Schlitten gebunden und behindern das Vorankommen erheblich. Immer wieder bleiben die Hunde stehen und fallen übereinander her, sodass ich sie mit der Peitsche zur Raison bringen muss. Und doch drängt er unermüdlich voran. In seinem Großhirn ist ein Schlachtgesang der Marine festgefroren. Brüllt er. Eigentlich wollte er los ihr Höllenhunde rufen. Aber der Wind hat die Worte zurück in seine Kehle und bis hinunter in die Kälte geschockte Lunge geschoben. In Eta Draußen fährt der Wind über die glasklatte Oberfläche des Iglus und erzählt vom Sturm. Drinnen herrscht brüllende Hitze. Und von den drei Robben-Tranlampen steigt ein dicker, fettiger Rauch auf, der die Augen reizt. In der Mitte des Kuppeldachs tanzt eine sich windende schwarze Spirale, die durch das Belüftungsloch hinausgesaugt und von tödlichen Böen gepackt wird. Kresuk sitzt in Felle gehüllt auf dem Boden und schnauft heftig. Seine Augenbrauen sind weiß vor Frost. Der Körper einer großen Bartrobbe steckt in dem engen Einschlupfloch fest. Der Kopf, die langen Barthaare, die kalten, toten Augen liegen zwischen Kresuks Füßen. Das Schwanzende, die Hinterflossen sind draußen, im Wind und in der Kälte, während der dicke Bauch wie ein Korken im Tunnel steckt. Kresuk zieht am Kopf des Tieres. Er lächelt. Bei seinem ersten Geschäft mit den dünnen Männern war er unbedacht und hat seinen halben Wintervorrat an Fleisch für ein paar Knöpfe und Perlen eingetauscht. Und so musste er hungrig hinaus aufs Pack-Eis, auf die Jagd. Er hatte keine andere Wahl. Bunjak murrte, die Hunde heulten. Metek murmelte jedes Mal, wenn Kresuk sich bei ihm zum Essen einlud, in sich hinein. Aber jetzt betrachtet er die Robbe und denkt. Ein Fest. Dann Stimmen von draußen. Bunjak. Metek. Meteks Weib. Kresuk kniet sich hin, schiebt eine Hand unter jede Brustflosse und lehnt sich zurück. Er spürt, dass die anderen am fetten Rumpf der Robbe schieben. Es gibt einen Augenblick des Beharrens, des Gleichgewichts der Kräfte. Und dann ein obszönes, feucht schmatzendes Geräusch. Kresuk sitzt den Kopf der Robbe im Schoß auf seinem Ahnack. Und Unjak und seine Freunde kriechen herein und lachen. Später, mit vollem Bauch, legt Kresuk sich zu Unjak. Die Halskette mit den Perlen und Uhren klirrt, als er sich auf die Felle bettet. Unjak ist runder als sonst. Er legt das Ohr an ihrem Bauch und bricht im bellendes Lachen aus. Etwas bewegt sich, dicht unter der Haut. Er setzt sich auf und grinst. Metek sagt etwas von Söhnen, so stark wie Bären. Der Wind heult. Und Kresuk sieht verblüfft an sich hinab. Bei einer der Uhren hat der Sekundenzeiger unter dem glatten Kristall seine Runde um das Zifferblatt wieder aufgenommen. Er kriecht ruckend wie ein Insekt. Und die Uhr hat begonnen zu ticken. Ein Schlafmittel Es ist ein Schlafmittel. Es besänftigt. Es beruhigt. Es verbreitet eine mütterliche Wärme. Wie ein Schlafmittel. Captain John Pennington Frank ist müde. Unendlich müde. Er spürt das Brennen nicht mehr und möchte sich am liebsten hier auf das Packeis legen. Das Kind und Hawkins sind auf dem Schlitten festgebunden. Aber so steif wie zwei Fahnen stammen. Der Frost lässt ihre Lippen glänzen. Die Hunde haben aufgegeben. Zwischen ihren Zehen verkrustet gefrorenes Blut. Liegen zusammengerollt da. Und Winseln. Pennington hat die Kraft nicht mehr, die Peitsche noch einmal knallen zu lassen. Er ist benommen, taumelt, schafft es gerade mal die Griffe des Schlittens zu umklammern. Aber es ist warm. Eigenartig warm. Es ist kein Sturm, sondern ein laues Lüftchen. Ein Schlaflied für seine müden Ohren. Wenn ich mich nur hinlegen könnte. Nur für einen Augenblick. Der Polarforscher von T.C. Boyle aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren Es sprachen Erzähler Matthias Matschke und Hans-Peter Hallwachs Captain John Pennington Frank David Nathan Gouverneur Pigby Bert Franzke Metek Thilo Schmitz Kresuk Oliver Stritzel und Uta Halland Komposition Harman Ton Martin Selig und Monika Steffens Regieassistenz Maja Markwort Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2009 Meine Damen und Herren Sie hören heute Lauschangriff von Uwe Thimm Das Hörspiel ist in Kunstkopfstereophonie aufgenommen Eine optimale Wiedergabe des Raum- und Höreindrucks wird erreicht wenn man die Sendung mit einem Stereogerät über die angeschlossenen Kopfhörer empfängt Selbstverständlich ist das Hörspiel auch ohne diese Vorkehrungen zu empfangen Hören Sie nun Lauschangriff von Uwe Thimm Die Regie hat Dieter Karz Schaut mal an Wollen Sie mal reinhören? Ja Kontaktposition 1 Nichts Dreh mal auf Noch weiter Was ist denn das? Tja Warte mal Weiß nicht Das ist der Fahrstuhl Den kannst du durch die Wohnungstür hören So, jetzt gehen wir auf Kontaktposition 2 Ah ja Das ist das Wohnzimmer Und jetzt auf 3 Da dreht er auch auf Aha Weißt du was das ist? Ne Das ist der Eisschrank Jetzt gehen wir rüber auf die 4 Das ist der Eisschrank Mehr Saft Mehr Saft Oh Hörst du? Das ist er Das ist er Jetzt gehen wir auf 5 Das ist das Klo Gehen wir wieder auf 2 Ist da niemand? Ah Ich höre nix Geh auf die 4 Verdammt Geh doch runter Ist doch ein Wahnsinn Sowas Dass der noch so einen alten Wecker hat Also Mensch Meier Und den hat er genau draufgestellt Ich denke das Mikro ist am Heizungskörper Na Was Das ist da längst überholt Der Trick ist schon beim bestreigen der Arche Noah Als veraltet zurückgewiesen worden Da greift doch inzwischen jeder sofort hin Hörn Sie mal Ja ja Morgenstunde hat Gold im Munde Wie viele sind denn da drin? Ich hab keine Ahnung Na 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 Das müssen wir raus hören Aber fest steht schon mal Da sind keine Kinder Kinder sind bei unserer Arbeit das Schlimmste Jetzt nehmen wir alle Positionen simultan Der stellt sich jetzt Wasser auf Ist das überhaupt ein Mann? Na klar Und was macht er? Ich meine beruflich Ich weiß nicht Aber Sie waren doch in der Wohnung Also hör mal Hier beim Außendienst Da duzt man sich Na ja ich war drin Aber ich hab ja nur die Mikros angebracht Die Sichtung der Wohnung Das machen die Kollegen der Abteilung D Jetzt gehen wir mal auf die Position 5 Na da sitzt Millimeter genau Wo denn? Ja am Klosett Sockel Unter der Porzellankrempe Warum denn gerade da? Das sind Erfahrungswerte Die Profis die besprechen sich immer im Bad Und dann lassen sie zugleich die Dusche laufen Und setzen sich dann meistens aufs Klo Ja Was ist denn das? Ist ja ein Wahnsinn Da ist doch was passiert Ja vielleicht hat er sich verbrüht Vielleicht Oder da ist noch jemand Ja Vielleicht kennt ihn die Psst Sei doch mal ruhig Herzversorgung Was? Oh ne Oh ne Im Gegenteil Ja aber dann Da müsste noch ne Frau drin sein Ja höchstwahrscheinlich Haben wir aber nichts gehört Ja hätten wir doch irgendwas hören müssen Meine Die hätten doch irgendwas sagen müssen Irgendwas reden vorher Hast du ne Ahnung? Ja aber man müsste doch irgendwie auch ne Frau hören Komisch Jetzt ist es ganz still Wenn der nun Einen Herzanfall Gehabt hätte Ja was hätten wir denn dann gemacht? Ja das wäre ein Hammer Ja dann hätten wir Die Polizei angerufen Aber anonym Ne ne Weißt du also Mein Herzanfall Das schreist ihm nicht so Oh oh Was ist das? Ach Na sowas Jetzt haben wir schon gedacht Wir hätten ihn bei ner saftigen Morgennummer erwischt Dabei macht der Erhobig mit Urschrei In der guten Stube Also siehste Das ist das tolle am Außendienst Da ist immer Ne Überraschung fällig Der soll jetzt mal langsam zur Sache kommen Warum wird da überhaupt observiert? Was weiß ich Sie wissen das nicht? Nein Nein Ich sag's doch Wir Wir sitzen hier rumhorchen Und wissen gar nicht warum Das hat doch gar keinen Sinn Also hör mal zu Das hat schon seinen Sinn Da musst du dir nicht den Kopf zerweichen Die im 1C Die wissen ganz genau warum Aber das hat seinen guten Grund Dass wir es nicht wissen Wenn man nämlich nichts weiß Dann hört man genauer hin Verstehst du? Unvoreingenommene Verstehst du? Ja und die wissen ja oben auch nicht genau Ob wir clean sind Verlassen kannst du dich in unserem Beruf auf niemand Nicht mal auf dich selber Das ist eine Faustregel Wenn du nichts weißt Dann kannst du auch nie in Versuchung kommen Verstehst du? Zahlermann und Söhne Wie bist denn du eigentlich zu uns gekommen? Durch die Berufsberatung Hä? Berufsberatung? Ja Ich wollte eigentlich Lehrer werden Physik und Deutsch Momentan ist aber alles voll Einstellungsstopp Na da Haben Sie mich auf dem Arbeitsamt gefragt Sind Sie technisch interessiert? Hab ich ja gesagt Können Sie zwischen den Zeilen lesen? Klar Klar soll ich etwa Taxi fahren oder was? Naja So kam das Jetzt mach ich mein Praktikum Also Höhere Laufbahn Bist du zum ersten Mal Auf Außendienst? Tja da hat sich in den letzten Jahren ja vieles geändert Die kommen alle von der Uni Die neuen Wegen der Akademikerschwemme Wir kamen ja noch aus der Praxis Erst Wehrmacht und dann Polizeidienst Zwar Streif, aber nicht im Auto Alles zu Fuß Mit dem Hund an der Leine Wir hatten noch gute Kontakte zur Bevölkerung Heute weißt du ein Kind gar nicht mehr Was ein Schupo ist Dann habe ich mich freiwillig Gemeldet Aus Interesse Und Überzeugung Tja Und jetzt kommt der Nachwuchs über die Berufsberatung Na immerhin Noch expandieren wir Oh Weißt du was das ist? Nein Der putzt sich die Zähne Elektrisch Aber das ist ein altes Modell Und jedenfalls hat er kein Gebiss Wissen Sie denn das? Na das höre ich Ich höre das Wenn ein Gebiss drin hat und bürstet elektrisch Dann klingt es ein bisschen dumpfer Mit der Zeit kriegst du dann feines Gehör Für solche Nuancen im Alltag Ja schön, aber Müssen wir uns die ganze Morgentoilette von dem anhören? Na aber jetzt mal ruhig du Ruhe Das gehört zum Beruf Da geht nix Hopp hopp Die Leute haben ganz falsche Vorstellungen Von unserer Arbeit Hier musst du dich in Geduld üben Das ganze Berufsbild ist verdorben Durch diese James Bond Filme Vor ein paar Jahren Da wollten lauter Umsteiger zu uns So Manager Advokaten Speditionskaufleute So junge Stänze Die dachten Die könnten bei uns mit dem Ballermann rumlaufen Und blonde Weiber stemmen Aber nix da Das ist Kleinarbeit Saubere Kleinarbeit Und verdammt mühselig Und sehr oft kommt nix bei raus Ja oder nur so ein kleiner Industrie spiel Von der weiten Welt Keine Spur Ja durch die Terrorszene Da ist allerdings ein frischer Wind reingekommen Aber sonst Obwohl die Arbeitsbedingungen Sich enorm verbessert haben Wir hier zum Beispiel Wir sitzen im Trocknen Und lassen die Technik für uns arbeiten Früher war das ja ganz anders Da wurde man voll gefordert Auch körperlich Ich machste dir gar keine Vorstellung Anfang der 50er Hatte ich mal einen Fall in Bonn Musste da einen Abgeordneten observieren Der war damals noch schwer linkslastig Und später Minister Der Name ist ihr Berufsgeheimnis Und ich saß vor seiner Wohnung In so einem Luftschacht Der war mit Blech ausgeschlagen Und ich saß da in so einem Knick Verstehst du? Ganz eng Die Beine angezogen Die Knie fast an den Ohren Und im Winter Eiskalt Sechs Grad Minus Und das zog wie Hechtsuppe In dem Schacht Da mussten mich die Kollegen Von der Ablösung rausziehen Und regelrecht entknoten Das ist Tatsache Oh ja Sechs Tage war ich da im Einsatz Und seitdem Hab ich einen chronischen Blasenkartan Naja, es ist eine Berufskrankheit Und äh Scheiß Ei, ei Ja, jetzt frühstück da Nicht, ich meine Heute mit der Technik Ist das doch nur noch Ein heiteres Beruf verraten Oh, endlich los! Ring schaltung Kaminski? Ja, hier Helmut Wie geht's dir? Ich hoffe, ich hab dich nicht aus dem Bett geholt Nein, nein Und wie geht's dir? Gut Soweit die Floskel reicht Hast du das mal prüfen können mit dem Tschüss? Ich weiß Ja, ja, ja Ich hab nachgesehen Also, das Tschüss ist nicht aus dem spanischen Adios von Österreich über Süddeutschland in den Norden gekommen Sondern es kommt im norddeutschen Raum von dem französischen Adios Das ist nämlich im 18. Jahrhundert mit dem französischen in den Norden gekommen und wurde dort von dem Plattdeutschen zu dem mundgerechten Adieu und Adiüs gemodelt und langsam wurde daraus Tschüss und Tschüss. In Mecklenburg und nur dort hat sich noch die Form an Tschüss erhalten. Tschüss hat also zwei Wurzeln. Im Süden kommt es aus dem spanischen Adios und im Norden aus dem französischen Adieu. Interessant. Es hilft mir weiter. Gut Sag mal, ich bin momentan sehr klamm. Kannst du vielleicht? Ist noch kein Geld in Sicht. Hab von Boll noch nichts gehört und der KL ist ja ganz abgetaucht. Tausend könnte ich dir geben. Nur immerhin. Müsste sie aber in spätestens zwei Wochen wieder haben, wenn dir das hilft. Ja, doch. Danke. Durch steten Tropfen wächst der Stalagmit. Kann ich abends vorbeikommen? Wenn du kannst, besser sofort. Ich fahre nämlich nachher. Ach. Komm erst Montag zurück. In einer Stunde bin ich da. Reicht das? Ja, ja. Bis dann. Ah, tschüss. Tschüss. Gesundheit. Interessant, nicht? Ich meine, was der über den KL gesagt hat. Abgetaucht. Ja, und merkwürdig, diese Etymologie von Tschüss. Äthi... Ach so, ne, ja, ja. Das ist vielleicht ein Code, ne? Ne, weißt du, was ich am interessantesten fand? Ja, die Sache mit dem Geld. Oh, nein, 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 nein. Der Hinweis auf Mecklenburg. Ja. Vielleicht ist er gern mal nicht. Naja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Abwachen. Abwachen. Und Tee trinken. Das ist Knäckeburg. Wo haben Sie denn die Wanze angebracht? Also, hör mal, Wanze ist Journalie, das heißt Mikro. Ja? Ja. Das ist hinterm Küchenbord. Die Küche ist besonders kitzlig für Lauschaktionen. Aber das hängt vom jeweiligen Objekt ab. Am schlimmsten sind ja Familien, wo die Frauen nicht arbeiten. Also, ich meine, wo sie den ganzen Tag in der Wohnung so rumpitschern. Da bist du vor nichts sicher. Du glaubst gar nicht, wo die überall Staub wischen. Ja. Aber Gottlob setzen sich unsere Lauschobjekte meist aus Personenkaisen zusammen, bei denen nur sehr selten Staub gewischt wird. Nicht nur. Nein. Recherche ist nicht alles. Was, was sagt er? Die Leerstellen, die sind interessant. Tja, aber für Sie natürlich. Wenn man da überhaupt natürlich sagen darf. Was redet der? Sag mal. Welche Botschaften? Was wollen Sie für Botschaften? Die sind doch so flach wie die Nordseestrände. Was diktiert der? Bei den Platzwiesen, bitte. Aussage, wenn ich das schon höre. Was für ein Ding? Sie lesen. Aber wie? Genau das wollte ich nicht. Du. Bitte, dann eben nicht. Der führt Selbstgespräche. Sie glauben, Sie haben mich in der Hand. Aber ich sage Ihnen eins, Sie sind ein Arsch. Ein Arsch mit Ohren. Ein riesengroßer Arsch von Perotti verkleidet. Ich gehe hier, hier, hier. Da starten Sie. Was? Du Selbstgespräche. Na, die wären für uns natürlich am interessantesten. Da wissen wir gleich, was los ist. Aber man müsste in den Kopf reinhören können. Aber da kommen wir noch nicht ran. Noch nicht. Das ist ein was? Das ist eine Stalin-Orgel. Was? Eine Schreibmaschine, eine elektrische. Scheiße. Haha. Jetzt pinselt er. Was? Ja, der hat sich vertippt. Das ist der Typ des Pinselers. Siehst du? Ja, ja. Das ist der Typ, der pinselt. Einige nehmen ja Tipp-Ex und der hier pinselt. Aha. Und was ist der Unterschied? Das ist eine reine Charakterfrage. Beim Pinseln, da musst du einen kühnen Strich haben. Und beim Tipp-Ex, da musst du fummeln und schieben. Die Pinsel, die haben ja was Genialisches. Das weiß ich seit der Spiegelaktion 1962. Da wusste man sofort beim Lesen der Artikel, das ist ein Pinseler und das ist ein Exer. Ja, 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 ja. Das ist eindeutig. Der schreibt zehn Finger blind. Aber was? Was? Was schreibt der? Das ist doch wichtig. Ja, klar. Aber jetzt können wir es doch nicht sehen. Da kümmern sich später die Kollegen von der Sichtabteilung drum. Ist der Journalist? Wahrscheinlich, ja. Für einen Wissenschaftler schreibt er zu schnell. Journalisten. Oh, das ist eine sehr ergiebige Berufsgruppe für uns. Wenn es die nicht gäbe, dann müssten wir Planstellen streichen. Naja, der kann es ganz gut. So ein Scheiß. Ein verdammter Scheiß. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt so nicht. Mein Mist. Verflüxt. Na, 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 na. Oh. Weg ist er. Ganz schön jähzornig, was? Und jetzt? Oh, mach dir keine Sorgen. Die Kollegen draußen behalten den im Auge. Ach, so. Und wir machen jetzt erstmal Pause. Ich stelle mal die Automatik ein. So, hast du nichts dabei? Ja. Na, dann kriegst du eine Stulle von mir. Und Kaffee. Ach, es geht ja nichts über eine Thermosflasche. Ah ja, äh, ich stelle mal ab. Ey, ich schalte wieder ein. Ja, so geht's. Na, was ist das? Das? Ja. Der Paarstuhl? Sehr gut. Na, jetzt wird's spannend. Pass auf, ich geh mal auf zwei. Ach, sieh mal an. Da hat er auch einen Lautsprecher. Jetzt geh auf die drei. Ist da noch jemand? Keine Ahnung. Psst. Nee, 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 nee. Das ist der Eisschrank. Ja, das klingt wie alter Scotch. Prost. Siehste. Ist doch noch jemand da. Psst. Warte doch mal. Was ist denn was? Du verstehst es einfach nicht. Ui. Das sind andere Gefühle und Empfindungen. Und das ist nicht vergleichbar. Man fängt aber immer mit einem Knoten an. Was? Den Knoten hält man auf der Nadel mit dem Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand fest. Da noch einer. Psst. Den findest du eben anders, ganz anders. Wie soll ich sagen, das hat immer einen Zweck, ein Ziel. Ja, überhaupt, das ist der Unterschied, dass alles immer ein Ziel hat, immer Absicht. Und sich nicht mehr überraschen lassen. Einfach so, mal dem Zufall ausgehen. Denk mal an. Die Nadel muss man in die rechte Hand nehmen. Der Faden wird zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger der rechten Hand gehalten. Man nimmt den Faden A mit dem Zeigefinger der rechten Hand und schlingt ihn um die Nadel. Das ist ja toll. Man lässt die Nadel gleiten und ergreift den Faden A um ihn durch die Schleife B. B. Zum Beispiel. Wenn ich jemanden berühre oder so, nicht, dann ist das einfach schön, die Haut streicheln. Dann denke ich nicht, den will ich haben, das Streicheln ist schön. Na, hör mal. Und jetzt geht man wiederum durch die mit dem Faden A erhaltene Schleife oberhalb B. Schon wieder B. Man lässt den Knoten los und zieht am Faden C, ohne zu drücken. Oh, ohne zu drücken, warum redet der? Das ist ja wie im Irrenhaus. Nein, lass mich auf. Nee, nee, das ist ein Terroristen-Strickmuster, du. Der Faden kannst nicht. Hör mal zu, der Faden, der Faden, das ist der Schlüssel. Du verstehst nicht, dass diese ewig grapschenden Hände brutal sind. Ui. Immer gleich ans Ziel, an die Brust, zwischen die Beine, wie von einem Computer. Das ist ja auch der Wach, sowas. Lässt die Nadel gleiten und ergreif den Faden A um ihn durch die Schleife B zu ziehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist denn jetzt los? Das ist höchst sonderbar. Das gibt doch alles keinen Sinn. Doch, du. Vielleicht der Faden, der Faden, der könnte sein. Der könnte auf die Spur führen. Und was? Oh, ich hab doch so meine Vermutung. Also, nicht Mecklenburg, verstehst du? Nee, nee, das ist klarer Terror-Szene. Warum sind die so still? Erst quatschen die so viel? Und jetzt gar nichts mehr. Ja, warte doch ab. Hör mal zu. Sich nicht mehr überraschen lassen. Einfach so, mal dem Zufall ausliegen. Die Nadel muss man in die rechte Hand nehmen. Der Faden wird zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfaden. Das haben wir doch schon mal gehört. Ja, 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 ja. Also, so. Menschenskinder, das ist ja... Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ist das ein Turmbandamateur? Und wir haben einen Knochen im Penis. Na, das gibt's doch nicht. Was soll das? Was sucht der? Du, ich sag dir, wenn sie... Geht wiederum durch die mit dem Faden A erhaltene Schleife oberhalb von B... Wir sitzen hier nicht ohne Grund, das kannst du mir glauben. Das ist doch Blödsinn. Faden A, Schleife oberhalb von B und der soll da durchgehen. Das ist absolut sinnlos. Oh nein, mein Lieber. Nein, nein, das hat schon seinen Sinn. Das verstehst du eben nur, wenn du das als konspirativen Text liest, nicht? Guck mal, man geht durch die mit dem Faden A erhaltene Schleife oberhalb B, verstehst du? Nein. Das ist doch ein klarer Code. Vielleicht ein Waffenlager. Das musst du nur rauskriegen, den konspirativen Sinn von Faden und Schleife, nicht? Aber das müssen ja die Kollegen von der C2 knacken. Das tippen die in ihren Computer und zack, kommt da eine hochbrisante Botschaft raus. Da schlackest du nur mit den Ohren. Oh, endlich. Du, pass auf. Mach die Ringschaltung. Ja, so ist gut. Jetzt werden wir ihn gleich haben. Na, komm schon. Ist keiner da. Doch, pass auf. Sabine, hier ist Thomas. Kannst du reden? Er ist nach Berlin heute Morgen. Hi. Wie geht's dir? Beschissen. Mir auch. Dieser Niedelregen. Was wenigstens richtig regnen würde, war so. Fast hat alles zusammen. Kommt eins zum anderen. Hast du mit ihm geredet? Hm, versucht. Hörst gar nicht hin. Er versteht nur, was er verstehen will. Ich halte das alles nicht mehr aus. Der hört gar nicht mehr zu. Siehst du ja in den Augen. Ich hab das gestern schon dem lang gesagt. Sagen Sie es ihm doch, hat er gesagt. Hab ich schon. Schweigt er. Manchmal frage ich mich, will der mir überhaupt helfen? Oder nur mein Geld? Ach. Hab ich in der letzten Zeit überhaupt meine Zweifel. An den Analytikern sitzen da und sagen nichts, aber es klingelt in der Kasse. Ich hör das richtig klingeln. Denk mal. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, natürlich. Mir auch. Müsste sowas geben wie einen Warentest für Psychoanalytiker. Weißt du, ich hab immer mehr das Gefühl, dass sich alle an mich hängen. Ganz schamlos. Ja, ja. Irgendwie wollen alle was von mir. Hey, das ist ja... Du, der Sommerfeld, der Bruno, mein Analytiker, meine Schwiegermutter, meine Mutter. Das ist eine ganze Menge, ja. Für Bruno bin ich nur noch als Blitzerbleiter da. Kommt nach Hause, wälzt sich, brüllt rum, will das nicht essen und jenes nicht. Das ist verrückt. Heult. Dann verletzt er sich unentwegt. Er braucht bloß vom Stuhl aufzustehen und hat auf rätselhafte Weise eine Boile am Kopf. Das sind doch alles Neurotiker. Ach, was ist das? Die Lehrerin Bruno ist in der Schule so aggressiv. Was soll ich machen? Sag ich auf ihn eingehen, sagt sie, große Gott, auf ihn eingehen. Noch mehr, wie das? Und Sommerfeld kommt vom Flughafen und sagt mit seiner brüllend guten Laune, lass mal, der Bruno macht es schon. Das spricht sich der nur Grafie. Komm doch heute Abend rüber. Trinkt man Wein? Nein, ich mag nicht. Ich muss mal allein sein. Vielleicht nicht schlecht. Ich müsste eigentlich auch was tun. Ja, warte mal. Warum rufst du nicht einfach mal so an? Einfach so, um miteinander zu reden. Aber so. Ich bin doch kein Kohlgell. Das ist es genau, was ich vorhin sagte. Ich wollte ja mit dir reden. Darum habe ich ja angerufen. Natürlich, natürlich. Aber mit dem Bett im Auge. Na, hörst du das? Das ist ja typisch. Weißt du, manchmal würde ich am liebsten rausrennen. Schreien, schreien. Das glaube ich. Schrei doch mal. Bruno kommt. Oh, jetzt kommt der Alte von der... Hier, Olla. Schreien. Schreien. Schreien! Na, also das sind doch Schimpansen im Dschungel. Das ist ja... Die Frau... Das war doch genau dieselbe Stimme wie auf dem Tunnel. Ja, ja, genau, genau. Also, ich weiß nicht. Müssen wir uns den ganzen privaten Kram von denen anhören? Was heißt hier privater Kram? Gerade der ist doch wichtig. Kannst du bei den meisten noch gar nicht trennen. Privates und staatsgefährdendes. Das genau ist doch das Problem, jedenfalls bei den Überzeugungstätern. Und das sind heute die meisten und gefährlichsten. Bei denen ist doch alles verfilzt. Weiber, Geschichten, staatsfeindliche Umtriebe und... Und der Beruf. Ein Sumpf, sage ich dir. Das ist ein Sumpf. Da kommst du nur über die Privatsphäre ran. Was hat er denn? Ja, weiß nicht. Dreh mal auf. Hä? Schon wieder. Der verträgt eine ganze Menge. Ui, 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 ui. Auch das noch. Was denn? Na, jetzt liest er. Aber was sind Sie denn das? Das höre ich doch sofort. Oh Gott, lesen, das ist ja fürchterlich. Also, das kann dir wirklich den Beruf vergelten. Nicht die Operation abbrechen, kannst du nicht. Du musst ja auf Empfang bleiben. Aber du hörst nichts, nicht? Hin und wieder raschelt es, wenn er seine Seite umgeschlagen hat. Meine Zeitung geht ja noch, aber am schlimmsten sind Bücher. Oh je. Das dauert und dauert. Und du weißt natürlich auch nicht, was er liest, nicht? Und dann wird es ganz schlimm, wenn die lachen. Das ist richtig brutal. Du hörst die lachen, weißt aber nicht warum. Nun ja, meine Herren, das wird sich alles ändern. In zwei Jahren kommt Schmittchen Schleicher zum Einsatz. Was ist denn das? Oh, das ist ein Schleichbohrer. Den haben sie in England entwickelt. Das ist was ganz Tolles. Weißt du, da kannst du jede Betonwand durchbohren. Absolut geräuschlos. Dauert nur lange, so sechs bis acht Stunden. Aber dann hast du ein Loch von einem halben Millimeter Durchmesser. Da wird so ein Nadelöhr-Objektiv durchgeschoben, nicht? Vorne mit einer Weitwinkel-Optik. Die schiebst du so durch die Decke. Das ist ein winziges Loch. Das sieht kein Mensch. Und an dieser Endoskop-Optik vorne ist ein verstellbarer Spiegel. Da kannst du in jeden Winkel des Raums gucken. Da kannst du sogar mitlesen. Oder du wirst mal einen Blick ins Schlafzimmer. Na, was meinst du, was sich die Kollegen dann um die Einsätze drängeln? Ich bin ja dann schon in Pension. Leider, leider. Na ja, oder Gott sei Dank. Sonst bleibt ja nichts mehr für die Fantasie. Oh, Ringschaltung. Kann man jetzt gehen? Hier ist K.L. Ah, K.L. Ja, grüß dich. Na, mein Lieber, wie geht's dir? Ganz gut. Mehr ganz als gut, na ja. Ja, hast sicherlich schon auf den Anruf gewartet, nicht? Der Bollno war wieder mal nicht da. Der Bollno hat mir schon... War auf Reisen. Der musste festbinden, damit er mal was liest. Hat er denn? Ja. Inzwischen. Ich hab'n lange treten müssen, bis er sich endlich hingesetzt hat. Wir werden dich auch beitreten, ja. Zwischen Tür und Angel. War schon wieder auf dem Sprung nach Wien zu nem Vortrag. Denk mal an. Ich hab' ihm gesagt, Kaminski wartet vier Wochen. Das verstößt gegen die guten Sitten. Und? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, interessant und dann sagt er, sei doch schade, wenn dein Stück so lange rumliegt. Was für ein Stück? Der weiß ich doch nicht. Tja. Hä? Also wenn ich dich recht verstehe, bei euch ist das momentan nicht machbar. Genau. Was macht er? Wir haben einen unglaublichen Stau. Versuch's doch mal bei einem anderen Sender. Was beim Sender? Ich hab' da keine Bedenken. Irgendjemand macht das schon. Nur im Augenblick schreibt alle Welt Hörspiele. Ich glaub, das ist die Wirtschaftskrise. Hörspiele? Kennst ja meine Meinung. Hörspiele, wer hört die noch? Ja, weiß ich doch. Eine kleine auditive Minderheit. Hab' ich auch Bollno gesagt. Aber da war er schon wieder mit einem Bein im Flugzeug und im Nu inmitten Rom und... und Sansibar. Sansibar. Hörspiele. Ja. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Na, das ist ja ein tolles Ding. Das ist ja wirklich unfassbar. Jetzt geht er. Boing. Tja. Der schreibt Hörspiele. Ja. Tatsächlich. Also, das hab' ich noch nicht gehabt. Journalisten. Jede Menge. Ich hatte mal einen, der schrieb so Romane. Das ist ein ganz bekannter Mann. Warte mal, wie... Na, sieh, 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 äh, das Ding. Äh, na, Herr... Na ja, ist ja auch ganz egal. Ich meine, aber dieser Bursche hier, der heißt Kaminski. Kennst du den? Nee, nie gehört. Nee, nie gehört. Aber jetzt wird mal einiges klar. Auch das mit dem Faden und der Schlaufe. Ach. Für mich ja nicht. Wieso? Das war kein konspirativer Text. Nee, nee, das... Das war ganz harmlos. Ho! Ganz harmlos. Ist sowas doch nie. Wacht nur ab. Ich hab' schon Pferde vor der Apothek gekotzen sehen. Überleg doch mal. Das ist vielleicht ein ganz genialer Trick. Die senden im Rundfunk diesen ganzen Seich. Warum nicht das dann auch mit dem Faden und den Haken und Ösen? Verstehst du? Nicht? Und die denken, das ist Kunst. Tatsächlich hat das aber noch eine ganz andere Bedeutung. Da werden konspirative Informationen übermittelt. Ganz offiziell. Und mit öffentlich-rechtlichen Geldern. Und die Adressaten können das überall empfangen und dechiffrieren. Ich sage dir, da wird Subversives übers Radio verbreitet. Und einige hocken da und grübeln dann über den tieferen Sinn. Das glaube ich nicht. Also, das ist sehr unwahrscheinlich. In unserem Beruf ist gerade das Unwahrscheinliche wahrscheinlich. Aber das Hörspiel von Kaminski ist doch gerade abgelehnt worden. Na und? Du hast doch gehört. Dann nimmst du irgendwann ein anderer Sender. Oh nein, mein Junge, dass wir hier sitzen. Das hat schon seinen Grund, glaub mir. Vielleicht ist in der Leitung bei uns jemand genau auf den Gedanken gekommen. Und jetzt werden gerade flächendeckend alle Hörspielautoren observiert. Und nur so kommst du an gesicherte Werte und kannst jedes Verdachtmoment ausschließen. Oder kriegst du es bestätigt. Naja. So. Aber den haben jetzt die Kollegen an der Leine. Den haben wir. So, gehen wir auf Automatik. Der kommt ja so schnell nicht zurück. Der wird sich jetzt bestimmt kräftig allen reinflöten. Und wir müssen hier Überstunden schieben. Aber sonst kannst du 17 und 4. Was? Naja, also von mir aus was Feineres. Zahnpassion. Ja. Ja, bitte still ab. Ja, ja. Auf ein neues. Ja, ja. Dritten Sinne. Ja. Ja. Oje, jetzt ist mal was anderes. Äh, ich geh da mal auf die 3. Nein. Genau. Ich hab auch Durst. Wem sagst du denn? Bratwurst, Grillanlage, Schwinger. Ein Schwein gibt 10.000 Nürnberger Rostbratwürste, sehr toll. Aber die Belästigung durch den Raub für die Anlieger. Anlieger. Wie viele Engel haben auf einer Nadelspitze Platz. Na ja, das kommt vom Sausen. Dankener Arbeit. Genau genommen. Hört man auch nur das Rauschen im Kopf. Ja, ein Vollrausch. Ich hör nichts rauschen. Hört das Rauschen auf, ist das Innen-Außen. So einfach ist das. Der Tod ist keine Krankheit. Das ist die Metaphysik des Alltags. Sauber. Dieser Arschgeige, dieser faule Sack. Oje, hoffentlich fängt der nie wieder an zu lesen. Genau das. Und der hat ja ganz schön gedankt. Was macht er denn jetzt? Bruno macht's genau richtig. Bruno. Bruno zerschlägt sich den Kopf. Er hat die Beulen aus. Ich dagegen. Das ist das Komplizierte. Ja, du hast sie innen. Gott, was läuft der hier? Das andere ist ganz einfach. Ja. Oh, oh, nein, nein, bloß das nicht. Nein, bitte nicht. Als er eine entzündete Warze auf der Stirn allzu heftig kratzte, fing diese stark zu bluten an. Und er sagte, wäre das doch alles. Dann fragte er nach der Zeit. Ja, also der soll jetzt ins Bett gehen. Und man sagt ihm absichtlich, seit 12 Uhr, da er sich vor den Stundenvormittag fürchtete, erfreut, dass die Gefahr schon vorbei sei, eilte jetzt fast. Er ist ganz harmlos. Nee, nee, du, harmlos ist keiner. Nein, nein, nein. Das lasst ihr mal sagen, nach 40 Jahren Berufserfahrung, da ist jeder gefährdet und viele wissen das nicht mal. Ja, vielleicht. Aber warum dieser enorme Aufwand? Tja. Na ja, erstmal wissen wir von dem bis jetzt so gut wie nichts. Der putzt sich früh die Zähne, macht Morgengymnastik und schreibt. Hm. Ja, das ist nicht viel. Aber weißt du, was der schreibt? Mit wem der sonst verkehrt? Oder was denkt der? Und selbst wenn er clean ist, dann gilt immer noch die gute alte Faustregel, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Darin liegt doch der Wert unserer Arbeit, dass wir vorsorgen. Nimm zum Beispiel die Schwulen, ne? Na ja, also, ich meine, ich hab nix gegen Schwule. Von mir aus sollen die doch, wie sie wollen. Aber die fangen heute an, Gruppen zu bilden, dann gehen sie in die Öffentlichkeit. Mehr Recht für hintenrum, ne? Ziehen sie rum mit Transparenten und so und wer sagt dir, dass die morgen nicht militant werden? Und dann geht plötzlich eine Bombe vom Familienministerium hoch oder sowas. Ne, ne, das ist gut zu wissen. Wer ist schwul? Wer von denen ist Chemiker? Wer trägt ne Brille? Wer hat Karies, ne? Und dann hast du schon eine überschaubare Gruppe von potenziellen Tätern, weil, sagen wir mal, neben der Bombe ein Kaugummi gefunden wurde. Und die Daten fütterst du dem PIZ ein. Das ist das Personen-, äh, die Personenidentifizierungszentrale, nicht? Und da hast du schon einen ganz schönen Durchblick. Ja, das ist das Tolle an der Technik. Man kann Verbrechen sogar im Voraus erkennen und verhindern. Das ist ne echte Vorbeugung. Man muss ja die Leute vor sich selber schützen. Immer nach dem Motto, vorbeugen ist besser als nachbohren. Ich bin ich, nicht Sommerfeld. Ja, ja, schon gut. Der Unterschied, meine Träume, meine Wünsche. Kann ich dir sagen, über die Wiese Gobi fliegen, aber lautlos. Chinesisch sprechen nach Krakatau-Farm. Habe ich gewusst, habe ich gewusst. Krakatau, wo liegt denn das? Na, keine Ahnung. Ach, hoffentlich kriegt er jetzt bald die Kurve. Das habe ich immer gesagt, immer. Wo ist da anfangen, wo die Apparate noch nicht rankommen? Noch nicht. Mhm. Auch nicht die Bezirksämter. Nicht die Standesämter und die Katasterämter. Den Zerfall steuern. Aber lustvoll. Vielleicht ist er doch nicht so ohne. Ne, was der jetzt quatscht, das kannst du vergessen. Das ist alles Nonsens. Ne, ne. Geh mal aufs Klo. Was? Gott, meinst du hin? Ja. Na klar. Muss das sein? Da denkst du, wir machen hier ganz zum Schluss auf Dezent. Ne, ne. Das kannst du dir in unserem Gewerbe nicht leisten. Hier bist du wirklich vor keiner Überraschung sicher. Na gut. Dann. Hi, Gott. Na, der ist ja mittendrin. Du, also die hatten mal einen, der ging 14 Tage in den Keller und schaufelte seine Kohlen um. Wir dachten schon, der hat einen Sprung in der Schüssel, nicht? Und wollten schon abbrechen. Und da am 14. Tag. Hey, hey, hey. Ja, ja, schon gut. Also, am 14. Tag, da kommt es im Kohlenkeller zu einem konspirativen Treff. Das musst du dir merken. Alles war schon einmal da, nur kein Damen-Pissoir. Export. Das ist es. Treppminen. Labiale Explosionen. Mit durcheinanderlaufenden Spuren hinterher. Geh mal, geh mal mit ihm mit ins Schlafzimmer. Also, die vier. Merkwürdig. Warum zieht der denn den Wecker auf? Das möchte ich auch mal wissen. Und dann noch so ein altes Monstrum. Na, nun geh mal pennen, oller. Ja, ja. Es bleiben eben noch viele Fragen offen, ne? Ja, schlaf schön. Wladivostok. Oh, trei auf. Und Pompeji. Dazwischen der leere Raum. Die Ebenen. Da ist die mal hinter euch was. Mit der Nacht. Und an die andere Seite. Zehntausend Nürnberger Rostbratwürste aus einer Saar. Ist nicht schlecht. Feige, miese Bürokraten. Meine Bombe drauf. Haben Sie das gehört? Ja, ja. Aber das kannst du nicht wörtlich nehmen. Der ist doch voll wie eine Strandhauwitze. Ja, ja. Du pennen da wohl. Oh, ja. So, und wir hätten es geschafft. Ich hab mich hier morgen beurlauben lassen. Ich muss mal zum Zahnarzt. Und du nimmst die Bänder mit und bringst sie ins Labor morgen früh. Ja, ist gut. Ich soll das mal auswerten. Aber pass auf, dass du sie nicht irgendwo liegen lässt. Oh, mein Gott. Na ja, du weißt ja. Alles war schon einmal da. So, ja, ja, ja. Also Schluss für heute. Und du weißt ja. 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 Meine Damen und Herren, in WDR 3 Hörspiel hörten Sie Lauschangriff von Uwe Thimm. Es sprachen Hans-Helmut Dicco, Pierre Franck, Michael Thomas, Jan Eberwein, Reinhard Firchow, Jochen Kolender und Christa Posch. Technische Realisation Erhard Hafner, Maria Meerländer und Jorina Ploschis. Regieassistenz Georg K. Berres. Die Regie hatte Dieter Karls. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahr 1984. Redaktion Götz Schmedes. The Night of the Hunter von Charles Lawton ist für viele Cineasten, Kritiker, Schriftsteller und Schauspieler der schönste amerikanische Film der Welt. Seine kommerziell übrigens erfolglose Mischung aus Märchen und Filmnoir hat für Cineasten aber nach wie vor das gewisse Etwas. Was das ist, davon erzählt das Hörspiel Minutentexte in verschiedenen, etwa einer Minute langen Einzeltexten. Hier erzählen, interpretieren und schildern Cineasten einzelne Szenen und Sequenzen des Films. Daraus wird dann so etwas wie eine Hörspiel-Twitter-Sequenz zum Hashtag Night of the Hunter. Minutentexte. Eine Collage von Michael Baute und Volker Pantenborg. Regie Oliver Sturm. Zwei Kinder in einem Holzboot auf einem Fluss in einem Film von 1955. Ein Junge und ein Mädchen. Zwei Kinder in einem Holzboot auf einem Fluss. Sie treiben die Strömung hinab. Das Mädchen singt, ihr Bruder schläft. Sie sind auf der Flucht. Sie haben etwas, das er, der schwarze Mann, gern hätte. Schwarz-weiße Flächen, ein Glitzern auf dem Wasser, Tiere in greller Beleuchtung vorne am Bildrand. Ein Spinnennetz, eine Kröte, eine Schildkröte, zwei Hasen. Wer diese Bilder gesehen hat, im Kino, im Fernsehen, der vergisst sie nicht. Der Film heißt The Night of the Hunter und ist von Charles Lawton. Es ist seine einzige Arbeit als Regisseur geblieben. Jacques Révette nannte The Night of the Hunter den verblüffendsten Meteor der Filmgeschichte. Serge Danais, den schönsten amerikanischen Film der Welt und das ganze Kino in einem Film. Das Lied trägt uns zurück an den Anfang der Geschichte, an den Anfang des Films, zu einem anderen Lied. Dream, little one, dream. Dream, my little one, dream. So dream, little one, dream. Now, you remember, children, how I told you last Sunday about the good Lord going up into the mountain and talking to the people? And how he said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Keine Angst, hier ist alles Traum. Irgendetwas stimmt hier nicht. Nun Kinder, ihr erinnert euch ja, was ich euch letzten Sonntag erzählt habe. Sind die ersten Worte des Films. Im Vertrauen erweckenden Ton einer Sonntagsschullehrerin, der Lilian Gisch ihr Gesicht gibt, findet sich das Kinopublikum angesprochen. Die Frau trägt einen Schulterschal, dessen Wellenmuster nicht recht zu dem ehrbar karierten Hemd passt und eher gedankenlos trappiert ist. Sie ist puritanisch, aber nicht in Reinform. Da ist etwas Calamity Jane in dem American Gothic. Dem Epiphanischen wirkt der Hauch von Flintenweib in ihrer Aufmachung und Kontenanz entgegen. Sie beginnt sofort zu sprechen, im Alltagstonfall. Für eine Marienerscheinung am Himmel ziemlich unfeierlich. Sie weiß nicht, dass sie da oben ist. Nun Kinder, ihr erinnert euch ja, was ich euch letzten Sonntag erzählt habe. Sind die ersten Worte des Films. Ein Filmgesicht, das nicht erst seit D. W. Griffith's Birth of a Nation dem Kinopublikum als die Personifikation des Guten bekannt ist. Lilian Gisch. Schon 1955 ist sie, wie wir sehen, eine alte Frau. Sie starb 1993, zum Kopfschütteln nah am dreistelligen Bereich. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit, wherefore by their fruits ye shall know them. In diesem Moment des Prologs kündigt sich der Film als die Erzählung einer Gleichnisgeschichte an, in der es um Vertrauen und Sicherheit, Determination, um Prädestination und die Suggestivkraft des Ansichtigen geht. Um Zweifel und Verführung durch die Performance von Glaubwürdigkeit, die in der Rhetorik der Selbstdarstellung auf vertrauensbildende Maßnahmen baut. Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one night, she flew away, flew away. Lord, I am tired. Sometimes I wonder if you really understand. Not that you mind the killings. Your book is full of killings. Drei Motive, die im Film wirksam werden. Die Versessenheit aufs Geld, die Lust, sündige Frauen zu töten, die Religiosität, die den Schatten einer abgrundbösen und schreckenerregenden Scheinheiligkeit auf die Welt wirft. Das geht durch den ganzen Film. Eine Figur von bigotter, perverser Religiosität und einer bizarren metaphysischen Bosheit. Kaum Fahrtwind im Studio. Ohne uns anzublicken, spricht er zu uns und mit seinem Gott über die Toten, die er hinterlassen hat. Auf einer zweiten Bildebene ein Friedhof im Hintergrund als Rückprojektion. Die beiden Ebenen verschmelzen nicht. Der Friedhof in natürlichem Licht, der Prediger plastisch ausgeleuchtet. Not that you mind the killings. Your book is full of killings. Not that you mind the killings, sagt der Prediger zu Gott. Your book is full of killings. Dann eine abrupte, gewalttätige Geste mit der rechten Hand. Er bedient den Schaltknüppel seines Wagens, als ob er den Motor abwürgen wollte. Eine erste Tötungsgeste, die sich eine halbe Minute später mit einem Messer in der Hand wiederholt. Und dann sagt er uns, welche Sache er eigentlich würgen möchte. But there are things you do hate, Lord. Perfume smelling things. Lacy things. Things with curly hair. Perfume smelling things. Lacy things. Things with curly hair. Dann wieder Powell. Näher. Und ein Schwenk mit Zufahrt nimmt uns mit zu seiner Hand. Jetzt hell beleuchtet. Wir sehen auf seinen Fingern den Gefühlszustand geschrieben, den wir vorher in seinem Gesicht sahen. H-A-T-E. Hate. Die Hand ballt sich zur Faust. Verschwindet in seiner Jackentasche. Und dann geht es schnell. Kurz sein Gesicht. Verächtlich und hasserfüllt. Zurück zur Jackentasche. Näher. Die Klinge eines Messers schießt durch den Stoff. Schlitzt ihn auf. Die Bewegung kommt zum Stillstand. Freeze frame. Vielleicht acht Frames oder mehr. Das erigierte Messer. Zurück auf Powells Gesicht sehen wir, dass ihm das Öffnen des Messers Erleichterung verschafft hat. Sein Gesichtsausdruck ist jetzt entspannt. Fast verzückt wendet er seinen Blick himmelwärts. Später im Film, kurz vor der Ermordung seiner Ehefrau, steht er im Zimmer, bevor er sich über sie beugt. Da hat er eine ähnlich verzückte, verzerrte, exaltierte Körperhaltung, fast dieselbe Kopfhaltung und denselben Blick. Harry Powell, fahrender Prediger der Misogynie, des Wortes mächtig wie der zupackenden Tat. Ein pathologischer Raubmörder, Witwen schlachten durch die Provinz vagabundierend, stets auf der Suche nach dem nächsten arglosen Strumpf, der seiner Mission den gehörig Vortrieb verschafft. Überstürzt kommt Ben Harper mit Pistole in der einen und Geldbündel in der anderen Hand aus der Stadt zurück. Überstürzt kommt Ben Harper mit Pistole in der einen und Geldbündel in der anderen Hand aus der Stadt zurück. Als wäre er durch einen verborgenen Magnetismus mit ihm verbunden, springt John auf und seinem Vater entgegen. Als wäre er durch einen verborgenen Magnetismus mit ihm verbunden, springt John auf und seinem Vater entgegen. Der kleine Junge mit dem amerikanischsten aller Vornamen. Ben Harper war ein guter Mann in einer bösen Zeit, einer hungrigen Zeit. Und so nahm er eines Tages einen Revolver, ging in eine Bank, ließ sich seinen Lohn auszahlen und tötete zwei Männer. Verwundet floh er mit dem gestohlenen Vermögen nach Hause und betete in seinem gebrochenen Geist, dass dieses Geld eines Tages Versorgung für seine Lieben sein würde, dass diese gestohlenen 10.000 Dollar seine Kinder vor dem kalten Schatten der Not bewahren würden. Sogar als die Polizei-Sirenendicht hinter ihm bei seinem Haus am Fluss aufholten, versteckte Ben den verfluchten, zerknitterten Schatz in der Puppe seiner kleinen Tochter. Und er ließ John schwören und er ließ Pearl schwören, dass sie es nie verraten würden, dass sie es nie, nie verraten würden. Never, never tell. And they took Ben away and sentenced him to hang. Now by a strange and unholy chance, there happened to be in the same prison cell with Ben Harper, a man called Preacher. Ein Priester setzt sich zu Ben an den Rand der Pritsche, in Sträflingskleidung. Er hatte gehört, wie der Kindsvater im Schlaf von der Beute sprach. Das Versteck der Beute will er wissen. 13. Minute Das Ende von Johns Kindheit hat begonnen. Die Kinder. Der Vater wird aufgehängt und die Kinder leben weiter mit dem, was ihnen geblieben ist. Das geraubte Geld versteckt in der Puppe, in der Hand des Mädchens. Sie haben dem Vater geschworen, das Versteck nicht preiszugeben. Und mit dem Schwur sind sie mit einem unwillkürlichen Schritt in die Welt der Erwachsenen getreten und können nicht mehr zurück. Sie sind zu zweit. Sie haben also nichts als einander. Und in der 14. Minute wird überdeutlich, was schon vorher üble Ahnung war. Den Kindern wird nicht geholfen werden. Jedenfalls lange nicht. Von niemandem. Und Robert Mitchum, auch das ist längst klar, wird gesetz- und mitleidlos sein Ziel verfolgen. Die Lokomotive braust heran. Im Zug verborgen, der Mann. Ba, da, da, du. Der symphonische Hammer. Tell me a story, John. Well, once upon a time, there is rich king, but himself a son and a daughter. They all lived in a castle over in Africa. Die Geschichte, die John seiner Schwester erzählt. Tell me a story, John. Well, once upon a time, there was a rich king, who had himself a son and a daughter. They all lived in a castle over in Africa. Then one day this king got taken away by some bad men. Vorher sagt der Vater dem Sohn noch schnell, er solle immer gut das Gold verteidigen, das er ihm hinterlässt. Eine kaum verhüllte Deckerzählung für die eigene Lage. Genau zum Stichwort Bad Men erscheint der Schatten des Bösen auf der Fensterscheibe. Der Schatten des Kopfes eines Mannes mit Predigerhut. Es sind deutsche Schatten, Wiener und Murnau-Schatten, Gothic Shadows. Der Filmexpressionismus ist sicher kein Zufall. Lawton, befreundet mit einer großen Anzahl von Hollywood-Leuten aus der europäischen Immigrantenszene von Brecht bis Billy Wilder, hat in diesem Film ein gutes Stück Hommage an die europäischen und speziell die deutschen Filmemacher der Prä-Nazi-Zeit untergebracht. Oder sogar in Germany, müsste Johns Erzählung im Klartext eigentlich lauten. Die Laterne, unter der Mitchum steht in der Szene beim Schattenwerfen, erinnert an Berliner Gaslaternen. Erinnerungen an Erinnerungen. Filmerinnerungen. Wohin man schaut. Perl reißt den Mund auf und hat ein schwarzes Loch im Gesicht. Sie richtet sich auf und zeigt mit dem Finger auf John und meint den Schatten, der ihn befallen hat. Hinter seinem Rücken spielt sich eine andere Geschichte ab, als die von ihm erzählte. Der Junge dreht und schaut auf die Wand hinter sich und sieht nicht sein, sondern den Schatten einer Büste eines Bekannten seines Vaters. In schwarz gehüllt steht John am Fenster. Im Gegenschuss steht Paul unter der Laterne, hinter Gittern, gelehnt an den Gartenzaun. Er muss geschrumpft sein, seit er seine Silhouette vorausgeworfen hat in den ersten Stock im Haus der Harpers. Der Mond bescheint die Laterne, die Paul bescheint, dessen Gesicht leuchtet. Sein Blick ist flach, er lehnt gelassen am Zaun. Er wendet sich ab, beginnt zum ersten Mal sein Lied, geht aus dem Bild und sein Gesang dauert. Johns Gesicht hält auf. Kurz sind er der Erscheinung nach, dann huscht er zu seiner Schwester ins Bett. Ein Schnitt in den Laden? Kurzer Dialog? Gute Ratschläge für die Mutter. Kinder erzieht man zu zweit und nicht allein. Die Mutter sagt, ich will keinen Ehemann. Und bei Ehemann denkt man schon nicht mehr an den gehängten Gatten, sondern an Mitchum, den Mann schlechthin, die Drohung. God works in a mysterious way his wonders to perform. Yes, I was with Brother Harper right up to the end. Von links nach rechts. Die Mutter Willa, die Ladenbesitzer Mr. Spoon und seine Frau, die unablässig in einem Kochtopf rührt. Die kleine Schwester Pearl auf dem Tisch hockend. Und rechts am Bildrand, als dunkler Gegensatz, hat der falsche Priester Harry Powell Platz genommen. Im Moment greift er nach der Stoffpuppe. Die gottverdammte Geldpuppe, die so aussieht wie sie, wie die Karikatur eines Kinderporträts von Betty Davis. Die ist, die das kleine Mädchen vor sich am Körper hält und gibt ihr einen Kuss. Währenddessen bleibt Johns Blick unverwandt auf Harry gerichtet, ganz so, wie man eine aktuelle Bedrohung keinen Augenblick aus den Augen lässt. Der Priester war nicht eine schlechte Schwester. Der Priester war ein Mann des Herrn. Sie sehen seine Hände. Sie sehen die Fingern, die tatuierten Fingern. Die Fingern der linkss Hand schreien. H-A-T-E-H-E-A-T Die sind die linkss Hand, die l-O-V-E. Love. Ah, eine kleine Lehre, die mich an den Fingern schreiten. Würde ich dir die kleine Story der linkss Hand, linkss Hand? Mit gespreizten Fingern hebt er die linke. H-A-T-E H-A-T-E sich ihrer Botschaft noch einmal vergewissern und lenkt seinen Blick dann wieder seitlich in Richtung der Kinder. Harry, nun in der Bildmitte, lässt seine Linke sinken und streckt die rechte Hand mit den lesbaren Lettern LOVE vor. Der Prediger in Nuh und seinem Element scheint einen auswendig gelernten Text zu deklamieren, zu dessen Begleitung er seine Linke erneut im Bild präsentiert. Sie gespreizt unter kaum merklicher Kamerabewegung emporhebt H-A-T-E. Der Erzähler buchstabiert laut. War es nicht die Linke, mit der kein, gefolgt von geringfügigem Kamera-Reframing aufwärts, hebt er die rechte, LOVE, demonstriert die Lettern und seine Augen, die kurz auf den Buchstaben auf seinen Fingern ruten, adressieren sich an die Spools. Nun verschränkt er die gespreizten Finger wie zum Gebet. Der Ladenbesitzer hat sogar die Pfeife aus dem Mund genommen. Vor allem die Frauen sind es, die sich von der rhetorischen Macht der Stimme hypnotisiert zeigen. Pearl sitzt auf seinem Schoß, wobei sich sein Schatten auf ihr Gesicht legt. Und ihre Mutter Villa hat bereits ein eigentümliches, gleichzeitig abwesendes und verklärtes Lächeln auf dem Gesicht, das nichts Gutes verheißt. Icy Spoon, die in ihrem Fatschtopf rührt, wird zur Kupplerin, oder zumindest glaubt sie dies. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Am Ufer, irgendwo am Ohio, irgendwann in den Jahren der großen Depression. Im Hintergrund der Fluss, im Vordergrund die Wiese, ein Tisch unter Bäumen, eine ländliche Festgesellschaft, helle Kleider, Hüte, Gesang, die Kinder spielen im Gras, die junge Witwe trägt, Blumenmuster und Ärmelrüsche und eine Halskette, die man bislang nicht an ihr gesehen hat. Am Ufer, irgendwo am Ohio, irgendwann in den Jahren der großen Depression. Willas durchbrochenes Kleid, das dem Anstand folgend bis zum Hals geschlossen ist, aber die Tiefe des Dekolletes den Blicken des über ihr posierenden Priesters durch den Tüll hindurch freigibt. Die einzige Gewissheit einer bedrohlichen Welt liegt bis zu diesem Zeitpunkt in der umfassenden Unberechenbarkeit der Frauen. Und zwar aller Frauen. Ben Harper wusste offensichtlich, was er tat, als er seinem Sohn gesunden Menschenverstand unterstellend gebot, nicht einmal seiner Mutter vom Versteck des Geldes zu erzählen. Es sind Frauen mit einer abgelösten Eigenrealität, die unabweislichen Fakten jedweder Art mit absoluter Immunität begegnen und ihre Ehemänner und Söhne so lebensbedrohlichen Situationen aussetzen. Es ist eine Welt am Draht, die jedoch keineswegs von oben dirigiert wird. Stattdessen zerren alle aneinander, sind somit gleichzeitig auch jeweils Gezogene. Charles Lawton zieht an den Strippen. Er mischt sich ein, stellt sich dazwischen. Der Regisseur ist die übergeordnete intervenierende Instanz. Durch den Film zieht sich die Denkfigur eines Magnetismus, dem Leute wie Schlafwandler ausgeliefert sind. Beide Frauen sind aufgestanden. Die Kinder kommen auf Icy zu. Icy steht zwischen der Familie, von der in diesem Film erzählt wird, und der Dorfgemeinschaft, um die es auch geht. Sie redet etwas wie eine Mutter und etwas wie die öffentliche Meinung. Hier ist die Kupplerin und es ist deutlich, wie sie sowohl die Kinder wie auch die erwachsene Villa herumbefiehlt. Villa streicht sich über das Haar und sagt, »Oh, Icy, ich sehe vielleicht aus. Geh schon, na mach schon.« Die Darstellerin Shelley Winters macht dabei eine Menge mit dem Gesicht. Bei der Erwähnung von Paul guckt sie zunächst erschrocken, dann aber erfreut, und sie schaut in dessen Richtung, als wäre das ein ziemliches Wagnis. Dann übt sie sich darin ein, so auszusehen, wie sie erscheinen will, wenn der Blick des Predigers auf sie fällt, mädchenhaft und bescheiden. Zur Einübung senkt sie ein paar Mal die Lieder. John läuft auf uns zu. Wir hören die Geräusche der Tiere der Nacht. Johns lauter werdende Schritte, das Knirschen des Kies unter den Schuhen, wie der Stoff seiner Jeans einander reibt. Wir hören die Stille. Und wir hören sie laut. Und wir sind so nah bei John wie nie vorher. Seine Einsamkeit und unsere Angst um ihn sind so groß, dass wir sein und unser Herz schlagen hören. Man sieht John auf eine kleine, abseitsgelegene Farm zugehen, deren Äußeres wir von der Verhaftungsszene des Vaters her kennen. Ein schnörkelloses, holzverkleidetes, weißgestrichenes Midwesthaus mit Veranda. Wir sind zu Hause bei John angekommen. Die Fenster sind ebenfalls erleuchtet. Guten Abend, John. Das sonore Guten Abend, John, mit dem Paul auftritt, trifft den jungen Hinterrücks. Your mother told me, she wanted me to be a daddy to you and your sister. We're gonna get married, boy. Did you hear what I said, boy? Hm? Married? We're going to Sisterville tomorrow. And when we get back... You ain't my dad. You'll never be my dad. She wanted me to be a daddy to you. Die Kamera ist in eine amerikanische Einstellung gewechselt, die John und Paul seitlich und einander gegenüberstehend als Rivalen rahmt. Paul umstellt im engen Gang mit seinen beiden Beinen den kleinen John, der so lange keine Fluchtmöglichkeit Richtung Küche, Keller oder Treppe hat, wie ersterer die Kontrolle behält. When we get back, we're all going to be friends and share our fortunes together, John. You think you can make me tell? But I won't. I won't, I won't. Durch das Eindringen des Predigers hat sich das Zuhause mit einem Schlag in eine Topografie des gegenseitigen Verdachts verwandelt. Meachams zangenförmige Körperstellung unterstreicht die klaustrophobische Atmosphäre, in die der Junge mit einem Mal sein Heim verwandelt sieht. John ist wie umzingelt. Das überraschende Eindringen des zukünftigen Stiefvaters verleiht dem Haus nun jene eigentümliche Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit, die Sigmund Freud als das Unheimliche beschrieben hat. Die kurze Szene im Eingangsflur kündigt das Dispositiv einer Verfolgung an, bei der jedweder Innenraum sich als Möglichkeit zwischen Schutz und Falle darstellt. Paul nimmt hier erstmals und expressis verbis die Stelle des verstorbenen Vaters ein, die ihm der Junge erst am Ende der Erzählung zugestehen wird, wenn das Trauma der väterlichen Verhaftung sich wiederholt. Dream, little one dream. Dream, little one dream. Dream, my little one dream. Yeah? Can we please have some breath? You kids don't have anyone in the world, have you? No. One, two, three, four. Dream, little one dream. Dream, my little one dream. Willa betrachtet sich im Spiegel und probt die Verführung. Sie steckt voller Erwartung auf die Hochzeitsnacht. In Ephraim Katz' Film Encyclopedia steht über die Winters. Sie habe eine Earthy Sexuality. Zum zärtlichen Score betritt sie das halbdunkle Schlafzimmer. Mitchum liegt im Bett und hat ihr den Rücken zugedreht. Scheinbar unentschlossen zwischen Vorfreude und Unsicherheit flüstert sie seinen Namen. Dann bewegen sich die Hände der beiden aufeinander zu. Doch während sie seine Nähe sucht, unterstreicht er mit der Geste nur einen harschen Befehl. Fix that window shade. Sie gehorcht, nicht ahnt, was kommt und versucht es noch einmal. Jetzt haucht sie Harry. Seine Antwort zerschneidet die trügerische Sinnlichkeit dieser Szene und das ganze Hässliche kommt zum Vorschein. I was praying. Ein irrer, begotter, misogyner Killer, den die Frauen zuvor während der Landpartie angehimmelt hatten und der dort ihre Fantasien beflügelt hatte. Den kläglichen Rest von Würde, den sie jetzt noch besitzt, nimmt er ihr in der nächsten Einstellung. Die Winters hat keine Chance gegen Mitchums Wahnsinn. Ein wenig erinnert das an ihre Rolle in Kubrick's Lolita. Auch dort gibt es eine Schlafzimmer-Szene, in der sie von James Mason gedemütigt und verstoßen wird, weil der von etwas ganz anderem besessen ist. Mit dem Umschnitt auf die nun ins Dunkel getauchte Shelley Winters in Großaufnahme folgt die eigentlich grausame Wendung dieser Szene. Mit einer entschlossenen Bewegung geht ihr Haupt in die Höhe und ihr Blick in eine heilige Ferne, wie bei Dreyas Jeanne Dark und Goddars Anna Karenina, die Jeanne Dark im Kino sieht und fleht Gott an. Help me to get clean, so I can be what Harry wants me to be. Neidorf Sea Hunter ist nicht Lessie, ganz im Gegenteil. Jede Moral ist hier pervers. Vater, Priester, Ehefrau, Gemeinde. Das ist das Rücksichtslose des Films. Davon bleiben die Kinder nicht ausgenommen. Nicht nur die Kinder, die am Anfang John und Pearl wegen deren Vater hänseln. Auch John und Pearl selbst nicht. Sie sind nicht einfach unschuldige Opfer einer von außen kommenden Intrige des Bösen. Von Paul wieder nach dem Geld befragt, lacht der kleine John. Er lacht ausgesprochen dirty und hat die Huspe, das Objekt der Begehrde, das in der Puppe versteckte Geld, lässig im verschränkten Arm zu halten. Das beste Versteck ist das Offensichtlichste. John behauptet, nicht zu wissen, wo sich das Geld befindet. Willa steht vor ihrem Haus und hört mit an, wie ihre Tochter von ihrem zweiten Mann unsanft verhört wird. In diesem Moment beginnt sie zu ahnen, dass der Mann, den sie geheiratet hat, wirklich etwas Böses im Schilde führt. Wo ist das Geld? Diese Mischung aus Ungläubigkeit und Entsetzen im Gesicht von Shelley Winters ist einer der schönsten Momente im Film. Sie schaut wie gelähmt Richtung Fenster. Willa lauscht regungslos. Die Handtasche baumelt nun schlaff an ihrer Seite herunter. Der angestrahlte Nebel hüllt sie in ein unwirkliches Licht. Es wirkt beinahe, als wäre sie am Eingang zum Paradies, das sich aber als ihre Hölle entpuppen wird. Nebelschwaden. Wie ein kleines Tier scheint sie gefangen vom Zaun hinter ihr, der durch die aufsichtige Perspektive viel höher erscheint und ihr über den Kopf ragt. Vertraute Gegenstände wie der Zaun ihres eigenen Hauses fügen sich zu ihrer Falle. Jetzt ist Willa allein mit Preacher. Die Kinder schlafen, das Haus zittert leicht in der Dunkelheit. Willa Harper liegt im Bett und lauscht Preachers Worten, während er im Mondlicht am Fenster steht, das Springmesser in der Hand. Schlafzimmer. Totale. Ein Bild wie eine Bühne. Das Zimmer mit den schrägen Giebeln und Schatten wirkt wie eine Kathedrale. Das Schlafzimmer ist der helle Ort eines bösen Traums. Eine Kapelle, die aber keine Zuflucht bietet, sondern in ihrer zeltartigen Beschaffenheit der dunklen Macht nachgibt. Willa liegt links im Bild mit über der Brust gekreuzten Armen auf dem Bett. Wie eine aufgebahrte Leiche. Sie beendet ihr Gebet. Die Nachttischlampe im Hintergrund wirkt als schwebe ein Licht über ihrem Kopf. Wie ein Opferlamm wird sie sich schlachten lassen. Sie liegt schon da wie aufgebahrt und ihr Sprechen erklärt sich mit allem Einverstanden in einem ergebenen, schleppend verzückten Ton spricht sie von der Fügung, die sie bejaht. Die Macht, die der Falsche über sie gewonnen hat, verwechselt sie mit dem Willen Gottes. Nachdem der Mörder sich genug aufgeladen hat, ist die Verzerrung der Gestalt, die Spaltung bis ins Kinn vorbei. Das Messer klappt zufrieden auf. Als sich der Mann auf das Bett kniet, bevor er die Waffe benutzt, erinnert es kurz daran, was hier stattdessen zwischen Eheleuten geschehen könnte. Aber er ist jemand, der Frauen nur mit dem Messer anfasst und auch da soll die Berührung so klein wie möglich sein. Deshalb lässt er von ganz oben aus dem Himmel das Messer hinabsausen. Wir hören keinen Schrei, wir sehen nicht den Vollzug. Der Tag, der unmittelbar folgt, erneuert das Verhängnis und die Nacht, die ihre Erwachsenengeheimnisse erst noch schützend für sich behielt, wird für die Waisenkinder noch einmal so lang. Nach dem Trauma ist vor dem Trauma. Die wehenden Haare der toten Willa Harper im Algengeflecht. Unter Wasseraufnahmen, Algen, die sich in der Strömung des Flusses bewegen, kleiner mitgehender Schwenk nach links zu Willa, die im Nachthemd mit durchschnittener Kehle und wehendem, blondem Haar ein Strick um die Hüfte im alten Ford Model T sitzt. Friedliche Schockbilder, könnte man das nennen. Der Blick in diese andere Welt da unten, aufgenommen im Wassertank des Republic Studios mit einem Shelley Winters nachgestalteten Dummy, ist voller Anklänge, die nicht leicht zu fassen sind, die mit Schönheit und Schrecken zu tun haben. Die Tote träumt mit geschlossenen Augen vor sich hin. Children! Children! John, der zu Beginn des Films mit leicht verstruppelten Haaren zu sehen war, hat inzwischen eine Frisur, die der seines toten Vaters gleicht. John hat notgedrungen seine Rolle übernommen. Er ist der Beschützer der Schwester und der Stadthalter des Familienerbes. Beim Abendessen kommt Harry Powell zur Sache. Er will von den Kindern jetzt wissen, wo das Geld versteckt ist. Und um seine Schwester zu schützen, greift John Harper zu einer verzweifelten List. Während Powell noch lacht und sich als Sieger wähnt, sind John auf einen Ausweg. Da sieht man sie rennen, an funkelnden Reflexen entlang. Sieht Pearl am Arm und die Puppe am Arm von Pearl schlenkern. Zweimal durchs Bild, dreimal durchs Bild. Es scheint so lange zu dauern. Es ist die Frist, die durchmessen werden muss, an einem schwappenden und statischen Gewässer entlang, bevor das Wasser eine Richtung nimmt und fließt. Immer am Ufer. Und klein sind sie, die beiden. Und so weit weg, wie flüchtende Tiere von einem Hochsitz aus besehen. Hell, grazil, flink, minimiert, still wie wild. Von links nach rechts treiben sie im glänzenden Wasser durchs Bild. So zielgerichtet ästhetisch, dass man die richtunggebende Kraft eines Motors oder einer unsichtbaren Zugschnur zu spüren meint. Ihre Flucht ist ein hypnotisches Entkommen, ein Loslassen und Wegtreiben, bei dem der dunkle Fluss stetig und leise die Initiative übernimmt. Mit heller, weicher Stimme, die ebenso der toten Mutter gehören könnte, so surreal erwachsen liegt sie über den Bildern des traumatisierten Kindes, murmelt Pearl vom Fliegenmann und seiner Familie, die sich in den Himmel davon machen. Eine Sequenz aus dem Unbewussten des Films. Als wäre sie ein Traum, den das Kino selbst träumte. Der Bruder hat die Arme auf dem Bootsrand gelegt und ist in den Schlaf gesunken. Das Lied eine Anrufung, die das Ende der Welt noch ein wenig aufzuschieben vermag. Die Töne schweben durch die Kinonacht wieder herab, versinken wie zuvor die künstlichen Sterne im Fluss. Gleichzeitig sinken sie ein in die Schichten der Seele, in die Tiefe des Flusses, in die Tiefe des Films. Der dunkelgraue Ohio füllt zwei Drittel des Bildes und fließt unbeteiligt dahin. Ab hier wird sich der Lauf der Geschichte verändern. Die Kinder gelangen von der Gefahr zum Rettenden, vom Bösen zum Guten, von der Nacht zum Morgen, vom Mond zur Sonne, von einem Flussufer zum anderen. Und dann eines schönen Morgens Wunder über Wunder strandet das Boot am Ufer und eine aufrechte, freundliche Farmersfrau steht in der Nähe und beobachtet die Kinder. Alt und doch alterslos und seit 40 Jahren schon Witwe, Rachel Cooper. Jene Miss Cooper, die als von Sternen umkranztes Antlitz schon zu Anfang des Films einer Schar von Kindern die Bergpredigt zitierte und vor falschen Predigern warnte. Sie tritt an die Stelle der Sonne, einer zürnenden Sonne, einer irdischen Sonne, ein Star, Lillian Gisch. Lillian Gisch. In The Mothering Heart von 1912 hatte sie sich von Mädchen- und Jungfrauenrollen durchgekämpft zu der einer 30-Jährigen, die von ihrem Mann allein mit ihrem Kind zurückgelassen wird. Die alleinstehende Mutter in vielerlei Gefahren blieb die Rolle, die ihr auf den Leib und ins Gesicht geschrieben schien, noch in Way Down East von 1920. Eine Ikone des ländlichen Amerika der Pionierzeit mit seinen starken, oft auf sich gestellten Frauen. Lillian Gisch. Sie markiert den Neuanfang, der heftig ist und von dem Jungen mit dem Ruder abgewehrt wird, hilflos. 68. Minute. Licht der Ankunft, Klang der Wände, ein neues musikalisches Thema setzt ein Holzbläser. Film des Lichts, Film der Dunkelheit. Mrs. Coopers Haus leuchtet von innen heraus in die Finsternis, Grillenzirpen, Sommernacht. Mrs. Cooper hat die Kinder um sich versammelt, Zoom auf die Family Bible, ultra strenger, weißer, angelsächsischer Protestantenblick auf die Kinder, bevor Mrs. Cooper zur Bibel-Episode anhebt. John macht sich aus dem Staub, er tritt hinaus auf die Veranda. Mrs. Cooper beginnt zu erzählen, Old Pharaoh, he was king of Egypt land. Old Pharaoh, he was king of Egypt land. Sie wählt die Geschichte aus Exodus 2, in der die levitische Mutter einen schönen Sohn gebar, den sie drei Monate säugte, aber dann nicht mehr verbergen konnte. Um ihn vor dem Mordbefehl des Pharao zu schützen, nahm sie ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, legte den Knaben hinein und setzte ihn am Schilfufer des Nil aus. Und du kennst, was es, Kinder? Nein. Jetzt war es ein Skiff, auf dem Bar. Und wer glaubst du, es war in es? Pearl and John. Die Tochter des Pharao entdeckte ihn und erbarmte sich seiner. Ihre Dienerinnen sorgten dafür, dass er eine hebräische Amme, seine Mutter, bekam. Und als er größer geworden war, nahm ihn die Tochter des Pharao als Sohn an und nannte ihn Mose. Das heißt, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und du kennst, wer er, Kinder? Nein. Es war Moses, ein König der Menschen. Moses, Kinder. Während des folgenden Gesprächs ist Johns Körper voll beleuchtet, sein Gesicht aber nur seitlich, die Züge im Dunkeln, das Profil mit Lichtkranz wie einem Mondsichel. Bislang war die Bibel für John eine unheilvolle Waffe Pauls. Am Ende der Minute fragt John plötzlich neugierig nach der geschickt ausgewählten Moses-Geschichte, die er verpasst hat. Vielleicht erinnert er sich an sein eigenes Märchen, das er einst Pearl erzählte. In Miss Coopers Mund bekommt die Bibel jedenfalls wahrheitserhellende Kraft. Die alte Dame, gütig und streng, verrückt und effizient zugleich, durchkreuzt alle Kodierungen und Zuschreibungen, alle einfachen Oppositionen. Sie vermittelt den Kindern jenes besondere sweet, tough, earthy Feeling der mütterlichen Figuren Amerikas. Zugleich bleibt sie eine alleinstehende, selbstwidersprüchliche und asymmetrische Figur. Eine Schwellenfigur mit Flinte zwischen dem zu schützenden Inneren des Hauses und einem verbrecherischen Außen. In dieser Minute springt die Tür zur Utopie auf. Man kann sie nicht anders als christlich lesen, als neutestamentarisches Evangelium der Liebe. Die resolute Frau und der wissbegierige Junge scheinen sich einer Komplizenschaft zu versichern, einer neu gewonnenen Intimität. Rachel Cooper weiß noch nicht viel über den Neuen, der da mit seiner kleinen Schwester am Ufer gestrandet ist. Der falsche Priester lockt mit dem Schlaf und droht mit dem Tod. Und so wie einst die Kinder Israels aus ägyptischer Gefangenschaft in die unwirtliche Wüste flüchteten, so soll auch hier das Landleben ein sicherer Ort mit der Chance zu einem Neubeginn sein. Der falsche Priester lockt mit dem Schlaf und droht mit dem Tod. Safe and Secure from all alarms. Sein Lied ist diesmal höhnisch aus dem Off zu hören. In Wirklichkeit könnte in dieser Situation nichts alarmierender sein als Harry Powell, der auf unerklärliche Weise die Spur der Kinder gewittert und selbst über die Flussfahrt hinaus verfolgt hat. Mit Jims Freude an einer Rolle, in der gnadenloses Overacting gefragt ist. Miss Cooper erkennt, mit wem sie es nicht zu tun hat. Nicht mit dem richtigen Vater, nicht mit einem Priester. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. He ain't my dad, sagt John. And he ain't no preacher neither, sagt Miss Cooper und holt die Waffe. Sie berührt ihn nur mit der Spitze des Gewehres. Also öffnete sich in der tatsächlichen Berührung mit dem Körper die Gefahr der Übertragung. Sie hält das Gewehr im Arm, er in der Rechten das Messer. Widerstehen und Einschreiten. Just march yourself yonder to your horse, Mister. Es geht darum, sich zu wehren. Es geht um die Errichtung und Wahrung einer Grenze von innen und außen. Der Teufel, der immer nach innen will, auch ins Innere seiner Opfer, wird hinausgejagt. Erst im Schutz der Nacht nähert er sich ein letztes Mal. Wieder singt er das Lied. Des Predigers Stimme, die wunderbare Womanizer Stimme Robert Mitchems, die bislang noch jedes weibliche Wesen betört hat. Als schwarze Silhouette sitzt Lilian Gisch auf der Veranda, reglos im Schaukelstuhl, mit einem Gewehr im Schoß. Und während oben unterm Dach das große Mädchen von Mitchems Gesang gelockt sich im Bett aufrichtet und nach einer Kerze greift, sitzt Lilian Gisch auf der Veranda vor dem Fliegendraht immer noch vollkommen reglos im Schaukelstuhl wie tot. Und in die Richtung, in die das Gewehr deutet, macht die Kamera eine Bewegung, die fremd ist in diesem Film. Eine Kombination aus Schwenk und Fahrt in den Raum hinein, um zu zeigen, wie schrecklich nah am Haus Mitchem auf einem Baumstumpf sitzt. Die Dame Lilian Gisch beobachtet das Dunkel. Sie überwacht den Raum zwischen Außen und Innen, einen Zwischenraum. Eine Schwelle, deren Überschreitung hier den Tod bedeuten könnte. Die Porch, dieser Inbegriff amerikanischen häuslichen Lebens, liegt im Dunkeln und der Mond beleuchtet die Szene, zeigt sie im Schattenriss. Man könnte die finale Konfrontation zwischen Harry und Rachel in Night of the Hunter als eine Szene im Grabenkrieg lesen. Zwei verfeindete Parteien, von denen jede sich auf den Gott der Christen beruft, singen über die Frontlinie hinweg gemeinsam einen Choral in spannungsgeladene Harmonie. Beide meinen ganz Verschiedenes, mit denselben Worten, derselben Melodie, an denselben Gott. Was den Band von Preachers sirengleichem Gesang schließlich brechen wird, ist diese Antwort, dieses Hinzutreten einer zweiten Stimme. Sie steigt ein in seinen Song, in seine Erkennungsmelodie und greift damit zu einem apotropäischen Mittel. Der Gesang wird die Mauer vor dem Verbrechen. Düras. Der Gesang Leaning, Leaning, das mag auch erst mal schief und schräg bedeuten, bevor Leaning on Vertrauen auf heißt. Aber es sieht nur so aus, als würden sich in diesem Song ein Täter und eines seiner virtuellen Opfer verbinden. Von der alten Dame gesungen, wird der Inhalt des Songs wiederhergestellt, der zynischen Verdrehung durch den falschen Priester entwunden. Vielmehr begegnen sich hier in einem Duett zwei Prototypen des puritanischen Amerikas. Ihre Technik besteht darin, sich die Maske des Bösen, des Dämonischen aufzusetzen, um es abzuwehren. Das Singen, das sowohl Ablenken als auch Provozieren soll, wird umgelenkt, gegen den Verbrecher gekehrt. Es hat das Gegengift in sich. Zwei Prototypen des puritanischen Amerikas, die, wie die beiden Seiten des Mondes, zusammengehören, sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Ein falscher Priester oder Vater, der es auf das Geld abgesehen hat und die gütige ältere Dame, die Kinder einsammelt und für christliche Nächstenliebe und strenge Ordnung einsteht. Im Gesang wird die Opposition von Gut und Böse durchkreuzt. Und in dieser Handlung, in der eine Gegencodierung wirksam wird, scheint ein Moment auf, das den Zwang, den Horror und die Heimsuchung auflöst. Lilian Gisch setzt ein Ultimatum. I'm giving you to the count of three to get out of that screen door. Then I'm coming across this kitchen should den. Die Kamera zeigt erneut nichts anderes als das dunkle, unbelebt erscheinende Zimmer. I'm giving you to the count of three to get out of here. Then I'm coming across the kitchen shooting. Plötzlich, als Suspense Trigger, der Schrei einer Katze. Mitchum schreckt mit weit aufgerissenen Augen wie ein von unten beleuchteter Jack in the Box nach oben ins Bild. Lilian Gisch drückt im Effekt ab. Nur ihrem Gesicht ist anzusehen, was passiert ist. Dass sie Mitchum wohl angeschossen hat. Wie entsetzt sie darüber ist, beinahe getötet zu haben. I'm giving you to the count of three to get out of here. Then I'm coming across the kitchen shooting you. Mitchum flüchtet schreiend aus dem Haus. Seine Schreie irritieren, haben etwas animalisch Aggressives. Er rennt um sein Leben, erinnert mit seinen ungelenken, slapstick-haften Bewegungen an einen Affen, springt über den Zaun und verschwindet in der Scheune. Zum verletzten Tier geworden, gibt er endgültig auf und zieht sich in die Scheune zurück. Polizisten kommen, der Prediger taumelt aus der Scheune, er wird zu Boden gerungen. Ein Kreis schließt sich. Für John ist es die zweite Verhaftung, ein zweiter Vater, der ihm gewaltsam entrissen wird. Trauma. Wiederholung. Widerstand und Verzweiflung. Don't, don't. 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 Ohnmächtig trommelt er mit der unseligen Puppe auf Mitchems Körper ein, bis das Geld aus ihr herausquillt. Here, here. John, John. Dad, say, get back. I don't want it. It's too much here. Das Licht hat über die Finsternis triumphiert, so wie sich in der Nacht Miss Coopers Hymnus auf Jesus bezwingend über das Beschwörungslied des Predigers gelegt hatte, durch das er seinen Teufelspakt mit Gott erneuern wollte und so, wie Rubis Kerzenlicht dessen Erscheinung verschwinden ließ. John liegt in tiefem Schlaf an der Seite seiner Ersatzmutter, die mit dem Gewehr im Schoß auf dem Lehnstuhl der Veranda wacht. Auch darin ist sie Harry Powell ebenbürtig. She never sleeps. Die Furcht scheint gebannt. Fear is only a dream. And Christmas comes and love comes to those so long unloved, so long unwanted. Christmas with a swirling snow like the white wings of small angels. Der böse Mann ist in den Händen des Henkers. Gisch ist zur Herrin über den Film geworden. Von oben kommen die anderen Kinder mit ihrem Weihnachtsgeschenk. Lilian Gisch wendet sich ihnen zu, empfängt das Geschenk, der Junge, der jetzt etwas abseits steht. Er dreht sich ab, will hinaus in den nebenliegenden Salon, legt den Topflappen ab, dann ist er für einen langen Moment hinter dem Türpfosten verschwunden. Eine Großaufnahme. Die Schale mit den Äpfeln. Seine Hände, die einen Apfel nehmen. Seine linke Hand, die unschlüssig ist. Für einen Moment lang glaubte ich, dass er zwei Äpfel nehmen wird. Einen für sich und einen für Lilian Gisch, wie er das vor ein paar Filmminuten getan hatte, als er und seine Schwester Zuflucht gefunden hatten, aber mit schon und der Schwur noch in ihm waren. Als er sie bat, den Moses-Mythos für ihn umzuschreiben, dass da am Nil in dem kleinen Kahn doch zwei gelegen hätten, die die Königin gefunden hatte, so wie er und seine Schwester auch zwei gewesen sind, die von Lilian Gisch gefunden wurden. Er bat um eine Geschichte, um den Anfang einer Geschichte, eine, die weitergehen wird. Das ist das riechtste Geist, das ein Körper haben könnte. Ein Schnitt, die Bluse, zwei Fenster, Gardinen, zwei Weihnachtssterne, Schnitt, der Pullover, die Uhr, deren Vorderseite, Rückseite, Ticken, Bläser, Schnitt, ein Dialog, ein Schwenk, ein Schrank, ein Spülbecken, Bluse, Muster, Kragen, letzter Satz, Kochlöffel, letzter Schnitt. 731 Schnitte in 93 Minuten, davon 60 überblendet. Once upon a time there was a pretty fly He had a pretty wife this pretty fly Minutentexte, eine Collage von Michael Baute und Volker Pankenburg. Es sprachen Bettina Engelhardt, Susanna Fernandes-Genebra, Uta Halland, Felix von Mannteufel, Felix Rech, Hans-Michael Rehberg, Martin Reinke, Helmut Winkelmann, sowie Dunja Arnassus, Michael Baute, Stephanie Diekmann, Harun Farrocki, Stefan Giene, Martin Heckmanns, Tom Hohlert, Tom Hohlert, Eckerhard Knörer, Volker Pantenburg, Monika Rink, Dirk Schäfer, Stefanie Schlüter, Katharina Sykora, Heidi Zengerle, Hans Zischler. Besetzung Gudrun Eggert, Ton und Technik Helmut Becker und Ursula Potürer, Aufnahmeleitung Christoph Müller, Regie Oliver Sturm. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2008. Dramaturgie Ursula Ruppel. 7. Februar 1997. Ostseeküste. Lettland. Peter Koss erreicht im dichten Schneegestöber die Küstenstraße an der Ostsee. Auf der verwehten Fahrbahn kommt er mit seinem Volvo nur langsam voran. So, jetzt wird's spannend. Sorry? Are you speaking English? Nee. Ich suche Radioteleskop. Radioteleskop Irbene. Ah, Irbene. Was ich mit dem Motiv? Ja. Okay. Kilometram 40, 40. 40. Kilometram. 40. 40 Kilometräs. Thank you very much. Thank you. erstmalig. angliischu Tur ist. Die Zone von Werner Pöschko. Erste Station, das Radioteleskop. Wir haben dafür zwei Sorgen, bei denen sich der Kurs nach dem Weg erkundigt hat. Die ganz Kustenregion ist heute ein sehr einsamer Gegend, vor allem im Winter. Okay, gut, dann nehmen wir das. Oberst Georgi Ledins ist der Vorsitzende der Erbener Untersuchungskommission. Er wohnte hier in Riga im Hotel Latvia. Am 7. Februar hat er sich gegen 8 Uhr morgens seinen Leihwagen abgeholt, einen dunkelblauen Volvo. Vom Riga ist er dann über die Kustenstraße direkt zum Radioteleskop gefahren. Starke Bewölkung, minus 12 Grad, Westwind mit stellenweise starken Schneeverwehungen. So dokumentiert der Bericht der Erbener Untersuchungskommission die Wetterverhältnisse für den 7. Februar 1997. Entlang der felsigen Ostseeküste stauen sich Eisplatten kilometerweit ins Meer. Kurz vor dem Radioteleskop verlässt Peter Kross die Küstenstraße und biegt in einen Forstweg ab. Nach kurzer Fahrt durch den Wald erreicht er die aufgelassene russische Kaserne. In einer der heruntergekommenen Lagerhallen stellt er den dunkelblauen Volvo ab. Kross nimmt seinen Rucksack aus dem Kofferraum und geht zu Fuß weiter. Von der alten Kaserne sind es nur knapp 800 Meter durch den verschneiten Wald bis zum Radioteleskop. Die Antenne liegt jetzt direkt vor mir. Sie ist riesengroß. Unglaublich. Ich muss einmal ein Foto machen. Rundherum sind Bunkeranlagen. Ich habe mir ein Fotoapparat vergessen. Hier ist er. Es ist unglaublich. Es ist so groß wie ein, ich schätze, ein zehnstöckiges Haus. Und obendrauf diese riesige Schüssel. Der Krieg. Ich war im Krieg bei einer Abhöreinheit. Das waren damals natürlich ziemlich einfache Anlagen im Vergleich zu diesem Radioteleskop. Das war eine der besten Abhöreinheiten des Sovjets. Seit die Russen abgezogen sind, untersteht dieses Radioteleskop die Universität für Forschungswecke. Das Radioteleskop Irbene wurde während der sowjetischen Besatzung in den 1980er Jahren gebaut und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Über die Wintermonate gibt es in dem schwer beheizbaren Gebäude nur einen Aufsichtsdienst. Meistens sind es Astrophysikstudenten aus der 30 Kilometer entfernten Universität Wenspils. Am 7. Februar wird die Anlage von der 26-jährigen Lubov Makarenka bewacht. Das sieht total verlassen aus. Das würde mich sehr wundern, wenn da irgendjemand da ist. Ach, da steht ein Auto. Peter Kross gibt vor, ein Kollege von Projekten. Prof. Schiri Bajev zu sein. Doch Bajev, der Direktor des Radioteleskops, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Universität Wenspils. Lubov Makarenka vertraut dem Fremden und bittet ihn in das Gebäude. Hätte die Studentin den Besucher abweisen sollen? Hätte man Peter Kross überhaupt von seinem Vorhaben abhalten können? Dazu der Direktor des Radioteleskops, Prof. Schiri Bajev. Nicht Peter Kross, nicht diesen Mann. Aber das ist eine schwierige Frage und eine theoretische. Vielmehr interessiert mich, warum Kross mehr über das Radioteleskop wusste als wir alle zusammen. Woher? Ich bin der Überzeugung, dass der Schlüssel zu dieser seltsamen Geschichte in der Vergangenheit liegt. Die ganze Anlage ist von den Russen gebaut worden. Und keiner weiß genau warum. Es war ein militärisches Objekt, eine der wichtigsten Militärbasen in Lettland. Rund um das Radioteleskop haben die Russen ein riesiges Militärsperrgebiet errichtet. Weshalb? Auch auf diese Frage gibt der Untersuchungsbericht keine klare Antwort. Ebenso wenig auf die Frage, warum die Russen neben dem Teleskop eine Kaserne für 2000 Soldaten gebaut haben. Was die Russen hier 30 Jahre lang wirklich gemacht haben, darüber wissen wir heute nichts. Wir haben nur Informationen über die letzte Dekade, wo sie das Radioteleskop hauptsächlich zur Spionage benutzt haben. Sie haben damit die Satellitenkommunikation zwischen der USA und Europa abgehört. Was sie haben seit 30 Jahren gemacht haben, wir haben keine Informationen. Wir haben nur Informationen über die letzte Dekade. Es war mainly benutzt für Radio Spionage. Sie haben listening und registriert die Telekommunikationen zwischen den USA und Europa abgehört. Kors bittet die Studentin, ihm das Gebäude zu zeigen. Er interessiert sich besonders für die alte russische Steueranlage aus den 1970er Jahren im Kontrollraum. Penibel fotografiert er die einzelnen Geräte, bevor ihn die Studentin zur Teleskopschüssel hinauf begleitet. Eine schmale, eiserne Wendeltreppe führt durch das kegelartige Gebäude nach oben. Mit jedem Stockwerk wird das Gebäude schmäler. Ab der sechsten Etage führt eine Leiter durch einen engen, zwölf Meter hohen, senkrechten Metallschacht. Im letzten Stockwerk befindet sich das sogenannte Uhrwerk mit bis zu zwei Meter großen Zahnrädern. Mit ihrer Hilfe kann die tonnenschwere, stehlerne Teleskopschüssel in alle Richtungen gedreht werden. Durch eine schmale Tür gelangt man ins Freie auf eine Stahlplattform. Hoch über den verschneiten Baumkronen kann man dann noch weiter über ausgesetzte Eisenleitern bis zur Teleskopschüssel hinaufsteigen. Ich glaube, jetzt bin ich am höchsten Punkt. Es ist schon so eng hier. Das Eisen ist so kalt, dass ich immer ein bisschen bicken bleibe. Ich schätze, es hat ungefähr minus zehn Grad. Okay. Ja, man muss absolut schwindelfrei sein. Im Winter ist dort eben wegen dem Wind und der Vereisenung noch gefährlicher. Weder Klus hat er noch dazu keine Handschuhe an. Wegen seiner Fingerabdrücke wissen wir zwar genau, wo er war, aber wir wissen nicht, was er dort oben gemacht hat. Auf diese Frage kann Ihnen auch der Untersuchungsbericht keine Antwort geben. Oberst Georgi Ledins, dem Vorsitzenden der Untersuchungskommission, wird von den Medien vorgeworfen, im Fall Ibene Informationen zurückzuhalten. Dieser Meinung ist auch Dr. Tamara Davidoff. Sie war im September 1994, nach dem Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen, eine der ersten lettischen Zivilpersonen, die das Radioteleskop betreten hat. Wo soll ich anfangen? 1991, wenn die russische Militärförderen verlassenen. Latvia und auch Irbene, sie hatten eine geschlossen Militärgebung, also niemand wusste darüber, dass es nicht so ein Objekt wie eine radioantenne ist. Also war es eine große Überraschung für alle. 1991 verließen die russischen Truppen Lettland. Sie hatten rund um das Radioteleskop ein großes Militärsperrgebiet errichtet. Deshalb wusste niemand von dieser riesigen Anlage. Es war wirklich eine große Überraschung für alle. Das gesamte Militärsperrgebiet wurde zunächst von der lettischen Armee übernommen. Das Radioteleskop haben sie nach wenigen Wochen der Universität Wenzbils zu Forschungszwecken überlassen. Wir haben auch sehr schnell gewusst, warum. Die Russen haben im Gebäude alles zerstört. Es war total verwüstet, als wir das erste Mal dort waren. Sie haben Kabel zerschnitten und Nägel hineingeschlagen. Sie haben Säure über die Instrumente geschüttet und haben fortgetragen, was sie konnten, vor allem die Pläne und die Dokumentation. Wir haben drei Jahre lang gearbeitet, natürlich kostenlos, um alles wieder halbwegs herzustellen. Wir haben hunderte Kabel erneuert und ausgetauscht. Aber wir hatten keine Ahnung, was die Russen hier vorher jahrelang gemacht haben. Und damit bin ich bei Peter Cross. Er wusste alles. Nur mit diesem Wissen konnte er so gezielt vorgehen. Ich habe keine Ahnung, wie er an diese Informationen gekommen ist. Sicher nicht offiziell. Denn soweit ich weiß, ist das Radioteleskop in Russland noch heute geheim. Die Leute, die hier gearbeitet oder das Teleskop gebaut haben, dürfen darüber nicht sprechen. Diese Antenne ist immer noch secret in Russland. Also, die Leute, die die Antenne gebaut haben, können sie immer noch nicht darüber sprechen. Samstag, 7. Februar, 13.30 Uhr. Peter Cross verabschiedet sich von Lupov Makarenka. Die Studentin beobachtet ihn noch, wie er durch den tiefen Schnee bis zur Forststraße stapft. Dann packt sie ihre Sachen in den Geländewagen. Der Aufsichtsdienst endet samstags um 14 Uhr. Am Sonntag ist das Radioteleskop nicht besetzt. Montag, 9. Februar, 8 Uhr. Lubov Makarenka kommt zum Radioteleskop zurück. Als die Studentin die massive Eisentüre aufsperren möchte, bemerkt sie Spuren eines Einbruchs. Beide Schlösser sind aufgebrochen. Da das Radioteleskop dem lettischen Militärkommando unterstellt ist, ruft sie sofort beim Militärposten Wenzpils an. Militärkommissar Juris Tilberg ist eine Stunde später vor Ort und macht eine ungewöhnliche Entdeckung. Der Einbrecher hat nichts gestohlen. Er war ausschließlich am Keller des Gebäudes interessiert. Hallo? Da das Radioteleskop direkt auf dem felsigen Untergrund gebaut wurde, besteht der Keller nur aus einem einzigen, ca. 30 Quadratmeter großen Raum, der wegen der Feuchtigkeit nicht benutzt wird. Eine Wand des Kellerraumes ist mit großen Eisenplatten verkleidet. Doch zwei dieser Platten wurden abmontiert und liegen am Boden. Direkt hinter den abmontierten Eisenplatten führt ein schmaler Gang hinunter in den Fels. An den Wänden sind russische Schriftzeichen zu erkennen. Mit der Entdeckung des Geheimgangs steht für Militärkommissar Tilberg fest, dass es sich hier um einen Spionagefall handelt. Er folgt dem Gang etwa 200 Meter und stößt auf ein großes Gewölbe. Schienen sind im Betonboden zu sehen, Eisentraversen an der Decke. Eine stille, pechschwarze Wasserfläche reflektiert das Licht der Taschenlampe. Sie sind im Betonboden zu sehen, Sie sind im Betonboden zu sehen, Zweite Station. Der Korridor. Es gab viele Gründe, warum wir das zur Schlagzeile gemacht haben. Schon am Tag nach dem Vorfall in Erbene, das war der 10. Februar, kamen E-Mails von Studenten der Universität von Wenzbills. Und sie haben dagegen protestiert, dass ihr Radioteleskop einfach geschlossen wurde und Soldaten das Gebiet rund um das Teleskop abgesperrt hätten. Amira Potschan ist seit drei Jahren Chefredakteurin der lettischen Tageszeitung, die Jena. Sie hat ihre Kindheit und Jugend in Baden-bei-Wien verbracht. Im Internet haben wir dann auch herausgefunden, gab es gleichzeitig wilde Gerüchte über eine geheime, offenbar sehr große unterirdische Militäranlage der Russen. Und es ging auch um einen vermissten Ausländer, einen Spion der Russen. Und wir haben das natürlich nachrecherchiert und wir haben erfahren, dass Kommissar Juri Stilberg wegen eines Einbruchs im Radioteleskop ermittelt hatte. Und das war alles sehr ungewöhnlich. Ich meine, ich habe sehr lange Erfahrung im Zeitungswesen und ich wusste, da ist etwas nicht in Ordnung. Etwas ist nicht in Ordnung. Mit dieser Schlagzeile erscheint die Tageszeitung die Jena am 11. Februar 1997. Sie löst damit in Lettland eine öffentliche Diskussion über die seltsamen Vorgänge rund um das Radioteleskop aus. Vier Tage später gibt Verteidigungsminister Kallniss eine Pressekonferenz zum Fall Irbene. Die Sperre des Radioteleskops rechtfertigt er im Interesse der nationalen Sicherheit. Außerdem stellt der Oberst Georgi Ledins als Vorsitzenden einer Untersuchungskommission vor. Oberst Ledins informiert die Journalisten über den Stand der Ermittlungen. Unter dringendem Tatverdacht steht demnach der 47-jährige Österreicher Dr. Peter Kross. Er soll sich im Keller des Radioteleskops Zugang zu einer unterirdischen Militäranlage verschafft haben, deren Existenz der lettischen Regierung bis jetzt noch nicht bekannt war. Der Mietwagen von Kross wurde in einer aufgelassenen Kaserne in der Nähe des Radioteleskops gefunden. Von Kross fehlt bis jetzt jede Spur. Der Mietwagen von Kross. Wir befinden uns hier im Trockendock für die U-Boot-Reparatur. Es hat eine Länge von 102 Metern, eine Breite von 10 und eine Wassertiefe von 8 Metern. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch weitere Zahlen nennen, damit Sie sich eine Vorstellung von der Größe dieser Anlage machen können. Wir sind hier zwei Kilometer von der Ostseeküste entfernt und befinden uns 85 Meter unter der Erde. Das Wasser, das Sie hier sehen, ist Meereswasser von der Ostsee. Ein zwei Kilometer langer Tunnel führt hierher. Wir nennen ihn den Korridor. Wie können wir uns den Betrieb hier unten vorstellen? Wenn ein U-Boot angekommen ist, wurde diese Schleuse geschlossen und das Wasser abgepumpt. Das U-Boot stand dann im Trockendeck und konnte repariert oder neu bewaffnet werden. Nach dem Abpumpen war der Boden voll mit Fischen. Bis zu eineinhalb Tonnen Fisch wurden hier gefunden. Deshalb nannten sie diesen Teil hier auch das Fischnest. Wenn wir annehmen, dass alle drei bis vier Wochen ein U-Boot repariert wurde, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Fisch hier nebenbei gefangen wurde. Das Wasser war der Räumen. Wenn man sich die Räumen anbieter anbieter ist, ist, dass die Räumen anbieter war, dass die Räumen anbieter, also dass die Räumen anbieter sind, dann können Sie sich vorstellen, dass das Räumen anbieter ist, dass hier nur eine gewolle Anbieter ist. Dieser Korridor beginnt hier, unter der Meersoberfläche. Dadurch war es für die Russen U-Booten möglich, von Ostsee bis hier, also direkt unter das Radoteleskop, zu fahren. Diese offizielle Version der Russen lautet, dass sie den Korridor bis 1966 als U-Boot-Basis benutzt haben. Dann war er strategisch nicht mehr füchtig. Die neuen Atom-U-Booter waren einfach zu groß für den Korridor. Also, das ist die offizielle russische Version. Die offizielle russische Version wird von vielen Blätten bezweifelt. Kurz nach der Entdeckung der geheimen U-Boot-Basis werden Spuren radioaktiver Strahlung festgestellt. Erst eine Woche später bestätigt die russische Botschaft in Riga, dass im Korridor U-Boote mit Nuklearwaffen ausgerüstet wurden. Das Beta-Cross für die Russen Spionierte wird jedoch weiterhin dementiert. Hier können Sie die Betonwände sehen. Sie sind zwischen zwei und drei Meter stark. Im Arsenal sind die Betonwände bis zu fünf Meter dick. Allein an diesen Details können Sie erkennen, wie gut der Korridor abgesichert war. Einerseits als Schutz gegen einen Atombombenangriff der Amerikaner, andererseits um die Außenwelt vor einem Unfall mit eigenen Nuklearwaffen zu schützen. Denn soweit wir heute wissen, wurden hier Atombomben gelagert. Vergessen Sie bitte nicht, es war der Höhepunkt des Kalten Kriegs. Die Amerikaner setzten zu dieser Zeit neue Spionageflugzeuge ein und das bestärkte Nikita Khrushchev, unterirdische Militäranlagen errichten zu lassen. Diese riesigen Räume wurden aber nicht zur Gänze künstlich aus dem Fels geschlagen. Bei den Vorarbeiten wurden Höhlen entdeckt und in die Planung einbezogen. Die Natur hat also mitgeholfen und nicht nur den Raum unter der Erde zur Verfügung gestellt, sondern auch den Schutz darüber. Denn über uns gibt es nicht nur eine Decke aus Beton, sondern auch eine aus Felsgestein. Es ist hier zwischen 80 und 120 Meter stark. Allein diese natürliche Decke bietet genug Schutz gegen die Explosion von 100 Kilotonnen Bomben. Nach der Pressekonferenz von Verteidigungsminister Kallnis bekommt der Fall auch politische Sprengkraft. Der Korridor konfrontiert die lettische Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit als besetztes Land. Also die Geschichte von Lettland nach dem Zweiten Weltkrieg fängt eigentlich mit 1939 an. Magister Ruta Paltause von der lettischen Botschaft zur bewegten Geschichte des kleinen Landes. Mit dem sogenannten Hitler-Stadien-Pakt oder wie das in der Geschichte auch genannt wird, die Geheimprotokolle von dem Molitor-Ribbentrop-Pakt. Demzufolge ist dann Lettland 1940, eben am 17. Juni, dann von den sowjetischen Truppen besetzt worden. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Von den einen Besitzern wurden wir durch die anderen Besitzer besetzt. Das war dann die nationalsozialistische Deutschland. Und die Ergebnisse dieser zwei Besitzungen des Zweiten Weltkrieges waren für Lettland wirklich verheerend. Also die größten ethnischen Minderheiten, die vor dem Krieg in Lettland gelebt hatten, das waren die Deutschwaltern und die Juden, die waren entweder ausgewandert oder vernichtet. Und infolge des Krieges Lettland hat ein Drittel der Bevölkerung verloren gehabt. Und nach der quasi Befreiung durch die sowjetischen Truppen 1945 kamen dann Armeeleute nach Lettland, die dann auch wirklich mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht hatten. 120.000 Letten wurden nach dem Krieg in sowjetische Arbeitslager deportiert. Die Sowjets sind bis 1994 geblieben. Auch heute leben noch hunderttausende Russen in Lettland. Und am 23. August ist es zusammengebrochen. Der ehemalige Leiter der Kommunistischen Partei von Lettland, Pugo, hat Selbstmord begangen in Moskau. Und dann kam von oben dann von Moskau der Befehl zum Rückzug für die Armee. Deshalb kann man sagen, ab August 1991 sind wir dann wirklich unabhängig geworden, wenn auch wir das Gefühl schon vorher hatten. Und dieses Gefühl der Befreiung, der tatsächlichen Befreiung, das war überwältigend gewesen. Dieses Tor hier wird elektrisch geöffnet, während die anderen mit hydraulischen Motoren bewegt werden. Die Zeit zum Öffnen und Schließen dieser Tore betrug maximal zwei Minuten. Warum gerade dieser Bereich so abgesichert wurde, ist heute noch unklar. Auf dem Motor hier rechts wurde ein kleiner, leerer Rucksack von Peter Cross gefunden. Wir wissen also, er war hier. Vielleicht suchte er den letzten Raum des Korridors, die sogenannte Zone. Die Russen haben diesen Bereich die Zone genannt, weil sich genau 85 Meter darüber das Radioteleskop Irbene befindet. Ich kann Ihnen diesen Raum aber heute leider nicht zeigen. Die Elektromotoren zum Öffnen der Tür sind noch defekt und händisch lassen sich diese Kolosse nicht bewegen. Die Tür besteht, wie Sie sehen, aus zwei Flügeln. Jeder für sich hat ein Gewicht von 10 Tonnen. Der Korridor ist kein Vergnügungspark oder ein Museum. Das ist noch immer ein militärisches Objekt, von dem wir nicht genau wissen, wovor es wirklich verwendet wurde. Und dass Peter Cross hier eingebrochen ist, dafür muss einen Grund gegeben haben. Das sind die wichtigen Fragen, die heute noch immer nicht beantwortet sind. Am 23. Jänner 1998 schließt die Untersuchungskommission unter der Leitung von Oberst Georgi Ledins ihre Arbeit ab. Sie übergibt der Regierung einen umfangreichen Bericht, der allerdings wenig Licht in einen der spektakulärsten Kriminalfälle Lettlands bringt. Sicher ist nur, dass Peter Cross ein Einzeltäter war und das Radioteleskop nicht mehr verlassen hat. Warum Cross in den Korridor eingestiegen ist, woher er die Information über die Existenz der Anlage hatte und vor allem, wie sein Verschwinden zu erklären ist, diese Fragen bleiben unbeantwortet. Der Untersuchungsbericht wird von den Medien heftig kritisiert. Neuerlich gibt es Spekulationen über die wahre Bedeutung des Korridors. Verteidigungsminister Kalniss startet deshalb für die kritischen Journalisten eine ungewöhnliche Initiative. Chefredakteurin Amira Boccan gehört zu den Auserwählten. Wir sind dann nach Irbene eingeladen worden und waren ungefähr 35 Journalisten, sind mit dem Bus hingebracht worden, haben bei Ankunft alle Helme bekommen und sind in diesen besagten Korridor geführt worden. Wir waren alle sehr beeindruckt. Ich hatte mir diesen Ort überhaupt nicht vorstellen können und es ist eine gigantische Anlage gewesen. Natürlich war es uns nicht erlaubt, Fotos zu machen oder Filmaufnahmen, aber die ganze Führung war perfekt organisiert, mit viel Information. Aber es war irgendwie zu perfekt. Ich meine, der wichtigste Teil des Korridors war einfach der, der sich da hinter dieser Eisentür befand. Und wir durften da nicht hin. Die wochenlangen Proteste der Studenten der Universität Wenzbils haben nichts genützt. Das mit einem Stacheldraht gesicherte Gelände bleibt gesperrt. Wie zur Zeit der russischen Besatzung gehört das Radioteleskop samt Korridor wieder zu einem Militärsperrgebiet. Dieses Mal aber unter lettischem Kommando. Da. Ich werde mich nicht mehr überraschieren. Ich werde mich nicht mehr überraschieren. Ich verbeite mich nicht mehr überraschieren. In der Reihe zu dir, ich will dich nicht mehr überraschieren. Ich werde mich nicht mehr überraschieren. Wir machen das nicht mehr überraschieren. Esklusiv Autosskraft und Gerät zu einem mit einem Museum in der Aktion. Wir beachten, dass du meine Kasteln auf den esperarsten, deshalb nach der Rückmärmärm blieb. 1.700 km pro Stunde, der Rund nach Samen der Wunsch wird 2 Stunden und 7 Minuten dauern. Wir fliegen in einer Höhe von 6.000 Metern, mit der Geschwindigkeit von 900 km pro Stunde. Wir würden Sie bitte sich mal zuschneiden und nicht zu rauchen. Wir fliegen bitte in und die Besatung wird schon in einem Akenten mit 5,5 km. Dritte Station, die Zone. 2. August 2002. Eine Tupolev 124 landet am Bulkovo Airport in St. Petersburg, Russland. In St. Petersburg, da habe ich die Frau Bulga Kowa kennengelernt. Und die hat mir erzählt von dieser M1528, von dieser Baubrigade mit diesen Zwangsarbeitern. Mit an Bord, die 42-jährige Wienerin Eva Binder-Gross, die Schwester des vermissten Österreichers. Und nicht nur das, die hat mir Dokumente gezeigt und Namen hat es mir nennen können, von den Arbeitern, die dort gearbeitet haben, in diesem Korridor. Eva Binder-Gross hat sich mit der Historikerin Jana Bulgakova in einem Straßencafé am Nevsky Prospekt, im Zentrum von St. Petersburg, verabredet. Es wurde bereits 1945 geplant, nachdem die Amerikaner Hiroshima und Nagasaki bombardierten. 1947 unterzeichnete Josef Stalin ein spezielles Dokument, um den Korridor zu bauen. Durch die schwierigen geologischen Voruntersuchungen in Irbene verzögerte sich der Baubeginn jedoch bis 1957. Der Bau wurde von einer speziellen Einheit durchgeführt, der M1528. Dr. Bulgakova arbeitet seit Jahren an einem dunklen Kapitel der russischen Nachkriegsgeschichte, dem Schicksal der Baubrigade M1528. Sie bestand ausschließlich aus jenen Zwangsarbeitern, die im Kalten Krieg aus den sibirischen Arbeitslagern rekrutiert worden waren. Die Aufgabe der Häftlinge, der Bau von geheimen Militäranlagen. Auch der Korridor wurde von den Männern der M1528 gebaut. Beim Bau der Anlage bekam ein Arbeitstrupp immer nur den Plan von einem Bauabschnitt zu Gesicht. War der Abschnitt fertig gebaut, wurden die Zwangsarbeiter ausgewechselt und ein anderer Bautrupp, der M1528, baute den nächsten Abschnitt. Dadurch hatte keiner der Häftlinge einen Überblick über das vollständige Projekt. 1959 stiessen die Bauarbeiter bei den Grabungen jedoch auf die sogenannte Zone, einen Bereich, wo sich merkwürdige Phänomene zeigten. Die Arbeiter beklagten sich über Schwindel, depressive Stimmungen und immer wieder über optische Täuschungen. Elektronische Geräte fielen regelmäßig aus und lieferten falsche Daten. Es gab keine Erklärung dafür. Sie wussten einfach nicht, was sie machten. Niemand konnte verstehen, was hier geschah. So, they didn't know, what are they doing. Nobody couldn't be able to understand, what are they doing. And in 1961, this complex was ended. In 1960, Nikita Khrushchev visited this complex. 1961 wurde der Bau fertiggestellt. 1960 besuchte Nikita Khrushchev die Anlage. Er machte Druck, den Korridor, trotz der Probleme in der Zone, raschestmöglich fertigzustellen. Eva Binder-Kross ist nicht das erste Mal in St. Petersburg. Sie hat seit dem Verschwinden ihres Bruders im Jahre 1997 mehrmals Lettland und Russland besucht. Dass ihr Bruder im Korridor spurlos verschwunden sein soll, bezweifelt sie ebenso wie seine angebliche Zusammenarbeit mit dem KGB. Also ich kann einfach nicht glauben, dass der Peter in eine kriminelle Geschichte verwickelt ist. Das ist lächerlich. Und jetzt das? Jetzt soll er ein Spion für die Russen sein? Die Russen, die er mir den Korridor selbst baut. Und dann der Schlussbericht von der Irbine-Kommission? Geh. Ich wollte einfach die Wahrheit wissen. Die Russen, die er in der Krimine-Kommission ist. Danke, Gott, dass sie nicht. Sie müssen die Hälfte und die Begrüßung bis zum Abend. 27. März 2005, Halbinsel Krim, Ukraine. Eva Binder-Kross besucht die ehemalige Dolmetscherin Tatjana Belowa. Sie lebt seit Jahren zurückgezogen in ihrer Tatscha an der Schwarzmeerküste. Mein Vater ist 1952 als sogenannter Volksfeind zu 15 Jahren Arbeitslage in Sibirien verurteilt. In Warkotau war das gewesen. 1960 war er für ein halbes Jahr der Sonderbau-Einheit 1528 zugeteilt worden. Er ist mit den anderen Häftlingen fast eine Woche im Zug unterwegs gewesen. Erst ein paar Tage nach ihrer Ankunft haben sie herausgefunden, dass sie in Lettland waren. Doch es gab dort große Probleme. Sie haben diesen letzten Teil des Korridors, die Zone, genannt. Soweit wie ich weiß, haben dort keine elektrischen Geräte funktioniert. Auch keine Vermessungsinstrumente. Ich kann Ihnen nicht so genau sagen, was dort unten wirklich passiert ist. Mein Vater wollte nie wirklich darüber zu sprechen. Naja, jedenfalls gab es dann zwei Unfälle bei den Sprengungen. Die Bauarbeiten wurden abgebrochen. Und mein Vater und die anderen Häftlinge, die dort gearbeitet haben, wurden dann ein paar Tage später in einem Güterzug zu einer anderen Baustelle in der Ukraine gebracht. So war das damals. 4. Juni 2005. Eva Binder-Kross fährt zu dem Techniker Oleg Ivanov nach Kaliningrad, Russland. Der mittlerweile verstorbene Techniker führte die Delegation von Nikita Khrushchev im Sommer 1960 durch den Korridor. Starke elektromagnetische Felder könnten für die Phänomene der Zone verantwortlich sein, so lautet eine allgemeine Theorie. Doch laut Ivanov sind in der Zone mehrmals ungewöhnliche Pulssignale empfangen worden. 1980 wurde deshalb das Radioteleskop Irbene direkt darüber errichtet. Die Sowjets wollten damit überprüfen, ob die Phänomene in der Zone von außen beeinflusst worden sind. Im Abschlussbericht der lettischen Untersuchungskommission wird dieser Zusammenhang von Radioteleskop und Korridor nicht erwähnt. Und noch ein weiteres wichtiges Detail vermisst Eva Binder-Kross im Abschlussbericht. Ich hab doch nicht gewusst, dass der Peter einen amerikanischen Bass hat. Und den Behörden in Lettland, denen war das wurscht. Nicht relevant, haben sie gesagt. Am 23. Juli 2006 besucht Eva Binder-Kross Dr. Anatoly Michalkow in St. Petersburg. Er leitete ab 1981 die Kommission zur Untersuchung ungewöhnlicher atmosphärischer Phänomene. Unter Präsident Gorbatschow wurde er Direktor der russischen Raumfahrtsbehörde. Michalkow empfängt die Österreicherin am frühen Abend in seinem Palais im Zentrum von St. Petersburg. Ja, Peter Kross war bei mir. Anfang 1997. Ich habe ihren Bruder zu Wladimir Sergejev geschickt. Er war der Leiter für die Experimente in der Zone. Er lebt heute immer noch im Rega. Ganz offiziell. Ihr Bruder hatte eine Aufzeichnung von einem Pulssignal, das angeblich in der Zone aufgenommen wurde. Wenn es wirklich echt war, dann war es nicht von dieser Welt. Sehen Sie, was auch immer da unten geschehen ist. Die Zone, das war immer ein gehörter Ort. Und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Endstation. Und ich glaube, es gibt gute Gründe. Nach dem Treffen mit Anatol Michalkow fährt Eva Binderkross zurück in ihr Hotel. Das Pribaltiskaya ist ein riesiger 1200-Betten-Komplex, in dem sich auch ein Intourist-Reisebüro befindet. Dort bucht sie eine Fahrkarte für den Nachtzug um 23.30 Uhr von St. Petersburg nach Riga. Sie möchte Wladimir Sergejev, den Leiter der Experimente in der Zone, aufsuchen. In Riga kommt Eva Binderkross jedoch nie an. Die Schwester, die seit 1997 ihren Bruder suchte, gilt seit dem 24. Juli 2006 offiziell als vermisst. Die Zone. In der Reihenfolge ihres Auftretens hörten sie Werner Pöschko, Elsayet Kandil, Lubov Makarenka, Jiri Bajev, Tamara Davidov, Amira Bibabvi, Katharina Umanski, Ruta Paltause, Jana Bulgakova, Silvia Immervoll, Tamara Baron und Laszlo Avar. Aiji gau divi gau divi gau divi gau divi, Aiji majhi maau u ligo. I, Gau, Diewy, Gau, Diewy, Gau, Diewy I, Maji, Ma, O, Ligo I, Maji, Baisali, Gawajra Rakshanalakoh Aymadhi Baisali, Bekhtanthirakshanalagou Musik Musik Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Musik DIVI GAU DIVI SANKATTI THAVANIGO AYI MAJI VAISALI GAVAJARAKSHANALAKO AYI MAJI VAISALI BAKTANJARAKSHANALAKO AYI MAJI VAISALI GAVAJARAKSHANALAKO AYI MAJI VAISALI BAKTANJARAKSHANALAKO AYI MAJI VAISALI GAVAJARAKHORA AYI MAJI VAISALI GAVAJARAKSHANALAKO AYI MAJI VAISALI BAKTANJARAKFAN Ahi, tujje, jernal-abhre-be-ne-i-cham-ma-na-va-hi-na-tula Ahi, gau-divih, 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 tujje-th, sa-ah-o-li-go Ahi, ma-jee, bei-sali, gau-divih, gau-divih, tujje-th, sa-ah-o-li-go Ahi, ma-jee, bei-sali, gau-vaj-ra-k-sha-na-la-go Ich möchte nicht mehr Freude Von Jörg Graser Nur Weizen Komm, ich schau ein Kreuz in der... Kriminalrat Becker, wir haben einen Mord in Rechenbrunn, Kressenau 3, ein Bauernhof Jetzt habe ich mir gerade einen Schweinsbruch gestellt Dann stellen Sie ihn wieder ab Ich esse ganz schnell Sie essen gar nichts, Sie fahren jetzt sofort da raus Sie wissen selber, dass es um Sekunden geht Jede Sekunde, die Sie vertrödeln, ist schon wieder ein Vorsprung für den Täter Ja, ja Ein Mord in der Mittagspause Vor 20 Jahren, wie er noch 80 Kilo schwer war Wäre der Kommissar Kreuzeder auf diesen Anruf hin aufgesprungen Hätte sich mit knurrendem Magen hinter Steuer geklemmt Und wäre wie eine gesenkte Sau zum Tatort geprescht Aber mittlerweile hat er ja über 100 Kilo gehabt Und gar nicht daran gedacht, auf seinen Schweinsbraten zu verzichten Er hat sich schmecken lassen Und sich dazu ein paar Weißbier und etliche Obstler gegönnt Es hat ihn auch überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht Wie sein Chef hereingekommen ist Es war nämlich eine Bierruhe Die der Kreuzeder da gehabt hat So lese ich das jedenfalls aus den Akten Ich hab's doch gewusst Malte Jetzt werden Sie da auch noch frech Das hat Folgen, Herr Kreuzeder Diesmal kommen Sie mir nicht davon Sie hören jetzt augenblicklich auf zu essen Ich bin gleich fertig Sofort habe ich gesagt Was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Haben Sie irgendwelche Depressionen? Ja, das ist üblich Machen wir uns doch nichts vor Sie sind seit Jahren völlig desinteressiert Ihre Aufklärungsquote tendiert gegen null Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern Wahrscheinlich von der ganzen Welt Naja Wir haben einen Mord, Herr Kreuzeder Wenn Ihnen das was sagt Einen Mord Zollen Gehen bleiben Wollen Sie jetzt im Ernst hier warten, bis die Dame so weit ist? Ich bin ja Zechbriller Was ist bloß los mit Ihnen? Wenn Sie nicht mal mein bester Mann gewesen wären Hätte ich Sie schon längst rausgeschmissen Das kennen Sie gar nicht Und ob ich das kann? Auch für den Beamten gibt's den Punkt, wo er untragbar wird Und den haben Sie schon längst überschritten So Das wäre jetzt der Schweinsbram Fünf Weißbier und sechs Obstler Macht 32,20 Euro 34 Habt ihr es richtig gehört? Wollen Sie jetzt in dem Zustand Auto fahren? In was für einem Zustand? Das kommt in Ihre Akte, Kreuzeder Und zwar alles Und jetzt nehmen Sie ein Taxi und das zahlen Sie gefällig selbst Ja, ja Bis das Taxi da war Hat es dann nochmal gedauert Und wie es dann endlich am Tatort eingetrudelt ist Ist es gar nicht durchgekommen Weil der Hof und die Zufahrt mit Autos vollgestellt waren Da hat sich dann der Kreuzeder Das letzte Stück zu Fuß hin bequemen müssen Mitsamt seinem Promille Ein uralter Hof war das Aus Holz und Stein So wie sie früher gebaut worden sind Und irgendwie stolz hat er ausgeschaut Vielleicht weil er auf einem Hügel angesiedelt ist Überall sind Neugierige herumgestanden Und Polizisten, die diese Neugierigen am Weitergehen gehindert haben Den Kreuzeder wollten die natürlich auch nicht durchlassen Schon wegen seiner Fahne Aber der hat dann seinen Dienstausweis gezückt zum Beweis Mordkommission Passau, wie schaut's aus? Keine Ahnung In der Scheune hat's an der Bresel Mehr weiß ich auch nicht Die Kollegen von der Spurensicherung Sind schon fleißig dabei gewesen Die Scheune zu inspizieren Und alles zu fotografieren Die Scheunenwand war von innen her eingedrückt Offensichtlich durch den Mähdrescher Der zur Hälfte im Freien gestanden ist Mit dem zersplitterten Holz unter den Rädern Und zwischen den niedergewalzten Brettern Ist ein Arm gelegen Und die Hand von dem Arm Die hat fest den Griff einer Aktentasche umklammert So jedenfalls ist das auf den Fotos drauf Ansonsten war von der Leiche überhaupt nichts zu sehen Wo ist denn der Rest? Vermutlich im Mähdrescher Diese Maschine machen doch heu gleich so Bündel Heu so Gulasch? Ja, wo man ja Roulade Wir warten auf dem Mann, der das Ding da aufschraubt Und dann darf ich alles abkreuzen und einsammeln Allzeit Ich bin Pathologe geworden, weil mir die Kranken auf die Nerven gegangen sind Als Arzt hast du ja den ganzen Tag nur mit Krankheit zu tun Von früh bist du spart Und die Toten haben den Vorteil, dass sie nicht mehr jammern Hab ich mir jedenfalls gedacht Aber allmählich nerven mich auch die Leichen Diese vorwurfsvollen Blicke Ach, das bulten sie einen ein Was ist denn in der Aktentasche? Nix Sauber Hat irgendwer da Flüster töten? Nicht, dass ich wüsste Also, alle Autos, die nicht auf den Hof gehören, müssen weg Und von dem Auto, das übrig bleibt und nicht am Bauern kehrt Da stehen sie den Besitzer fest Der Kreuzeder ist dann reingegangen ins Haus Angeklopft hat er natürlich nicht, weil er sehen wollte, was die Leute gerade machen Vor dem Fernseher sind sie gesessen in der Stube Alle drei Der Bauer, die Bäuerin und der Bub Superman haben sie sich angeschaut Irgendeine Wiederholung Weil es war ja erst nachmittags Die Möbel waren so in der Art der 70er Jahre Wie man das aus den Zeitungsbeilagen kennt Auf denen dann draufsteht Super billig Eigentliche draufstehen müssen Superschäbig Mahlzeit Mahlzeit Ich bin von der Krippe Könnte ich Sie mal was fragen? Mhm Ja, wenn Sie dann bitte mal in die Kirche mitkommen würden Sie auch, Frau Olzner Ich möchte unbedingt vor dem Kind mit Ihnen reden Ist Ihnen der Tote bekannt? Nicht, dass ich wüsste Man sieht ja nichts Der ist ja in der Maschine Wo sind Sie denn gewesen, wenn das passiert ist? Am Feld Sie auch? Ja, freilich Kann ich sonst noch irgendwer bezeugen? Weiß ich nicht Ich hab niemand gesehen Wissen Sie schon was? Nein Ich will ja gerade jetzt kommen Außerdem ist mir schlecht Wenigst du ein Obstler? Ja, wenn du dann haben Prost Prost Ja, ist gut Habt ihr ihn selber brennt? Sag ich nicht Der Superminister Sieger Ich hab mir fast gedacht Der kämpft für das Gute und gegen das Bäse Na, wieso? Jetzt geh ich da rüber, Moritz und du schön fernsinn Wo doch gerade Werbung ist Ja, dann schalt es halt um Gibt es ja noch viele Bahnen in der Gegend Die meisten haben schon aufgekommen Die haben sich nicht mehr, oder? Mei, nicht so recht Prost Prost Also, das Auto gehört an Herrn Brodl Ist Ihnen der Begriff? Brodl gibt's da mehrere Brodl Otto Der Brodl Otto Ah Da schau her Der Otto Der war in der Sparkasse tätig Ja, ja Der Brodl Otto ist von der Sparkasse Was könnte der da gewählt haben? Keine Ahnung Was nicht? Am Schulden Nein Schulden Nicht direkt Bisschen vielleicht, wieso? Ein paar Tage später ist der Kommissar Kreuzeder in einem alten schwarzen Anzug Der ihm viel zu eng war Im Büro aufgetaucht, hat sich einen Kaffee gemacht Sich damit an seinen Schreibtisch verzogen und Zeitung gelesen Sein Chef, der Kriminalrat Becker, hat so getan, als zwicke ihn das überhaupt nicht Und hat in einer Akte geblättert Äußerlich war er ruhig, aber sein Schädel ist allmählich rot angelaufen Wie dann der Kreuzeder zum Waschbecken gegangen ist Sich dort vor dem Spiegel gekämmt hat Schließlich einen völlig verknitterten Schlips aus der Jackentasche gezogen und sich umgebunden hat Da ist der Becker angetanzt Mitsamt seiner Akte Was haben Sie denn vor? Im Gesalberbeherdigung Aha Also Ich hab hier eine Akte, da steht alles drin Ihre Verfehlungen von den letzten zwei Jahren Da zeichnet sich ein Bild ab, das ist unfassbar Sowas darf es eigentlich gar nicht geben Ich fasse einmal stichpunktartig zusammen Sie kommen und gehen, wann Sie wollen Manchmal bleiben Sie wochenlang dem Dienst fern Mit ärztlichem Attest Also ich bitte Sie Was sollen wir mit diesen Attesten anfangen? Da steht immer nur drauf Kreislaufstörung Das heißt doch nichts anderes, als dass Sie Ihren Rausch ausschaffen Ja, so eben so für den Dienstkämmer Ach, das machen Sie sowieso dauernd Wenn Sie einmal zur Arbeit erscheinen Dann sind Sie ziemlich angeheitert, gell? Pöbeln alle Leute an Mich, Ihre Kollegen Die Angehörigen von Mordopfern Da haben wir Beschwerden hier in Ihrer Akte Das ist ungeheuerlich Ich brauch bloß aufschlagen irgendwo Hier, da haben Sie zu der Frau eines eben erst ermordeten höheren Beamten gesagt Sind Sie froh, dass Sie ihn los sind und spendieren Sie dem Mörder einen Schnaps? Ja, weil es war es Es war eine tote Ehe Der Mann war so charmant wie eine Ratiergumme Also was sagt man nicht zu einer frischgebackenen Witwe, die unter Schock steht? Von wegen Schock Die hat sich bloß nicht getraut, dass sie sich gefreut Dabei war der Mörder ein einziger Segen für Sie Bei Ihnen stimmt was nicht im Kopf, Herr Kreuzeder Ich muss Ihnen das einmal ganz offen sagen Entschuldigen schon Sie haben viel zu lange im Morddezernat gearbeitet Fast 20 Jahre Das kann eine Menschen schon aus der Bahn werfen Ich muss jetzt leider los, tut mir leid Wer ist denn gestorben? Das Opfer Der Fallrechenbund? Ja Gut Wenn Sie endlich mal ermitteln Dann will ich Sie nicht aufhalten Aber wir sprechen uns noch Ja, ja Auch über dieses Gespräch hat der Inspektor Becker eine Aktennotiz gemacht Kreuzeder ist dann tatsächlich zum Friedhof gefahren Und was dort vorgefallen ist, hat später der Sparkassenangestellte Fuchs erzählt Wie nämlich das Wägelchen mit dem Sarg zum Grab gezogen worden ist Mit dem Trauerzug dahinter Da hat der Holzner Bauer ihn wegen einem neuen Kredit angegangen Also ich möchte jetzt wirklich nicht drüber reden, Herr Holzner Das war ja immerhin mein Kollege Der Tode Und das ist jetzt nicht der Ort Kommen Sie morgen zu mir in den Sparkass Nein, das möchte ich gleich wissen Die genauen Zahlen habe ich sowieso nicht im Kopf Ich kann Ihnen bloß sagen, dass das mit einem weiteren Kredit nicht mehr so einfach ist Auf welche Sicherheiten denn? Der Hof ist doch sowieso schon total überschuldet Das gibt's doch gar nicht Kommen Sie morgen zu mir in den Sparkass Wie der Sarg in die Grube runtergelassen worden ist, hat der Holzner erstmal Ruhe gegeben Und auch während der Trauerrede des Pfarrers hat er stattgehalten Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde geschieht irgendwo auf dieser Erde ein Mord Im Irak kracht's, in Afghanistan kracht's, in Chicago kracht's, überall kracht's Und jetzt auch in Rechenbrunn So eine Zeit hat es schon einmal gegeben Das war kurz vor der Sintflut Da steht alles in der Bibel Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden Und alles Dichten und Trachten ihres Herzens Böse war immer da Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde Dann hat er die Sintflut geschickt Nur Noah hat Gnade gefunden vor dem Herrn Den hat er übrig gelassen mitsamt seiner Arche Wo seine Familie und obendrein noch ein Haufen Viecher drauf waren Und wenn wir nicht umkehren Und wenn's ihr euch nicht zusammenreißt und brav wärt's Jeder Einzelne, dann ist es bald wieder so weit Und diesmal endgültig Weil diesmal lässt er keinen mehr übrig, der Herr Dann sagt er weg mit dem ganzen Klump Menschheit, du hast von Anfang an nix taugt Es ist fünf vor zwölf Also, tut's beten und reißt euch zusammen Der Holzner-Bauer hat sich aber überhaupt nicht zusammengerissen Denn kaum hat das Kondolieren angefangen Bei dem die Leute ein Schäufel in Erde auf den Sarg geworfen Und der Witwe die Hand gedrückt und etwas zugemurmelt haben Da hat sich der Holzner schon wieder neben den Sparkassenangestellten Fuchs geschoben Es gibt's nicht, dass der Hof überschuldet ist Wieso auf einmal? Aber wieso? Es kommt durch Brüssel, verstehen Sie? Wenn Sie durch Brüssel und durch das Gatteabkommen Dadurch ist das Agrarland einfach voll weniger wert Außerdem kommen noch die Beschlüsse von Hongkong dazu Dadurch sinkt der Verkehrswert noch einmal Was? Ich erklär Ihnen das morgen Das sind Freihandelsabkommen, und zwar internationale Und in der Praxis heißt das, dass wir unsere Landwirtschaft nicht mehr so subventionieren dürfen Und dadurch ist das Agrarland praktisch viel weniger wert Weil sowas müssen wir einpreisen Du Dreck-Sau! Wie ist es im Druck? Ich wollte mir den Hof abzwecken, dann geht's durch Wir wollen gar nichts Der Volk, das weiß alle, was Sie kannten Ihre Hypotheken ganz normal kriegen Sodass wir um eine Versteigerung herumkommen Was? Lass aus! Du Dreck-Sau hat die Versteigerung gesagt Lass aus! Sieh, Herrgott Sakrament! Sofort hört sie auf zu raufen! Himmel, Herrgott Sakrament! Der Hof ist immer schon ein Häusnerhof gewesen Und das bleibt der Holzenhof Und wenn ich ihn mit dem Gewehr verteidigen muss Ihr seid sein Diebsgesindel Es haben dann schon ein paar kräftige Männer eingreifen müssen Um die beiden zu trennen Aber der Holzen hat nicht aufgehört, um sich zu schlagen Und hat noch gestrampelt, wie sie ihn fortgetragen haben Aber da gehen ja dann einige von euch mit Das lasst euch gesagt sein Der Kreuzeder hat wie die anderen Trauergäste der Witwe kondoliert Und sich dem Leichenschmaß angeschlossen Die Rauferei am Grab hat die Stimmung merklich gehoben Das Essen war auch gut und kostenlos wie das Bier und der Schnaps Und das war natürlich ein Argument So ist es doch noch eine schöne Leiche geworden Ruhe! Wird jetzt bei der Ruhe! Danke! Der Otto ist bei der Sparkasse gewesen Wie ich Aber sein Herz hat für die Spielvereinigung Riechenbrun geschlagen Gerade so wie meins Er ist unser Kassenwart gewesen Und da ist solcher unersetzlich Er hat alles für den Verein getan Sogar seine ehelichen Pflichten hat er vernachlässigt Mit dem Otto geht die Spielvereinigung unter Und das darf nicht sein Wach halt du durch den Kassenwart Das ist jetzt nicht die Zeit an der Ort Darüber reden wir auch andermal Ein Prost auf den Otto Zwecks meiner hättest nicht Störmrager Ein Klass! 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 Wie Sie mich stören, Herr Pfarrer! Witteschön! Der Jesus hat doch den Mörder verziehen Der mit ihm gekreuzigt worden ist Warum macht denn der so? Aus kein Herzigkeit Kann das nicht sein, dass der einfach gesehen hat Was das für ein armer Wicht ist? Das kommt aufs Gleiche raus Ich weiß gar nicht mehr, was ich denn mache Ich bin in der Marktkommission Die meisten Mörder, mit denen ich inzumt habe Die sind geplagt Von Habgier geplagt, vom Sexualdrang, von Dummheit, von allem Möglichen Manche sind so dumm Die wissen wirklich nicht, was die sind Ich mag gar nicht mehr hinschauen Sie machen sich zu viele Gedanken Bringen sie die Mörder hinter Gitter und Schluss Aber wo ihm da verziehen worden ist Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit und eine irdische, Herr Kommissar Und sie sind für die irdische zuständig Oder sind sie der Jesus? Ah Na also Sie machen sich das einfach Schauen Sie mal, Herr Pfarrer Ich muss mich dauernd in Mörder rein Damit ich rausfinden, wer das gewesen ist Ich glaube nicht, was da passiert, wenn man Tag aus, Tag einfühlt und denkt Wie ein Mörder Beruflich sozusagen Was da immer vorgeht Kreuzeder hat den Holznerbau noch am gleichen Tag verhaftet Wie schwer ihm das gefallen ist, merkt man an dem Verhör, das er dann im Revier veranstaltet hat Der Kriminalrat Becker hat das zuerst gar nicht glauben wollen, nachdem er das Protokoll gelesen hat Und hat sich von der Sekretärin das Band vorspielen lassen Ich bin sicher, Sie kriegen bildernde Umstände Vor allem, wenn Sie jetzt alles sagen, was gewesen ist Ihr helft euch alle zusammen Ihr wollt mir einen Ofen abzwicken Damit habe ich nichts zu tun Erst mein Obstl zu saufen und dann Soda herkommen Aber nicht mit mir Ich bin der Holznerbauer Ah, das habe ich schon verstanden Ihr seid alle Verbrecher Ich werde sogar recht Alles Alle miteinander Es tut mir wahnsinnig leid Ihr hättet alle an die Wand gestellt und erschossen Der gehört kurz einen Prozess gemacht Ein Gesindl seid ihr Ein Tier im Gesindl Na, Sie haben ja so recht Ich spreche immer aus, das ist Wahnsinn Frau Berthold Becker hat den Bauern gleich wieder ins Vernehmungszimmer bringen lassen Und auch Kreuzeder dort einbestellt Die Sekretärin hat auch mit müssen Und die beiden Polizisten mussten sich links und rechts vom Holzner aufstellen Herr Holzner, ich habe noch ein paar Fragen zu der Aussage, die Sie gegenüber dem Kollegen hier gemacht haben Ihr kennt mich alle mal, ich weiß Sie beschuldigen uns, dass wir Verbrecher sind Oder wer ist mit allen gemeinten? Ja, alle zusammen Also auch die Polizei